Folge 440 vom Aufwachen-Podcast hat leider kein Intro-Intro und auch keine Präsentatorin. Das ist schade, aber jetzt geht's los. Diese Schweine sind heute nicht in Räder gestorben, nicht in diesem Tönnies Schlachthof. Am Mittag war es noch nur ein Gerücht. Neue Corona-Infizierte bei Tönnies? Müssen wir durch, das nutzt ja nicht. Wenn wir es da durch den Griff kriegen, alles okay. Als erstes Mal gehen uns die Kinder hier durch den Kopf, die ja jetzt erstmal wieder zu Hause bleiben müssen. Ansonsten muss man schauen, ob das jetzt alles so Sinn macht. Es geht mir einfach nur auf den Keks. Und Tönnies, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Wir werden diese Branche verändern. Das steht fest. Das ist auch nicht nur eine Erkenntnis dieser Pandemie, sondern auch eine Erkenntnis, die ich schon länger habe. Es macht einen betroffen. Man sieht es im Regal nicht, wenn man Fleisch kauft, dass es aus dieser Massenproduktion herkommt. Weil wir sind tatsächlich so gepolt. Billig, günstig, gut. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Das ist der Aufwand Podcast. Wake up. Seit wann ist der Mann besonders jung? So alt wie der Mann kann ich gar nicht werden, meine Damen und Herren. Seit 2010 sind nach einer Zusammenstellung der Organisation Lobbykontoren mehr als 110 ehemalige Politiker von Union, FDP, SPD und Grünen aus ihrem Mandat ohne Umschweife und Charme in die Wirtschaft gewechselt. Mit sechs Abgeordneten ist die CDU Mecklenburg-Vorpommern eine der kleinsten CDU-Landesverbände. Im Januar hat die Staatsanwaltschaft die Räumlichkeiten der Kollegin Karin Strenz durchsucht, einer weiteren Abgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, ein Drittel der Landesgruppe hat derzeit mit der Staatsanwaltschaft zu tun. Ja, Gratulation. Dankeschön. Beste Quote überhaupt. Beste Korruptionsquote in Deutschland. Wenn man das bei uns überträgt, hieße das, 1,5 Menschen von uns sind korrupt. Hans, bist du es? Von welcher Grundgesamtheit gehst du jetzt aus? Ich bin auch hier der Mecklenburger. Stimmt, Thilo ist schon mal gesetzt. Einer von uns, Hans, ist halb korrupt nach CDU-Quote. Also wenn es ein Drittel wäre und du beziehst es auf drei, dann wäre es ein ganzer. Ich bin es nicht. Hat er nicht gesagt, die Hälfte von sechs, also drei von sechs? Nein, nicht drei von sechs. Er hat gesagt, ein Drittel ist korrupt und das sind zwei von sechs. Dann ist es Thilo Mecklenburg. Ja, auf einer Seite ist ja Stefan Hesse und CDU-Hessen ist ja besonders bekannt für... Ja, alte Geschichten. Ancient History, wie die Leute sagen. Das hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Nein. Das ist ein Geschichtsbuch. Das ist nicht mal mehr im Museum, das steht echt nur noch im Geschichtsbuch. Die haben nach der Spendenaffäre um Robert Koch vor 20 Jahren... Welche Spendenaffäre? Ich weiß nicht, wovon du redest. Die haben klar Schiff gemacht. Bist du wirklich sicher, Thilo, dass du Robert Koch meinst? Nein. Nein. Ja, das berühmte Roland-Koch-Institut. Genau. Ja, ja. Das ist Roland-Koch-Institut. Ich weiß nicht, wovon hier spricht. Bei uns blühende Landschaften hier. Hier wurde gerade, gerade 10.10 Uhr ist es, wir haben Glück, bis 10.06 Uhr wurde hier noch eine Hecke geschnitten. Bio pur. Natur erleben. Manfred Spitzers neues Buch. Wir sind alle freudig, erwartend erregt. Ja, wir sind wieder da. Ein paar Wochen Pause gemacht. Was hast du so gemacht, Hans? Och. Geschrieben, gelesen, Bundespressekonferenz besucht, gefragt. Es ist ja nicht so, dass ich nichts zu tun hätte. Was hast du denn geschrieben? Bitte? Ich habe zum Beispiel einen Artikel über RISO. Zum Beispiel einen Artikel über RISO. Warte mal, du hast einen Artikel über RISO geschrieben? Ja. Kannst du den auch so toll? Könnte ich da mal eine URL haben, bitte? Oder nur für Print? Ja, nur für Print. Ja, nur für, ja. Sag mal, wo hast du geschrieben? Diese, ja, für die Zeitschrift des Deutschen Kulturratspolitik und Kultur. Er wird heute, er geht heute in Druck. Also, er ist dann ab morgen oder übermorgen, ist er verfügbar. Ja, dann können wir ihn also nicht verlegen. Leider nein. Ich muss noch den Deutschlandsfunk absagen. Ja, es gibt zwar eine digitale Ausgabe dieser Zeitschrift, aber ich weiß nicht, ob ich da befugt bin, den Link weiterzugeben. Naja, eine Umschuldung, oder? Muss ich mich mal erkundigen, im Zweifelsfall, naja, im Zweifelsfall, ja. Mal gucken. Hast du denn zerrissen? Den Artikel? Ja, Papier kann man leicht zerrissen. Muss er es noch gedruckt werden? Nein, muss noch gedruckt werden. Nein, ich habe mir das angeguckt, was RISO gemacht hat. Ich habe mir angeguckt, wie die FAZ und andere darauf reagiert haben. Ich habe mir angeguckt, wie andere, zum Beispiel auch Perksen, den wir ja auch schon, mit dem wir ein längeres Gespräch haben, darauf reagiert haben. Also, ein ziemlich breites Bild verschafft. Und unterm Strich bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass RISO gerade ein hervorragendes Stück Medienkompetenz oder Grundlagen und, wie nennt man das, Materialien zum Aufbau von Medienkompetenz bereitstellt. Und das finde ich einfach gut. Und ich finde nicht, dass RISO in dieser ganzen Auseinandersetzung sozusagen als Verlierer vom Platz geht, überhaupt nicht. Er hat Medien, die viel, viel größer und personell besser ausgestattet sind als er selbst, gezwungen, sich mit sich selbst, mit der Kritik, mit ihrer eigenen Arbeitsweise auseinanderzusetzen. Dass die ihm dabei auch Fehler nachgewiesen haben, das stimmt. Aber wenn man sich jetzt wieder anguckt, RISO hat ja auf die Antwort zum Beispiel, das Antwortvideo der FAZ, wiederum geantwortet. Und da kommt dann die FAZ mit ihrem Antwortvideo auch wieder nicht gut. Und dass nun wiederum die FAZ auf die RISO-Videoantwort mit einem Artikel antwortet, mit der Überschrift Letzte Worte an RISO und damit das Spielfeld verlässt. Das ist ein interessanter Prozess. Und ich kann nur wirklich jedem, der sich ernsthaft mit aktueller Medienauseinandersetzung beschäftigen will, empfehlen. Guckt euch das alles an. Lest euch das alles durch. Und alleine das finde ich hochverdienstvoll. Und das ist sozusagen das Fazit meines Artikels. Zwei Fragen? Ja. Ist es jetzt ein Streit YouTube gegen FAZ, also große Plattformen gegen eine Zeitung? Oder ist es RISO gegen Jasper von Altenbockum? Weil da geht das Gerät irgendwie total durcheinander. Ja, das stimmt. Und es ist im Grunde beides. Es ist auf der einen Seite, also da, wo es FAZ angeht, ist es auch ein personalisierter Streit. Wobei ich glaube, es ist eben nicht alleine Jasper von Altenbockum, sondern, wie heißt der junge Kollege? Konstantin von Linden. Von Linden, genau. Der Philipp Amthor der FAZ. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Aber es ist natürlich in gewisser Weise mutig, sich sozusagen in die Attitüde und in die Artikulationsform zu begeben, die RISO bedient, weil die kann er eigentlich nicht. Also das ist so ein bisschen, wenn Handballer Fußball spielen, es hat zwar auch was mit Ball zu tun, aber so richtig toll funktioniert das nicht. Also da ist es eine personalisierte Ebene, aber es gibt ja auch die Auseinandersetzung zum Beispiel mit der Berliner Zeitung, mit anderen Medien. Denn da zeigt sich, es ist beides. Es ist sowohl traditionelles, großes Print-Medium gegen diese neue YouTube-Plattform und es ist personalisiert. Es geht, es ist schwierig auseinanderzuklamüsern. Zweite Frage an dich, Hans. RISO hat ja im ersten Video gesagt, ich habe alle Texte über mich analysiert und das waren Tausende und Tausende oder irgend sowas. Dann kommt die FAZ mit der Antwort, nee, du hast nicht alle analysiert, du hast hier ganz schön viele unterschlagen und dann wurden die auch nochmal inhaltlich gewichtet. Manche, da hat er eine Protagonistenrolle gespielt, die wurden nicht genommen, dann waren welche, da war nur Halbsatz, die hat er dann überbewertet, sich als Protagonistenrolle. Und dann in der Antwort sagt er plötzlich, ich habe doch von Anfang an gesagt, dass ich nur die genommen habe, die ich über die öffentliche Suchfunktion gefunden habe und hat sich darüber rausgeredet. Ist das nicht der Punkt, wo man sagt, wenn man so diskutiert, kann man es auch wirklich einfach beenden? Also es ist ein Kritikpunkt, weil ich habe RISO in seinem Anfangsvideo durchaus auch so verstanden, dass er gesagt hat, ich habe alles durchforstet, was auch nur auf dem Markt ist. Und dann jetzt hinterher sagt, liebe Leute, natürlich habe ich nur die genommen, die mit den allgemeinen mir verfügbaren Suchfunktionen zugänglich waren. Das hätte er dann bitteschön auch sagen müssen. Ob das eine Unterschlagung ist, das glaube ich, das würde ich so nicht nennen. Er hat einen falschen Eindruck erweckt. Aber es hat weniger Fallhöhe, würde ich sagen, als dass man sagen könnte, die hat er böswillig unterschlagen. Weil jetzt muss man auch wieder in die andere Richtung gehen. Und deswegen ist die Diskussion da nicht beendet, sondern sie fängt da an. Die FAZ hat dann ja gesagt, so jetzt gucken wir mal bei dem, was übrig bleibt. Wie viel ist denn da tatsächlich eigentlich Fehler? Und dann kommen sie, es sind irgendwie drei oder sowas und die anderen alle gar nicht. Und bei allem anderen, wo RISO behauptet, die hat hier falsche Tatsachen, Behauptungen und Fehler, das waren ja gar keine falschen Tatsachen, Behauptungen, sondern das war alles, das war nur Kommentar und das ist ja erlaubt und so. Wenn man sich jetzt, und das muss man dann eben auch machen, nicht nur das FAZ-Video anguckt, sondern die FAZ hat dazu und parallel zum Video damals schon eine Schriftfassung veröffentlicht und sie hat diese Textstellen aufgeführt. Das waren natürlich von der Formulierung her, waren das Tatsachen, Behauptungen. Da war nicht ein im Sinne von Kommentar, ich meine, RISO ist so oder so, sondern da wurde festgestellt, RISO ist, RISO macht und so weiter. Und dann hinterher zu sagen, das ist aber zulässig, weil es eine subjektive Meinungsäußerung ist und es war eine Ironie. Also wenn man sich da sozusagen die nachgewiesenen Fehler künstlich runterrechnet, das ist eben auch ein Taschenspielertrick, den sich die FAZ wiederum anlassen muss. Deswegen sage ich, da muss man tief in die Details einsteigen und das ist verdienstvoll. Ja, aber wenn du jetzt sagst, das ist ein Beginn einer Diskussion, wer soll die denn noch verfolgen? Also selbst ich bin schon darüber eingeschlafen, als ich das gestern nochmal nachlesen wollte. Ja, also ich bin eher hellwach geworden. Aufwachen! Ich finde, ja genau, ich finde sowas reizvoll. Das ist jetzt, ist vielleicht ein bisschen wie manchmal in der Bundespressekonferenz, wenn man die Regierungssprecher sozusagen mit Halbsätzen konfrontieren muss und dem, was da drinnen steckt. Das ist Kleinarbeit und Feinarbeit. Deswegen sage ich ja auch, es ist eine Geschichte für Menschen, die sagen, die an dieses mühevolle Geschäft, ja, ich will sozusagen journalistische Kompetenz mehr erwerben. Nicht unbedingt, um dann selber professionell als Journalist arbeiten zu können, sondern Pörksen, ich mag sehr diesen Begriff von Pörksen, der sagte, wir leben eigentlich in einer redaktionellen Gesellschaft. Ja, in einer redaktionellen Gesellschaft. Jeder kann schreiben, jeder kann lesen, jeder denkt, er schreibt privat und schreibt oder artikuliert sich in Wahrheit öffentlich. Und dafür brauchst du redaktionelle Kompetenz. Und die erwirbt man sich, finde ich, durch diesen sehr mühsamen Prozess. Ich gehe hier in die Details rein. Das würden wir uns ja wünschen im Aufwand-Podcast, wenn die ARD oder das ZDF mal sich mit unserer Kritik so auseinandersetzen würde wie die FAZ mit Rezo. Auf der anderen Seite hat Rezo sich ja nicht nur mit der FAZ beschäftigt. Wobei wir ja auch den Fehler machen, nicht alles zu verlinken, was wir hier anmerken. Ja, das wäre dann vielleicht auch irgendwann zu viel. Entsendet, ja. Nö, aber also der Grundtenor seines Videos war absolut richtig, sich mit der Regenbogenpresse, mit Bildzeitungen, mit den Methoden und natürlich den Verschwörungsmythischen zu beschäftigen. Was das jetzt mit der FAZ zu tun hat, verstehe ich immer noch nicht. Auch nach Wochen dieser Debatte nicht. Weil er da halt die meisten Fehler gefunden hat. Ja, weil die FAZ verbreitet ja keine Verschwörungstheorien wie Sternen morgens, wenn der Redakteur irgendwie kommt und den ersten von sieben Texten am Tag fertig macht. Nein, das hat er ja auch so nicht gesagt, sondern was seine Grundthese war, so habe ich die jedenfalls verstanden. Dass er sagt, die Verschwörungstheorien haben es leichter wahrgenommen und angenommen zu werden und gleichzeitig haben die Warnungen auch seriöser Medien vor Verschwörungstheorien, die haben es schwerer durchzudringen, weil die Traditionsmedien in unterschiedlicher Weise selber zu ihrer eigenen Unglaubwürdigkeit beigetragen haben. Es geht also da gar nicht um das Verbreiten von Verschwörungstheorien, das wirft er der FAZ nicht vor. Aber er sagt, sie machen und FAZ, auch andere Medien selbst, tragen aktiv zu ihrer eigenen Unglaubwürdigkeit mit bei und das wird unterm Strich zu einem Vorteil für Verschwörungstheoretiker. Und diese Kritik würde ich teilen. Übrigens auch nicht zum ersten Mal, Stefan. Du weißt, ich habe, wann war das, 2014, der erste Höhepunkt von Pegida, da habe ich mal einen längeren Text geschrieben, bezogen auch auf uns selbst, also das Medium, aus dem ich selber komme. Diese Lügenpresse-Rufe, das waren ja nicht Einzelne, sondern das war eine Grundeinstellung. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, was ist unser eigener Anteil daran, dass die Menschen uns so wahrnehmen und uns nicht mehr vertrauen. Und also von daher sage ich, das, was Riso jetzt formuliert und an verschiedenen Beispielen ausführt, das ist eine Kritik, die ich selber auch vor fünf Jahren schon artikuliert habe. Da hänge ich mich jetzt nicht dran, sondern das ist so. Wir müssen uns mit uns selbst beschäftigen. Und mit dieser, das ist auch eine Kritik, die du häufiger, Stefan, äußerst. Wir professionellen Medien haben eine manchmal verhängnisvolle Tendenz zur Zuspitzung. Es soll dann eine schöne, runde, geile Geschichte geben. Und dann biegen wir uns Dinge zurecht, die man so zurecht biegen kann, wo aber der Normalkunde und Bürger, der das liest, sagt, Mensch, ob das wirklich so ist? Also mehr Seriosität, mehr Glaubhaftigkeit, weniger falsche Überspitzung. Das sind so Kritikelemente. Genau. Und was das angeht, würde ich aber Thilos Spruch von eben nochmal widersprechen. Nämlich, ich würde, also Thilo meint ja, ich wünschte mir, die ARD und das ZDF würde mal so reagieren wie Riso auf der FZ oder so. Ich habe jetzt mit Paul auch festgestellt, subtil sieht man ja schon große Lernerfolge aus der Debatte 2015. Das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass der Aufwarn-Podcast 2015 begann, sondern dass es da eben diesen Anlass gab, wie du 2014 über Lügenpressen, Vorwürfe und so weiter zu schreiben. Und die, also gerade Klaus Kleber, bei dem kann man nun echt einen Lernfortschritt feststellen. Die Moderationen sind einfach anders als 2015, 16. Aus diesen, ich sage jetzt mal ersten Jahren. Ja, da war ja auch schon ein altes Haus, aber aus den ersten Jahren, die wir das so begleiten. Und gerade in der ARD, wenn da Karim Joska und Pina Atalay moderieren, das ist schon substanziell anders als dieses, was man 2015 noch kritisieren konnte. In der Hinsicht gar nicht so schlecht. Ja, aber das ist eben eine Sache, da darf man sich jetzt auch sowieso, darf man sich nicht auf Lorbeeren ausruhen, aber hier erst recht nicht. Sozusagen der Kampf um Wahrhaftigkeit und um guten Journalismus, nenne ich das mal so, und Selbstreflexion, den musst du jeden Morgen in der Konferenz, wenn du in so einem Medium arbeitest, neu führen. Und jeden Tag an deinem Schreibtisch, das ist die Mühsal eines immerwährenden Prozesses. Und das ist im Übrigen, finde ich, der ganz wesentliche Unterschied zwischen Social Media und professionellen Medien. Wer in Social Media schreibt, dem kann man das nicht abverlangen. Ja, das sind persönliche, individuelle Artikulationsformen. Ich kann von niemandem, der auf Facebook oder auch hier irgendwo auch einen privaten Podcast macht oder so, würde ich nicht verlangen können, mach eine professionelle journalistische Persönlichkeitsspaltung, tritt neben dich, guck dir zu beim Schreiben oder Podcast und sag, oh stimmt das jetzt eigentlich alles. Kommentarnachricht, muss getrennt werden. Ich meine, 2014, es gibt auch einen großen Lernerfolg auf Seiten des Publikums. Denn was wurde immer in diesen ganzen Podiumsdiskussionen gefordert und appelliert an Medienkompetenz, das Thema muss in die Schule. Und jetzt fünf Jahre später, also ich sage mal fünf Jahre später, so nach der Flüchtlingskrise, stellen wir irgendwie fest, ja, die Leute können ganz gut unterscheiden. Ich sehe es ja bei mir auch. Ich habe meine Podcastliste offen. Und na klar unterscheide ich zwischen SWR2 Forum, dem BR5 Tischgespräch, dem Deutschlandfunk, das war der Tag, Zusammenfassung, und dann kommt als dritter Podcast der Tomorrow-Podcast, wo einfach nur abgerantet wird die ganze Zeit. Und ich bringe das nicht alles auf eine, so wie Rezo meinte, ja, wenn der Fokus und der Stern und die Bild immer scheiße bauen, dann schlägt sich das wieder auf den ganzen Journalismus. Nee, ich kann wunderbar einzelne, auch redaktionelle Sachen einfach in meinem Kopf, wenn der Podcast beginnt, drüber schieben auf die Seite der Idioten, die halt auch Podcasts machen, die mich interessiert. Und dann kommt halt wieder ein SWR2 Forum und da switcht mein Kopf zurück, ja, und dann, also, auf der Publikumsseite gibt es ja große Lerneffekte. Ja, jedenfalls, wenn das Publikum sozusagen den Kopfstatus von Stefan Schulz hat. Ist das aber verallgemeinerbar? Es gibt diesen wunderbaren Text von Max Weber, Politik als Beruf, sozusagen soziologischer Grundtext, den er... 100 Jahre alt. Ja, 101 Jahre alt. 1919, es waren eigentlich Vorträge, die er gehalten hat. Und in diesem berühmten Text, der ist im Netz verfügbar, ich empfehle das immer gerne, gibt es auch eine ganz wesentliche Passage über Journalisten. Der ist gar nicht, es wird öffentlich kaum, ja, 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 da sagt, also Weber guckt sich ja verschiedene Berufsgruppen an in diesem Skript und sagt, inwiefern sind die eigentlich geeignet oder nicht geeignet für Politik. So, und dann sagt er über Journalisten, und das ist eine Wunder, also sinngemäß jetzt, er sagt, der Journalist oder die Journalisten teilen mit anderen Berufen wie Künstler und so weiter, die nicht so fest zuzuordnen sind, das Schicksal, dass im öffentlichen Ansehen, dass im öffentlichen Ansehen nicht gemessen werden an den Leistungen ihrer besten Vertreter, sondern an denen ihrer miserabelsten Vertreter. Und dieser Satz war vor 100 Jahren Gold wert und er ist es heute auch immer noch. Ja, und auch. Also ich habe jetzt gegrübelt, wie kann ich bitte Hans Jessen, der mit einem 100 Jahre alten Max-Weber-Text nochmal nicht nur widersprechen, sondern vielleicht auch was ergänzen. Meine Feststellung ist schon, es tauchen in WhatsApp-Gruppen irgendwelche Bilder auf und die Leute wissen eigentlich Bescheid, dass man das jetzt nicht gleichberechtigt wäre. Also es gibt natürlich immer Zusammenhänge, ich weiß nicht, in welchem Tilo sich rumtreibt, aber wenn du so unter Eltern, Lehrern und so weiter, da wo es auch mal ein bisschen drauf ankommt, wie man kommuniziert, da ist doch ein bisschen mehr Disziplin und Rationalität auch vorhanden. Oh, jetzt geht hier die Gartenarbeit wieder los. Das will ich ja gar nicht absprechen, aber wenn ich auch sehe, was in Familiengruppen-Shats oder auf Facebook von entfernten Verwandten und so weiter gepostet wird, dann halte ich diese These für sehr gewagt. Das hat jetzt nichts mit meinem persönlichen Freundesumfeld und Bekanntenumfeld zu tun, aber gerade da, wo man sich jetzt quasi die Verwandtschaften und so weiter nicht aussuchen kann, würde ich das jetzt nicht so behaupten, dass die genau wissen, dass es jetzt nichts gibt. Ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, es gibt beides. Das kann ich auch verstehen. Das ist, Stefan, wirst du auch erleben, also ich zumindest erlebe es auch, dass man manchmal, ich bin wenig unterwegs in Social Media bekanntermaßen, aber ein bisschen eben doch und man hat Freunde und Verwandte und so, die werden alle überschüttet, gerade jetzt sozusagen in der Hochphase des Corona-Lockdowns. als dann, wir werden ja alle eingesperrt, Grundrechte abgeschafft und Bill Gates hält die Marionettenstrippen von Merkel in der Hand und, und, und. Das war eine Schwämme und Menschen, von denen du vor einem halben Jahr Stein und Bein geschworen hast, die tun das lachend zur Seite, die sagen, ist da hier vielleicht doch irgendwie was dran oder so. Also während andere sagen, Leute, wie du jetzt sagst, es ist doch völlig klar, dass man das, was, dass das gar gar ist und so. Es findet beides statt, es entmischt sich und vermischt sich gleichermaßen und dann bist du wieder an dem Punkt, dass du sagen, ja, was hilft dagegen, nur das Medienkompetenz zu entwickeln. Ja, aber das will ich auch nochmal spiegeln, wenn, ja, Tito? Ich bin ja, ich bin ja bei Stefan, wenn einmal so ein Bild in die Timeline kommt, keine Ahnung, bei meiner Tante, dann sagt sich meine Tante wahrscheinlich auch so, ja, was soll das jetzt sein, ja, muss ich dir das glauben, aber wenn dir zehn Freunde von ihr oder zehn Bekannte von ihr dasselbe teilen und posten, dann hat das aber auch eine andere Wirkung. Das ist ja genauso wie auf der Straße oder auf dem Schulhof, wenn dir einer irgendwas erzählt, dann denkst du, ach Mensch, jetzt erzählt er mir den Scheiß, aber wenn dir zehn Leute dasselbe erzählen, dann denkst du dir irgendwann so, hm. Leute lassen sich treiben, wir nutzen jetzt Bildschirme acht, neun, zehn Stunden am Tag, gerade wenn man sonst nicht viel zu tun hat und so mit den Kindern zu Hause, pipapo. Dann kommt es aber manchmal drauf an, da will man dann mal wissen, beispielsweise man lebt in Gütersloh, ja, was ist denn jetzt mit dem Lockdown? Was macht man? Da weiß man genau, welche Quellen man konsultieren muss, ja. Bei den ganzen Schulöffnungssachen, diese Woche haben die Schulen wieder offen, was machen die Leute? Heute kommt ein neuer Drosten-Podcast. Wir reden morgen, wenn wir die Eltern, wenn wir unsere Kinder alle zusammen von der Schule abholen und da treffen nun wirklich alle Generationen, Berufsgruppen und so weiter aufeinander. Da tauscht sich keiner über die Inhalte von irgendwelchen WhatsApp-Gruppen aus, sondern da hört man einfach Drosten, ja, da ist Drosten-Tagesgespräch und das finde ich, ups, das finde ich so bedeutsam, ja, dass wir 2015, nach der Erfahrung 2015, 16, dass wir jetzt 2020 Drosten mit einem Millionenpublikum haben, ja, und der nicht mal mehr noch sich die Mühe gibt, irgendwas zu erklären, was man versteht, sondern der einfach eine echte Vorlesung hält, ja. Also, mit allen Fachbegriffen und so weiter. Das finde ich schon sehr bedeutsam und da kann man auch den Bogen nochmal zu Rezo schließen. Rezo kann über die FAZ und den, was weiß ich, welche Zeitung, abbranden, wie er will. In dem Moment, wo junge Menschen, auch nach fünf Jahren Rezo und YouTube-Konsum, ein Bewerbungsgespräch haben und wissen, in einem Monat muss ich da vorstellig werden und da kommt es auch auf Allgemeinwissen an, kaufen die sich auch mal eine FAZ und einen Spiegel und lesen den dann auch mal und wissen genau, worauf es ankommt. Deswegen, ja, wir spielen alle auf unseren Handys rum und da ist unendlich viel Müll drauf, aber ich glaube, so ein paar Lerneffekte kann man schon sehen. Also, flächendeckend, meine ich. Ja, absolut. Und ich glaube aber, also, das ist richtig und ganz bestimmt in deiner Elterngruppe, in deiner sozialen Elternbezugsgruppe, werdet ihr mehr über Drosten als über alles andere diskutieren. Gleichwohl finden, und das denke ich, in dieser Gesellschaft parallel andere Prozesse in anderen Subkulturen statt. Ich meine, wir hatten, wir haben Drosten mit seinem Millionenpublikum und wir haben noch viel mehr Millionen von Bild-Zeitungslesern, die mit einer Anti-Drosten-Propaganda überzogen wurden, wo nun auch und vielleicht sogar noch mehr als bei den Schulhof-Eltern hängen bleibt. Also, die Parallelität, die Gleichzeitigkeit dieser Einflüsse und Diskursstränge, das darf man, glaube ich, wenn wir uns in unseren jeweiligen auch Wunschkonstellationen bewegen, einfach nicht ignorieren, dass das andere eben auch da ist. Und diese Polarisierung, es ist eine Vermischung und eine Polarisierung gleichermaßen. Und eine Pluralisierung. Ja, 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 Polarisierung und Pluralisierung. Aber wir sollten natürlich überschätzen, es gibt Menschen, die von Christian Drosten noch nie was gehört haben. Selbst wenn sie die Bild-Zeitung lesen, gibt es einfach was. Das ist ja Blasphemie. In Deutschland hat noch nichts von Drosten gehört. Oder sie haben von Drosten gehört und wissen nur, dass er ein Lügner ist und Scheiße ist, weil sie halt bestimmte Medien konsumieren. Also, das gibt es natürlich auch. Das ist Stochastik. Bei 80 Millionen Menschen ist das so. Ja, wenn wir umfragen nach Politikern auf die Frage, wie finden sie denn Robert Habeck ungefähr immer noch ein Fünftel sagt, dieser Politiker ist mir unbekannt. Das ist auch eine Realität. Und ich glaube, wenn du jetzt fragen würdest, repräsentativ, was halten sie denn von Christian Drosten, dass da mehr als ein Fünftel sagen würde. Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Aber das hieße, 50 Millionen haben ich schon mal gehört. Und ehrlich gesagt, das ist schon mal eine Hausnummer. Ich teile gerne diesen Zweck, ich teile gerne diesen Optimismus. richtig optimistisch. Ich glaube, nur die andere Seite, also der Menschen, an denen das alles vorbeigeht, oder die sich ganz andere Meinungen bilden. Wir haben, woher kommt die Popularität dieser Telegram-Gruppen und so weiter alles? Das sind Zahlen, die liegen vermutlich in der Summe auch nicht unter den Drostens. Naja, ich wurde gefragt, ob ich bei dem Rezo-Video mitgemacht habe. Ich habe da nicht mitgemacht. Ich wusste nichts davon und wurde genauso überrascht, als es rausgekommen ist, wie alle anderen auch. Ich fand, einen Aspekt, habt ihr gerade noch so nebenbei angesprochen, er beschwert sich ja darüber, dass auch diese Lügentexte von Bild und so weiter oder das Bild immer wieder auch zitiert wird von anderen Medien, den Aspekt, dass die Nachrichtenagenturen da eine entscheidende Rolle spielen, den hat er natürlich weggelassen. Das fand ich eigentlich am enttäuschendsten neben dem Punkt, dass er quasi anhand seiner eigenen Personen quasi einen Lügenbarometer gebaut hat. Das fand ich am unglücklichsten, dass er die DPA-Rolle und andere Nachrichtenagenturen, die ja sich immer auf Bildtexte beziehen, das dann quasi als Nachrichtenmeldung umherschicken oder das, was die Bild an die DPA gibt, weiterverbreiten. Der Aspekt ist leider viel zu kurz gekommen und der ist auch ein sehr entscheidender. Also die Rolle der Nachrichtenagenturen ist auf keinen Fall zu unterschätzen in diesem Land. Gerade, gerade weil die Redaktionen, das war Stefan ja am allerbesten, immer kleiner werden und die Redakteure und Redakteurinnen immer weniger zu tun haben und dementsprechend auf diese Nachrichtenagenturen angewiesen sind. Ja und da ist das kann ich das sagen, doch ich glaube schon in der Jetzt musst du Ja klar, jetzt muss es zwar ein lautes Denken es wir treffen oder in der Bundespressekonferenz sitzen ja in der Bundespressekonferenz sitzen ja auch Kollegen der Nachrichtenagenturen die wiederum und wir hatten jetzt gerade war das gestern als es um die Frage ging Was hat eigentlich Doro Bär gesagt? Hat sie Bashing betrieben an Armen, die sich kein neues Handy leisten können oder nicht? Darüber haben wir und da hat ja auch das Handelsblatt glaube ich die Überschrift korrigieren müssen weil sie einen Das Handelsblatt hat sich richtig entschuldigen müssen Ja entschuldigen müssen weil sie was verbreitet so darüber haben habe ich weiß nicht Thilo warst du dabei? Glaub nicht mit einem Agenturkollegen Ich habe dich dazugeholt Ja das stimmt Du hast mich dazugeholt also warst du wohl dabei du bist ja nicht gegangen mit einem Agenturkollegen haben wir darüber gesprochen Komm mal her ich muss weg Der alte Mann übernimmt jetzt also haben wir darüber gesprochen da hat der Agenturkollege gesagt gesagt ich übernehme jetzt von überhaupt niemanden mehr irgendwelche angeblichen Zitate wenn ich nicht selbst die originäre Quelle prüfen kann das heißt selbst bei den Agenturjournalisten die werden die sind nicht nur wenn du so willst Täter in dem Sinne wie du es eben genannt hast sondern sie sind selbst auch Opfer das ist Auswirkung dieser grausamen Medienökonomie die Stefan beschrieben hat Abbau von Personal immer weniger Leute sollen immer mehr machen es wird immer mehr ungeprüft übernommen das trifft am Ende alle und das ist wiederum ein Beitrag zur Unglaubwürdigkeit oder zum Zweifel an der Glaubwürdigkeit auch der der traditionellen Medien wobei du beim Spiegel bei der FAZ bei der Süddeutschen schon so einen gewissen Stolz intern hast dass die eigentlich kaum mit Agenturen arbeiten die schreiben relativ viel selbst gerade im Spiegel da taucht eigentlich nichts von der dpa drin auf vor allem nicht eins steht das stimmt ja ja das stimmt das stimmt aber ja 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 aber bei Spiegel Online Stefan das ist ja genau das Ding ja geh mal auf die Spiegel Online Seite und guck mal das sind wenn es Agenturen sind immer mehrere also dass man nur eine Agentur benutzt selten und beim Spiegel achten die auch drauf dass die Startseite eigentlich immer mit eigenen Sachen zugekleistert ist außer man hat jetzt wirklich eine Eilnachricht oder sowas das ist aber dann auch egal ja oder guck dir mal die Zeit ein die Zeit die Webseite der Zeit da findest du nichts von der dpa null 0,0 ja aber das sind das sind sozusagen mit Material von Agenturen das gibt es schon ja man arbeitet Texte mit Material auf natürlich aber du findest nicht dieses standardmäßige dass du so eine Mantelproduktion für 17 verschiedene Zeitungen hast und da kommen dann zwei Seiten Bundesberichterstattung nur dpa und so weiter das findest du da nicht genau das findest du bei diesen Flaggschiffen findest du es nicht oder seltener aber die Medienlandschaft und niemand weiß das besser als zu Stefan besteht eben zunehmend weniger aus Flaggschiffen die diese Fertigungstiefe und Recherchetiefe haben sondern immer mehr aus schmalbrüstigen Produkten wo dann eine Agentur auf einmal einen Mantel beliefert der nachher unter zehn verschiedenen Zeitungsausgaben sich wortidentisch wiederfindet und diese diese Ausdünnung von von Mehrheitsproduktion in den traditionellen Medien das ist ja eigentlich das was Anlass zur Sorge und auch zur Kritik bietet meine Eltern werden nie Zeit lesen oder SZ oder FAZ aber die lesen ihr Nordkurier und der Nordkurier ist so ausgedünnt dass die Hälfte der Nachrichten im Politikteil aus Agenturmeldungen besteht oder in Stephans Geburtsheimer Thüringen gibt es noch Tageszeitungen die aber einen gemeinsamen Mantel haben der in Berlin gebaut wird und natürlich auch aus Agenturmeldungen besteht also wir können halt nicht davon ausgehen dass alle sich über Spiegel Online oder so informieren wie wir uns informieren wir sind da glaube ich eher die Ausnahme und dann bin ich wieder bei Max Weber und sage dann das Ansehen des Journalismus und der Journalistin bildet sich dann öffentlich weniger an den tollen tollen Flaggschiffen sondern mehr an denen die von der Hand in den Mund leben und es sich nicht leisten können vernünftig zu recherchieren und so und das ist wenn in dieser wenn in einer Kommunikationslandschaft wo sich ausbreitet das Narrativ den Medien und dann auch noch mit Mainstream versehen das ist ja schon gleich ein Ungütesiegel den Mainstream Medien kannst du sowieso nichts glauben das ist dann Max Weber 2020 in Rheinkultur gut hätten wir das Thema abgeschlossen hätte ja Rezo gerne nochmal im Podcast geholt aber der ist busy er schreibt dm's an alle dm-Weltmeister außerdem muss er ja immer seine Kolumne für die Zeit verfassen da hat er ja auch zu tun also Rezo macht auch schon einen ganz schönen Spagat aber warum nicht ich fand's doch ich fand's doch geil dass Spiegel Online so wahrscheinlich so gedacht hat oh geil wir kommen ganz gut hierbei weg das Ding geloben wir jetzt mal bis zum Gap ja das als Liebeserklärung an den Journalismus das hat ja Arno Frank und Perksner hat das ja auch nochmal gesagt das finde ich so ein bisschen ja so eine Anbieterei also das ist das ist sozusagen auch ein bisschen die Schlusspointe meines bescheidenen Printartikels keine Spoiler nein kein Spoiler nein aber also doch ich darf mich ja schon selbst zitieren das ist bei dieser Bewertung die Liebeserklärung an den seriösen Journalismus das war ja eine Spiegel Spiegel Wortschöpfung da schwingt natürlich eine Erleichterung darüber mit drin dass man als Spiegel selber relativ gut weggekommen ist wenn man wenn man gelobt wird wenn man gelobt wird wo man befürchtet hatte vielleicht auch mit Verhauen zu werden da ist es dann leicht dem anderen Liebeserklärung zu attestieren also und trotzdem unabhängig davon stimmte schon also was man bei Rizzo merkt und auch deswegen schätze ich ihn sehr für das was er da tut ihm geht es glaube ich er arbeitet sich von außen her in das schwierige Feld wie wird Journalismus und mediale Berichterstattung wieder glaubwürdig und wodurch ist sie bedroht und das kann man dann unterm Strich schon eine hohe Wertschätzung oder wegen mir auch Liebeserklärung für einen seriösen Journalismus nennen why not ja alles unter Kolumnenvorbehalt ja der Kolumnismus Kolumnismus richtig es ist es ist der Sieg des Kolumnismus Sieg des Kolumnismus die Kolumnistische Revolution sehr gut Kolumnien nicht mit Kolumbus verwechseln da wird jetzt abgebaut ja genau apropos Wahrhaftigkeit und Liebeserklärung und so weiter wir müssen ja nochmal vielleicht ganz kurz drauf eingehen was die letzten Wochen los war warum ich nicht dabei war und ja indirekt Hans also Hans hatte jetzt glaube ich wenig mit zu tun und also da liegt es eher daran dass Stefan dann Hans nicht fragt ob er den Podcast will ich hätte Hans super gerne gefragt aber ich wollte nicht und so weiter da waren irgendwie so Gemengelagen da habe ich mich nicht getraut das war zu Weihnachten ganz anders da ist Hans aufgestanden ich habe gesagt ich habe mir gedacht er wird schon wieder zurückkommen dann kann man das im Podcast klären diesmal dachte ich jetzt erstmal Ball flach halten ja und ich gehe nicht auf Partys zu denen ich nicht eingeladen bin ja das ist ja auch alles es gibt ja immer so die Vermutungen wenn Thilo nicht dabei ist ist Hans automatisch auch nicht dabei Hans kommt nur wenn Thilo kommt das ist nicht richtig ich glaube ich habe auch schon mit Hans alleine hier gepodcastet ich weiß zum Beispiel zur Republika Ressler und so weiter das ist mir eine sehr 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 gute Erinnerung es wurde gelobt ohne Ende das war damals die Chemnitz Folge auch ne ja ja historisches Ding Georg Ressler auf der Republik Kabine ich hatte ich hatte vor vier Wochen eine Pause gebraucht von diesem Podcast Projekt weil es mal wieder an den Punkt gekommen ist wo ich keinen Spaß hatte hier zu Podcasten und das Miteinander nicht mehr genossen habe also das was ich an diesem Projekt und an diesem Podcast am allermeisten immer geschätzt habe dass das halt keine Arbeit ist sondern eine ein tolles gemeinschaftliches Projekt von zwei beziehungsweise drei Menschen mit denen ich seit Jahren gerne das mache was wir hier seit Jahren machen was sich natürlich mit den Jahren immer gewandelt hat der Podcast ist nicht mehr der wie wir ihn begonnen haben und das ist ja auch richtig so und gut so dass wir uns weiterentwickelt haben wir sind damals gestartet weil wir ich Gott wie hat sich das entwickelt Stefan ich glaube wir hatten gemeinsam immer wieder irgendwie Nachrichten geguckt und haben wir haben deine BBK Fragen ans Seibert vorbereitet genau und dann sind wir auf die Idee gekommen weil wir uns ja die Neogender Show angeguckt hatten ja warum warum machen wir das nicht gleich als eigener Podcast und daraufhin ist das ja entstanden und ich weiß noch die erste Folge war eine halbe Stunde lang 100 Folgen später waren wir schon bei zwei Stunden angelangt und jetzt sind wir mittlerweile also manchmal müssen wir auf sechs Stunden Marken achten weil der Podcast so voll geworden ist weil er sich auch ja das kann ich mir gut vorstellen weil er sich so weil er sich halt so weiterentwickelt hat weil immer mehr Content dazugekommen ist weil Audiokommentare dazugekommen sind und so weiter und so fort aber trotzdem hat sich auch der Podcast quasi intern weiterentwickelt und aber auch auseinander auseinander entwickelt und das hat mich in den letzten Monaten immer mehr belastet und mich quasi auch auf einer emotionalen Ebene so belastet dass mich das immer wieder motiviert hat eine Pause einzulegen und es gab immer wieder interne Gespräche und wir haben uns darüber ausgetauscht und es wurden Gefühle verletzt und das wurde teilweise ausgeräumt und manchmal konnte es nicht ausgeräumt werden und manchmal ist das was man sich gegenseitig gesagt hat was man verbessern will nicht eingetreten und das war vor ein paar Wochen halt wieder so und wir müssen auch gar nicht konkret darüber sprechen was da jetzt alles angehäuft wurde es geht nur darum dass es nicht mehr so weitergehen kann dass ich nicht mehr so weitermachen will und darum mir in den letzten Wochen Gedanken gemacht habe nochmal endgültig Gedanken machen wollte ob wir das so weitermachen können ob wir das so weitermachen sollten und ich bin zum Schluss gekommen dass ich das nicht weitermachen will und das ist jetzt hier keine News für die beiden die jetzt hier auch da mit dabei sind wir haben das schon ich habe das mit Stefan schon vor zwei Wochen circa geklärt beziehungsweise ihm darüber informiert das ist jetzt keine gemeinsame Entscheidung dass wir jetzt gemeinsam kumbaya mäßig diesen Podcast beenden sondern der Wunsch nach der Beendigung des Podcasts kommt von meiner Seite aber das hat natürlich mit uns beiden zu tun und ja es ist einfach ein anderer anderer Podcast wie ich ihn mir vorstellen würde und das hat jetzt wirklich gar keine gar keine inhaltlichen Gründe ich bin stolz darauf wie er sich entwickelt hat zu was er sich entwickelt hat wie wir das in den letzten Jahren aufgebaut haben was für eine Reichweite weiterentwickelt haben aber irgendwann muss man dann auch mal feststellen dass viele Punkte sich auch in die falsche Richtung entwickelt haben und die sich offenbar nicht mehr korrigieren lassen und daraufhin möchte ich lieber das quasi im Guten jetzt beenden bevor wir das jetzt nochmal über mehrere Wochen Monate und Jahre weiterführen und dann irgendwann nicht mehr stolz darauf sein können was wir hier in über 440 in Folgen und 5 Jahren aufgebaut haben und man dann irgendwann sich auf die letzten 100 Folgen so wie in einer noch guten Serie sagt so och die letzte Staffel die war ja einfach nur noch Schrott das war ja einfach nur noch Schrott da hätten sie sich die letzte Staffel sparen können und deshalb sagen wir das haben wir gemeinsam entschieden wir machen mit dieser Folge noch 5 Folgen und beenden das wöchentliche Podcastprojekt Aufhauen Podcast mit der Folge 444 und ja das würde ich jetzt dazu sagen wissen jetzt alle Bescheid liebe Hörer gibt ja auch immer mal Fragen das ist das war eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens und Hans weiß das weil ich ihn natürlich auch konsultiert hatte und Stefan weiß das jetzt erst recht aber es ist glaube ich das Beste für für uns alle und ich bin nur froh dass wir das jetzt quasi nicht in einem Rutsch beenden und quasi jetzt in dieser Folge quasi sagen okay das war's und nach dieser Folge Schluss sondern wir machen quasi noch eine Art Abschiedstour in Anführungsstrichen und quasi haben jetzt die letzte Staffel hier mit ausgerufen und die letzten 5 finalen Folgen werden jetzt nochmal richtig hoffentlich abgehen und werden alle nochmal lernen wertzuschätzen was wir hier daran haben und ja ich weiß nicht ich bin ja ein bisschen lost for words gerade weil es ist natürlich alles was man sagen wollen würde das meiste gehört einfach nicht in die Öffentlichkeit aber gleichzeitig es hat nichts damit zu tun dass ich mit Stefan nichts mehr machen will sondern einfach nur diese Art von Podcast Projekt diese Art von wöchentlicher Diskurs Sendung die funktioniert für mich nicht mehr ja ich hab dir ja geschrieben mutiger Schritt was soll ich da noch groß es gilt das Lustprinzip beim Podcasten ich kann mich auch nicht verpflichten jetzt hier zu Podcasten und so sondern es gilt das persönliche Lustprinzip und wenn es keinen Spaß mehr macht dann macht es halt keinen Spaß mehr und dann muss man sich auch nicht durchquälen und da hast du absolut recht es geht mir genauso auch wenn bei mir die Lust ein bisschen anders ausgeprägt ist aber es ist da das ist ja für mich das ist ja auch wahnsinniger Stress und das hat auch wirklich mit dem mit dem Faktor zu tun dass wir das jede Woche machen müssen und das hat sich natürlich auch mit der Zeit entwickelt es war am Anfang wirklich so ein Spaßprojekt und wir gucken mal ein bisschen Nachrichten machen drei Folgen pro Woche machen aber so eine halbe dreiviertel Stunde und dann sind wir irgendwann auf zwei Folgen pro Woche vier Stunden gegangen was dann auch mehr Arbeit bedeutet hat und mittlerweile obwohl ich ja dachte dass wir mit dem glaube ich mit der Entscheidung vor einem Jahr dass wir nur noch einmal die Woche machen damit dass ich weniger Arbeit habe du hast natürlich einen ganz anderen Alltag als ich und für mich hat das trotzdem zwei bis drei Tage Arbeit bedeutet ich habe Sonntag Sonntagnachmittag oder abends schon angefangen die Sachen zu sichten gestern auch wieder habe ich auch wieder acht oder neun Stunden quasi Pre-Production gemacht wo ich dann übrigens auch wieder gemerkt habe wie sehr Spaß mir diese ganze Sache macht und wie sehr ich das hier auch vermissen werde das muss ich ganz ehrlich sagen und ich kann mir auch vorstellen und da ist natürlich dann Stefan auch gefragt vielleicht können wir das in wirklich unregelmäßigen speziellen Situationen dann doch nochmal weitermachen wenn es sich anbietet also das kann ich mir dann doch vorstellen aber diese wöchentliche Art geht nicht mehr weiter aber auf jeden Fall das ist halt ein wahnsinniger Arbeitsaufwand und dann kommt ja noch der Dienstag hinzu wir sitzen ja jeden sechs oder sieben Stunden dann gibt es abends dann auch immer noch die Nachwehen Stefan sitzt ein oder zwei Stunden in der Post Production ich warte dann abends oder nachts noch darauf dass der Twitch Stream endlich auf YouTube landet und ich dann um zwei Uhr nachts endlich das YouTube Video freischalten kann also das sind ja dann wirklich fast drei Arbeitstage die da drauf gehen und dann kommt ja noch meine eigentliche Arbeit hier in Berlin dazu und ich bin irgendwann auch überarbeitet und ich muss auch wirklich an meine ja wie soll ich sagen psychische Gesundheit denken wenn mir selbst enge Freunde sagen dass ich viel zu viel arbeite und viel zu viel irgendwo drinstecke dann hat das auch mit diesem Podcast zu tun aber nicht nur und wenn da noch hinzukommt dass man emotional sehr belastet ist mit diesem Podcast weil wir halt unterschiedliche Arten von Menschen sind und miteinander unterschiedlich umgehen und Gefühle verletzt werden aneinander verletzt werden und die auch manchmal nicht überwunden werden können und so weiter und so fort das belastet eine Seite mehr als die andere und wenn sich das aber über Monate und Jahre anhäuft und nicht überwunden werden kann dann will ich das lieber quasi jetzt im Guten beenden als irgendwann nach einem Atombombom Einschlag ja es hätte sein können dass wir uns wirklich irgendwann mal wirklich so die Haare bekommen dass wir on air quasi dass die Bombe hoch geht und das will ich unbedingt vermeiden absolut verstehe ich ich wollte noch mal anmerken und vielleicht bestätigst du es auch es gibt jetzt nicht hinter dem Podcast sozusagen abseits des Dienstags große Streitereien oder sonst irgendwas sondern wir treffen uns hier dienstags machen diesen Podcast und aus diesem Podcast heraus erwächst das was Tilo gerade als sein Gefühlsleben geschildert hat das muss jetzt keiner glauben dass irgendwie im Hintergrund wir uns von Mittwoch bis Sonntag irgendwie keine Ahnung also es gibt da keine große das ist so ein bisschen schon wie bei No Agenda wir sind halt dienstags verabredet und wenn Tilo einen Gast hat dann ruft er mich an so wie gestern und sagt ich hab hier diesen Gast dann sage ich super cool ja also dann bestätige ich das kurz damit das auch geregelt ist dass ich auch weiß wer da kommt heute zum Beispiel mussten alle nochmal einen Text lesen vorher den der Gast geschrieben hat und dann ist halt ich verstehe aber auch dass in dem Podcast vielleicht auch Corona bedingt da bin ich auch gespannt was die Hörer jetzt so insgesamt zu dieser Lage sagen so ein paar Streitereien hochkochen die man auch wo ich auch im Nachhinein einen Podcast höre oder auch Joscha jetzt schon mal rückmeldet auch öffentlich selbst ich als größter Aufbau-Podcast in aller Zeiten musste dann einfach mal einen Podcast ausmachen deswegen will ich jetzt auch nochmal meine Gefühlswelt kurz schildern mir hat der Podcast immer Spaß gemacht ich bin super stolz darauf was wir geschaffen haben diese Format-Entwicklung hat vor einem Jahr ungefähr als wir auf Dienstag gegangen sind so ein bisschen eingeschlafen also ich kann mir durchaus vorstellen dass man mit Hörerkommentaren nochmal anders umgeht als sie einfach nur hinten dran zu klatschen ich fände es auch super geil hätte es super cool gefunden werden wir das hier konsequent auch immer live gemacht hätten sodass man eine direkte Rückmeldung von Zuhörenden im Publikum macht da schüttelt Thilo nämlich jetzt schon den Kopf genau das sind solche Formatfragen die man halt unterschiedlich entschieden hat und ich selbst für mich war der Podcast nie eine Belastung ich habe mich immer auf den Dienstag gefreut für mich war ja auch immer so ein bisschen Glücksspiel ist Hans heute dabei ja oder nein weil ich wusste das niemals vorher außer das eine Mal als ich Hans eingeladen habe deswegen ist das auch immer so ein kleiner Nervenkitzel 9.55 Uhr meldet sich Hans bei Discord an ja oder nein und dann sehe ich und dann muss ich auch im Kopf nochmal umplanen weil dann einfach manche Themen ein bisschen länger dauern und andere vielleicht aussortiert werden müssen dann muss ich dann kurz überlegen wie das so ist aber jetzt gerade in dieser Woche wo uns diese Nachricht erreicht dass Thilo den Podcast beendet sitze ich das erste Mal nach drei Monaten wieder an meinem Schreibtisch und das Haus ist leer alle Kinder sind in der Schule den ganzen Tag bis 17 Uhr der Kleinstes im Kindergarten betreut bis 17 Uhr und ich strotze vor Tatendrang das ist allerdings mein Problem das ich damit habe dass der Podcast aufhört weil wir haben jetzt ein finales Datum 444 das ist dann auch eine Woche bevor wir sowieso Sommerpause gemacht hätten denn Urlaub und so steht ja auch an aber so ist die Lage du hast gerade die Corona Zeit angesprochen das war jetzt aber auf ich möchte nur betonen kein Auslöser und auch kein Hauptgrund für irgendwas das hat natürlich jetzt nochmal einiges wieder verschärft und das hat quasi ja aber das hat den Zyklus den wir also nach meinen Gefühlen immer wieder erreicht haben nach ein paar Wochen oder Monaten einfach nur beschleunigt und das hat mir dann auch vieles nochmal verdeutlicht und ja hat man vielleicht auch gemerkt in den letzten Monaten ich wollte dann auch viele Konflikte die wo Stefan vielleicht sogar sagen würde lass uns das im Podcast austragen sowas möchte ich nicht in der Öffentlichkeit austragen sowas gehört auch nicht in die Öffentlichkeit und dann habe ich mich halt immer mehr zurückgezogen und gleichzeitig gemerkt dass das dann aber trotzdem nichts bringt weil die beiden Streithähne umso mehr dann miteinander gestritten haben und ja aber gut das ist dann das ist dann euer Problem Hans was sagst du denn dazu was soll ich sagen bin in einer völlig anderen Situation ihr seid die Eltern du bist der erste der es hört ihr seid sozusagen die Eltern was glaubst du was glaubst du was jetzt Leute die hören jetzt gerade zu sitzen im Stau oder in der S-Bahn und sagen so what verhaschen die uns gerade nein wir verhaschen euch nicht manche sagen auch endlich das stimmt grüßen am Mainz ich bin ihr seid die ihr seid sozusagen die Eltern und die Betreiber des Podcasts ich bin in einem Gaststatus manchmal mit etwas mehr Häufigkeit aber das ist eine wirklich eine komplett andere Rolle ihr bereitet vor ich kriege das ja bei dir Thilo ein bisschen mit weil wir auch sowieso in Berlin über Bundespressekonferenz und so viel miteinander zu tun haben und reden und ich merke dann schon wenn wenn im Grunde am Dienstag ist Podcast und nicht erst nicht nur am Montag davor sondern manchmal schon am Freitag der Vorwoche sagst du dann Mensch mal gucken ist das nicht was muss ich mal gucken ob wir das in den Podcast bringen also welcher immense Arbeitsaufwand dahinter steckt das kriege ich schon und bei Stefan ist das in anderer Weise ähnlich da kriege ich es dann mit über die Sachen wo ich merke jetzt hat er wieder das gehört und das gelesen und das gesehen und so weiter ich setze mich hier alt und naiv hin am Dienstagmorgen und rede über das was ihr hier auf den Tisch packt so das ist eine das war mir immer du musst dich in die Küche vorher ich gehe in die Küche und mache mir meinen Tee die also ich habe sozusagen ich habe mehr oder weniger spontan reagiert auf die Themen die ihr vorbereitet und eingebracht habt und deswegen war das manchmal bei mir auch so ein bisschen kraus oder auch etwas länger dauernd weil die das allmähliche verfertigen der Gedanken beim Reden das hat mir aber immer gefallen nur wie gesagt der Gast ist der Gast und wenn die Gastgeber das Gastgeber Ehepaar sich scheiden lässt ist die Party zu Ende weise Worte es hat mir halt in den letzten Jahren hat mich gestört dass es ein aus einem Podcast des Miteinanders und das gemeinsam sich schätzen und sich fördernd eine Art gegeneinander geworden ist und das sich auch in dem Diskurs dann wieder gespiegelt hat und ich fand immer unsere Stärke war dass wir meistens höchst unterschiedlicher Meinung waren aber auf jeden Fall immer höchst unterschiedliche Perspektiven eingenommen haben aber es dann immer wieder geschafft hatten die Perspektive des Anderen zu verstehen die anzuerkennen und die dann auch vielleicht in unsere eigenen Argumentationen einfließen zu lassen und das hat glaube ich auf allen Seiten bei uns in den letzten Monaten hat sich das in die falsche Richtung entwickelt und das hat mich immer wieder gestört ja wann war wann ist jetzt die letzte Ausgabe Kalender was war es Juli 21. Juli oder ein bisschen früher keine Ahnung ne doch ich glaube ich habe gerade keinen offen aber ich glaube das war irgendwie also heute ist 440 und nächste Woche und übernächste und überübernächste also jede Woche gibt es nochmal eine Folge und 444 ist dann Schluss also wer jetzt nochmal einen Audiokommentar absetzen will und seine Stimme hier im Podcast verewigen lassen möchte der hat jetzt noch vier Folgen also heute ist ja zu spät aber hat noch vier Folgen Zeit heute haben wir auch gute ja bestimmt und das kommt mir jetzt vor wie eine Band die sagt wir gehen jetzt ein Jahr lang auf Abschiedstournee und das es gibt Bands die machen das fünf Jahre lang ja aber dann kommt Corona die Orleans-Tourne siehst du nie wieder hast dein 2000-Euro-Ticket gejobbt und zack weg weg vom Fenster ja das stimmt ich habe sie ja gesehen du glücklicher Mann denn 1969 oder was ne da wäre ich wirklich glücklich gewesen nein das war ich glaube 94 nein 83 84 in Hannover im Niedersachsen-Stadion ja wollen wir mal einsteigen womit Stefan hat ja jetzt ja die letzten Wochen quasi Alleinunterhalter gemacht oder allein bitte Alleinunterhalter ja nein im Sinne von du hast den den Großteil an Clips mitgebracht ich weiß Jenny und Paul haben auch einiges mitgebracht aber jetzt entlaste ich dich mal okay und lass uns doch mit was aber keine Sorge ich hatte hier 35 verschiedene Themen und ungefähr 100 Clips ich habe eigentlich ich habe drei Themen und noch ein einstelliges Gespräch mit Achtung Jens Südekum einige von euch fragen sich jetzt wer ist das die anderen kriegen eine Gänsehaut ich weiß es ganz genau ich könnte Namen nennen okay let's go Clip 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 ich bin ich bin sehr gespannt ob wir den heute in der Sendung unterbringen können wenn wir schon einen anderen Gast haben und dann 35 plus drei Themen noch haben ey wir müssen ja nicht alle weg müssen nicht alle weg ich habe Highlight Themen sortiert da Hans heute da ist habe ich schon 20 rausgeschmissen let's discuss wollen wir mit Amthor einsteigen das ist doch immer da kommen wir da gut rein haben wir ein bisschen gute Laune wir können ja jetzt auch mal ein bisschen ehrlicher darüber reden wie der Podcast so entsteht jetzt wo es auf dem Tisch ist dass er zu Ende geht als du mir gestern die Mail geschrieben hast Frage welche Themen hast du und dann meine Themen sind Amthor und Tönnies habe ich schon gedacht genau Amthor und Tönnies let's go Tilo das waren deine das waren deine Themen nein das waren deine Themen du hast mich gefragt was sind deine Themen Fragezeichen und dann hast du geschrieben weitergeführt meine Themen sind Amthor Tönnies und noch ein bisschen andere Kram und da habe ich gedacht US Kram Amthor und Tönnies es ist ich muss es jetzt leider sagen typisch Tilo ich bin aber auch sehr gespannt was jetzt kommt ja mit der Fleischindustrie können wir uns noch her beschäftigen ich habe bei Amthor ihr habt es ja letzte Woche schon in der Sendung gehabt also die Leute wissen ja Bescheid dass es hier um Lobbyismus und Korruption geht aber ich habe mir gedacht da sich das ja in den Tagen danach immer weiter quasi eskaliert hat müssen wir das mal chronologisch nochmal abarbeiten und ich habe viele sagen wir mal lustige Clips und weil wir ja ein medienkritischer Podcast sind auch ein paar medienkritische Sachen zu berichten aber damit einer Hans beschäftigt sich ja mit dem ganzen Kram nicht der weiß wahrscheinlich noch nicht mal wer Philipp Amthor ist Hans wir bringen dich mal rein ich bitte gedanklich worum geht es denn eigentlich wir hören jetzt nicht Philipp Amthor weil die Vorwürfe sind ja schon offen und im letzten Podcast hast du das ja auch schon gehört du hörst ja den Podcast auch wenn du nicht dabei bist richtig jawohl wir hören mal rein was das heute Journal zum Fall Amthor berichtet hat also die O-Töne Herr Amthor hat mit dem Briefpapier des Bundestages Lobbytermine vereinbart im Bundeswirtschaftsministerium war dann da selber auch zugegen hat dann hinterher Anteilsoptionen Direktorenposten bekommen bei der Firma der Brief ging wohl vorher auch in der Firma rum das kann sich ruhig eine Staatsanwaltschaft einmal anschauen ob hier nicht ein Anfangsverdacht auf Mandatsträgerbestechung vorliegt Amthor glaube ich muss selber zum Beispiel noch erklären wer hat die Flugreisen bezahlt wer hat die Übernachtung bezahlt welche Größenordnung hat das das ist ein junger Mann das war nicht gerade klug und clever was er da gemacht hat das war übrigens gerade der kommissarische CDU-Landeschef Ecki Eckhardt Rehberg Eckhardt Euphorie Rehberg also wenn es noch schlimmere CDU-Mitglieder in MV gibt als es gibt da noch welche und so weiter ja ja dann ist das einer von denen aber kennt ihr diese Sendung ich konnte jetzt leider ich hab's vergessen zu Nacht zu gucken ich hatte die ja letztes Mal schon im Intro drin das ist diese Bild-Sendung wo man ganz vorsichtig fragt das Bild also Amthor hat ja auch so Lobbyismus Herr Rehberg zwar nicht klug und clever ja stimmt zwar nicht klug und clever okay weiter deine richtigen Fragen ist Bild-Zeitung die richtigen Fragen genau so heißt die Sendung die richtigen Fragen mit zwei Leuten die dann richtige Fragen stellen also gibt es auch es gibt es auch eine Sendung die heißt die falschen Antworten oder die falschen Fragen ja die falschen Antworten kommen dann in die Zeitung so gut wir haben wir weiter jetzt gegen das Abgeordnetengesetz verstoßen hat gegen unsere Arbeitsordnung gegenüber unsere Verhaltensregeln das wird jetzt untersucht da wird ja auch sehr sehr transparent sein in der ganzen Sache und danach werden wir die ganze Geschichte beurteilen im ganz konkreten Fall sollte die CDU-Führung Herrn Amthor zur Niederlegung des Mandates ganz klar auffordern der Fall Amthor ist ein Weckruf an den gesamten Bundestag jetzt endlich wirklich Transparenz herzustellen wir brauchen einen entschiedenen Kampf gegen Lobbyismus wir brauchen also ein Lobbyregister er hätte in seinem Brief an Herrn Altmaier schreiben müssen dass er in dem Beschäftigungsverhältnis zu der Firma steht um die es geht und ein Lobbyregister bedeutet auch dass alle Interessensvertreter die dafür bezahlt werden in einem Register sich melden müssen und hinterlegt werden muss wann sie mit welchen Abgeordneten gesprochen haben zur Rolle der SPD in Sachen Lobbyregister kommen wir nachher noch die sind ja jetzt tun ja so als ob sie jetzt diejenigen sind die im Bundestag und in der Bundesregierung das vorantreiben dabei sind sie immer die Ersten gewesen wie Marco Bülow im Bundestag erzählt hat die das diese Forderung als allererstes bei Koalitionsgesprächen immer über den Haufen geworfen haben apropos Marco Bülow im Bundestag ich habe mir am Sonntag noch anderthalb Stunden Bundestagsdebatte zu Amthor angeguckt ich hatte ein dreiminütiges Intro geschnitten und heute Nacht um eins nachdem ich mir dann den Tönniskram alles reingezogen habe habe ich dann entschieden ich überrasche Stefan und mache ein kurzes Intro das war heute ein kurzes Intro? ne ja ja doch da kamen ungefähr sieben Clips bevor die Musik begann ja aber die waren kurz achso sehr gut sehr gut das war noch nicht mal eine Minute sonst mache ich ja manchmal so drei Minuten Sachen oder so weiter weil es aber so gut ist ich habe nämlich das letzte Mal darauf geachtet die letzten drei Folgen immer kurz, knack, zackig, zackig, zackig immer unter zwei Minuten so und darum habe ich am Ende des Intros zwei Bundestagsclips gespielt weil ich hatte irgendwie am Ende ich hatte ja 20 Einzelclips die ja eigentlich am Anfang immer kommen und ich war dann enttäuscht scheiße ich habe dann einfach umsonst gearbeitet wir machen das jetzt nochmal wir bauen das jetzt irgendwie ein das muss irgendwo unterkommen jetzt spielen wir noch ein Intro ich bin ein Abschnitt dafür ne 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 wir gucken uns jetzt nichts aus dem Bundestag an ich habe das alles rausgeschmissen ich habe nur die zwei beziehungsweise die drei Highlights mit Britta Hasselmann ins Intro geholt also die Arbeit habe ich dann weil es geht dann am Ende das Beste gewinnt und dann habe ich einfach die Arbeit rausgeschmissen Kill Your Darlings heißt es im Journalismus es gibt ja viele die mir auf Instagram jetzt noch nicht folgen sonst die wüssten nämlich dass ich eine Katze habe und die läuft jetzt hier gerade rum und ich muss nur darauf achten dass sie nicht auf den Schalter in der Mehrfachsteckdose tritt unter anderem das ja aber ich wollte sie jetzt nicht aussperren Amthor 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 wir wollen alle wissen was da los ist das wissen wir ja wir gucken uns mal die Rolle von Christian Hirte an Christian Hirte ist ja beziehungsweise war Staatssekretär Wohans im Bundeswirtschaftsministerium genau und der Bausbauauftragte genau bevor er sich selber Kill Your Darlings heißt es ja an der Bundesregion ja ja Kill Your Darlings bevor er sich selber hinaus expediert hat wegen Kemmerich war das damals ja ja ok auf jeden Fall hat der mit Amthor das Bundeswirtschaftsministerium besucht beziehungsweise Amthor dort einen Termin gegeben nachdem der sich ja mit seinem Bundestagsbrief an das Wirtschaftsministerium gewandt hat um für Unterstützung von Augustus zu sorgen und so weiter und wir hören mal Hans uns die Rolle von dem Hirte an habe ich bei MDR gefunden Christian Hirte war es der Vertreter des Startups und Amthor 2018 im Wirtschaftsministerium empfing damals war Hirte Staatssekretär heute möchte auch er CDU-Landeschef und Ministerpräsidenten Kandidat werden in Thüringen Amthors Handeln findet Hirte aus heutiger Sicht wörtlich schwierig sein eigenes Vorgehen damals rechtfertigt er dass Philipp Amthor mit dem Unternehmen verbunden war habe ich jetzt erst in der aktuellen Berichterstattung wahrgenommen so wollen wir gleich mal lösen wo das eigentliche Problem ist also Amthor ist jetzt riesig wir kennen Amthor seit ewig du hast ihn gleich interviewt als er reinkam in den Bundestag und seitdem haben wir ihn so auf dem Schirm weil das so eine schillernde bizarre Person ist aber wir können es gerade im Aufmerpotcast besonders einfach erklären weil es ist im Grunde auch ein Vergehen wie man es im Journalismus kennt wenn man über eine Sache schreibt in dem Fall ist nicht das Publikum adressiert irgendwie sondern der Bundeswirtschaftsminister und man fügt in dem Text unten nicht an übrigens hier Disclosure ich bin mit diesem Unternehmen verbunden ist das der eigentliche Fehler das macht es zu Korruption ja und da kann man jetzt dem Hirte wirklich nicht vorwerfen dass mich dann es ist ein eindeutiger Fehler von Philipp Amthor das in diesem Text nicht vermerkt zu haben weil dann ergibt sich auch dann wandert der Brief vielleicht gar nicht bis zum Minister weil man vorher sieht na was ist denn das für ein Scheiß der Typ hat dann Direktorenposten und Aktienoptionen und macht jetzt hier ja ein Paragraf lang irgendwie Lobbyarbeit dafür das ist doch Quatsch dadurch wird Lobbyismus zu Korruption ja der Fehler ist natürlich dass er ja auch in diesem Aufsichtsrat sitzt und sich Aktienoptionen sichert also das ja meine ich ja gehört ja kann er ruhig machen nee 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 du hast gerade gesagt sein Fehler war dass er es im Brief nicht erwähnt hat nein nein er kann das machen Aktienoptionen in solchen Unternehmen kein Problem Direktorenposten kein Problem er hat es beim Bundestag angemerkt wo man es anmerken soll in diesem komischen Register kein Problem in dem Moment wo er aber dafür tätig wird muss das in diesen Brief mit rein er kann es nicht da weglassen im Sinne von ja die Mitarbeiter werden schon im Lobbyregister oder wo auch immer das gibt es ja nicht aber diesen wo man das halt reinschreibt welche Nebentätigkeiten man hat die werden da schon nachgucken und das sehen dass ich mit denen verbunden ist nein diese Anmerkung muss in diesen Brief mit rein das ist dieser große Fehler das ist ja gar keine Frage aber es ist auch ein grundsätzliches Problem dass ein Abgeordneter das nur anzeigen ja ja ein anderes wir haben hier ein echtes juristisches Problem eigentlich und das ist dass das im Brief nicht drin stand alles andere ist politisches Theater genau politisches Problem ist dass sie die Abgeordneten das einfach nur anzeigen müssen das war ja auch ein Teil der Bundestagsdebatte du kannst wirklich als Abgeordneter einfach hingehen und sagen ja also ich bin hier ich kriege eine Million sogar als Aufsichtsrat lieber Herr Schäuble hiermit zeige ich das an und dann war es das du musst es nur anzeigen du musst es nicht begründen oder irgendwas und ich bin ja dafür dass irgendwie Grüne und Linke die Debatte jetzt quasi in die Hand nehmen und zwar nicht wie die SPD jetzt einfach auf Lobbyregister gehen sondern quasi er will eine Grundgesetzänderung anstreben oder grundsätzlich was anderes machen nämlich wie zum Beispiel in Amerika dass die Senatoren und die Abgeordneten keine Nebentätigkeiten mehr machen dürfen dass sie nur noch ihrem Mandat verpflichtet sind ja und da muss man nochmal weil ich sehe auch wie die Debatte lief die letzten zwei Wochen man muss nochmal klar unterscheiden zwischen Nebentätigkeit und Nebeneinkünfte weil wir haben gerade bei den Linken und bei den Grünen sehr viele Nebentätigkeiten die gar nicht mit Nebeneinkünften einhergehen weil die nämlich alle in irgendwelchen aktivistischen Gruppierungen zu tun haben und da als Schirmherrn und sonst irgendwie deswegen muss man das nochmal gewichten aber ich bin auch absolut dafür wie die Diskussion jetzt läuft haben wir ja auch hören wir wahrscheinlich bisher nachher auch Ziemiak und so weiter Lobbyregister dass man Nebeneinkünfte und das betrifft eben wirklich nur so ein Drittel des Bundestags das ist gar nicht so ein grasierendes Problem angesichts der Möglichkeiten die sich bieten und da muss man handeln Ich meine ich erinnere mich noch Wolfgang Kubicki hat bei mir gesessen und meinte so ja für ihn ist Bundestagsmandat Nebenjob ja sein Hauptjob ist seine Anwalttätigkeit und das ist ja genau das Problem wenn du hier Abgeordneter im Deutschen Bundestag bist ist das dein Job dein Hauptjob und dann kannst du nicht noch 60 Stunden in der Woche oder 30 Stunden in der Woche in dein ein anderes Mandat machen Ja wobei der Begriff Hans du bist ja immer hier für Begriffe zuständig Abgeordnet sein was bedeutet das Naja es gibt eine Haupttätigkeit von der du ab weggeordnet wirst und das bedeutet natürlich deswegen wird ja auch bei den Bundestagsabgeordneten immer angegeben welchen Beruf sie eigentlich ausüben was sie von Beruf sind so das ist jetzt ein das ist ein Spannungsverhältnis je nachdem wo du herkommst also das Grundprinzip des Deutschen Parlaments ist schon dass man sagte es soll repräsentativ sein es sollen die verschiedenen Stände und auch Berufe des Volkes repräsentiert sein und das setzt natürlich irgendwie voraus dass man nicht bei Eintritt ins Parlament diese persönliche Biografie und Verbundenheit an der Garderobe abgibt also eigentlich gehört das Verbundensein und immer noch eigentlich ja das Verbundensein mit dem Beruf aus dem ich herkomme gehört dazu das ist die eine Seite und den Spannungsbogen stellen wir aber dadurch fest es darf nicht diese Verbindung dich behindern in der Arbeit des freien Abgeordneten und der Lobbyist ist eben als solcher nicht mehr frei sondern der Lobbyist vertritt die Interessen einer anderen Firma Organisation was auch immer das können auch hochmoralische Geschichten sein aber die Unabhängigkeit des Abgeordneten steht in einem Spannungsverhältnis zu seiner Verbindung zu anderen Interessen und das kriegst du auch nie glaube ich nie sauber gelöst und das das Mindeste worüber wir jetzt auch reden ist das darüber verdammt nochmal eine Transparenz Transparenz ist das Zauberwort und Max Weber hat damals zurechtgeschrieben Politik als Beruf und nicht Politik im Hauptberuf sondern es ist Politik als Beruf die meisten 152 Abgeordnete im Bundestag sind übrigens Juristin Lehrer gibt es nur 35 Abgeordnete Wirtschaftswissenschaftler 115 61 Politikwissenschaftler 29 Naturwissenschaftler Soziologen Ingenieure was glaubt ihr wie viel also als Yvonne Hofstetter damals Sie wissen alles schrieb hat sie die kleine Pointe eingebracht sechs Abgeordnete haben einen naturwissenschaftlich technischen Hintergrund können jetzt zwölf sein also Ingenieure und Soziologen laut Berliner Zeitung jeweils 25 immerhin 25 sind schon mal mehr als sechs Ja 50 zu viel Wie viele Arbeiter sind drin Unklar Ah ja Gut Ist aber auch eine andere Kategorie Arbeiter Arbeiter Muss man ein bisschen gucken Hans Jessen ist eigentlich auch ein Arbeiter gewesen im Hauptstadtstudio Ja ein Geistesarbeiter das zählt nicht Ja als irgendwann diese Unterscheidung angestellter Arbeiter in meinen Ich habe es bis heute nicht so ganz verstanden Ich weiß juristisch kann man es ziemlich einfach auseinander häkeln aber ist immer noch schwierig für mich das zu verstehen warum Angestellte keine Arbeiter sind und Arbeiter keine Angestellte weil Arbeiter sind auch angestellt und die Angestellten arbeiten auch oder was aber das nur als kleiner Einwurf Ja ja Gut Ich versuche es schnell durchzubekommen Anja Köhler ist ja ein Kollege von uns im Hauptstadtbetrieb vom NDR und die schildert uns mal fand ich ganz lustig wie die CDU eigentlich auf Amthor guckt und was sie eigentlich an ihn hat Und auch die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft die ja schauen wollen ob sie einen Anfangsverdacht haben wegen Bestechlichkeit das ist natürlich ein schwerwiegender Vorwurf und das könnte dann die Karriere von Philipp Amthor doch heftig ausbremsen Für die CDU CSU kommt das Ganze zur Unzeit Sie war gerade während der Corona Krise in den Umfragewerten wieder gestiegen Außerdem waren sie doch sehr stolz darauf so einen jungen schnittigen Abgeordneten in ihrer Fraktion zu haben in der eher alten Partei CDU Also das kommt jetzt alles ganz ungünstig zusammen für die Fraktion Hans kurze Frage wann wäre der günstige Zeitpunkt gewesen der verpasst wurde ich habe das nicht ganz verstanden Das ist ein wunderbares Nach einer Wahl Nach einer Wahl Stefan Das ist eine so schöne Formel Es kommt zur Unzeit Ja Wann wäre denn die richtige Zeit Ja wirklich Was ist da los Ja wie gesagt kurz nach einer Bundestagswahl wenn gerade wenn wieder vier Jahre Zeit ist das zu vergessen Ja Es gibt die Zeit und die Unzeit das Wort und das Unwort den Toten und den Untoten also alles was mit Un anfängt Ich stelle mir mir die Kinder vor weißt du Komm Stehen putzen komm geh ins Bett komm steh auf komm mach den Fernseher aus das kommt jetzt echt zur Unzeit Was willst du machen Das Ende des Aufwandpodcasts kommt auch zur Unzeit Na wirklich Thilo Es kommt zur Unzeit Corona ist gerade vorbei und jetzt Zack aus Bumm Unzeitgemäß Amtors Rückzug Jetzt wollen wir es aber wissen Wie hat er es gemacht Das habe ich auch noch nicht gesehen Ich habe es nur im Ohr Das ist der erste Rückzug Das kam ja jetzt in Häppchen in Häppchen und an dem Tag als ihr letzte Woche aufgenommen habt habt ihr noch nicht gewusst dass er sich dann von allen Ämtern Nee sorry Wer welche Ämter Schatzmeister hier die Jungen Union oder was Heißt das Heißt das nicht von allen Amtoren in seinem Fall Von allen Amtoren Er hat sich von allen Toren zurückgezogen Wir fangen mal mit dem ersten Tor an Der CDU-Bundestagsabgeordnete Amthor zieht sich aus dem Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz zurück Das teilte der parlamentarische Geschäftsführer der Union Grosse Brömer mit Amthor wird im Zusammenhang mit einer Nebentätigkeit für ein US-Unternehmen Lobbyismus vorgeworfen Außerdem steht der 27-Jährige wegen seiner möglichen Nähe zum ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen in der Kritik Maaßen soll in dem U-Ausschuss befragt werden Ja Das ist natürlich erstens immer interessant Hans ist mir auch aufgefallen bei den Öffentlich-Rechtlichen dass sie immer noch und auch heute immer noch von Lobbyismus Vorwürfen reden Sie sprechen nicht von Korruption oder Korruptionsvorwürfen sondern von Lobbyismus Vorwürfen Es sind ja keine Vorwürfe mehr Das hat er ja alles eingeräumt Das ist ja schon Lobbyismus was er da betrieben hat um es quasi glimpflich auszudrücken Ja, ich würde auch Korruption sagen Wir können den schon mal vorurteilen Wir sind ja keine Juristen Wir können das ja schon mal In einem Jahr steht es dann wieder fest Können wir halt schon mal sagen Aber das wäre Also hättest du auch letzte Woche immer noch von Lobbyismus Vorwürfen gesprochen wenn du einen Bericht für die ARD gemacht hättest Also ich hätte glaube ich dann eher von Korruptionsvorwürfen gesprochen oder wegen seiner Lobbyismus Tätigkeit Sehr gut Und das Zweite Den Fehler hat er ja gar nicht eingeräumt weil das war ja ein Fehler den er quasi schon indem er da reingegangen ist in den Untersuchungsausschuss hätte gar nicht erst machen sollen weil diese Verbindung zu Maaßen über Augustus und so weiter die war ihm ja bekannt Also er hätte erst gar nicht in diesen Untersuchungsausschuss wo die Arbeit von Hans-Georg Maaßen Thema ist reingehen dürfen weil er automatisch befangen ist Ja, es ist so ein bisschen wenn die großen Rechtsstreite beginnen Mordverfahren und so weiter dann wird immer der erste Antrag auf Befangenheit der Richter gestellt nicht weil man den Richter nicht mag oder so sondern weil man einfach mal im Verfahren durchklären will gibt es da einen Zusammenhang und so muss das natürlich wenn man da als quasi Richter in so einem Untersuchungsausschuss mit sitzt man richtet ja dann als Fraktionsabgeordneter darüber was da passiert muss das natürlich auch einmal im Verfahren geklärt werden und das ist mir auch völlig unklar wie sowas passieren kann also es ist einfach bescheuert was ist denn am Bundestag los können die mal ein paar Gesetze für sich selbst auch erlassen ja wo sowas mal geregelt wird so weit kommt es noch also wir werden hier immer drangsaliert ja das Volk muss alle Regeln einhalten und so und die also ich will schon wenn es einen Untersuchungsausschuss gibt wo CDU-Abgeordnete die Mehrheit stellen und am Ende natürlich nichts rauskommt was die CDU nicht will dann will ich aber wenigstens dass es sauber abläuft ja und nicht auch noch mal quasi auf einer dreckigen Ebene jetzt brauchen wir schon für jeden Untersuchungsausschuss einen Untersuchungsausschuss genau der U-A-U-A ich will ein U-A-U-A ja vielleicht kann man es noch mal kurz ich unterbreche mal was vielleicht kann man es raffiniert ausdrücken ja und sagen es ist auch für Philipp Amthor nicht besonders cool dass alle Kontrollmechanismen gerade über die öffentliche Meinung hergestellt werden weil das ist sehr belastend und das hört man ihm wahrscheinlich nachher wenn er sein Statement da gibt auch an ich habe ihn noch nicht gesehen ich habe es nur im Ohr wie das klingt freu dich freu dich ja und vielleicht kann man da auch mal sagen liebe Leute liebe 80 Millionen Volksvertreter ja die hier privat zu Hause sitzen und euch das an dem Amthor Schicksal ergötzt vielleicht könnten wir alle mal ein bisschen runterfahren und sagen wir haben dafür ein juristisches Verfahren ja das wird schon geregelt wir müssen nicht alle nochmal auf Philipp Amthor einhauen nur haben wir dieses Verfahren gar nicht und deswegen finde ich müssen wir auch so ein bisschen auf Philipp Amthor einhauen ja dieses Exempel muss ja jetzt irgendwie statuiert werden und vielleicht haben wir am Ende so ein Verfahren dass die nächsten mal mit erhobenen Hauptes aus solchen Ämtern rausgehen können ja wir wissen auch alle nicht wo ist eigentlich Klaas Relotius für den gibt es auch kein Verfahren der Rehabilitation und das sind solche Sachen mussten über die öffentliche Meinung derzeit geklärt werden das finde ich das ist auch schon ein bisschen bananenrepublikanisch wenn auch alternativlos leider für Philipp Amthor ich hoffe ja Hans dass es keinen Ruf nach einem Untersuchungsausschuss zum Ende des Aufwandpodcasts gibt ich hoffe wir hatten hier genug Transparenz wegen Befangenheit alle abgelehnt richtig so das war also Dienstag hat er sich aus dem Untersuchungsausschuss zurückgezogen und dann hatte ich ja auch immer wieder gewartet ja was ist denn jetzt mit seiner wichtigsten Rolle er will ja CDU-Landeschef werden und er will ja quasi gegen Manuela Schwesig die beste Ministerpräsidentin der Welt nächstes Jahr antreten und Ministerpräsident werden und am Mittwoch sah es dann so aus und wir wechseln jetzt mal in den Norden zu den NDR Magazinen wo halt jetzt auch ein paar lustige Sachen kommen und wir hören mal den Chefreporter des NDR MV dass Amthor es immer noch werden wollte am Mittwoch hält Amthor weiter an diesem Ziel fest und hat er auch noch Unterstützer also bisher scheint er noch an diesem Ziel festzuhalten er will heute Abend zum Beispiel nach Spornitz in einen CDU-Kreisverband reisen und dort für seine Person werben ob er aber noch so viele Unterstützer im Hintergrund hat das weiß man nicht wirklich öffentlich sagt keiner Amthor kann es jetzt nicht machen aber wenn man mal mit CDU-Abgeordneten mit CDU-Politikern telefoniert hat weiß man hier wird jetzt gewartet diese Reisen die er ja auch unternommen haben soll waren das wirklich großartige Luxusreisen gab es da Champagner und Austern und ähnliches schwellte er also im Luxus wenn das so sein sollte wenn sich das jetzt alles so bestätigen sollte dann glaube ich nicht dass Philipp Amthor in diesem Bundesland CDU-Landesvorsitzender noch werden kann da bin ich ja natürlich gespannt ob Klaus Göbel da wirklich so nachgefragt hat also geht es jetzt um den Luxuspart der Affäre dass er Luxus genossen hat oder dass er manche Sachen nicht angezeigt hat und dass er viele Sachen verschwiegen hat also ein MV ist wirklich Luxus das hat Dietmar Bartsch auch im Bundestag betont da wird Wasser getrunken und nicht Champagner und das hat ihm jetzt seinen Job gekostet seinen Kopf finde ich interessant es war auf jeden Fall am Mittwoch schon das Thema ja was ist denn wenn Amthor doch zurücktritt gibt es denn überhaupt einen Ersatzersatz ja weil Amthor ist ja quasi nachdem Philipp Koker den kennen wir ja auch schon Fraktionsvorsitzender MV Landeschef zurückgetreten ist gibt es ja eine Neuwahl zum Vorsitzenden dann ist die Justizministerin die auch angetreten ist aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht angetreten sodass Amthor der alleinige Kandidat war jetzt war am Mittwoch die Frage ja was ist denn wenn Amthor sich doch zurückzieht gibt es denn einen Ersatz und ihr erinnert euch noch an den Wirtschaftsminister aus MV richtig Harry bestimmt gleich bestimmt gleich ne du siehst ihn nicht aber Harry ist ja der der mit der Maske wenn Pressekonferenz und das ist so ein Peter Altmaier verarmt ja ok und der ist jetzt im Gespräch gewesen der ehemalige CDU Fraktionsvorsitzende ist hier über Jahre aufgebaut worden Philipp Amthor war dann der Ersatzspieler und jetzt nach einem Ersatzspieler einen weiteren Ersatzspieler zu suchen das wird nicht wirklich einfach sein natürlich werden Namen gehandelt unter anderem auch der des Wirtschaftsministers Harry Glawe der wollte eigentlich nach den Wahlen im kommenden Jahr in Rente gehen Harry Glawe wollte aber auch immer mal ganz gerne an der CDU Landesspitze mitspielen da kommt aber wahrscheinlich ein geistig jüngerer als Philipp Amthor in die Verlegenheit das Land führen zu müssen das hat mich so ein bisschen an Hans Jessen erinnert Hans wollte auch quasi nach seiner ARD-Zeit in Pension gehen einfach mal seine freie Zeit genießen Seibert hat schon Sektchen aufgemacht aber dann nochmal so ein Internetphänomen sehen werden das könnte er sich auch in seiner Pensionszeit vorstellen Vielen Dank für diesen Vergleich Ja so das war Klaus Göbel im NDR Studio in Schwerin und dann ist er nach Spornitz gefahren Spornitz ist in der Nähe ist glaube ich Kreis Ludwigs Lust also ist vielleicht eine Stunde entfernt und dann hat er sich weil Amthor zum Kreisverband dorthin gefahren ist vor den Veranstaltungsort gestellt und es ging schon mal ganz schön scheiße los Live-Schalte im Nordmagazin also 1930 ist er ja immer Magazin und ich glaube die Stimmung war gleich zu Beginn Ich habe die Frage an Klaus Göbel in Spornitz hat sich denn inzwischen die Stimmung dort gedreht? Hallo Also ich habe keinen Ton ich höre gar nichts ich kann mal kurz erzählen wir warten hier auf Philipp Amthor und die Stimmung im CDU-Kreisverband hier in Ludwigs Lust Parchim die ist relativ gelassen wir rechnen damit dass Philipp Amthor in einer Viertelstunde hier erscheint und würden uns dann noch mal so unser Todproblem bis dahin gelöst ist am Ende der Sendung noch mal wieder melden Das finde ich immer gut Ja also ich habe ich habe ich habe nicht gehört was die Frage war aber ich rede jetzt einfach mal und ja aber alle zuhörenden Fernsehmacher und so weiter jetzt mal Hand aufs Herz angenommen die Tonleitung hätte gestanden wäre mehr bei rumgekommen? Nein Das ist ja mal das ist ja mal der Punkt warum eine Schalte machen wenn man eigentlich nichts sagen kann was auch der Moderator in einem Satz nicht hätte sagen können Das Nordmagazin hat sich aber gedacht ach scheiße das war jetzt aber ganz schön peinlich dass er uns nicht gehört hat wir müssen das noch mal probieren 20 Minuten später zum Ende der Sendung haben sie dann noch mal mit Klaus es versucht Klaus Göbel ist mit dabei und alle haben auf Philipp Amthor gewartet der ist inzwischen eingetroffen wie wurde er empfangen Klaus? Ja erstmal durch einen zarten Dauerlauf meines Teams und meinerseits mein Team ist jetzt noch ein bisschen außer Atem ich muss nur das Mikrofon tragen wir konnten ihm eine Frage stellen das können wir jetzt nicht einspielen ob er denn was zu den Vorwürfen sagen möchte und er sagte er habe den Fehler bereits eingestanden mehr kam dann nicht also man muss ja schon seit einer Weile keinen Grammophon mehr mitschleppen wenn man irgendwie einen Ton in eine Wortspende gibt oder? Ja das habe ich auch gedacht was schleppt der denn da für ein Mikro mit? und dass sie das aber das habe ich mir dann Hans also du bist ja mit so einem Team da und du bist live auf Sendung kannst die Schalte machen aber bist nicht in der Lage das nochmal einzuspielen was du gerade aufgenommen hast also sind die so außer Atem gewesen dass sie so sehr geschwitzt haben dass sie dann nicht in den Übertragungswagen gehen konnten und diese kurze Szene einspielen konnten Nein also dazu müsste man jetzt wissen mit welchem technischen Equipment waren die da war das ein Übertragungswagen ja also war das ein Übertragungswagen Nööö es gibt auch so Rucksackübertragungseinheiten die dann nicht mehr das große Mobil da erfordern ich weiß nicht mit welcher Ausrüstung die da waren es ist so wenn du einen Ton aufnimmst vorab der muss dann eben auch angelegt produziert werden und dann eingespielt werden wenn es so ist dass zwischen der Aufnahme und dem Moment wo du live auf Sendung bist nur eine ganz knappe Zeit ist dann kann es in der Tat sein dass du es einfach nicht mehr schaffst diesen aufgenommenen Ton anzulegen da ich das alles nicht weiß kann ich nur sagen für den Zuschauer ist es sozusagen eine zweistufige Peinlichkeit dieser Schalte am Anfang ohne Ton im zweiten wird dann über das persönliche Schicksal berichtet dass man Dauerläufe veranstalten muss und als Höhepunkt dann noch erklärt dass man zwar ein dass das Ergebnis dieses mühseligen Dauerlaufs zwar ein eingefangener Ton ist den man aber leider leider nicht zur Ausstrahlung bringen kann also eigentlich eine dreistufige Peinlichkeit weißt du was ich gern gesehen hätte wie er sagt ich hab's leider nur auf meinem Telefon aber ich kann das Mikro mal ans Telefon halten und so wie jeder so was vorspielt ja es kam ich habe diesen Einspieler gesucht weil ich dachte der Klaus Göbel macht ja nicht nur Nordmagazin der wird ja nochmal irgendwelche anderen Magaziner und der hat am selben Abend bei NDR Info was quasi so eine so eine Dachsendung für ganz Norddeutschland ist den Einspieler dann eingespielt ich dachte oh wenn er den jetzt unbedingt einspielen wollte dann muss das ja jetzt ein Hammer im Hörfunk im Hörfunk oder? nein nein das ist auch ein Fernsehsender die kommt dann nach Nordmagazin ja verstehe und dieser Einspieler wurde dann eingespielt und ihr müsst jetzt mal bewerten ob das jetzt wirklich ein Verlust war okay wir tun es incoming und viele warten gespannt wie es jetzt weiter geht hallo Herr Amthor sagen Sie uns was ich habe mich erklärt schon am Montag den Fehler eingestanden und jetzt rede ich mit der Parteibasis und am Freitag machen wir das was bedeutet 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 das Herr Amthor Herr Amthor sagen Sie uns was das ist eine geile Frage das ist wie wenn Leute das alle erste Mal auf den Flohmarkt gehen dann gucken sie sich 10 Minuten lang an was sie alle sehen die wollen das jetzt kaufen dann so ja was willst du denn dafür statt zu sagen ich würde dir 3,50 Euro geben was willst du denn dafür 7 Euro so viel also wie kann man denn so in die Frage reingehen sagen Sie uns was Sie können sich aussuchen was weil wir wir haben kein Interesse ist uns eigentlich egal ja also der der Informationsgehalt der verbale Informationsgehalt war nahe null und gleichwohl ist dieser kleine Klipp ein wunderbares Lehrstück über Reporterverhalten über Situationen die Körpersprache von Amthor ist hoch hoch interessant er ist sozusagen in so einer geduckten halb Demuts halb Abwehr Haltung also er ist ein Musterbeispiel an Unsouveränität und er flüchtet dann ja auch noch aus dieser Situation letztlich doch obwohl ihm da ein sehr weiches Bett mit dieser extrem offenen Frage bereitet wurde also der der nonverbale Informationsgehalt der Sequenz ist gar nicht so gering Willst du ihn nochmal sehen? Ne ich hab ihn gesehen und der normale Zuschauer wird auch mit einer Ausstrahlung bedient gewesen sein ich glaube auch ich hätte ja eher vermutet wenn die das so senden wollen in dem Moment wo sie gefragt werden weil es gerade Moments Ago war und dann klappt das nicht und dann gucken die so fünf Minuten später auf den Clip jetzt ist es auch egal jetzt konnten wir es nicht senden das fünf Minuten später nochmal zu senden ist auch egal Stefan der Amthor das war ein bundesweites Thema da muss das vom NDR komplett ausgeschlachtet werden also alles was man von Amthor hat wird dann auch gesendet werden wir auch gleich sehen Klaus Göbel hat ja dann quasi nochmal Warte mal das werden wir auch gleich sehen das ist dieser die senden so viel das ist so doof dass wir es auch alles hier im Aufhaben-Podcast nicht alles nicht alles wir sind ja auch fast durch auf jeden Fall an dem Abend Sekunde da war ja mehr als ein NDR-Kamera-Team da waren ich glaube vier, fünf Kameras hast du das noch irgendwo anders gesehen die haben dieselbe Situation alle aufgenommen hast du das noch irgendwo anders gesehen? im ZDF bei Berlin Direkt hatte ich eine andere Einstellung gesehen und Welt TV war auch dabei ah ja okay gut an dem Abend wo Amthor zu Gast war bei dem Kreisverband war ja schon die Stimmung war sie im Arsch war sie gut auf jeden Fall bei 100% ja dass die Partei hier im Kreis Parchen Ludwigslust so 100% nach wie vor zu Philipp ich wiederhole jetzt was ich gehört habe okay die Parteimitglieder hier im Kreis Parchen Wichslust dann solltest du Ludwigslust Ludwigslust oh Gott hier bimmeln auch gerade die Glocken das lenkt mich auch kognitiv ab wisst ihr das framet ein bisschen wenn die katholischen Kirchenglocken hier bimmeln Amthor steht er soll weiterhin als Landesvorsitzender kandidieren die Christdemokraten haben ihm hier zwei Stunden lang ganz viele Fragen gestellt so ist kolportiert worden und er konnte alles aller Bunner beantworten konnte alle Zweifel entkräften auch Fragen seien gestellt worden auf Nachfrage von Journalisten Champagner und Luxusreisen alles das konnte er ja mehr oder minder wegbügeln Hans ist das kann das auch eine Strategie sein also angenommen du bist jetzt Klaus Göbel stehst draußen und Stefan Schulz ist der CDUler vom Kreisverband Parchen und er kommt raus und Hans Jessen steht dann so Herr Schulz wie war es denn haben sie da die Fragen gestellt ja wir haben alles wir haben alles auf den Tisch gepackt und alle Fragen gestellt und alles ist geklärt brauchen sie keine Sorgen machen und dann stellt sich Hans Jessen bzw. Klaus Göbel vor die Kamera und sagt ja also hier ist alles geklärt die sind zufrieden wurde hier kolportiert naja also wenn er er war ja offenbar nicht drin gewesen sondern es war eine Close Shop Sitzung da kann man dann nur das berichten was einem Teilnehmer hinterher sagen das ist schwierig von der Informationslage her gleichwohl die Art und Weise wie ich mich dann als draußen stehender Journalist äußere da wäre meine Kritik an dem Kollegen da war zu wenig professionelle Distanz erkennbar er hat eben einfach nur referiert sozusagen natürlich haben die die CDU betreibt da ja auch Schadensbegrenzung die werden dann nicht sagen Amthor war eine große Katastrophe wenn das nicht wirklich war sondern ja hat das alles gut erklären können das kann man dann als solches berichten mir fehlte aber ein bisschen die Distanz die deutlich macht die CDUler sagen jetzt dass es so gewesen sei ja er hat das ein bisschen zu sehr mit zu wenig Distanz als Narrativ übernommen und das ist manchmal so gerade wenn du als Journalist in der Region bist wo du an den Akteuren häufig so sehr nah dran bist das ist dann nicht immer ganz einfach die professionelle Distanz die aber absolut nötig ist um auch eine journalistische Souveränität und wieder Glaubwürdigkeit das schließt jetzt an die andere Debatte von vorhin an zu zeigen das ist auf der auf der performativ professionellen Ebene ist noch viel Luft nach oben dieses Szenario übrigens dass da mal so Türen nach einer stündigen Aussprache aufgehen und wirklich Teilnehmer rauskommen und sagen ja das war alles scheiße und das Arschloch ist immer noch im Amt gibt es derzeit tatsächlich bei der AfD zu beobachten ja also wer sowas sehen will da muss sich jetzt da muss nach AfD suchen ja das stimmt gut Amthor ist ja auch direkt gewählter Bundestagsabgeordneter hat einen eigenen Wahlkreis in Vorpommern und das hat er hat sich mal gedacht da fragen wir doch mal nach wie die Stimmung ist nicht so eindeutig auch in seinem vorpommerischen Wahlkreis ist Philipp Amthors Tätigkeit für die US-Firma Thema kann er sich nicht hier für Betriebe entsetzen die auch was brauchen das finde ich nicht in Ordnung ja man ist schon ein bisschen enttäuscht würde ich mal sagen aber ich glaube ich würde trotzdem noch hinter ihm stehen wenn man in so einer Position steht wie er auch wenn man ein junger Mensch ist muss einem bewusst sein dass man Vorbild sein muss Herr Blaha was sagen Sie denn dazu also ich finde gut dass der eine sagt also wenn er schon korrupt ist dann wenigstens für unsere Unternehmen ich finde es gut fürs Interview nicht mal aufzustehen sondern an so einer Fensterbank sitzen zu bleiben und sagen der soll sich auch mal für mich hinsetzen ja und die Frau die sagt ich bin schon enttäuscht aber ich will ihn trotzdem weiter warum auch nicht so dann war zwei Tage später Freitag Landesverbandssitzung ja also da musste dann die CDU-MV entscheiden ja wollen wir dass Amthor alleiniger Kandidat für den Vorsitz bleibt und es gab eine neue Schalte natürlich zu Klaus Philipp Amthor kam mit einem Lächeln im Gesicht wir können uns das mal angucken kurz jetzt jo Herr Amthor wie geht es Ihnen na mit Nachteil zu uns sprechen danke 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 tja das war kurz und bündig am besten wäre wenn auch so Kopf hoch oder so Herr Amthor sagen Sie was wie geht es denn so macht man das in Bremen auch so Hans hey Bürgermeister wie geht es sag doch mal was ach kommt bei solchen Fragen nicht immer auf den Wortlaut alleine an sondern auch auf die Intonation auf die Haltung es ist es ist ein Gesamtpaket lieber Klaus ich glaube so eine so eine Bilder kann man sich auch sparen die schaden eher eure Arbeit als sie aufzuwerten ja für den Aufwand das ist ganz gut oder ja ist gut das ist gutes Material danke Klaus für den Aufwand Podcast wir hören auch noch mal wie der Stimmungsbild dann am Freitag vor der Sitzung war in der CDU selbst gibt es zwei Lager die einen sagen Amthor ist wirklich nicht mehr zu halten nach dieser Lobbyismus Affäre nach seinen Luxusreisen keiner weiß bisher wer die bezahlt hat und ein anderes Lager also halbe halbe ist das innerhalb der CDU sagt doch irgendwie kriegen wir das mit dem Philipp noch hin ja gut also bitte das war von all den Schalttönen die wir jetzt gehört haben das ist halbe halbe ne der inhaltlich er hat nachgezählt ja halbe halbe aber zu sagen diese die Basis dieser Partei oder auch ihr Funktionärskörper ist gespalten in der Frage es gibt da zwei Lager und so weiter das war inhaltlich korrekt das war eigentlich noch der ja der inhaltlich ergiebigste Teil dieser ganzen dieser ganzen Serie von Schalten bisher aber das runtergebrochen heißt eben auch die Berichterstattung hätte auch Mün also sich komplett erschöpft in wie ist die Lage und dann sagt er die einen sagen so die anderen sagen so ciao genau ja im Grunde schon auf jeden Fall war das Nordmagazin zu früh dran um die Entscheidung des Landesvorstands beziehungsweise von Amthor da zu hören aber es gibt ja zum Glück NDR Info und Klaus war natürlich dann auch wieder dabei als Amthor dann seine Entscheidung präsentiert hat was jenseits von Rechtsfragen die politische Frage angeht so habe ich immer gesagt dass man im Zweifel bereit sein muss persönliche Ziele also im Hintergrund in Spornitz war gerade noch ein Dorffest das hört man im Hintergrund aber lasst euch davon nicht ablenken Ziele zurückzustellen und persönliche Ziele hinter das Wohl der Partei zu stellen deshalb habe ich mich an dieser Stelle heute trotz überragender Unterstützung und viel Zuspruch auch aus den eigenen Reihen entschieden dass ich für das Amt des Landesvorsitzenden der CDU Mecklenburg-Vorpommern nicht zur Verfügung stehe und daran sieht man wieder die Überlegenheit des Podcasts im Vergleich zum Fernsehen Podcast gibt es auch in höheren Geschwindigkeiten aber ich fand es trotzdem wichtig ihn da in Originalgeschwindigkeit und auch in der Länge zu hören weil wenn du es dann gehört hast in den letzten 20 Sekunden kamen dann wirklich kamen ihm die Tränen hat man dann am Ende nicht mehr gezeigt oder aufgenommen ja aber das wollte ich ja vorhin schon sagen also es versetzt euch mal in die Lage Philipp Amthors rein das ist schon brutal ich hoffe dass er es gut übersteht insgesamt ja so richtig das alles ist aber es ist halt wie es ist aber man muss doch aber auch sagen wie hat er sich denn hier selbst inszeniert ja klar ich stehe nicht mehr zur Verfügung er hat so getan als sei er Herr der der Entscheidungssituation da gewesen nein er war nicht der Souverän und die große Unterstützung die sah im Wesentlichen offenbar doch so aus dass ihm Menschen klar gemacht haben Philipp das geht jetzt nicht mehr du kannst hallo er hatte eine überragende Unterstützung ja eben eine überragende Unterstützung nämlich dass diejenigen die ihm wohl wollten gesagt haben weil wir dir wohl wollen müssen wir dir jetzt sagen du kannst das hier nicht werden jetzt und dass er so tut als er sagt ich habe ja also er tut ja so als sei es er habe nun gesagt ja das eigentlich bin ich im Recht aber das Wohl der Partei ist ja noch wichtiger und so weiter also er stellt sich in doppelter und dreifacher Weise als Wohltäter der Partei dar tatsächlich ist er derjenige der durch sein Agieren den Laden in massive Schwierigkeiten gebracht hat der Ruf ereilt mich noch aber ich entsage ja also ich aufhöre mich hiermit er hat die Situation er hat die Situation von den Füßen auf den Kopf gestellt und Medienkompetenz würde jetzt wieder bedeuten zu sagen mein lieber Philipp das was du hier als Narrativ versuchst aufzubauen ist Bullshit tatsächlich ist es genau andersrum es ist nicht so dass du hier was Tolles machst um Schaden von der Partei abzuwenden und dass du obwohl der Ruf da ist und die Unterstützung da ist doch ich nicht zur Verfügung stehe genau andersrum du wolltest das unbedingt werden du hast versucht solange es nur irgendwie ging daran festzuhalten und erst als sie dir im Grunde deutlich klar gemacht haben das geht nicht das wirst du jetzt auch nicht das kannst du nicht machen da suchst du diesen Ausweg für Helden das ist der Wahrheit und die kann man sehr schön aus diesem Ton übrigens war das Rehberg da hinter ihm ja also der Gesichtsausdruck von Rehberg den hättest du mal bei der Bild angucken müssen unglaublich ja der Gesichtsausdruck von Rehberg steht in solch krassem Widerspruch zu dem Narrativ das Amthor aufzubauen versucht allein das spricht Bände und das ist dann wieder der Lob des Fernsehbildes und dann kommt er dazu dass Amthor sich ja auch am Freitag immer noch geweigert hat irgendwelche Antworten zu geben ja Antworten auf die offenen Fragen wofür wurde er eigentlich bezahlt wofür hat er Geld bekommen ja alles was das hat er auch dem CDU Leuten nicht sagen wollen oder können die haben dann quasi das weiß ich jetzt zum Beispiel aber sie haben das natürlich vor der Kamera so getan nein der hat uns schon alles gesagt ich glaube der hat hart programmiert an dieser App die diese Schammer herstellt das stimmt ja wir hören mal was die Opposition sagt Amthor ich glaube die sind sehr zufrieden und meinen dass jetzt alles wieder gut ist bislang hat er keinen reinen Tisch gemacht es geht nicht darum ein paar Fragen in CDU Zirkeln zu beantworten sondern deutlich zu machen was da gelaufen ist denn letztendlich stehen hier Integrität und Glaubwürdigkeit von Politik auf dem Spiel so jetzt ist natürlich oft eine Frage noch wer wird denn jetzt neue Landesvorsitzende der CDU wird es unser Harry nein sie haben einen Sack gefunden nach dem Rückzug des Kandidaten Amthor nominiert die CDU noch am Abend den Landrat Michael Sack für den Job als Parteichef das ist jetzt auch unsere Informationspflicht gewesen ein Sack wird nächster CDU-Chef keine Witzübernahmen und nächste Woche auch schon wieder vergessen also wenn hier einer Witzübernahmen macht dann ist es Hans die Show der alte Sack richtig das wollte ich mir jetzt verkneifen aber deswegen Sack ich's ja gut was mir nochmal wichtig war im Nordmagazin wird nochmal betont von den Leuten die ihn jetzt abgesägt haben der Philipp der ist einer von uns den werden wir auch in zehn Jahren wieder aufbauen und der kann immer noch der jüngste MP Einzelheiten soll Philipp Amthor bereits dem CDU-Landesvorstand geschildert haben diese Informationen aber führen nicht zum Bruch mit Amthor er wird weiterhin unsere volle Unterstützung haben jetzt muss man halt in sich gehen jetzt muss das geklärt werden alles das heißt ja nicht dass er aus der Welt ist im Gegenteil er bleibt ein sehr hoffnungsvolles Talent für uns und wir werden ihn auch weiter unterstützen kurze Frage die wissen schon dass hier eine Corona-Epidemie ist oder da bei der CDU in Mecklenburg-Vorpommern nein was machen die denn da sitzen die da zu 60 in so einem Raum und quatschen sich voll ja okay so ist es so andere Länder haben mehr Glück mit ihren Politikern und diese Politiker haben auch mehr Glück mit ihren Medien und wir gucken uns ein Beispiel dafür an Trump war in einem Podcast zu Gast und wir starten mit diesem Intro aus dem Podcast Satire oder ne? hab ich auch erst gedacht ich hab's auch erst gedacht ist das Satire Matthias hat sich irgendwie mal wieder im Internet rumgetrieben und meinte hier guckt euch das mal an das ist ja spontan das Pausebild ist das gerade spontan das sieht der Typ der ihn interviewt so aus als ob er sein Sohn ist was? das sieht so aus da müssen wir aber mal weiterhören was ist denn das für ein Podcast? Father Stay Special das könnte sein okay ihr achtet drauf wie der Podcast heißt denn das müssen wir auch mal kurz nennen und wir müssen auch nochmal sagen wie dieser Podcast vorgestellt wird und die erste Frage die hören wir natürlich alle ja auch die Hörer das ergibt sich dann von selbst glaube ich okay so I've been doing a Triggered Podcast now for a few weeks and I figure with Father's Day coming up we have a great opportunity to sit with the most powerful father in the world so I have some interesting questions for you now we've had some good fun in the podcast because it gets a little political obviously but we want to show a little bit of humor so I have a couple questions that I think are on all of the minds of our viewers so the first one which is the big one also on my mind is which is your favorite Trump child and why is it Ivanka? a wise guy over here all the same 100% 100% 100% what have we seen that is the triggered podcast from Trump Jr and it is a father special and so is the the father of the world there his own president Trump so about three weeks ago I found this sort of ironic was is that for a scheiß tone eigentlich we had no 100.000 euro for the production yeah but that is not podcast tone the mikrofon hängen there irgendwo by the lamp or so I don't know I don't know the profis that were taken in the Osama Bin Laden raid in the raid that killed Osama Bin Laden with our friend Arabo Neu they finally declassified them and in there there were paperwork from Osama Bin Laden saying that he wanted to assassinate president obama because it would put Joe Biden in charge and essentially he's so grossly incompetent it would lead to the destruction of america what is it say to you that basically the democrat nominee for president of the united states got the posthumous Osama Bin Laden endorsement that this guy is the guy that they put forth what is 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 what what is 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 have has the public got verstanden worum it is that the Sohn of Trump Trump asked what said you that 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 Bin Laden posthum Joe Biden endorsed have that all in the public verstanden Nein then then we will that in a Werbe clip that comes it is not to to have been we not we we will not watch podcast watch so it comes a Werbe underbrech but they will not the podcast finanzieren because he is the most family of the world but they want the Bots breit treten so Oh Oh we speak the truth well then that is your father's day president congratulations under president trump america has become safer and stronger with endorsements from countless veterans and first responders joe biden received endorsement by osama bin laden after our brave warriors took him out which joe biden was against doing what the reporting was accurate when i said i didn't say go and i didn't bin laden wrote his plan to make joe biden president thinking that would be enough of a u.s. disaster in and of itself expressing biden is totally unprepared for that post which will lead the u.s. into crisis joe biden china's candidate iran's candidate and and osama's candidate we need a president who terrorists and tyrants fear i'm fighting for you and i love doing it with everything that i have and you know that i'm donald trump and i approve this message geil i was a good president i was dass ich dass ich dass ich joe biden mal loben könnte dass er einen eine assassination oder einen mord einen auftragsmord nicht gut fand dass ich das heute erfahren würde danke stefan also dank trump im übrigen im übrigen im titel dieses podcast steckt ja eine verborgene botschaft bist du getriggert meinst du ja wenn ich aus dem wort triggert drei buchstaben entferne bleibt das wort rigged oh da kommen wir jetzt zu pass mal auf trump junior stellt jetzt eine frage er lobt im grunde nochmal und so sagen wir so sie loben sich beide ja trump lobt jetzt trump junior für sein tolles interview und dann lobt trump junior trump senior zurück für seine tolle politik ja go ahead if you don't run for a third term when you're done in five years what do you want to do afterwards what do you do after this i think what i'll do is just sit back relax and enjoy watching a great country and hopefully we'll have somebody and that's going to keep it great but this country is going to do so well we did it once and we're going to do it again and we're doing in very good style we're doing it at a level that nobody thought possible the job numbers came out last week and they were through the roof had to double check those numbers because that was absolutely not what we were expecting just now and the markets are reacting incredible so have so geile arbeitsmarkt zahlen stellt sich raus mit denen hat es ein bisschen was auf sich wir machen also einen kleinen exkurs zu johannes hano der fürs zdf aus washington berichtet heute ich millionen arbeitsplätze das hat den markt hier angeheizt leute haben das gefühl gehabt jetzt geht es aufwärts es wird nur eine kurze krise sein aber dann hat sich leider herausgestellt dass die zahlen völlig falsch waren dass man 4,5 millionen arbeitslose in die falsche spalte eingetragen hatte und dass in Wirklichkeit nicht mehr arbeit geschaffen worden mein gesicht fällt auseinander dieser podcast ist noch mit rigged falsch bin titel es ist rigged ich dachte ich kann mit excel nicht umgehen aber meine ja es ist einfach zu krass es ist wirklich zu krass also wir wissen jetzt dass hier hier wurde mega fake in dieser tollen arbeitsmarkt zahlen und so weiter wie geht es weiter die klären das jetzt bestimmt auf in dem podcast oder dass es da they're incredible you've delivered for america for the first time in modern political history done the things you said you were going to do at the same time what people I don't think give you credit for is that you did that under unprecedented circumstances under unprecedented resistance you had nonsense impeachments you had three years of russia hoaxes you had everything working against you and you were still able to do okay also hans du hast lange im hauptschutzschule gearbeitet du bist ja schon der beste an sich du bist schon der geilste reporter an sich gewesen aber dann hast du in deiner Zeit auch noch die schlimmsten Bedingungen der Welt in diesem Redaktionsbüro vorgefunden und hast es trotzdem noch geschafft den besten Job der Welt zu machen also wie großartig bist du eigentlich ja das kann ich mir ich meine ich habe zwischendurch gedacht selbst für Trump ist es gerade ein bisschen over the top in diesem interview ja der guckt also okay ich lasse das mal durchgehen so Trump jedenfalls nutzt die Gelegenheit und fügt nochmal an ja also wenn nach mir ein Demokrat gewinnt dann I feel that if the Democrats get in we are literally going to end up in a recession slash depression the likes of which you've never seen there will be tremendous negative growth there will be tremendous bedlam all over the place there won't be law and order you'll have you'll have a Seattle you'll have a Minneapolis like you've never seen before the whole country will be Minneapolis and we saved it by me enforcing and sending the troops in the National Guard I insisted on it keine Worte keine Worte 150.000 Tote oder so wegen Corona weil man da nichts macht und dann also ohne Milch wäre Apokalypse naja schließen wir das mal vor letzte Frage kann man es noch toppen was meint ihr letzte Frage kann man es noch toppen jetzt 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 ich ärgere mich dass ich Sarah Wank nicht nach meinem Zopf geführt ohne Frisur ist das Interview einfach nicht rund jetzt haben die Ärzte damals auch festgestellt haben ein ganzes Album mit Frisuren gemacht nichts zu bärten nichts zu Schaman hat sich Fahri noch Jahre später drüber geärgert letzte Frage in diesem Gespräch und ich kann euch vorweg teasern das war die die auch Matthias auf Twitter ausgeklammert hat weil es ein bisschen zu krass war so trotzdem wir hören jetzt das finale Joe Biden Joe Biden ist ein Alien ich kann es hier mit ganz am Ende sie haben noch so ein bisschen outtakes irgendwie hier keine Ahnung B-Rolls läuft weiter nachdem das Gespräch vorbei ist Trump macht nochmal so eine Anmerkung die ist glaube ich nicht ganz schlecht ja ich finde das ist tatsächlich mal anzumerken dass das gemacht wird dass das eine Praxis ist dass man sich selber nochmal schön ins Bild setzt nachdem man weiß wie die Antwort aussieht und da kann man auch darüber diskutieren der rest von diesem ding ist einfach unter aller sau also ich habe in den letzten Wochen mich ja auch mit dem Amerika Thema beschäftigt ich empfehle nochmal eindringlich den Film auf Netflix zu sehen ich find der 13 der 13 handelt um den 13 Verfassungszusatz der amerikanischen Verfassung the 13 amendment wo man so in der Schule und so in den Medien ja denkt damit wurde die Sklaverei abgeschafft nein die Sklaverei wurde für alle abgeschafft die keine Verbrecher sind in Amerika und Kriminelle dürfen weiterhin quasi in Sklavten Verhältnissen gehalten werden ein wirklich toller Film der auch nochmal die Problematik von dem Ende also der Zeit des Ende der Sklaverei über Jim Crow Rassenunruhen in den 60ern in den 90ern und so weiter bis heute aufzeigt und das ist ein richtig klasse Dokumentarfilm und dem muss man sich wahrscheinlich auch nochmal zwei oder dreimal angucken ich weiß nicht ob einer von euch den schon gesehen hat sehr davon gehört oder doch ich hab schon davon gehört aber noch nicht gesehen den können wir sogar verlinken weil der auf YouTube Netflix hat den auf YouTube jetzt während der George Floyd Proteste hochgeladen sehr zu empfehlen ich spiele auch gleich nochmal einen Clip draus aber zuvor möchte ich eine Sendung einen Podcast empfehlen den ich jetzt so angefangen habe zu hören also das ist quasi No Agenda Ersatz ich weiß nicht hörst du noch No Agenda nicht mehr so oft aber hast du einmal während George Floyd und so No Agenda gehört wie haben die darüber geredet kann ich nicht sagen ehrlich gesagt gut hätte ja sein können dass du mich darüber aufklärst auf jeden Fall habe ich einen neuen Lieblingspodcast gefunden bei NPR heißt On Point hab lustigerweise Hans das liegt unter anderem an dir wir haben manchmal hole ich Hans ja irgendwie kam mit dem Auto ab und wir fahren irgendwo hin und ich musste im Auto ja sag mal Elektroauto Elektroauto unglaublich ich musste mit Hans ich musste mit Hans zum Zoo also zum Zoo Fachgeschäft um hier ein paar bisschen Katzenkram zu kaufen und Hans hat ja auch mal Katzen gehabt darum hat er mich beraten und dann habe ich Hans weggebracht dann habe ich NPR gehört hier in Berlin es gibt quasi eine Berliner Radiofrequenz und da ist mir die Sendung aufgefallen die haben das nämlich gespielt und seitdem habe ich immer wieder reingehört habe mir den Podcast abonniert und festgestellt geile Scheiße NPR On Point unbedingt abonnieren und ich bringe mal was mit von Eduard Porter Eduardo Porter ist ein wie sagt man in Amerika würde man sagen ein Dual Ethnicity Reporter also hat Hispanic Roots also wahrscheinlich einen hispanischen Vater und eine amerikanische Mutter und ist Schreiber für die New York Times und hat jetzt auch gerade ein Buch geschrieben über Rassismus und das Rassismus Problem beziehungsweise systemische Problem in Amerika und darüber hören wir uns mal ganz kurz ein paar Clips an ist jetzt gar nicht so viel wie es vielleicht vorkommt aber ist halt Radio und ich will den Kontext nicht verlieren und wir hören mal seinen Eingang weil ihm geht es um Racial Hostility und dass man es nicht immer so einfach auf die wirtschaftlichen Verhältnisse schieben kann im Sinne von naja der Kapitalismus und da ist natürlich klar dass die Ärmsten und die kleinen Leute darunter am meisten leiden nein das hat dann tatsächlich eine Rassenkomponente wie er sagt you say quote it is racial hostility not some special love of laissez-faire capitalism that allows Americans to applaud the creation of unprecedented wealth next to deprivation on a scale that would be the shame of any other advanced nation and that's a pretty powerful indictment of the country why do you say that well I mean there's various ways into that question but let me start by saying you know it's all in the data you look at data on well-being across health indicators and social cohesion indicators you know infant mortality teenage pregnancy family stability and the United States ends up always near the bottom when compared against countries that we could deem our peers you know other advanced industrialized nations like you know French, the Germans, Australians, Canadians and so forth we are always near the bottom of that pile and one of the reasons that we're at the bottom of that pile is that we did not enact policies that would allow us you know to lift basically the floor on Americans kind of like on the bottom rungs of opportunity and well-being and that was a political decision and so that's kind of like what justifies my statement that we just let this vast inequity happened without really caring enough about what was going on with the vast millions of Americans of limited means and scant opportunities so, dann hat er das natürlich jetzt mal vertieft und es ging die ganze Sendung darüber und wir fangen mal an bei den öffentlichen Gütern wie Infrastruktur wie fließend Wasser und so weiter und so fort was das eigentlich mit dem Rassismus der Weißen in Amerika zu tun hat there's a variety of feelings that I would kind of like call in general sort of like tribal feelings us versus them feelings that cut across lines of race ethnicity but also you know even language citizenship and stuff like that in which that these how these lines of these divisions actually work to reduce support for public goods that are to be shared by all of us and that would be you know like public education and public health and even things like sewers and road betterment and stuff like that there's substantial research at the municipal level at the country level at the international level about how places that are more diverse in this way that have more of these ethnic divisions are less generous in building these kind of like public goods I mean it goes down to I mean there's one particularly I found it poignant study where there was there's white protestant churches becoming the faithful and white protestant church is becoming less generous when it's time you know when the collection basket comes around as the share of black neighbors in the neighborhood increases and so this is there's a lot of research about how this happens and of course the theory around that is that people build these borders of identity in order to you know protect clan protect the group and ensure that resources are that this group you know gets the lion's share of resources but that's just you know that's just the econ and sociology and research es wird quasi sich ins eigene fleisch geschnitten um der anderen in anführungszeichen rasse der anderen ethie etwas auszuschlagen und jetzt kommt jack beatty npr reporter dazu und erzählt dann von seinen eigenen erfahrungen und von seinen eigenen soziologie studien darum habe ich es auch mal mitgebracht weil soziologische aspekte hat herr schulz und herr jessen der erzählt nämlich jetzt vom sogenannten phänomen das nennt psychologen dying from whiteness nämlich dass rassismus selbst auf eigene kosten ausgeschlachtet wird is this intergroup intertribal hostility that again and again hurts white people as it seems to be aimed at white people trying to hurt black people there's a book he cites by a psychiatrist called dying from whiteness and what the psychiatrist shows there is how people in missouri and kentucky and elsewhere turned down medicaid expansion or didn't want it gun control even though they were suffering from suicides and all sorts of things that would be helped by these things why because they didn't want to simplify blacks to have these things they were dying they were holding on to their whiteness such that they were dying from it and of course you can see trump's rally in tulsa with no you know thousands of people jaw to jaw as a kind of you know you know theatrical expression of dying from whiteness and that that is I think a profound and tragic perspective on the American experience and it seems all too terribly true das beste Beispiel ist ja natürlich die krankversicherung in den letzten Jahrzehnten gewesen wo man auf jeden Fall einem großen Teil der Bevölkerung der weißen Bevölkerung wahrscheinlich wahrhablich unterstellen kann sie wollen nicht dass Minderheiten das nicht weiße eine krankversicherung bekommen da gibt es gerade nicht dass sie überleben können und so weiter da gibt es aber auch gerade große Entwicklungen in Amerika am 15. Juni also vor ein paar Tagen hat der Supreme Court mit einer 6 zu 3 Entscheidung entschieden dass die Kündigung mit der Begründung deine sexuelle Orientierung gefällt mir nicht auch unter Diskriminierung nach the Civil Rights Act 1964 fällt damit wurde damit wurde wie die konservativen religiösen sagen in Amerika eine 60-jährige Vereinbarung mit der republikanischen Partei gebrochen nämlich zu sagen wir wählen bewusst gegen unsere ökonomischen Interessen wenn ihr unsere religiösen Gefühle so schützt dass wir dann kommt der ganze Rassismus da zum Vorschein und das wurde jetzt aufgekündigt in Amerika es ist allerdings eine längere Argumentation ich empfehle euch aber nächste Woche neue 20er mit Wolfgang da höre ich mir diese Rede von Josh Hawley das ist so der republikanische Abgeordnete im Senat sehr junger Typ total faszinierende Biografie also der hat diese Bombe jetzt wirklich gezündet da lodert nicht einfach nur die Zündschnur sondern da hat es jetzt richtig geknallt im Juni und das wird Trumps Base auch nochmal richtig durchwirbeln und sehr viel verändern von dieser über Jahrzehnten wie er es dann eben auch hier beschrieben sich festgezurrten Tradition dass man und das ist noch anders als in Deutschland in Deutschland wählt man unbewusst gegen seine Interessen also dieses Juhu wir werden ausgedingst ausgeplündert oder dieses Buch was es da gibt wisst ihr was ich meine da gibt es irgendein Buch das das behandelt wie das in Deutschland unbewusst passiert in Amerika passierte das bewusst man hat gegen seine ökonomischen Interessen gewählt weil die religiösen Ansichten noch wichtiger waren von der republikanischen Partei die geschützt wurden ich glaube aber auch dass wir das nicht auch in Deutschland unterschätzen sollten dass es auch hier Menschen gibt die zum Beispiel CDU oder FDP wählen weil die halt zum Beispiel in Hartz IV Satz entweder niedrig halten damit die Ausländer und Menschen mit Migrationshintergrund besonders wenig haben also ein paar Sachen können wir wahrscheinlich auch auf Deutsch übertragen Juhu wir dürfen zahlen oder sowas heißt dieses Buch wir hören mal einen weiteren Aspekt lass mich ein altes deutsches Sprichwort fällt mir gerade dazu ein das zeigt das ist kein ganz neues Phänomen das geht so geschieht meiner Mutter recht wenn ich mir die Finger erfriere was kauft sie mir keine warmen Handschuhe Ulrike Herrmann Hurra wir dürfen zahlen heißt das Buch Ulrike Herrmann die hat dieses Argument gemacht und in Amerika gibt es das noch mit Bewusstsein gegen seine ökonomischen Interessen zu wählen ja wir kommen mal zum Beispiel fand ich ein interessantes Beispiel jetzt das Thema Bildung but so for instance there's a famous study by Jim Poturba that finds that this is the 20 year old study or so that finds that old people are less willing to pay to fund education in their you know local municipalities and they are particularly unlikely to want to fund education if the if the race or ethnic identity of the younger cohorts in that neighborhood is different from theirs so so you know a neighborhood that is experienced. also Oma und Opa die halt in Sachen Bildungsfragen jetzt nicht mehr so politisch denen das politische nicht mehr so wichtig ist sagen sich auch wenn jetzt in mein in meinem Kreis jetzt so viele neue Ausländer kommen dann würde ich erst recht nicht dass die hier gute Bildung bekommen und dann wähle ich halt diejenigen die bei der Bildung kürzen. wenn jetzt aber Oma und Opa merken ach bei mir sind aber ganz schön wenig Ausländer und die 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 noch da waren wurden jetzt abgeschoben auch jetzt das kann man ein bisschen mehr für Bildung machen weil das geht ja dann für die weißen Kinder und Bildung ist in Amerika jetzt noch besonders lokal beziehungsweise auf die Bundesstaaten bezogen also hatte man ein ganz anderes Level als bei uns. alles ist mir auch es ist mir zum Beispiel mir ist das jetzt erst nochmal eingefallen das war mir schon immer klar aber als ich an meine Highschool gekommen bin in Texas das war das erste Jahr dieser neuen Highschool also Mansfield Highschool war irgendwie schon 100 Jahre alt aber sie haben ein neues Gebäude bekommen und diese Highschool hatte sie aufgesplittet. und ich habe dann erst mit den Monaten kapiert ja das ist jetzt die gute Schule die gute Highschool für die weißen wo wir nur einen Prozentsatz von Afroamerikanern hatten von drei Prozent oder so weiter und an der anderen Highschool wo das die quasi in dem alten Gebäude der Highschool geblieben sind aber einen anderen Namen hatten waren der Anteil von schwarzen Schülern und Schülerinnen 40 Prozent. und da wurde es halt deutlich okay die Unterprivilegierten wurden in die eine Schule gesteckt beziehungsweise kamen in die eine Schule weil sie da in der Nähe wohnen und die anderen kamen auf die gute Schule wo ich dann zum Beispiel war. dann gab es nochmal einen interessanten Punkt es wird ja mal auf den New Deal verwiesen und dass Roosevelt da ja quasi viel für Minderheiten getan hat weil die wirtschaftlich auf die Beine gestellt wurden aber der rassistische Aspekt dieses New Deals war mir bis dato nicht bekannt. ist es dass ich denke dass die Geschichte der Neue die Geschichte der Neue die neue Regel geht eine lange Art und die Frage ist, ist das eine cause von rassistische Hostilität oder ist es etwas anderes passiert? weil in der Geschichte der Neue Regel in you know in every step of the passage of legislation you can see President Roosevelt having to curtail or to basically to tailor his initiatives to ensure the acceptance by white southern Democrats in the Senate and that required basically peeling making these these programs especially good for whites and actually inaccessible to to blacks and so you know so you can see that in pretty much all of the new deal programs. So, I mean, you know, the most, the most, the biggest and most famous one was, you know, Social Security, which in its, at its inception, when it was first started, managed to exclude domestic workers and farm workers, and it so happened that about two out of three black workers were either domestic workers or farm workers. And the same thing happened to the Fair Labor Standards Act that also excluded these classes of workers, which also happened to be, you know, black workers. Also mit dem Nudeel wurde ein Sozialsystem errichtet, das aber zwei Drittel der afroamerikanischen Empfänger automatisch exkludiert hatte. Und das wurde auf legislativer Ebene genau so angelegt. Wie Obama sagte, zwei Schritte vor, einer zurück. So geht Politik. Genau. Man muss jetzt aber natürlich anmerken, dass es mit den Jahrzehnten und auch in den 1670ern angepasst wurde und das wurde korrigiert. Aber der Nudeel baute darauf, und das hat er ja gerade erzählt, dass um eine Mehrheit im Senat oder im Repräsentantenhaus von seiner eigenen Partei zu bekommen, die Republikaner waren ja eh Rassisten, aber selbst die Rassisten der Demokraten aus den Südstaaten, musste ja irgendwie bedient werden. Und das war eine Folge davon. Dann kommen wir mal zu der heutigen Lage. Stellt euch mal vor, liebe Hörerinnen, wir würden für die Gefängnisse in Deutschland mehr Geld ausgeben, als für das, zum Beispiel für Hartz IV und Arbeitslosengeld II. So, if I may, you write that government spending on the prison system jumped nearly fourfold between 1982 and 2015, after inflation, to $87 billion. That's more than the government spent on food stamps that year, and two and a half times what it spent on unemployment insurance. Even the nation's premier anti-poverty benefit, the Earned Income Tax Credit, cost the government 25% less than its prisons. Yeah. So, you know, what do you conclude from that? I mean, the emphasis of social, you know, on how to manage a society somehow turned to punishment. And then if you layer onto that, well, who happens to be the most punished? And, you know, it's, of course, African-Americans and other people of color who are mostly populating prisons. That's, you know, that's the flip in policymaking that we change from the, you know, New Deal, War on Poverty to War on Crime. Und da nochmal der Hinweis auf den Film, der 13. auf Netflix. Also, wie die Weißen es geschafft haben, nachdem die Sklaverei offiziell in gewisser Weise abgeschafft wurde, dass die Schwarzen trotzdem Sklaven bleiben, beziehungsweise viele immer noch sklaverische Tätigkeiten machten, ist halt total faszinierend. Also, zum Beispiel haben sie es geschafft und das konnte Lincoln halt uns so nicht verhindern, wie gesagt, dass Kriminelle zur Sklavenarbeit verpflichtet werden konnten. Also, was haben sie gemacht? Sie haben so viel wie möglich schwarze Männer kriminalisiert, damit diese versklavt werden konnten und die schwere körperliche Tätigkeit machen konnten. Und das hat sich heute halt fortgesetzt und wenn ihr diese Doku guckt, werdet ihr hören, was für Unternehmen, also was sie produzieren lassen in den amerikanischen Gefängnissen. Und was die, die bekommen ja kein Geld dafür, beziehungsweise minimalses Geld, da gibt es ja keinen Mindestlohn und so weiter und so fort. Und was da für Profite drin stecken und dass das wirklich eine Industrie ist, die gezielt über Jahrzehnte ausgebaut wurde. Das hat ja quasi mit Nixon und so weiter angefangen, mit diesem Law and Order Start. Das war ja quasi auch eine Reaktion auf die Civil Rights Bewegungen der 60er und 70er Jahre. Und es war eine quasi weiße ökonomische Strategie, dieses Gefängnissystem auszubauen. Und da auch nochmal der Hinweis auf das junge Naiv mit Nikhil Palsing. Ich weiß nicht, ob du Hans oder Stefan das gehört oder gesehen habt. Fand ich nochmal sehr interessant, dass er diese Timeline auch nochmal aufgezeigt hat, dass das parteiübergreifend so weitergeführt wurde. Und das macht auch der Film deutlich, dass es halt nicht nur die Republikaner waren, die dann mit Nixon und Reagan quasi War on Crime und War on Drugs und so weiter ausgerufen haben, sondern dass Bill Clinton, Joe Biden und Co. das weitergeführt haben. Und dass auch Obama da sehr wenig bis gar nichts daran geändert hat, weil er nichts daran ändern konnte. Weil das System so systematisch für Schwarze unterprivilegiert ist. Ja, aber wenn man da einen funktionalen Vergleich macht, steht Europa genauso schlimm da. Denn klar, man kann jetzt sagen, wir exkludieren den Sklavenhandel ins deviante Verhalten, sodass das eine Polizeisache wird und dann kommen die ins Gefängnis und da sieht man sie nicht. Oder, und das ist das europäische Modell, wir machen eine Lieferkette, die so lang ist, dass sie bis nach Bangladesch reicht oder nach Spanien, wo unser Gemüse gepflückt wird und alles, was wir zum Leben brauchen, wird unter ähnlichen Bedingungen, mit ähnlichen Lohnzahlungen, ähnlicher Schicksalhaftigkeit hergestellt. Da gibt es also verschiedene Strategien, dasselbe zu erreichen. Und da steht Europa dem da nichts nach, was das Ausmaß angeht, dass jetzt Sklaverei wieder vor unseren Toren stattfindet. Ein Tönnies-Mitarbeiter sorgt für 400.000 Euro Umsatz im Jahr. 16.000 Mitarbeiter, sieben Milliarden Umsatz. Und wir wissen, dass die nichts davon kriegen. Das sind genau die gleichen Sachen, nur eben nicht, das ist ein Gefängnis, sondern erst wenn Corona ist, bauen wir einen Zaun drum, dass keiner reinkommt. Aber diese Externalisierung billiger Arbeit, die findet hier in Europa auch statt. Ja, ich meine, es gibt ja auch, es wird ja auch gearbeitet in deutschen Gefängnissen und da wird auch kein Mindestlohn gezahlt. Also, was gibt es da? Ein Euro oder 50 Cent pro Stunde? Ja, und trotzdem, also ich habe das Interview gesehen mit Niki Palzing, das ist ein sehr gutes, vor allem wenn man sich, und es geht nicht, also Gefängnis ist sozusagen die eine Ebene. Das war der Einstieg, weil er Direktor des NYU Prison Programms war und hat sich angeboten. Ja, das aktuell dramatischere, die aktuell dramatischere Ebene ist aber natürlich die Frage der Polizeiorganisation und die Polizeirolle im Staat. Und das ist, sehen wir jetzt auch bei Tönnies, dann in gewisser Weise doch miteinander auch über Bande zumindest verbunden. Und da sind die Parallelen dann so eben doch nicht komplett zu ziehen. Die Externalisierung der Arbeit, ja, das ist richtig, da gibt es starke Parallelen. Aber er hat dann ja auch, Niki Palzing hat dann ja auch gesagt, er sei ja selber auch mal eine Weile in Deutschland gewesen, im Gespräch mit Tietilo, und meinte dann, und die Organisation des deutschen Polizeiwesens, wenn man die vergleichen würde mit dem US-amerikanischen und der strukturellen Rolle von Polizei in der Gesellschaft, das sei für einen Deutschen, der die deutschen Verhältnisse kennt und kritisiert, sei das aber Faktor 3 erschreckend, was da in den USA in einer ganz anderen Dimension sich noch abspielt. Also da haben die Vergleichbarkeiten ihre Grenzen, glaube ich. Absolut. Aber trotzdem gibt es eine Höhe. Er hat vorhin so einen Text publiziert, den hat Jenny gerade geteilt. Dort wundert man sich darüber, wie die deutsche Polizeiausbildung abgeht, weil es nämlich nicht nur ein Schießtraining ist, sondern auch noch mal die historische Rolle der Polizei im Dritten Reich immer noch Thema ist in der Polizeiausbildung. Vorbildhaft für die ganze Welt. Wird schon im Tweet das Fazit gezogen. Gut, das Thema deutsche Polizei machen wir ja nachher mit unserem Gast. Ich hätte noch mal einen Punkt, darum ist es ganz gut, dass Hans noch mal wieder zurück ist. Es geht noch mal um Sprache, Dogwhistling, würde jetzt Thomas, Lehrer Thomas sagen, den Code, den Code der Weißen, wie sich das geändert hat seit den 60ern und 70ern. Da wurde halt nicht mehr das N-Wort in der Öffentlichkeit von weißen Politikern verwendet und so weiter und so fort. Und das spielt eine Rolle auch in der ökonomischen und der rassistischen Frage. Und yet I'm influenced in this by a book that Tom and Mary Edsel wrote maybe 30 years ago called Chain Reaction, in which they looked at the rhetoric of small government, cutting taxes and deregulation, things that on their face had nothing to do with race. And they showed or suggested, the evidence showed, that these were ways of getting race prejudice into policy. So talking about cutting taxes, people heard that as cutting benefits for them. You know, deregulation similarly. In other words, it was a kind of code. The conservative economic program was a kind of, was heard at least as a kind of code, in which you could encode racial resentment. Was das jetzt konkret heißt, habe ich jetzt mal aus der Doku rausgeschnitten, weil das waren zwei Paradebeispiele, wie quasi Leute, die in der Politik mit Nixon beziehungsweise Reagan gearbeitet haben, das jetzt auch nochmal quasi öffentlich gesagt haben. Und wir hören mal die Racial Codes der Nixon-Administration, wie er ins Amt gekommen ist. This call for law and order becomes integral to something that comes to be known as the southern strategy. Nixon begins to recruit southern whites, formerly staunch Democrats, into the Republican fold. Persuading poor and working-class whites to join the Republican Party in droves. By speaking to, in subtle and non-racist terms, of thinly veiled racial appeals. Talking about crime. By talking about law and order or the chaos of our urban cities unleashed by the civil rights movement. We have launched an all-out offensive against crime, against narcotics, against permissiveness in our country. The rhetoric of get tough and law and order was part and parcel of the backlash of the civil rights movement. Nixon administration official has admitted that the war on drugs is all about throwing black people in jail. He said, quote, The Nixon campaign in 1968 and the Nixon White House after that had had two enemies, the anti-war left and black people. You understand what I'm saying? We knew we couldn't make it illegal to be either against the war or black. But by getting the public to associate the hippies with marijuana and blacks with heroin and then criminalizing both heavily, we could disrupt those communities. We could arrest their leaders, raid their homes, break up their meetings, and vilify them night after night on the evening news. Did we know we were lying about the drugs? Of course we did. Sie sprechen nicht mehr über die Schwarzen müssen wir bekämpfen und die Hippies, sondern wir bekämpfen jetzt Marijuana und Heroin und der normale weiße Wähler denkt sich dann, ah, die wollen die Hippies und die Schwarzen bekämpfen. Geil. Den will ich. Gegen die bin ich auch. Kennen wir von der CDU. Genau. So, und jetzt kommen wir mal, springen wir mal zwei Jahrzehnte voraus. Hans war da ja schon im Geschäft bei Buten und Binnen. Ronald Reagan kam ins Amt und da hören wir mal rein, wie da die Racial Code Strategie war. Then years later, there was an effort to rewrite history that it was a racial disparity put in by being white people. It's not where it came from. In many ways, the so-called war on drugs was a war on communities of color, a war on black communities, a war on Latino communities. Das war übrigens gerade Angela Davis. Ich wollte gerade sagen, das ist Angela Davis gewesen. Ich habe ihr eine Interviewanfrage geschickt, ich warte noch auf die Antwort. Angela, falls du das hier hörst, du sprichst ja wahrscheinlich ganz gut Deutsch, meld dich doch. Wir hören mal weiter. A rhetorical war that was, you know, announced as part of a political strategy by Richard Nixon and which morphed into a literal war by Ronald Reagan, turning in to something that began to feel nearly genocidal in many poor communities of color. So Nixon's Southern strategy was implemented right after the Civil Rights Movement. He played on fear of crime and law and order to win the election easily. Reagan promised tax cuts to the rich and to throw all the crack users in jail, both of which devastated communities of color but were effective in getting the Southern vote. There's really no understanding of our American political culture without race at the center of it. And in 1981, just before Reagan assumed the presidency, his campaign strategist, Lee Atwater, was caught on tape explaining the Southern strategy. In other words, you start out in... And now y'all want to quote me on this. All right, I want to do it. You start out in 1954 by saying, nigger, nigger, nigger. By 1968, you can't say nigger, that hurts, it backfires. So you say stuff like force bussing, states' rights, and all that stuff. And you're getting so abstract now, you're talking about cutting taxes and all of these things you're talking about are totally economic things in the byproducts of the government. Blacks get hurt worse than white. The change of language, that's not a concrete Benennung, wen man da bekämpfen will, sondern das auf einer abstrakten Ebene aufs Ökonomische zieht. Kennen wir das auch aus Deutschland, Hans? Naja, natürlich. Das ist das, was Elisabeth Wehling, die wir ja auch schon hier hatten, beschreibt, unter der ursprünglichen Bedeutung von Framing. Es werden Worte benutzt, die im Kopf des Hörers und Lesers und Zuschauers ganz andere Dinge auslösen. Das ist eben bei Codes so. Also, wenn du ein scheinbar harmloses oder neutrales Wort benutzt, aber wissend, dass das eine ganz andere Reaktion und Bedeutung im Kopf deines Adressaten aussieht, dann bist du auf der einen Seite formal raus, weil du eben kein N-Wort benutzt, aber du erreichst genau den Zweck als innere Reaktion bei deiner Zielgruppe, den du erreichen willst und den du auch erreicht hättest, wenn du das N-Wort benutzt hast. Du aktivierst also im Inneren des Gehirns Frames, du musst nicht sagen und trotzdem erscheint in der inneren Wahrnehmung deines Adressaten erscheint der nicht und so wird Politik gemacht über ein Wording, das mit den vorhandenen Werten, Vorurteilungen, Einstellungen spielt. Ich werde das Wort jetzt nicht benutzen, sondern beim N-Wort bleiben. Ja. Das war das gute Beispiel. Also Steuersenkung für die Reichen, da zählen sich natürlich, also da wird automatisch assoziiert nachher, also die allermeisten Reichen und die reichsten sind halt weiß und wenn es um Crack geht, dann denkt man halt automatisch, ach so, ja, das sind die Minderheiten, die Latinos und die Schwarzen, die nehmen das, alles klar. Und auf Deutschland bezogen, wenn hier auch über Steuersenkungen von FDP und CDU Seite gesprochen wird, dann denken natürlich auch die meisten her, da profitiere ich halt von. Und wenn dann gleichzeitig der starke Staat und der Kampf gegen die Drogen von Mordler und so weiter geführt wird, hier, da wird dann halt bei Oma Erna der Frame aktiviert, ah ja, da sind halt die Ausländer und der schwarze Drogenhändler im Görlitzer Park und so. Wir hatten ja Albrecht auch hier und der meint ja auch nochmal dieses Framing Sicherheit, wenn du das aktiviert kriegst im Kopf, trumpft das politisch alles, auch die eigenen ökonomischen Interessen oder so, gerade wenn Bedrohungslage, eine Rorde von Menschen kommt von außen, ein Virus kommt aus China, dann kannst du diesen politischen Effekt auf Sicherheit zu gehen einfach gut ausnutzen und da brauchst du nicht die einstößigen Worte, sondern Law and Order, das ist bekannt und am Ende und deswegen ist ja auch Wolfgangs Plädoyer immer wieder aktuell und richtig, ist es eine Auseinandersetzung Arm gegen Reich, es ist immer ein Klassenkampf, der dahinter schwelt, in den Hochhäusern leben nun mal Göttingen und so weiter, wenn wir uns das angucken, das sind nun mal ärmere Menschen und dadurch steigt der Anteil an Migrationshintergrund, Berufe, die wir nicht so richtig anerkennen wollen als legitime Berufe, Fleischindustrie, was ist denn das und so, und das schlägt sich dann halt da nieder, aber wie gesagt, in Amerika kann man es so fassen, da gibt es andere Probleme, aber auch eine andere Diskussion in Europa, steht das so ein bisschen aus, man hat sich ja, finde ich auch, immer jetzt sehr rausgeredet zu sagen, in Amerika, die haben halt ein echtes Problem, weil die haben immer noch der alte Sklave, also der Mann mit schwarzer Haut sozusagen, den kann man halt, also bis hin zu Denkmäler stehen immer noch da, wo der Präsident auf dem Pferd sitzt und die Schwarzen laufen daneben her und das muss man jetzt auch mal abbauen, auch in der Hauptstadt, das ist in Europa ein bisschen anders, gerade hier in Deutschland, weil wir können nicht einfach sagen, wir haben hier eine andere Geschichte, nämlich die des Dritten Reiches und die haben wir ja aufgearbeitet, Nein, bei uns haben wir auch Kolonialisierungsgeschichte, Ausbeutergeschichte, Sklaven, nicht in diesem, wie wir es aus dem Lehrbuch der Amerikaner kennen, aber wir kennen auch, wir haben auch unsere Sklavengeschichte, also diese Art der Ausbeutung und so weiter, diese soziale Marktwirtschaft, die ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die wurde hart erkämpft und dieser, das wird so ein bisschen vergessen. Und wir vergessen auch, also das aktuelle Beispiel ist ja Namibia, da gibt es ja gerade auch die Diskussion, erkennt Deutschland den Völkermord, an die Herero und Nama an, entschuldigen wir uns dafür und was machen wir da? Und die deutsche Bundesregierung wehrt sich dort mit Händen und Füßen das quasi anzuerkennen beziehungsweise auf das einzugehen, was die namibische Seite, ja ist ja so Hans. Ja, nee, da sind wir weiter inzwischen, Gott sei Dank. Na ja, sag mal so, ja ja klar, aber sie wollen so billig, so billig wie möglich da rauskommen, anstatt zu sagen, richtig, ja ja. Okay, wir entschuldigen uns, es war ein Völkermord und alles, was ihr jetzt wollt, dann leisten wir Reparationszahlungen oder so weiter und so fort. Also auch dieser Aspekt kommt dazu und dann bekomme ich mit, das Europaparlament spricht sich für Black Lives Matter aus und gleichzeitig lassen wir in Europa schwarze Leben auf dem Mittelmeer sterben. Also zum einen zu Namibia, die Anerkennung des Völkermordes als Völkermord wird kommen, die Entschuldigung dafür wird auch kommen, was im Moment, ja, das ist aber die Zeit, in der wir jetzt sind und wir reden über jetzt. Dass es ein Fehler war, das nicht vorher gemacht zu haben, ist davon doch völlig unbenommen. Aber wir reden über jetzt, weil du sagst, man wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Nein, das ist heute akzeptiert, das wird in Kürze, wird das auch offiziell passieren. Was noch offen ist und das ist natürlich eine relevante Frage, was zahlt Deutschland im Prozess dieser Schuldanerkenntnis und im Versuch, wenn man das überhaupt so nennen will, einer Wiedergutmachung, geht ja gar nicht, bei einer Kompensation. So die Summe, die Summe und die Art der Leistung, das ist noch strittig und das ist in sich auch wieder ein beschämender Vorgang. Gleichwohl, da sind Dinge in Bewegung. Gestern Abend habe ich gesehen, weiß nicht in welcher Nachrichtensendung, einen Bericht über Tönnies und dann sah man eben die Zäune, die rund um die Betriebsstätten oder Wohnanlagen machten und wo dann die Arbeiter, Rumänen, was auch immer es waren, die waren dahinter eingesperrt und dann war ich immerhin, dann sage ich das an der Stelle. Habe ich auch ein sehr ungutes Gefühl. Okay, ja. Diese Bilder, das ist ja ein Traum für deutsche Nazis. Ja. Tribüne, würde ich sagen. Wenn du willst. Let's go. Willkommen im 1% Club. Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab. Wo wir gerade beim Thema Kolonialismus waren. Ja, ist das so ein lautstärke ansteigender Clip oder was ist mit dem los? Warum? Na, der schleichte sich so rein, irgendwie so sehr leise. Gut. Gibt es Stumpfungen? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Topscorer Stefan mit Grüßen aus Dresden schickt 60 Euro. Das hat ein bisschen nachgelassen, nachdem ich ja auch angesichts der Unklarheiten nicht besonders darauf hingewiesen habe, wie dieser Podcast funktioniert. Er lebt nämlich auch von den Produzenten in der Hörerschaft. Ja, da können wir ja nochmal drauf hinweisen. Also wer jetzt nochmal Präsentator oder Präsentatorin werden will, hat jetzt noch vier Folgen Zeit. Oder wer immer auf die Tribüne will und sagen will, ich habe dazugehört, hat jetzt noch vier Folgen Zeit. Also Stefan sitzt schon auf der Tribüne, macht sich's bequem, sitzt da auch schon seit einer Weile. Nikolas schickt 50. Ende meiner Schwarzhörerschaft. Das ist doch schön. Hat er sich irgendwas Spezielles gewünscht? Nein. Na gut. Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und höre, um Schwarzhörer zu sein. Ton okay? Ja, die Clips beginnen leise und dann regelt die Discord anscheinend ein bisschen hoch. Der Unterschied zwischen dir am Mikro und Clips aus der Dose sind, ist ein bisschen hoch. Anja schickt 50. Wollen wir mal, die sind leise oder was? Die sind leise, werden aber dann lauter. Wahrscheinlich regelt da irgendwie... Ich hab's mal... Test mal ganz kurz, ich hab's mal hoch gemacht. Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen danke. Besser? Besser. Aber nicht perfekt. Ausreichend. Wir geben dem mal eine Note 2,8, den Rest regelt auch vorne. Anja schickt 50, reckt die Daumen hoch für das tolle Gespräch mit Thomas. Das kann nämlich nicht sein, so wie es in der Schule abläuft. Und das finde ich auch. Oder man zieht den anderen Thomas über die Corona-App zum Beispiel Österreich und so weiter. Zwei Thomas hier da gewesen. Das kann nicht sein, so! Mario weist einfach drauf hin, dass das ja für den Podcast ist und schickt 50 Euro aus, damit Produzent, genau wie Tim. Oder ist es wirklich Tim? Denn hier steht, monatlicher Dank für eure wichtige Arbeit von Thilo aus Kiel. Vielleicht hab ich mich auch immer verlesen, weil das ist der Thilo mit T-I-L-L-O-H. Es könnte auch Thilo sein. Thilo aus Kiel. Doppel-L. Doppel-L-O-H. O-H! Das ist ja ein besonderer Name bei dir, wo im Absender Tim steht und in den Grußworten Thilo. Aber ich nehme an, das heißt Thilo. David schickt auch 50, höre gerade den Audio-Kommentar von Stefan zu Armut. Vielen Dank, dass ihr solche Auseinandersetzungen ermöglicht. Wunsch, Harald Schmidt. Warte mal, Harald Schmidt, was heißt denn das jetzt? Das kann ja wohl nicht sein. Das ist eine schöne Heimat. Ja, meinte er wirklich? Ich schalte mal Nazi-TV ein. Oder angesichts der Armut. Am Wochenende habe ich drei Artikel gelesen, in denen es rentnerfeindliche Tendenzen zu beobachten gibt. Unsere Senioren, die erstmal alles ab und dann wieder aufgebaut haben. Richtig. Die ein Leben lang im Schweiße andere Angesichter ihren Brotaufstrich verdient haben. Ihnen soll es jetzt an den gefütterten Kragen gehen. Richtig. Man hat es auch abgebaut, nicht nur aufgebaut. Keine halbe Geschichtsschreibung hier. Simon schickt 42,14 Aufwachenstaat Kirchenquatsch monatliche Spende vom ersten dritten oder erstes Drittel des Drächens. Wir wissen es hier. Grüße nach Kölner stellen. Das ist gut fürs Deutschrei-Deutschland. Jesus aber antwortete und sprach Steh auf. Steh auf. Geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Die Merkling, die hat das Deutschland und Europa zu Nichte gerammelt hat die das mit ihrer Politik. Robert hat das übrigens letztens beim Podcast irgendwie so getan. Ich weiß nicht, ob du es ernst gemeint hattest hier mit dem hier. Gegen Merkel! Weil hier eine Volksverleterin ist! Wir haben immer gewusst, dass er gegen Merkel ruft, aber wir haben ihm nicht mehr unterstellt. Nein, er ruft wegen Merkel. Nein, er hat immer gegen Merkel. Nein, warum sind sie hier? Wegen Merkel. Das ist die Aufklärung. Er sagt nicht gegen, er sagt wegen. Deswegen ja. Er hat gegen gehört. Nein, nein. Gegen Merkel! Hörst du es? Weil hier eine Volksverleterin ist! Ja, er wird gefragt, warum sind sie hier? Wir haben ja extra nochmal den Clip in voller Länge in dem Unterstützerdank mitbekommen, da bitte ich nochmal in voller Länge inklusive der Frage, warum sind sie hier? Dann sagt erst der eine, dann sagt der andere, ich bin wegen Merkel hier. Ja, das kommt aber von der Bedeutung hier auch selber raus. Eben, genau, es ist genau das Gleiche. Wegen Merkel ist in dem Fall gegen Merkel. Genau, genau. Aber er sagt, es ist tatsächlich nicht gegen Merkel, wie hier immer überall steht, sondern es ist, so wie ich es gehört habe, auch wegen Merkel. Es macht mit wegen Merkel mehr Sinn. Warum sitzt sie hier? Na, wegen Merkel! Weil sie eine Volksverleterin ist. So, also. Das kann man als Merkel-Gegner dann auch besser machen. Also bevor der Clip hier nie wieder gespielt wird. Frau Merkel, Sie sind eine Schande für Deutschland. Richtig. Reden Sie zurück. Ja. Robert, stellvertretend für Linda, Lydia und Robert schicken ihren We are family auf Wachen-Podcast und Unterstützer Dank. Sehr gut. Daniel unterstützt uns. Never forget Varoufakis und Wagenknecht. Peace! Sagt er. Warte. To strengthen your nation state you need to weaken the European Union and vice versa. No. We need to strengthen both. Da wird's pervers. Habt ihr Sarah schon gesehen? Ich hab's gesehen. Ich war einfach mal großer Fan. Aber ich find auch, so ein Generationenwechsel findet jetzt statt. Es ist nicht mehr so richtig. Wird immer noch heiß geklippt. Aber ich sag euch wirklich, dieses Gespenst, äh, Gespenst. Dieses Gespenst, Jens Jüdekum ist ja jetzt da. Der im Handelsblatt geschrieben hat, wir dürfen die Corona-Schulden nicht zurückzahlen. Als ich das gestern Thilo am Telefon meinte, sagte er schon, ich will auch einen Schuldenschnitt. Nur, das ist nicht das Argument. Es ist gar nicht Schuldenschnitt das Argument, sondern, und das ist jetzt der Teaser, Wachstum. Aus den Schulden rauswachsen, gleichzeitig das Klima retten. Kriegt man das hin? Jens Jüdekum ist der Meinung, man kriegt überhaupt nur mit einer angetriebenen Wirtschaft, also einer auf Wachstum getrimmten, über die Maßstäbe kann man reden, es muss nicht BIP sein. Man kann überhaupt nur über eine motivierte, aktive Gestaltung des Wirtschaftswandels, und das Argument ist folgendes, das greife ich jetzt vorweg, den Rest müsst ihr hören. Am 9. April stand die Welt still. China war noch im Lockdown, Amerika hat schon angefangen, Europa komplett. Am 9. April stand die Welt still. März. Am 9. April. 9. April. Nicht 9. März, 9. April. Am 9. April ging die CO2-Reduktion 17% nach unten. Also die Erde einfach nur anzuhalten, das Wirtschaften anzuhalten, bringt 17%. Und wir wissen alle, wir brauchen viel, viel mehr. Wir müssen das also aktiv machen. Da steckt eine ganz neue, das meine ich mit Generationen-Ding, mit Wahrsagen, vielleicht kannst du da glaube ich nicht mehr drüber reden, über dieses aktive, wir sollten jetzt malen, nein, das ist so dieses, ja, wir könnten ja mal aufstehen, 2.0 und so weiter. Nee, nee, ich sag euch, Jens Jüdekum ist und so, diese Riege, ja, das ist jetzt die Neuen, das sind die Neuen, die schreiben im Handelsblatt, Schulden dürfen nie zurückgezahlt werden. Da frage ich ihm dreimal im Podcast, sag mal, bist du krass, du sagst ja einfach, es wurden noch niemals Schulden zurückgezahlt, es wurden doch noch nie Schulden zurückgezahlt, worüber reden wir denn hier eigentlich? Also wenn man mal mit deutschen Traditionen, vor allem in den Medien brechen möchte, ja, dann empfehle ich euch solche Typen, wie Jens Jüdekum. Ich begrüße diese neue Art, über Volkswirtschaft zu reden. Ich habe es versucht mit Sarah, ob sie auch eine neue Art hat, über Ökonomie und Ökologie zu reden, konnte ich leider nicht feststellen. Und wenn Stefan sagt, naja, da findet jetzt auch eine Transformation statt, ich glaube, Sarah verhindert das immer noch so ein bisschen. Ich fand es schon lustig, die ist seit November, seit über einem halben Jahr nicht mehr Vorsitzende der Fraktion, hat ihr Büro aber immer noch im Büro der Fraktionsvorsitzenden. Angeblich wegen Corona. Das können die unter sich klären. Das können die auch unter sich klären. Ja, aber ich meine, Amira Ali hat, Mohammed Ali hat ja jetzt sieben Monate immer noch ihr altes Büro. Du musst ja mal eine Räumung anberaumen. Das sind aber nicht die kriegsentscheidenden Fragen. Ja, eben. Nein, natürlich nicht. Sie hat halt da nur ein Büro. Sarah spielt ja die Besetzerschiene, Hans. Naja. Die Bürobesetzer. Weiter im Text. Naomi schickt 40 für 40 Jahre. Markus gibt es nun 40 Euro an den Auffahren-Podcast. Danke euch. Markus würde sich über ein Ständchen von Claudia Roth freuen. Das ist gut, wenn wir wissen, in welche Clip-Richtung es geht. Bitte alle. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. Lieber Markus, sehr gut. Bist du in den 40ern eingekommen? Da kommen wir auch alle bald hin. Wir sind ja alle nicht mehr jung. Ich nicht. Markus, hoffentlich kannst du deinen Geburtstag auch feiern. Also meine Geburtstagsgäste haben teilweise abgesagt, aber es haben auch welche zugesagt. Jeder, die eigentlich in Urlaub fahren wollten und nun nicht können. Also wenn man das mal so sieht. Also da hält sich die Waage sozusagen. Das hält sich die Waage. Das Problem ist bloß, hoffentlich macht die Gaststätte nicht zu. Also Markus, hoffentlich feierst du in Berlin, weil hier sind die Regeln außer Kraft gesetzt. Hier kannst du quasi machen, was du willst. Ich habe zwei Freunde, einer aus Wien und eine Bekannte aus einem anderen europäischen Land waren jetzt über das Wochenende in Berlin und die meinten, als ob sie in der Parallelwelt sind. Absolut. Guckt euch mal die Zahlen im RKI-Dashboard für Berlin an. Ich frage mich, habt ihr eine Meise da irgendwie? Da ist sie schon in der März. Völliger Exzess in Berlin. Also hier in Frankfurt, ich sehe niemanden ohne Maske einkaufen. Nirgendwo. Und wir haben hier ein, zwei Fälle mit Corona am Tag. Also in den letzten zwei Wochen, wenn ich zum Rewe gegangen bin. Das ist zu krass. Berlin ist zu krass. Es ist kontinuierlich runtergegangen. Gestern war ich um 21 Uhr da, gefühlt 40 Prozent verloren. Ich würde eine Mauer drum machen. Nee, ist wirklich zu krass. Es geht in allen Bundesländern so wieder so ein bisschen. Man sieht eine Tendenz. Aber in Berlin, das schlägt wirklich, dass man flächendeckend Märzer Verhältnisse hat. Das sollte wirklich mal allen zu Bedenken geben. Aber wie gesagt, es ist 600 Kilometer weit weg. Ich bin ein bisschen froh darüber. Ich war ja auf der Antirassismus-Demo vor jetzt zweieinhalb Wochen. Und das war wirklich so eng, dass ich den geplanten Besuch meiner Eltern verschoben habe, um eine ganze Woche, damit ich die zwei Wochen quasi habe für den Fall, dass ich angesteckt werden könnte. Weil das Risiko wollte ich jetzt nicht. Also ich bin wirklich froh hier in Frankfurt in den öffentlichen Nahverkehr. Ich sehe da keine Leute ohne Maske und in meinem Supermarkt auch nicht. Das ist einfach, das ist wunderbar. Ich bin auch ein bisschen stolz, ehrlich gesagt. Ich bin ja sowieso schon so ein bisschen regional verankert hier, wie man mal hört. Aber jetzt zeigt sich gerade, dass ich hier gut wohne. Ich fühle mich safe. Weil Tyler bringt immer so einen Tram-Report mit, wenn wir uns dann wiedersehen, weil er fährt ja mal von Weißensee nach Mitte mit der Tram. Und es fing an mit, oh, alle haben eine Maske und mittlerweile, ich bin der Einzige mit Maske. Ja, nee, das finde ich nicht gut. Torsten, Dauerauftrag für ausgezeichnetes Infotainment. Bitteschön an dich. Thomas für Österarm. Ich weiß jetzt, sobald ich lese, was es bedeutet. Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld. Überall mehr Geld. Till unterstützt uns mit 22,22 und Johanna auch. Inke, sie beendet ihre Schwarze Hörschaft und zwar ab sofort. Mit einem Spruch? Sucht er einen aus. Offensichtlich. Macht Zufall nicht. Schwarze Hörer, Schwarze Hörer, danke für deine Spende. Schwarze Hörer, Schwarze Hörer, spende auch du, denn nix ist for free. No, nix ist for free. Claudia stellvertretend für Tochter und Mutter, also Julia und Claudia, sehr gut. Grüße an euch beide. Josef Fiene, jetzt als Dauerauftrag Connecting the Dots, ihr Penner. Darf ich es spielen? Ja. Doch, ne? Connecting the Dots, du Penner. We connect the dots, Penner. We connect the dots. He's an owner of a lonely heart and deswegen Grüße auch an Mainz an der Stelle. Weißt du, was mir jetzt gerade erst einfällt? Wir hatten doch bei unserer letzten gemeinsamen Sendung das Gabor-Steingart-Ding. Ich weiß. Das kommt auch noch. Wir haben einen spektakulären Trailer. Wir werden ihn. Hans weiß von nichts, Stefan. Hans weiß von nichts. Hans weiß von nichts. Okay. Du meinst, das ist das Gleiche, was Matthias und Markus da gebaut haben. Ich würde sagen, wir nehmen uns das aber fürs Ende auf und machen dann einen guten Ausstieg. Jörg, Grüße von Rebecca und Jörg. Das ist nämlich unsere erste kleine Spende. Wir steigern uns noch nach dem Motorradführerschein, der uns gerade viel kostet, sowohl finanziell als auch nervlich. Wir danken für eure tolle Arbeit und so glücklich keine Schwarzhörer mehr zu sein. Mhm. Du zahlst nichts. Nein. Du bist ein Schwarzhörer. Du willst nicht so sein. Spend mir jetzt. Sprich mir nach. Ich will kein Schwarzhörer mehr sein. Nein. Hm. So ist es wohl. Wo war ich? Hier. Bei Jens. So wichtig. Ihr seid. Er hat, glaube ich, zu viel Baby Yoda geguckt oder so. So wichtig ihr seid. Hast du den Mandalorian jetzt durchgeguckt? Ah, was für ein Scheiß. Oh Gott. Echt? Ich hab's nur geguckt, weil ich's gucken wollte. Ich wollte mich ein bisschen in Star Wars Stimmung versetzen. Der Plot war mir dann so scheißegal. Für Star Wars Verhältnisse ist das das Beste, was du erreichen kannst. Im Vergleich zu den Filmen. Ich sag dir, die mit Natalie Portman geil, drei geile Filme. Jar Jar Binks und so. Findest du Mandalorian oder Picard besser? Picard? War zwar ein bisschen schnulzig, aber wenigstens mal ein Face. Ich kann ja nicht zehn Stunden auf so einen Helm gucken. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, da glitzert er aber toll. Ich empfehle Red Letter Media zu Picard. Mhm. Tobias schickt einen Dauerauftrag, nämlich 24 pro Woche, gesammelte Monat 16,80. Das ist fast ein, sagen wir mal so, es ist der solidarische Rundfunkbeitrag, denn, ja, wir gehen auch ein bisschen nach unten, wenn es sein muss und nennen das trotzdem noch einen Rundfunkbeitrag. Sehr gut. Johannes unterstützt uns genau wie Jakob. Wenn ich schon mal hier bin, dann bleibe ich hier auch. Allerdings kann man das eben schon gehört. Christian sagt, das sind zwei Sekunden. Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. So. Christian, Paul, alle spenden mit, spende du auch, Ausrufezeichen Simon, damit Zwift auch weiß, was ich so höre. Sehr gut, schickt er immer Schweizer Franken, die dann auch nochmal umgerechnet werden. Markus hat einen Monatsbeitrag, genau wie Thomas, gegen sein Klerasil, gegen politische Pickelbildung, das ist sehr gut. Theodor, Edward mit seiner Svenja zusammen, oder die Svenja mit ihrem Edward, sehr gut. Andreas gehört zu den 1%, genau wie Britta, Sebastian, Maxim, Fabian und Vitali. Der hat immer noch den schönen, aus der Anfangszeit hier, Stefans Baby, Pro-Tipp, Backpapier als Spielzeug, hat bei Junior nicht so funktioniert, Smartphone ist, spannender, die Anmerkung von mir, das Backpapier als zum Rumsappeln, weil es nicht kaputt geht und nicht aufweicht, ist schon so alt, da gab es noch gar keine Smartphones. Jetzt ist natürlich Konkurrenz da. Heiko. Darf ich auch noch einen Tipp fragen, für alle, die sich mit Katzen ausgehen oder Katzenhalter sind, was muss ich an bestimmte, Ecken ranschmieren, damit die Katzen daran nicht nagen. Die Pisse von anderen Katzen, keine Ahnung. Oh Gott, nein. Ich habe ja so eine Flechtkörbe teilweise bei meinem Kratzbaum und die nagen daran und das gefällt mir nicht. Ein Tipp war, Orangensaft daran zu machen, das mögen sie nicht. Habe ich noch nicht gemacht. Grobkörniges Sandpapier. Ja, wer weiß. Katzen können auch ein bisschen Plagen sein, sind aber sehr kuschelig. Der Winter kommt ja auch bald. Damit es keine Plage wird und er sich nicht alleine fühlt und Scheiße macht, hat er jetzt ein Geschwisterchen. Ich habe zwei. Du hast zwei. Ich warte immer noch, dass der eine der Große reinkommt, aber der will euch offenbar nicht kennenlernen. Ja, was ist denn los? Aber ich kann ihn jetzt auch nicht rufen, weil er noch keinen Namen hat. Ich suche noch für beide, den Kater und die junge Katze, einen Namen. Also wer Namensvorstiege hat, bitte ins Forum oder an mich. Ich bin dankbar. Versucht mal zwei Namen zu finden, die zusammen ein Wort ergeben. Also Favorit ist bisher Jesus und Maria. Das ist so platt. Was ist das denn? Heiko, herzlichen Dank. Lea, danke für den Aufwarn-Podcast. Annett, ich finde es nur geil hier, sagt sie. Oh, den haben wir auch lange nicht mehr gehört. Ich finde das nur geil hier. Kerstin, Mareike, Liebesgrüße, weil ihr großartig seid. Annett unterstützt uns. Nora, Lisa, Pauline, die grüßt aus Kiel und Hamburg. Deswegen auch Lisa, Pauline, ist ja klar. Anne-Christine unterstützt uns, genau wie Anja mit ihrem Thomas, Caroline, Nicole, Julia und Christian. Noch ein Kerl mit reingerutscht in die Liste, sonst werden wir ein bisschen aussortiert. Herzlichen Dank an alle ungenannten Kerle an der Stelle auch. Für die vielen, nicht die vielen, nicht die vielen. Die vielen. Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen. Okay, wisst ihr, wir haben jetzt viel über so Strukturwandel in Amerika gehört. Vielleicht sollten wir uns auch nochmal den Strukturwandel in Deutschland ein bisschen angucken, denn die Sachen sind in Bewegung. Außerdem hat sich hier eingespielt, wenn Sabrina Fritz ein Kommentar zu ihrem Thema spricht, dann interessiert uns dieses Thema, oder? Dann wollen wir wissen, um was es geht. Sollen jetzt wieder Schüler ihre Schulen selber fließen oder sonst irgendwas, weil es auch ein tolles AG-Projekt ist. Also, um welches Thema geht's? Ingo sagt es uns. Er war halt einst als das unübertroffene Einkaufserlebnis. Vom Spargelschäler bis zum Sonnenhut alles auf ein paar Etagen. Und wer wollte, bekam noch eine Tasse Kaffee obendrein. Doch einkaufen im Kaufhaus wird mancherorts bald nur noch Erinnerung sein. Kaufhäuser sterben. Ich kann nicht mehr in meinen Konsum-Tempel. Ja, die Innenstadt braucht jetzt eine neue Idee. Tja, was soll man sagen? Wollen wir wetten, dass der Kaufhof am Alexanderplatz durch einen anderen Kaufhof ersetzt wird, der halt nicht Kaufhof heißt? Ja, ist aber auch eine wirklich herausragende Adresse. Ich glaube, der bleibt sowieso. Ich würde mir wünschen, dass es auch Sozialwohnungen werden. Sozialwohnungen? Ja. Warum? Ja, weil wir welche brauchen. Also, Sozialwohnungen sind auch eine tolle Sache, aber die sind an so prominenten Stellen wirklich nur was für die Leute, die drin wohnen. Man könnte ja noch irgendwas planen, was für alle gut ist, die am Alexanderplatz vorbeikommen. Nein. Also in Norwegen, das spreche ich mit Jens Süle, kommt dann auch so ein bisschen an, da hat man jetzt die Idee, ich kenne sie von Markus Lanz, also Ideen drehen merkwürdige Runden, da sagen Stadtplaner einfach, wer hier in der Innenstadt baut, der baut natürlich ins Erdgeschoss keine Wohnung, weil das ist Lauffläche, das ist Laden, das ist Konsum und so weiter. Neuerdings werden diese Flächen kostenlos abgegeben. Das Haus finanziert sich über die Bewohner ab dem ersten Stock, weil die wohnen dann eben an prominenten Stellen und so weiter. Was könnte man denn mit kostenlos zur Verfügung gestellten Flächen im Erdgeschoss in der Innenstadt machen? Angefangen bei, wie schreibt man das eigentlich aus? Wer kriegt denn den Zuschlag, wenn nicht mehr der Preis entscheidet und dann da hohe Umsätze stattfinden müssen? Und das sind so Überlegungen, die Richtung würde ich mal gehen bei Alexanderplatz. Wohnen, da kann man in Berlin noch an vielen anderen Orten, das muss man dann nicht direkt an solchen Plätzen machen. Gut, Kaufhäuser, kurze Erinnerung, wie es war, das ist jetzt ein Clip, Hans, du erkennst das vielleicht noch von früher oder so, das ist, für mich ist das, als würde ich im Brockhaus zum Thema Kaufhaus aufschlagen. Die ständig steigende Kaufkraft hat die Aktivität des Handels stark belebt. Völlig neue Handelsformen wurden gefunden. In modernen Häusern lockt die Ware heute Massenkundschaft an. Bilder aus vergangenen glanzvollen Zeiten. Ja, 1962. Glanzvolle Zeiten vor allem, schön in schwarz-weiß nochmal abgebildet. Kontrast ungefähr so auf Hallweuge. Bin ich mit meiner Mutter solche Rolltreppen hochgefahren? Ja, ich habe diesen Clip vor allem auch mal ausgewählt, weil hier sehr funktional argumentiert wird. Neues Kaufverhalten. Jetzt weiß man, wo man endlich mal was kriegt. Das Kaufhaus kam nicht irgendwie, das hat nichts anderes abgelöst, sondern plötzlich gab es Sachen zu kaufen in der Stadt. Oder sehe ich das falsch? Man hat jetzt nicht irgendwie... Ja, es war beides. Also zum einen waren die Kaufhäuser natürlich die Alternative zu den vielen Einzelhandelsgeschäften, die es nach wie vor gab. Aber die hatten A, nur ein sehr beschränktes und begrenztes Sortiment und B, musstest du, wenn du fünf verschiedene Sachen einkaufen wolltest, in fünf verschiedene Läden. Und die Kaufhäuser haben das alles A, in größerer Auswahl und B, unter einem Dach geboten. Und das war schon eine wirkliche Alternative. Also es gab mehr, ja, es gab mehr und es gab es besser zusammenorganisiert. Wie so eine Polyklinik. Es gibt echte Synergieeffekte. Wenn der Schuh drückt, dann kann man auch noch gleich mal die Ohren abchecken lassen und so weiter. Das ist da eben möglich. So, und ich will das mal vergleichen mit der, also wir sind reingegangen, ja, 1962. Lass mich das eben, ich weiß nicht, ob das ein alter Reklamespruch von Kaufhof oder Karstadt war. Lass uns mal sagen, Karstadt. Der ging dann so, Karstadt bietet tausendfach alles unter einem Dach. Also in diesem Slogan ist diese neue Qualität des Kaufenkönnens enthalten. Ja, genau. Richtig funktional argumentiert. Es gibt da einfach mehr zu kaufen. Es gibt mehr Bedürfnisse, mehr Kaufkraft, also wird die da befriedigt. Jetzt, 1962 ist lange her, steigen wir anders aus diesem Kaufhaus-Zeitalter wieder aus. Das Kaufhaus geht weg, aber wir kaufen trotzdem immer mehr, würde ich mal sagen. Leute kaufen nicht plötzlich weniger, nur weil es kein Kaufhaus mehr gibt, sondern man kauft halt jetzt anders ein. Die Berichterstattung spiegelt das überhaupt gar nicht wider, sondern es ist reine Tränendrüß. Oh, es war aber so schön, da haben wir uns noch dran gewöhnt und so weiter. Und ich finde, sie übertreiben es auch ein bisschen. Sie gucken nämlich hier nach Gummersbach, wo sie Frank Helmenstein als Wortspender und Bürgermeister treffen. Ich war mit zehn Jahren am Tag der Eröffnung hier dabei, am 13. November 1975 als Zehnjähriger. Jetzt bin ich 55 Jahre alt. Heute muss er zusammen mit seinen Bürgern zusehen, wie Karstadt wohl aus seiner Stadt verschwindet. Tja, und als wäre das noch nicht genug, werden noch ein paar Kundinnen gefragt. Da liegt sowieso noch mal ein extra Kritikpunkt drin. Wenn Karstadt weg ist, ist hier gar nichts mehr. Sehr, sehr traurig. Wir lieben Karstadt. Alle Gummersbacher lieben Karstadt. Und alles hier drumherum würde, geht ja kaputt. Alle Gummersbacher lieben Karstadt. Das geht alles kaputt. Ist sie die Bürgermeisterin? Also, mein Vater war Stadtplaner in Hannover. Und Hannover hatte, ja, Hannover hatte unter den westdeutschen Großstädten, war es die erste, unter tätiger Mitwirkung meines Vaters, was er später sehr bereut hat, die die Innenstadt komplett autofrei gestaltet hat, um Zugangsmöglichkeit zu den Kaufhäusern zu bieten. Hannover hatte in den 60er-Jahren, glaube ich, die höchste Anzahl von Kaufhausverkaufsfläche Quadratmeter pro Einwohner. So, und das war in allen mittleren bis nachher auch kleineren Städten so. Die haben ihre Innenstädte komplett so umstrukturiert, dass sie zugeschnitten waren auf die Kaufhäuser als Magnete, die das soziale Leben dann da auch organisiert haben. Und es ist völlig klar, wenn die dicht machen, dann sind die Innenstädte, diese Innenstädte sind in Zukunft so, wie sie am Wochenende, wenn nicht verkaufsoffen als Sonntag war, schon immer waren, nämlich tot. Das ist ein Dauertod. Und dieser Realität, dieser städtebaulichen, soziologischen Realität, muss man sich eben auch stellen. Ich habe keine Ahnung, wie der Ausweg da aussieht, aber dieses Kaufhaussterben ist in der Folge dann eben auch ein komplettes Innenstadtsterben. Vielleicht sollte man der Oma von Amazon-Seite so ein PC-Terminal hinstellen, wo ihr alter Kaufhof war. Oder kann sie da halt bestellen, was sie sonst eingekauft hätte? Dann kommt das quasi Same-Day-Delivery zu ihr nach Hause, dann sagt sie sich so, ah, cool, muss ich noch mal nach Hause stecken. Aber dann hat sie es zu Hause. Und wie gesagt, die Innenstädte und man darf ja nicht vergessen, wie Städte entstanden sind und was die Qualität von Städten ist. Nämlich, dass Menschen sich dort auch begegnen, sich treffen, reale soziale Zusammenhänge konstituieren. Das ist in der, ab 60er Jahre ist das verstärkt um die Funktion dieser Kaufhäuser herum organisiert worden. Wenn das jetzt wegfällt, dann hast du entweder wirklich physisch tote Innenstädte oder du musst was anderes da reinbringen. Da finde ich diesen norwegischen Ansatz, was du da eben erwähnt hast, finde ich interessant. Irgend so was muss es geben, sonst ist da wirklich tote Hose in jeder Bedeutung des Wortes. Wir haben ja Städte, die es übertreiben, London zum Beispiel, wo du keinen Quadratmeter mehr öffentlichen Raum findest, wo jedes Korn an unmöglich ist, sondern du kannst dich wirklich nur mal kurz niederlassen, wenn du dann aber auch den Eistee nochmal für sieben Pfund und so weiter in der Zeit konsumierst. Davon ist Deutschland ein bisschen weg. Das ist schon mal ziemlich gut. Es gibt hier Grünflächen und so weiter. Ja, auch in Berlin. Da gibt es Parkbänke und so weiter. Du kannst eigentlich überall. Aber es gibt schon die Spätis, die in guter Lage sind. Da kostet das Bier und viele Sachen dann doch deutlich mehr als bei den anderen Spätis. Ja, aber du kannst cornern in Deutschland, das meine ich. Das ist in London, Paris, ist das unmöglich in der Innenstadt. Da findest du einfach nicht mal drei Quadratmeter, wo du sagst, da kann man sich mal hinsetzen, ohne dass gleich jemand kommt und sagt, gehen Sie mal hier weg und so. Und diesen Vorteil, den wir da immer noch haben, müssen wir jetzt nutzen. Was ich immer erstaunlich finde, wir sind hierhergezogen nach Frankfurt und da wurde die Meilzeil, das ist das große Einkaufszentrum, hier gerade fertig. Und jetzt so neun Jahre später heißt es, ja, das müssen wir jetzt alles grundrenovieren. Also der Umsatz von so Gebäuden, das wird sowieso alle zehn Jahre neu gemacht. Ich finde, man kann jetzt mal aktiv in so eine Stadtplanung einsteigen und sagen, wir simulieren jetzt mal 2050 und ja, da werden wir alles online kaufen. Da geht man nicht mehr in so einen Laden, schon alleine, weil man da reingeht und da findet man drei Töpfe und dann muss man sich entscheiden, welchen den drei dann, ja, aber eigentlich hat man eine Auswahl von 30, die man da gar nicht findet. Also da ist einfach eine Entwicklung mitgelaufen und jetzt kommt Corona und macht halt noch so den Deckel drauf. Hast du gerade gesagt, dass die Zeil jetzt neun Jahre alt ist? Nein, das Gebäude Meilzeil, also nicht die Zeil, sondern das Einkaufszentrum heißt Meilen, mein Zeil. Und das hat so ein komisches Loch drin, ist architektonisch ganz interessant. Naja, jedenfalls geht es da drunter und drüber. So, Sabrina Fritz kommentiert das jetzt und naja, Sabrina Fritz halten. Wenn man mal den Fuß in ein Galeria-Kaufhof-Karstadt-Geschäft setzt, um schnell ein paar Socken zu kaufen, spürt man dort die Lieblosigkeit. Wie ein Anzug, den man nicht mehr pflegt, der Flecken hat und abgewetzte Ärmel, weil man ihn heutzutage eben kaum noch braucht. Ja, das ist so ein ganz hingebogenes Ästhetik-Argument, wo wir eine wirklich funktionale Argumentation mal brauchen. Und da muss man die Leute wirklich mal mit einbeziehen. Innenstädte, ja. Bei Bahnhöfen haben wir schon so, naja, gut, okay, dann wird dann das Planfeststellungsverfahren und dann zehn Jahre später gibt es eine Diskussion und alle drehen durch. Aber hier kann man ja nun wirklich mal einfach groß eine Aktion machen und sagen, wir planen jetzt die Innenstädte neu. Aber gut, sie regelt es über die Ästhetik-Schiene. Was ich ein bisschen witzig finde, ist, sie macht sich nochmal lustig über den Namen und zwar völlig zu Recht. Aber Galeria Kaufhof Karstadt war schon lange nicht mehr stabil. Schon der Name zeigt die Einfallslosigkeit der Führungskräfte. Karstadt und Galeria Kaufhof wurden einfach auf dem Wühltisch zusammengeschmissen. Ja, das ist ja fast so, als würde man in den Nachrichtensendungen, hm, ach komm, Tagesthemen. Das sind halt die Themen des Tages, was solls. Ja, also in deren Sicht. Mutig, das in so einer alten Dino-Sendung zu sagen. Nur gefällt, dass sie jetzt vorschlägt, so, ja, die hätten sich denn Stadthofgalerie nennen sollen. Ja, irgendwie so. Genau, sie hätten mal einen Vorschlag machen können, wenn sie das nicht gefällt. Marietta Slomka hat das in der Anmoderation ein bisschen kürzer gefasst und damit können wir da auch wieder aussteigen. Dass mehr als 60 ihrer Filialen aufgegeben werden müssen, wird das Bild unserer Innenstädte verändern. Zum Kaufhof gehen, das war eine deutsche Tradition. Es war eine deutsche Tradition. Geschichte abgeschlossen. Ich bin so undeutsch. Ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben, gut, in McPom gab es eh sowas nicht, aber hier in Berlin bin ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben einmal zum Kaufhof gegangen. Das war am 24. Dezember, weil ich irgendwas brauchte, wo ich wusste, okay, jetzt irgendwo. Du hast sie im Stich gelassen. Ja, du gehst dafür fünfmal die Woche zum Rewe. Richtig. Wie so eine Oma, die an die Quasselkasse geht. Steht mein Sicherheitsmann noch da? Kann ich mich über jemanden, der die Maske nur nicht über die Nase trägt, aufregen? Podcast-Material sammeln bei Rewe. Ja. Nein, dein Rewe ist auch ein Specktec-Rewe. Ich muss echt sagen, das ist ja nicht einfach nur wie bei uns, so eine Halle mit komischem Licht. Es hat eine gewisse Ästhetik. Also es ist schon eines der schönsten Kaufhallen. Ja, und warum, und warum? Ja, erzähl es mir, du bist... Ja, weil der Rewe in einer der traditionsreichsten alten Berliner Markthallen untergebracht ist. Ich wollte jetzt nicht suggerieren, dass Rewe das gebaut hat. Nee, überhaupt nicht, sondern die bewohnen nur, also die Ästhetik kommt durch die Architektur, durch die Gebäude. Es ist eine klassische, traditionsreiche Berliner Markthalle, die im Krieg dann auch zerstört worden ist, wieder aufgebaut worden ist. Jetzt sitzt da Rewe drin. Aber der eigentliche ästhetische Bedeutungsgehalt kommt aus der Tradition dieses Gemäuers. Ja, das macht was her. Okay, dann machen wir noch Corona-App, bevor wir hier wahrscheinlich um Tönnies nicht drum rum kommen. Wie viele Minuten Clips hast du zu Tönnies? Ich glaube, Tönnies sollten wir nach dem Polizisten machen. Nach dem Polizisten? 15 Uhr irgendwann? Okay, mal gucken, ob wir es durchhalten. Du hast doch noch, du hast ja gesagt, du hast 39... Die will ja nicht alle spielen. Also ich mache jetzt mal noch Corona-App, weil das ist wichtig. Sie ist nämlich jetzt da und auf das langweiligste Interview gab es eine Preisverleihung und ich verstehe es nicht ganz richtig, aber gut. Also, wie kann man die Corona-App... Hat jeder in dieser Runde schon die Corona-App? Na klar. Ich immer noch nicht. Och, Hans. Ja. Mensch. Ja. Jetzt reicht es, ja? Sie ist freiwillig, oder soll sie auch sein? Ich bin ja sehr verwundert und auch enttäuscht. Ich habe bisher in meinen sechs Tagen noch keine einzige Risiko-Begegnung gemacht. Ich bin enttäuscht. Bei Tim kannst du nachlesen. Ich wohne in Berlin-Mitte. Ich wohne im Hotspot. Naja, Tim hat das ja auch mal heute Morgen nochmal in so einem Threat aufgegriffen. Bisher wurde wahrscheinlich noch gar nichts über die App gemacht, obwohl es so viele Corona-Fälle gab, aber die sind natürlich auch sehr geklastert. Und deswegen, wer weiß, also bisher hat die noch nicht angeschlagen. In keinem einzelnen Fall irgendwann mal wurde sie gebraucht, obwohl es schon zwölf Millionen da und das gibt. Ich warte noch ein bisschen, bis die Chance, hier ein Match zu haben, höher ist. Hans, wollen wir morgen mal eine Schlachterei besuchen? Hans will es gamifizieren, ja? Stellt euch doch mal an die Zäune, die jetzt überall aufgestellt werden. Okay, also die Corona-App ist nicht besonders kompliziert, denn das Argument, das hätte ich zum Beispiel auch erwartet, dass du das, Sarah, nochmal sagst. Sarah, hier werden nur Zufallsziffern gesendet. Es gibt keinen datenschutzrechtlichen Unterschied zwischen dir, die du die App nicht nutzt, und mir, die ich sie nutze. Ist genau gleich. Null Datenschutzunterschied. Es gibt keine Zufälle. So, und jetzt ist es nämlich so, man weiß nicht genau, was soll man eigentlich berichten? Die App sendet halt Zufallszahlen. Okay. Und sie fallen ins alte Muster. Wir machen mal Wortspenden. Ich sag euch gleich, es sind zehn Wortspenden am Stück, die sie rausgesucht haben. Sie waren so verlegen, aber was sollen wir nur senden? Komm, wir machen Wortspenden. Von Bürgern. Ich hab die nicht sofort gefunden, weil ich nach dem Bild gesucht hab, was wir aus dem Fernsehen kennen, und dann musste ich erst ein bisschen suchen, und dann hab ich's aber gefunden. Ich hab mir die heute Morgen runtergelassen. Ja, war ein echtes Problem, weil der Name war so kompliziert, dass man den erst im Nachhinein so ein bisschen nachstylen musste. Aber das möchte man nachvollziehen. Wie kann man denn im App-Store oder bei euch im Play-Store oder was weiß ich, nach Bildern suchen? Ja, die Apps werden noch angezeigt. Du machst Suchbegriffe und dann werden Apps angezeigt. Und dann gehst du natürlich nach Bildern und suchst den Farbverlauf. Ich versteh das schon, so suche ich auch immer Apps. Weil es heißen nun wirklich mal viele Apps, irgendwas mit Corona. Naja. Das hat sofort geklappt, weil ich hatte das richtige Betriebssystem auf meinem iPhone. Ich nicht. Dagmar Rosenfeld, ne? Vizechefin der Welt, sitzt bei Lanz. Ich wollte die App installieren, da hat mein Handy gesagt, meine Software ist nicht aktuell, da hab ich's erstmal nicht gemacht. Weißt du? Fragt man sich so ein bisschen, ist es schon 2020, ist schon sieben Jahre Snowden rum? Meins ist zu alt. Ich bin auch nicht so firm, technisch, dass ich vielleicht damit umgehen kann. Ich weiß das nicht. Nee, die würde ich nicht holen. Weil dann wird ja der Standort abgefragt. Ja, das wird nicht weiter aufgeklärt in der Sendung. Er sagt, da wird der Standort. Mann. Meinst du, da kommt nochmal einer drauf zurück aus der Redaktion? Nö, das wird einfach so gesendet, ihr Piepnasen. Das sollte der Rezo mal ein Video zumachen. Noch so viel erzählen, dass das alles privat ist, dass das nicht veröffentlicht wird oder so, das glaube ich nicht. Also ich glaube eher, dass im Hintergrund vielleicht geheimene Daten von irgendeinem erfasst werden. Der ist, glaube ich, noch zu überzeugen. Der ist noch zu überzeugen. Der war noch nicht ganz. Das ist der Experte, den Sarah Warnknecht gelesen hat. Ja, das kann auch sein. Ja. Ich war auch perplex in dem Moment. Also ich wusste gar nicht, ich dachte jetzt, sie sagt jetzt in Ernsthaft, nein. Klar, ich hätte noch so viel weitererzählen können. Ja, vor allem, weil es wirklich nicht so kompliziert ist. Es werden nur Zufallstagen gesendet, Sarah. Das ist nicht mal verschlüsselt oder so. Das sind nur Zufallstagen. Naja, es ist, wie es ist. Hören wir mal weiter. Es sind ja noch ein paar. An Facebook, Instagram und Co und die Corona-App. Wer da jetzt noch Angst hat. Richtig. Mit dem Datenschutz, da mache ich mir jetzt nicht so die Gedanken rüber, weil wir irgendwie ständig unsere Daten rausgeben. Es soll uns schützen. Es soll die Information halt schnell weitergeben. Ich will die auf jeden Fall runterladen, ja. Warum? Weil ich mich jetzt mehrfach dahingehend schlau gemacht habe, dafür eine sehr, sehr sinnvolle Sache halte, die auch anonym ist und sicher ist. Im Gegensatz zu allen anderen Apps, die ich auf dem Handy habe, ist das, glaube ich, der einzig sinnvolle Beitrag, den man gerade so gesellschaftlich leisten kann. Jawohl. Zum Abschluss wenigstens noch einen guten platziert. So, allerdings stellt sich jetzt die Frage, scheiße, wie gehen die Berichterstattung weiter? Wir haben ja immer noch nichts zu senden. Jetzt sind die 10 O-Tone schon weg von der Straße. Komm, wir schicken mal den Reporter in den Selbstversuch. So, Hans, du weißt noch nicht, wie spektakulär es ist, eine App runterzuladen, die dann genau nichts macht auf deinem Handy, außer zu laufen. Doch. Wie kann also so ein Selbstversuch aussehen? Das ist so ein bisschen naja. Die Hamburger Innenstadt deutlich voller als noch vor wenigen Wochen. Die App auf meinem Handy läuft im Hintergrund, geöffnet habe ich sie nicht. Alle paar Minuten sendet die App anonyme Zahlencodes aus. Weißt du, anonyme Zahlencodes sendet sie aus? Ich würde gerne mal nachfragen, lieber Reporter, was ist denn das bitte, ein anonymer Zahlencode? So erfasst sie per Bluetooth andere Smartphones in meiner Nähe, auf denen die App auch installiert ist. Bei einer Kontaktdauer von mindestens 15 Minuten und einem Abstand von weniger als zwei Metern merkt sie sich den Kontakt. Mhm. Würde ich mal, ich glaube, die Zahlen sind ein bisschen anders, aber das ist im Grunde auch egal. Irgendwie so funktioniert es halt. Zahlen werden ausgetauscht und gepeichert. Eine kleine Wortspende, die es natürlich nochmal ein bisschen auf den Punkt bringt. Punktu Datenschutz sehe ich hier keine großartigen Probleme. Wer da Bedenken hat, der sollte das Smartphone lieber am besten ganz zu Hause lassen. So ist es. Es gibt allerdings einen kleinen Kritikpunkt. Man muss unter Android den Standpunkt freigeben als Systemeinstellung. Die App nutzt das nicht. Damit wird der Standort aber auch an alle anderen Apps weitergegeben, denen es man nicht explizit verbietet. Das heißt allerdings auch, Arbeitsauftrag für alle, die sich die App runterladen. Dann guckt doch mal, welche Apps alle Zugriff auf den Standort haben. Da kann man nämlich auch mal ein paar manuell einfach aussortieren, sodass vielleicht am Ende wirklich nur die Karten, Navi, Wetterbericht und die Corona-App übrig bleibt. Jetzt weiß ich, warum Hans sich gegen Android gewährt hat. Er hat jetzt ein neueres Telefon. Ja. Ist bei iOS geblieben. Genau wegen dieser Sache, Hans, oder? Da hast du dich... Unter anderem. Ja, okay. Ja, ist auch ein legitimer Punkt. Lädt die App runter. Hans, du machst das jetzt noch in dieser Sendung. Lädt die App runter. So, Marietta Slomka führt ja immer tolle Interviews. Genau, Hans, mach's jetzt. Wir müssen von dem Hemd weg, das wir hier auch immer noch sehen. Das lenkt auch ab. Apps und Hemden. Ja, dieses Hemd, das ist wirklich... Oh Gott. Ja, das ist wunderbares Retro der späten 60er Jahre. Es ist ein Überwachungshemd. Ich sehe nur Augen. Ja. Ich glaube, da hat jemand zu viel IT-Crowd geguckt und versucht, so ein bisschen T-Shirt-Humor auf Hemden unterzubringen. Also, Marietta Slomka fragt jetzt Helge Braun und ich sage es euch gleich, Leute. Der Podcast heißt Aufwachen, weil wir möchten nicht, dass ihr hier einschlaft, während ihr Antworten hört. Aber Helge Braun ist wirklich der einschläferndste Politiker, den ihr jemals irgendwo gehört habt. Das glaube ich nicht. Experten sagen, das müssten eigentlich schon 60 Prozent der Bevölkerung sein, damit es wirklich etwas bringt. Das ist so eine Aussage, die entstammt, diese Oxford-Studie. Da hat man gesagt, 60 Prozent, wenn wir sonst nichts machen. Wenn das sozusagen das zentrale Instrument zur Bekämpfung der Pandemie ist. Bei uns ist es ja so, dass Abstand halten, Maske tragen und auch die normale Kontaktnachverfolgung durch den Gesundheitsdienst bleiben ja. Und deshalb gehen wir davon aus, es gibt keine Mindestschwelle, ab wann die App hilft. Wenn sozusagen einer früher erfährt, dass er sich infiziert hat, dadurch, dass wir die App haben, dann ist es schon ein Wert. Und je mehr das nutzen, desto mehr hilft sie auch. Oxford, Schmockswort. Wir sind noch nicht fertig mit Helge Braun. Denn jetzt nochmal der Hinweis an alle, die App ist frei. Ja, und Hinweis an alle. Thilo, warum machst du eigentlich nicht jeden Minister in der Bundesregierung? Genau deshalb. Achso, ja, genau. Bei manchen gehen dann auch die Kameras aus irgendwann einfach. Die denken sich, es lohnt sich doch gar nicht. Ich schalte mich jetzt ab. So, also Helge Braun macht den nochmal. Tyler würde im Hintergrund einfach umfallen und die Kameras mitreißen und dann ist die Aufnahme an der Fresse. Ja, man kann Helge Braun nicht gut abfilmen. Jedenfalls, Helge Braun, wir müssen es uns nochmal kurz hören. Er macht am Ende nochmal so einen Punkt, wo ich denke, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also hört trotz allem genau zu. Und deshalb die klare Aussage der Bundesregierung. Wir möchten nicht, dass irgendjemand die App als Zugangsbedingungen oder in anderer Weise... Thilo hundert sich, das ist der Pfau hier bei uns, nicht deine Katzen. Ich wollte gerade sagen, das sind nicht meine Katzen. Nein, 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 nein. Sie soll freiwillig sein, das soll jeder Einzelne selber entscheiden, ob er sie benutzen möchte und wer sich dagegen entscheidet. Ja, spring rein, Marietta, dafür kriegst du deine Fernsehpreise, Mensch. Finden wir das schade, aber das darf kein Nachteil für ihn sein. Könnte man denn diese glasklare Aussage, die Sie sagen, dann nicht auch in ein glasklares Gesetz gießen? Warum kommt das nicht? Und jetzt kommt die Hammer-Aussage, warum Sie sich gegen das Gesetz wehren. Passt mal auf. Ich bin wirklich aus den Socken geschossen hier. Wo festgelegt wird, nein, das ist verboten zu sagen, im Restaurant zum Beispiel darfst du nur mit App und wo auch diese Freiwilligkeit festgelegt wird. Also wir wollen das in die allgemeinen Geschäftsbedingungen der App nochmal reinschreiben. Was haben wir die letzten 20 Jahre kritisiert? Code is law, law ist lässig, es steht alles nur in den AGBs. Facebook regiert die Welt über das, was in AGBs drinsteht. Jetzt kommt die Bundesregierung und Gesetze, wir können auch AGBs schreiben. Muss nicht durch den Bundestag, kann einfach da rein, sag mal der IT Bescheid, sagt, fertig ist die Laube. Unglaublich. Unglaublich finde ich das. Ich hätte jetzt von einem neoliberalen Vertreter unserer Bundesregierung erwartet, dass er auf die freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft und der lokalen Wirtschaft hinweist und sagt, die werden das schon nicht machen. Das haben sie uns nicht versprochen. So, Finale von diesem Ding, weil das Interview so gut war. Weitere Auszeichnungen wurden überraschend direkt nach einer Sendung im Studio an die Preisträger übergeben, wie an Marietta Slomka, die für ihre politischen Interviews geehrt wurde. Was? Wow. Ja, schön. Freue ich mich. Toll. Gratulation. Gratulation. Ich habe ja auch einen bekommen, obwohl ich ja, ich wurde ja hinter Hubert Seipel Zweiter, aber ich habe trotzdem so einen Mini-Fernsehpreis bekommen. Ah, sehr gut. Aber ich finde den gar nicht mehr. So, ja, das ist natürlich Würdigung dieses Preises auch. Wo ist man jetzt ansehbar? Nee, mir fällt gerade, ich habe so lange keinen mehr bekommen. Lustigerweise, seitdem wir in der BBK sind, habe ich nie wieder irgendwas bekommen, Hans. Aber wie dem auch sei, die stehen alle bei meinen Eltern. Damit immer, wenn Besuch kommt und dann, ja, ja, das ist, das ist unser Sohn. Okay, Tönnies, Leute. Ich will auch was zu Tönnies sagen, deswegen lieber jetzt noch, wo ich ein bisschen fit bin. Du, wir können es ja nachher, also das kannst du ja rausschneiden, aber das können wir ja quasi auch splitten und den Polizisten einbauen quasi. Ja, wir schneiden hier nichts raus. Das ist ja Live-Planung, wie der Podcast funktioniert. Wir fangen jetzt an mit Tönnies. Falls 35 Minuten dazu nicht reichen, kommen die zweiten 35 Minuten dann einfach drangeschnitten. Hans, wie viel bist du eigentlich noch? 13,25? Hans lächelt nur. Also Hans ist gewöhnt, bis 16 Uhr hier zu sitzen, würde ich mal sagen. Ja. Okay, gut. Das schaffen wir heute, glaube ich, nicht. Ich muss ja nicht so viel reden. So, 19 Minuten 35. Ja, WhatsApp. Ich habe es unterhaltsam gestaltet. Ohne Scheiß. Okay. Wir fangen jetzt mal, wir müssen ja Tönnies, wir sind ja hier Fans von Tönnies, wir sind ja hier Schalke-Ultras und wir wollen, dass Clemens Tönnies diesen Betrieb weiterführt und die Fleischindustrie ins 22. Jahrhundert führt. Und darum möchte ich jetzt hier erstmal lobend erwähnen, dass an dem Tag, an dem diese neue Meldung, oh Gott, schon wieder 100 neue Infektionen, also 400 Positiv-Tests bei 500 Getesteten, am selben Tag hat sich das Schleswig-Holstein-Magazin gedacht, ha, wir zeigen mal, wie transparent Tönnies eigentlich ist. Weil wir brauchen uns jetzt nicht mehr mit den Problemen der Ausgebeuteten beschäftigen, die wir ja schon vor, glaube ich, fünf Wochen aufgezeigt haben, also die Wohnsituationen und die Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Das will ich jetzt alles weglassen, aber eine Sache fand ich geil im Schleswig-Holstein-Magazin. Tönnies, die haben ja ihre Subunternehmen, die dann diese Wohnungen vermieten an die Arbeitenden, die die Wohnung dann von denen wieder mieten müssen. Also quasi, die bezahlen die Leute und knöpfen ihnen am Ende des Monats noch Geld ab für die Wohnung. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie so eine Wohnung aussieht. Und Stefan kennt das nicht, Stefan muss das jetzt von einer soziologischen Perspektive beziehungsweise von einem normalen Fernsehzuschauer bewerten. Und Hans, du überlegst mal, ob du, wenn du jetzt der Reporter gewesen wärst, diesen Beitrag auch so gemacht hätte, beziehungsweise diese Situation, jetzt ein Interview führen zu müssen mit einem rumänischen Arbeiter, ob du das auch so gemacht hättest. Begleitet von der Geschäftsführung dürfen wir rein. Eine Dreizimmerwohnung in Flensburg. Hier wohnen fünf Angestellte der Firma Besselmann Service, einem Subunternehmer des Fleischproduzenten Tönnies mit rund 6000 Mitarbeitern. Wir dürfen mit einem der Arbeiter sprechen. Übersetzt werden seine Antworten von einer Besselmann-Mitarbeiterin. Wir fragen ihn nach seinem Namen. Die Antwort? Ich fühle mich hier sicherer und auch mit meinem Arbeitsvertrag. Und auch mit meiner Arbeit. Und auch mit dem Geld. Mir gefällt das Haus. Ich habe alle Konditionen. Ich fand das eigentlich ziemlich gut gelöst von dem Redakteur. Ja, wir haben hier die Frage nach dem Namen gestellt oder er erzählt uns irgendwas, wie gut es ihm geht. Übersetzt von einer Übersetzerin, die Tönnies bezahlt hat. Das war die Transparenz-Offensive von Tönnies mit den Unterbringungen. Hans, hättest du das auch so gemacht? Also das weiß ich nicht. Das war ja im Grunde Produktionsbedingungen, aktuelle Kamera. Oder in manchen bulgarischen oder rumänischen TV-Stationen wird bis in die Gegenwart noch so gearbeitet. Das wurde immerhin deutlich gemacht. Wir durften mit rein und es wurde sehr klar gemacht, wer hier das Heft des Handelns und die Kontrolle der Situation inne hat. So, wenn man sagen will, ja, aber dadurch konnten wir eben mindestens mal gucken, wie es ist und so. Schön, aber eigentlich kann so ein oder darf so ein Stück dann nicht für sich alleine stehen, sondern es muss dann entweder ein B-Stück geben oder mindestens ein Gespräch dazu, was nochmal deutlich macht, dass diese Vorfüllsituation vermutlich nicht repräsentativ ist. Dann vielleicht. Du hast völlig recht und darum will ich diesen Beitrag ja auch hervorheben. Das hat er gemacht, weil das ist natürlich ein Wabank-Spiel von Tönnies. Also das ist natürlich Fake Transparency, weil die haben sich natürlich auch mit den Gewerkschaftern vor Ort unterhalten und glaube ich, eine davon war sogar mit in der Wohnung drin. Wir fragen die Gewerkschaften, wie transparent ist denn das, was uns hier heute gezeigt wird? Immer wenn der Druck besonders hoch ist, dann gibt es auch mal so eine Art Transparenz-Offensive, wo dann auch Menschen die Möglichkeit bekommen, Unterkünfte zu besichtigen. Tatsächlich ist es aber Usus, dass natürlich in diesen Unterkünften vorher Betten geschoben werden, es wird frisch gestrichen etc. Also da passiert vieles, bevor dann Transparenz wirklich stattfinden darf. Ich bin mir relativ sicher, dass die Transparenz eher bei den guten Wohnungen liegt. Das Problem bei den Wohnungen ist, neben der Qualität der Wohnung und der Belegung mit mal zwei, mal drei, vielleicht auch mal vier oder fünf Beschäftigten, ist eher das Problem der Konstrukte mit den Mietverträgen. Denn vor rund zwei Jahren hat die Besselmann Service ein neues Unternehmen gegründet, die Besselmann Immobilien Service. Diese Firma mietet Wohnungen an und untervermietet sie an die Mitarbeiter. Ein so geschaffenes Unternehmenskonstrukt sorgt dafür, dass es sich rechtlich um privat angemieteten Wohnraum handelt und nicht um Werkswohnungen. Und bei privatem Wohnraum haben die Behörden keine Kontrollmöglichkeiten. Ah ja. Geil. Aber dass die Behörden da keine Kontrollmöglichkeiten haben, das war jetzt aber nicht der Grund aus Tönnigs Sicht, so ein Unternehmenskonstrukt zu machen, Stefan. Also da brauchst du jetzt nicht irgendwie dieser kritischen Berichterstattung glauben. Also hör mal zu. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Also aufgrund der Behörden überhaupt nicht, sondern es war einfach rein praktisch zu sehen, weil der Aufwand der Immobilienverwaltung dann doch so immens ist, dass man das nicht einfach in der Betriebsgesellschaft drin hat und als eigenständiges Standbein steht. Also behördlich, da haben wir überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dass es irgendwelche behördlichen Auswirkungen haben könnte. Das befördert natürlich auch Intransparenz. Also so transparent kann das eigentlich gar nicht sein, wenn man Ihnen das zeigt, weil es ist ein Dritter. Das ist ein ganz normaler, so wie Sie und ich, wenn wir untervermieten würden. Ja, also ich will nochmal sagen, sieben Milliarden Umsatz und 16.000 Mitarbeiter, heißt jeder einzelne Mitarbeiter sorgt vor 400.000 Euro Umsatz. Das ist ja wie bei Facebook. Und wir sind hier jenseits von allem. Das ist wirklich unglaublich. Ja, es ist wirklich unglaublich. Aber ihr habt ja gehört, das hat nichts mit den Behörden und den Auflagen und den Gesetzen zu tun. Und Tönnies macht auch keinen Gewinn mit den Wohnungen. Hans, ja, also du guckst ja schon wieder so skeptisch. Hör mal zu. Also das, was die Leute an Miete zahlen müssen, das sind auch die Kosten für Tönnies. Für 300 Euro pro Person können die fünf Mitarbeiter hier wohnen. Zusammen zahlen sie also 1.500 Euro. Die Besselmann Immobilienservice zahlt für die Wohnung 800 Euro plus Nebenkosten. Wenn für ein Bett zwischen 250 und 300 Euro bezahlt werden muss und der Vermieter gehört zum Subunternehmer in welcher Konstruktion auch immer, dann verdient der Subunternehmer an den Leuten noch durch das Wohnen. Also ein großes Geschäft, in dem Sinne ist es momentan nicht einfach. Das kommt auch noch hinzu, weil es auch viel Fluktuation gibt. Dass die Leute kommen, manchmal habe ich Leute vier Wochen in den Wohnungen sitzen, die fangen dann an zu arbeiten und sind dann einfach auf einmal weg, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Aber warum die Mitarbeiter einfach weg sind, ohne auf Wiedersehen zu sagen, obwohl es ihnen in diesen Wohnungen so gut geht, darum ging es bei diesem Transparenztermin heute nicht. Diese unhöflichen Bulgaren gehen, ohne Tschüss zu sagen, nachdem sie die Hefte der Miete nochmal und so doppelt draufgelegt haben. Und ja, da werden Menschen ausgequetscht, deren ganze System ausgequetscht, bis der letzte Cent da auf dem Milliardenkonto von Tönnies landet. Beachtlich. Gut, kommen wir mal zu der Nachrichtensituation. Wir fangen mal mit einem kleinen Quiz an. Ihr müsst beide überlegen, was in diesem Werk, in diesem Fleischwerk in Rieder-Wiedenbrück, oh Gott, Räder-Wiedenbrück in Gütersloh, wie viele Schweine dort pro Tag sterben mussten. Jetzt beginnt wieder die Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Teilnehmer Stefan Schulz. Und der Hans-Jassen-Show. Also ich weiß es. Ich weiß es, deswegen lasse ich Hans vor. Nee, nee, nee. Dann tu so, als ob du es weißt. Nee, ich weiß es, meine ich. Ich muss nicht so tun. Ich würde gerne mal auch von Hans wissen, wie viel er glaubt. Pro Tag? Ja. In dieser Fabrik. Achso, nicht im Konzern? Nee, in dieser Räder-Wiedenbrück-Tönnies-Fabrik. In dieser Ortschaft. Also in Räder-Wiedenbrück. 20.000. 30.000. Überleg mal, wie viele LKWs das sind. Ihr könnt beide Zahlen zusammenlegen. In Räder sind mehr als 650 osteuropäische Arbeiter mit Werkverträgen positiv getestet. Der Betrieb, in dem sonst täglich 46.000 Schweine geschlachtet werden, wurde umgehend geschlossen. Für mindestens 10 Tage steht hier alles still. Die Folgen der wohl nicht beherrschbaren Risiken müssen nun die Schüler und Kinder im Kreis ausbaden. Sämtliche Schulen und Kitas wurden wieder geschlossen. Ich habe Verständnis dafür, dass Eltern da sauer sind. Ist das gerade erst angelaufen? Das ist immer noch ein milderes Mittel, als zu sagen, wir haben hier einen Shutdown im Kreis Gütersloh. Das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen. Ob weitere Maßnahmen nötig sind, wird entschieden, wenn endgültig alle Testergebnisse vorliegen. 46.000, also meine Zahl war 30.000. Ja, die wären jedenfalls alle in LKWs hingefahren. Ja, die teilweise umdrehen mussten, weil sie dann keine mehr abliefern konnten. Ja, die müssen jetzt auch einfach so geschlachtet werden, weil wenn die eine Woche zu alt sind, kann man das Fleisch nicht mehr verwenden. Problematisiere ich gleich noch. Adenauer ist da verwandt mit dem Konrad Hans, weißt du das? Naja. Den Landrat, den wir gerade gehört haben. Ja, Sounds, da könnte ein Enkel sein oder. Ich weiß nicht. Das machen wir jetzt hier mal, warte mal. Landrat, Adenauer, Konrad. Sven Georg oder so hieß er. Adenauer hatte mehrere Söhne, hatte eine reichhaltige Nachkommenschaft. Ist ja nicht so weit von Köln. Ist egal. Gut, egal. Ja, ist egal. Das stimmt. Machen wir weiter. Wie ist denn die Stimmung auf der Straße? Wie die extra am 17. Juni wurde das mal abgefragt? Also die Menschen, die betroffen sind, Eltern, Lehrer und so weiter. Müssen wir durch, das nutzt ja nicht. Wenn wir es da durch den Griff kriegen, alles okay. Als erstes mal gehen uns die Kinder ja durch den Kopf, die ja jetzt erstmal wieder zu Hause bleiben müssen. Ansonsten, ja, muss man, muss man schauen, ob das jetzt alles so Sinn macht. Ich gebe mir einfach nur auf den Keks. Und Tönnies, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Wir haben so viel Missbrauch in der Fleischindustrie gehabt. Wir haben so viele Skandale gehabt. Da gibt es immer irgendjemanden, der Geld verdienen will. Es macht einen betroffen. Man sieht es im Regal nicht, wenn man Fleisch kauft, dass es aus dieser Massenproduktion herkommt. Weil wir sind tatsächlich so gepolt. Billig, günstig, gut. Die Ehrlichkeit wäre ich gut. So sind wir gepolt. Aber woher kommt diese Polung? Ist das unser Medienkonsum? Das ist der fiese Kapitalismus, der sich in unseren Köpfen niedergeschlagen hat. Auch, auch. Dann hören wir mal, was denn die wirklich Betroffenen, nämlich die Eltern, Lehrer und Kinder zum erneuten Shutdown ihrer Schulen und Kindergärten sagen. Haben Sie ein Bauchgefühl, wenn Sie daran denken, dass fast alle Neuinfektionen im Kreis Gütersloh auf den Betrieb von Tönnies zurückgehen? Ja, den sage ich aber besser nicht. Sie sind geladen, ne? Ein bisschen, ja. Auf jeden Fall. Das ärgert mich sehr. Nachbarin Marion Welling war früher selber Lehrerin und ist deutlich weniger diplomatisch. Das haben wir unserem Freund Tönnies zu verdanken. Sie sind sauer auf ihn? Ich bin generell gegen diese ganze Tierhaltung. Ich bin gegen diese Massenschlachtungen und natürlich auch, wie diese Menschen behandelt werden, die für ihn arbeiten. Und das ist jetzt die Folge davon. So sehe ich das jedenfalls. Eine Anspielung auf Massenunterkünfte, in denen viele Arbeiter in Fleischbetrieben leben sollen. Die Schulleiterin der Kartenstroth-Grundschule kommt aus einer Krisensitzung mit ihren Kollegen. Seit Montag lief der Betrieb mit 140 Schülern wieder reibungslos und jetzt, zwei Tage später, nochmal die Vollbremsung. Das macht mich für die Kinder sehr wütend, weil sie haben in den letzten Wochen schon versucht, sich an die Regeln zu halten, haben versucht, das zu verstehen. Wir haben am Montag gesehen, wie toll das funktioniert, auch wenn alle Kinder wieder da sind. Und es macht mich besonders wütend für unsere Viertklässler, denen wir jetzt keinen würdigen Abschied mehr geben können. Nicht gut. Warum? Weil ich da nicht mehr lernen kann. Wir hatten mit unseren Arbeitgebern alles wieder besprochen, dass wir wieder regelmäßig arbeiten können. Die Kinder sind in Betreuung. Ja, und jetzt wieder alles von vorne. Die Kinder können es überhaupt nicht verstehen. Jetzt sind sie ein paar Tage hier gewesen, jetzt bleiben sie wieder zu Hause. Es ist keine Kontinuität. Der Kindergarten hat sich ja sowieso auch verändert. Es ist nicht mehr so wie früher. Die Kinder haben jetzt heute andere Regeln hier. Das ist schon schwierig. Das bringt einfach Unsicherheit in der Entwicklung. Da bricht einfach Halt weg. Ich stelle mir vor, wie Tönnies Schalke-Trikots an die Kinder verteilt. Ja. Sagt euren Eltern mal, dass sie nicht so sauer sein sollen. Es lohnt sich übrigens nochmal hart, aber fair von gestern anzugucken. Niemals. Was ist denn das für ein Satz gewesen? Ja. Bitte was? Okay, erklär. Es lohnt sich wirklich. Und das Niemals ist ähnlich reflektiert wie das immer. Nein, die gestrige Sendung lohnt sich, weil ich meine, das war für die im Grunde ein Heimspiel. Das ist eine WDR-Sendung. Guck es dir an. Ich gucke mal nach. Komm, sag doch, wer da war. Nein, weil Plassberg wirklich zu der Bissigkeit, zu der guten Bissigkeit, die er vor 20 Jahren hatte, da auf einmal zurückgefunden hat. Das war schon eine ziemlich heftige Auseinandersetzung. Auch mit der Firma Tönnies. Also Laumann war da, Christian von Bötticher, KGE und Lauterbach. Ja. Und Michael Bröcker. Na gut. Zu Laumann kommen wir dann gleich noch. Ich fand den Bericht vom WDR sehr interessant. Das habe ich in den Nachrichten, in den Hauptnachrichten ZDFAD nicht gesehen, wie denn so diese PK ablief. Also die PK in Gütersloh, die war zusammen mit dem Landrat. Also das war, wir merken uns am 17. Juni, sind Politik, kommunale Politik und Tönnies noch zusammen aufgetreten. Und das sah dann so aus. Ein ernster Landrat des Kreises Gütersloh. Sven Georg Adenauer ist der Überbringer der ziemlich schlechten Nachrichten. Nicht weit von ihm, ein etwas bedröppelter Unternehmenssprecher der Firma Tönnies. Er weiß natürlich schon, was der Landrat erklären wird. Kein guter Tag für die Schlachtindustrie. Ich habe die Schließung des Schlachtbetriebes verfügt. Die schriftliche Verfügung wird dem Unternehmen heute oder spätestens morgen noch zugestellt. Ich habe ferner verfügt, dass alle Infizierten und alle unmittelbaren Kontaktpersonen in Quarantäne gehen. Diese Schweine sind heute nicht in Reda gestorben, nicht in diesem Tönnies-Schlachthof. Am Mittag war es noch nur ein Gerücht. Neue Corona-Infizierte bei Tönnies? Aber die Viehtransporter verließen den Parkplatz schon unverrichteter Dinge. Hinter den Kulissen wurde der Betrieb schon runtergefahren und die Viehtransporter zu anderen Schlachthöfen geschickt. Auf der Pressekonferenz zeigt der Unternehmenssprecher dann so etwas wie Einsicht. Wir können uns nur für diese Situation entschuldigen. Und dann versucht der Pandemiebeauftragte der Firma, der die Corona-Schutzmaßnahmen wissenschaftlich hat begleiten lassen, zu erklären, wie es passiert ist. Also Pandemiebeauftragte fand ich auch geil. Okay, das ist eine geile Pointe. Das wusste ich noch nicht, dass die sowas jetzt haben. Sorg mal dafür, dass wir eine Pandemie bekommen. Okay, ich kümmere mich. Aber jetzt hört mal zu, wie er das begründet hier. Er schiebt es auf die Reisefreiheit. Die Mitarbeiter aus Osteuropa, die dicht beieinander arbeiten, seien nach Hause gefahren und wurden bei der Rückkehr nicht flächendeckend getestet. Ja, und das war eine aktive Entscheidung. Vielleicht war das jetzt der Fehler, aber jeden in 14 Tagen dann in Quarantäne zu setzen, der nur am Wochenende weg ist, war in der Situation unverhältnismäßig. Denn das ist ja auch ein Freiheitsentzug und den können Sie als Arbeitgeber ja so auch gar nicht machen, jemanden zu sagen, du musst jetzt in Quarantäne. Das geht dann am Ende auch nur in Abstimmung mit der Behörde, weil da haben Sie auch nichts von, wenn dann eine Person zurückkommt, die dann vielleicht im Stadtkern rumläuft und infektiös ist. Ach, der große Gott. Nee, das geht ja nicht, das ist das Freiheitsentzug. Warte mal, wir haben drei Monate hier Corona und so gemacht und es ist, ach so. Ja, finde ich auch ein gutes Ding. So insgesamt alle 1500 Corona-Infektionen wurden mitgebracht, eingeschleppt. Ja, es gab keine Infektion auf dem Werksgelände. Okay, gute Erklärung, Herr Pandemiebeauftragter. Hören wir mal, was ist der Gesundheitsminister Laumann dazu wieder, also seine Replik? Jeder Schlachthof hat ein Hygienekonzept und das wird auch kontrolliert, dass es eingehalten wird, dass die Menschen, die wieder nach Hause waren, so sagte es jetzt der Schlachthof, von zu Hause die Infektion mitgebracht haben. Wenn natürlich das RKI entscheidet, dass es keine Risikogebiete mehr gibt. Im Übrigen will ich auch mal darauf hinweisen, dass das Infektionsrisiko in den Ländern, wo diese Menschen zu Hause sind, nicht höher ist wie bei uns in Deutschland. Wenn man also keine Risikogebiete mehr ausweist, gibt es auch keine rechtliche Grundlage mehr, als Staat hierfür zu testen. Und ich sage hier ganz klar, ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn jetzt ein Unternehmen hierfür die Verantwortung zum Staat schiebt. Aber sie probieren es. Dann dachte ich ja, der Landrat hatte verfügt, dass das Ding zu ist. 17. Juni, Mittwoch. Also habe ich verstanden, das Ding ist zu und da arbeitet auch niemand mehr. Denkste. Im Moment hinter mir, der Parkplatz ist tatsächlich nicht mehr so gut besucht, weil viele Mitarbeiter aus der Verwaltung, das ist der Verwaltungsparkplatz, nach Hause gefahren sind. Aber da hinten in diesem großen Kasten, sage ich mal, das ist die Produktion, da herrscht Hochbetrieb. Da haben wir vorhin noch beobachtet, wie mehrere hundert Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ganz normal zur Schicht gekommen sind. Das liegt daran, dass sie jetzt noch Aufträge abarbeiten müssen, denn bis heute Morgen sind noch Schweine hier angeliefert worden, bis es einen Annahmestopp gab und die Schweine dann auf andere Schlachthöfe umverteilt wurden. Und die Schweine, die bis dahin dann hier getötet wurden und zerlegt wurden, diese Ware muss noch abgearbeitet werden. Und das ist ziemlich viel, sagte mir ein Konzernsprecher, was hier in den Kühlhäusern liegt. Und das kann noch bis zu zwei Tage dauern. Also ist hier auch noch normaler, in Anführungsstrichen, normaler Betrieb bei Tönnies. Ja, also ging doch weiter. Am nächsten Morgen, ZDF-Morgenmagazin, ich stehe ja schon um sechs Uhr morgens mal auf, damit ich voll informiert bin, wurde das vermeldet. Ja, die Situation ist so, dass hier hinter mir tatsächlich die Schranke unten ist, die, es ist alles geschlossen. Es wurden in der Nacht nur noch die letzten Tiere verarbeitet, die tatsächlich noch angeliefert worden waren und jetzt steht hier alles still. Okay, das war also Donnerstag. Im ZDF wurde morgens vermeldet, da steht alles still. Wir hören mal nachmittags in die ARD-Sendung Brisant rein. Trotz des Corona-Ausbruchs wird bei Tönnies erst einmal weiter gearbeitet. Das Fleisch, das sich in der Kühlung befindet, soll noch bis zum Wochenende verarbeitet werden. Ist ein bisschen komisch, Hans, ne? ZDF vermeldet, ist alles zu? Ja. Vielleicht haben sie noch eine verborgene Kühlkammer gefunden. Oh, hier liegen ja auch noch 30.000 Schweine rum, ne? Das kennt man von den Pharaonengräbern in den Pyramiden. Was sagen denn die Gewerkschaften? Haben die denn Ideen, was man jetzt besser machen könnte? Wären die Löhne höher, dann gäbe es vermutlich auch eine deutlich geringere Ansteckungsgefahr. Dann bräuchten wir keine Saisonkräfte aus dem Ausland einfliegen. Das heißt, wir hätten hier Stammarbeitnehmer, die sich hier eine Wohnung leisten können, die ihre Familie hier ernähren können. Und dann wäre das Thema Massenunterkünfte, ob auf Baustellen, ob in der Landwirtschaft oder in der Fleischindustrie erledigt. Der Hauptfehler ist, dass wir 90 Prozent, bis zu 90 Prozent der Beschäftigten im Rahmen von Werkverträgen und Leiharbeit dort beschäftigt haben und den minimalsten Anteil in eigenen Kräften. Und das wird dazu genutzt, um sich von jeder sozialen Verantwortung zu entbinden und damit letztendlich die Kolleginnen und Kollegen auszubeuten. Ja. So ist es. Das ist der Kern der unternehmerischen Tätigkeit, diese Schweine auseinanderzuschneiden. Das mit Werkverträgen zu machen, ist doch absurd. Ja. Tönnies hat sich dann nochmal gedacht, einen Tag später. Wir erklären nochmal dem Hans Hessen und dem Stefan Schulz, warum es dann überhaupt zu Infektionen kommen konnte, aus Ihrer Sicht. In dem Betrieb hat sich das dann durch unsere klimatischen Bedingungen, durch herbstliche Atmosphäre, 5 bis 12 Grad, natürlich schneller verbreitet. Und hier ist es nicht gelungen, die Verbreitung sehr, sehr schnell zu unterbrechen. Sehr auffällig ist, dass ganz viele Mitarbeiter nahezu keine Symptome haben. Also wurde es jetzt eingeschleppt oder hat es sich dort durch herbstliche Arbeitsbedingungen verbreitet? Das habe ich jetzt bei ihm, das ist doch der gleiche, der vorher noch meinte. Es wurde eingeschleppt und weil es so schön herbstlich dort ist, konnte es sich so gut verbreiten. Ja, allerdings der Punkt, wie ist denn der Krankheitsstand jetzt, nicht der Infektionsstand, sondern, also ich weiß, 5 sind wohl auf der Intensivstation. Weiß man irgendwas drüber? Kam irgendwas in den Nachrichten dazu? Nix, nix aufgefallen. Kann sein, dass ich noch aktuelle Zahlen habe, aber so 80% Infektionsgeschehen passt schon. Und ein Tag später, 19. Juni, Freitag, war auf einmal die Bundeswehr auch da. Bundeswehr ist in Reda-Wiedenbrück eingetroffen. Die Soldaten sollen dabei helfen, die tausende Mitarbeiter von Tenjes auf Corona zu testen. Ah, ich dachte, die sollten die Schweine schlachten. Eine Halle soll dafür freigeräumt und die Mitarbeiter durch einen Testparcours geschickt werden. Wir haben insgesamt 25 Soldaten hier vor Ort. Davon sind 13 Sanitätssoldaten, also Soldaten mit einer medizinischen Ausbildung. Das sind diejenigen, die auch die Abstriche vornehmen werden und zwölf Soldaten, die die dazugehörige Dokumentation machen werden. Da muss ich das mal vorstellen, diese Nachrichtenwoche. Der eine, 26 Jahre alt, macht irgendwie hier Urlaub auf Halligalli und so und plötzlich stellt sich raus, ja, zu dem Fehlverhalten gibt es jetzt eine aktuelle Stunde im Bundestag. Und dann kommt so ein Unternehmer, der dann auch im Gespräch mitteilt, was seinen Kumpels irgendwie, ja, dann habe ich da diesen unternehmerischen Fehler gemacht und dann musste die Bundeswehr kommen. Also es sind mittlerweile auch immer so Entwicklungen, die da drin stecken, die auch so ein bisschen lustig sind, finde ich. Wenn es nicht so traurig und ernst wäre. Ich weiß. Ich fand gerade im traurigen Sinne lustig, dass sie das Testparcours nennen. Also müssen die Mitarbeiter dann noch ein paar Hindernisse überspringen und so weiter. Ja, aber da muss ich auch ehrlich sagen, die sind ja jetzt sehr froh, dass sie diese Tests schon am Montag und nicht erst am Donnerstag wie geplant abgeschlossen haben. Warum reden die überhaupt einen Lockdown in der Region Gütersloh? Die könnten doch, also machen sie auch, dass sie jetzt sagen, alle, die es freiwillig wollen, können sich jetzt testen lassen. Warum man da wenig zuhört? Wir haben in Deutschland pro Woche mehr als eine Million ungenutzte Testkapazitäten. Man könnte also diesen Ort da jetzt flächendeckend, nicht nur Stichproben mäßig, sondern klar, Freiwilligkeit, aber komplett durchscreenen und dann auch wirklich mal Infektionsgeschehen. Ist ja auch immer eine Chance für Wissenschaftler. Ja, jetzt hat man mal wieder so einen Ausbruch, das einfach nutzen. Aber da habe ich wenig bis gar nichts zu gehört. Stefan, kannst du in einem Satz sagen, was Quarantäne bedeutet, wenn du weißt, dass jemand in deinem Umfeld infiziert ist und du in Quarantäne gehen sollst? Was heißt das? Die Tür ist zu und die Tür bleibt zu. Gut, jetzt hören wir mal, was bei Tönnies Quarantäne bedeutet. 7.000 Menschen befinden sich inzwischen in Quarantäne. Das bedeutet aber offensichtlich nicht, dass sie sich komplett isolieren müssen. Mit den Gesundheitsbehörden sei eine entsprechende Strategie abgesprochen worden, erklärt Tönnies. Wir haben ja aktuell eine Arbeitsquarantäne, bis die Pufferbestände abgebaut sind. Das heißt, die Mitarbeiter in der Produktion dürfen zwischen Arbeitsort und Wohnstätte pendeln. Sie dürfen nicht woanders hingehen. Sie dürfen nicht in den Supermarkt oder in die Kneipe gehen. In diesen beiden Wegen dürfen sie aber sich bewegen. In ihrem Privat-Pkw genauso auch in unseren Transporten. Ja, das ist keine Quarantäne, Leute. Was ist denn das für ein Scheißbitte? Ja. Was ist denn das? Okay, ich habe kein Verständnis. Das heißt ja auch Arbeitskarantäne. Das ist nur eine Arbeitshypothese. Weißt du, wir machen eine Arbeitsquarantäne. Ja. Der Pufferbestand, Hans, der Pufferbestand muss abgearbeitet werden. Die 30.000 Schweine dann auch. Weißt du, die schulen einfach zu. Und dort so ein Theater. Ja, klar gehen die noch zur Arbeit. Ja, klar verliehen die noch mit dem Auto rum und so. Mhm. Na gut. Jetzt wissen wir ja, es gibt ja Regelungen, auf die sich die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin geeinigt haben. Nämlich, wenn es ein Infektionsgeschehen von 50 Neuinfektionen pro Woche in einem Landkreis mit 100.000 Einwohnern gibt, dann passiert was, Hans? Ein Wort. Quarantäne. Ja, oder Lockdown. Aufstandsregeln und sowas, sagen wir mal. Sieht das aus soft. Wenn mehr als 50 neue Fälle pro Woche auf 100.000 Einwohner in einem Landkreis stattfinden, dann kommt es wieder zu einer Lockdown-Situation, dann werden wieder Maßnahmen ergriffen. Das macht man jetzt einfach nicht. Es wird einfach nur bei den Kindern ausgerechnet, also, sagen wir mal, wieder durchgegriffen. Aber sonst verändert sich so gut wie nichts. Und das Wert wird auch noch weiter betrieben. Tja, also ich war auf dem Stand, dass das automatisch passiert. Und selbst die Bundesregierung konnte gestern uns nicht erklären, Hans, warum das nicht passiert. Ja, sie haben dann ja ein bisschen rumgeeiert und gesagt, ja, da wird dann eben, im Grunde habe ich gesagt, da wird besonders genau hingeguckt und wird geprüft, ob man das jetzt machen müsse. Aber es ist kein automatisches Dichtmachen, weil es ja, das mussten wir dann sagen, dass wir es auch erst nachträglich so richtig kapiert haben, dass dann immer gucken wir, ja, jetzt muss man mal gucken, in welcher Situation diese 50 und mehr Fälle anfangen. Und wenn das etwas ist, was man sozusagen wieder eindeutig lokal lokalisieren und identifizieren kann, dann ist das natürlich was anderes, als wenn du 50 verbreitete Einzelfälle hast. Das war sozusagen dann der Ausweg für Helden, der in Merkels Notbremse mit eingebaut wurde. Streeck hat immer darauf hingewiesen, man muss auch den K-Faktor, den Cluster mit betrachten und wir haben, es ist nicht mehr März, wir haben Masken, wir haben die App, wir haben ausreichend Tests. Ja, einfach jetzt pauschal Lockdown, finde ich auch ein bisschen übertrieben. Man kann das jetzt auch beobachten. Auch wenn der Wirr hat ein paar, irgendwie vor zwei Wochen oder so gesagt, ja, der Shutdown war übertrieben, dabei hat er drei Wochen vorher bei uns gesagt, war genau richtig. Ne, jetzt hat er jetzt auch gesagt, dass es genau richtig war. Er sagt, nur rückblickend kann man jetzt daraus lernen für die Zukunft. Im März, April alles genau richtig. Aber, und das kann man ja durchaus mal sagen, vielleicht haben wir es ja wirklich übertrieben, kann man ja im Nachbarn, ohne dass man sagt, rückblickend ein Fehler, nur dass man sagt, zu viel Effekt, zu viel Wirkung. Auf anderen Gebieten natürlich auch. Ich weiß, dass Stefan dieses Video jetzt kennt. Ich weiß nicht, ob Hans das kennt und vielleicht müsste das unseren HörerInnen auch nochmal erzählen, was er gesehen hat. Währenddessen gibt es eine intensive Diskussion um ein Video, das in der Kantine von Tönnies aufgenommen wurde. Von Abstandsregeln keine Spur. Zunächst hieß es, das Video stammt aus dem April. Nun sagt das Unternehmen, es sei Ende März entstanden. Schon zu diesem Zeitpunkt habe man aber andere Maßnahmen ergriffen. Ende März, als Corona schon im vollen Gange war. Was hast du da gesehen, Hans? Naja, einen gekachelten Kantinenraum, wo Menschen sehr eng an eng beim Essen saßen. Ich würde sagen, ein Quadratmeter pro Person, oder? Ja, weniger. Unfassbar, als ich die Bilder gesehen habe. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Stefan vorhin schon ein bisschen angeklungen hat. Was ist denn eigentlich mit den Schweinen, die von den Schweineproduzenten, also den Bauern, zu Tönnies geliefert werden, wenn da jetzt Shutdown ist? Was passiert mit denen? Gibt es da Klagen? Der Schlachthof steht still. Eine Katastrophe für die Bauern im Umland. Sie können ihre Tiere nicht anliefern. Jeden Tag werden die Ställe voller. Wenn die Tiere immer weniger Platz haben und wir kriegen, wie gesagt, in der nächsten Woche wahrscheinlich wieder ansteigende Temperaturen, dann wird das ein Problem werden. Die armen Schweine. Hans, glaubst du, dass das Tönnies-Fleisch, was jetzt während dieser Maßnahmen noch hergestellt werden muss, weißt du, die Pufferbestände müssen erstmal abgearbeitet werden, glaubst du, dass das in den Handel kommt? Ja. Stefan? Warum nicht? Also das Fleisch wird in den Handel kommen. Das wurde mir hier von der Konzernspitze noch einmal gesagt. Es wird ja alles hier noch verarbeitet. Alles das, was angeliefert wurde, bis es hier einen Schlachtstopp gab. Ja, wie bedenklich ist das? Experten sagen, man könne dieses Fleisch verzehren. Es sei noch nicht überwiesen, dass das Coronavirus von Nahrungsmitteln auf dem Mensch beispielsweise überspringen könne. Aber am Ende muss das, glaube ich, am besten jeder für sich selbst entscheiden. Ich dachte, in Europa haben wir so ein bisschen das Vorsorgeprinzip, dass man zur Sicherheit sagt, naja, wenn wir es nicht wissen, lassen wir es mal sein. Aber es ist ja wirklich die allgemeine wissenschaftliche Erkenntnis, dass das nicht überspringt. Trotzdem sollte keiner Tönnies-Fleisch kaufen, Leute. Kommen wir mal zu den Menschen, die jetzt in sogenannter Tönnies-Quarantäne leben, weil auch die Behörden haben damit festgestellt, also das, was Tönnies uns als Quarantäne verkauft, ist ja gar keine Quarantäne. Und wenn die jetzt zwei Wochen eingesperrt sein sollen, dann sagen sich manche RumänInnen und PolInnen und BulgarInnen, dann können wir gleich nach Hause fahren oder feiern gehen. Viele der Leiharbeiter haben inzwischen den eigentlich verbotenen Heimweg angetreten. Der Werler Bürgermeister Michael Esken lässt die Quarantäne-Unterkünfte deshalb von einem Wachdienst überprüfen. Da werden Menschen, die infiziert sind, durch ganz Europa geschickt. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was da alles passieren kann. Wir haben hier zeitnah gehandelt. Ich hoffe, dass es nicht zu spät war. Denn wir haben selbst hier beobachtet, dass sich offensichtlich viele nicht daran halten, dass sie an einem Freitagabend wie heute hier, so hat es den Anschein, in ein Partywochenende starten wollen. Wir haben auch beobachtet am Nachmittag, dass viele von diesen Mitarbeitern einfach in die Stadt gegangen sind, obwohl sie ja unter Quarantäne sind und einkaufen waren in einem Discounter. Wir appellieren an alle, diese Quarantäne auch einzuhalten. Und wenn sie nicht eingehalten wird, werden wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln diese Quarantäne durchsetzen. Jetzt kommen wir zu diesen Bildern, wo manche Nazis, glaube ich, sagen, ja, genau so soll es sein. Ausländer einsperren und zwar mit Polizeischutz und so weiter. Verl in Westfalen am Abend. Mit Bauzäunen werden Wohnhäuser und Straßenzüge abgeriegelt. Hier wohnen vor allem Menschen aus Osteuropa, die im Tönnieswerk arbeiten. Jetzt sind sie in Quarantäne festgesetzt. Unser Einsatzauftrag von der Stadt war oder ist im Aufe des Tages noch heute die Leute zu versorgen. Da werden wir Lebensmittel zusammenpacken, die wir besorgt haben für circa zwei Tage, also bis das Wochenende überstanden ist. Es ist heute sommerlich heiß in den Billigwohnungen in Verl und trotzdem können sie höchstens vor die Tür kommen. Rund 7000 Tönnies-Mitarbeiter sitzen in Quarantäne, hinter Bauzäunen, inzwischen überwacht von Ordnungsämtern und Polizei. Die Behörden besuchen Tönnies Mitarbeitende zu Hause, erklären mit Dolmetschern, warum die Quarantäne nötig ist, wie die Versorgung mit Lebensmitteln geregelt wird und zum Beispiel, dass notwendige medizinische Behandlungen kostenlos sind. Die Verunsicherung der Menschen aus Rumänien, Bulgarien und Polen scheint groß. Und auf der anderen Seite ist es natürlich richtig, dass sie zur Quarantäne quasi gebracht werden, weil sie würden ja auch Menschen anstecken, wenn sie nach Hause fahren und so weiter und so fort. Aber die Bilder sind schon krass. Man kann Quarantäne auch ein bisschen angenehmer gestalten. Genau. Ich habe unserem Gast gesagt, wir sind fünf Minuten später dran. Jetzt können wir das noch beenden. Kommen wir mal zum Punkt Auseinandersetzen zwischen Gütersloh und Tönnies. Wir haben ja am 17. Juni noch gemeinsame PKs erlebt. Das hat sich dann drei Tage später spätestens aufgelöst. Mehr als die Hälfte der 6.500 Mitarbeiter haben den Corona-Test schon hinter sich. Bei 1029 von ihnen war das Ergebnis positiv. Jetzt gehen wir im Moment mit sogenannten mobilen Teams im Kreis Gütersloh vor und besuchen diese Wohnungen. Wir schauen uns die Wohnverhältnisse an. Wir machen Abstriche. Die Kritik wächst. Das Unternehmen habe den Behörden unvollständige Adresslisten der Belegschaft ausgehändigt, so der Krisenstabsleiter. Deshalb hätten sich Mitarbeiter der Kreisverwaltung und des Arbeitsschutzes in der vergangenen Nacht selbst Personalakten vom Werksgelände geholt. Wenn man so lange auf die Grundlagen warten muss, die wichtig sind, um ein Virus einzudämmen, dann ist das Vertrauen am Ende eines solchen Prozesses auf Null. Die Unternehmensführung verteidigt sich. Aus Datenschutzgründen sei es auch bei den Subunternehmen zu Verzögerungen gekommen. Wir haben datenschutzrechtliche Probleme. Eigentlich dürfen wir diese Adressen nicht haben. Da wirkt der Datenschutz und auch das Werkvertragsrecht gibt uns eigentlich nicht das Recht, diese Daten bzw. die Wohnadressen zu haben. Die Dienstleister haben nicht alle mitgespielt, haben sich dahinter verschanzt. Dann haben wir Druck aufgebaut, haben die Behörde um Hilfe gebeten und gesagt, gebt uns eine Verordnung oder eine Anordnung, damit wir Druck aufbauen können. Dazu will ich mal was sagen. Wenn Tönnies sagt, wir haben aus datenschutzrechtlichen Gründen, dürfen wir diese Daten nicht haben. Im Kern der unternehmerischen Tätigkeit sind in Deutschland eigentlich sozialversicherungspflichtige Menschen anzustellen, über die auch eine verpflichtend zu führende Personalakte angelegt werden muss. Und zwar genau eine. Das ist ja eine große Herausforderung im digitalen Zeitalter, dass es dann plötzlich mehrere gibt usw. Aber das Personalbüro muss zu jedem Mitarbeiter genau eine Personalakte führen, in der beispielsweise auch die Adresse mitgeführt wird. Das kann man natürlich umgehen, indem man sagt, Personalkosten, das ist doch scheiße. Können wir das nicht als Sachkosten abrechnen? Beauftragst du so einen Werksunternehmer, der holt dir dann die Werksverträge daran. Und dann hast du die plötzlich, dann hast du deine Stammbelegschaft, die den Kern deiner unternehmerischen Tätigkeiten macht, plötzlich als Sachleistung abgerechnet, mit einem Posten in deiner Bilanz und nicht hier monatliche Gehaltszahlungen nachweist, dass du sozialversicherungspflichtig usw. vorgegangen bist. Und wenn er jetzt sagt, wir dürfen die gar nicht haben, nein, es war sein Ziel als Hardcore-Kapitalist, diese Akten nicht haben zu müssen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was er behauptet hat. Also es ist eine ganz richtige Schweinerei-Lüge, die man von ihm da in dieser Drucksituation noch bekommen hat. Das ist genau das Gegenteil von Ehrlichkeit, von Mithelfen, das Problem zu beseitigen usw. Für dieses Statement gehört er ökonomisch geköpft. Ich würde all sein Vermögen jetzt mit in Verantwortung nehmen, um diese soziale Lage da aufzulösen. Alle Kosten müssen jetzt Tönnies da in Rechnung gestellt werden. Der hat sich jetzt auch noch so als Aufklärer gegeben, beziehungsweise hat er dafür gekämpft, dass die freigegeben werden. Dabei hat die Behörde ja vorhin gesagt, wir sind da mit behördlicher Anordnung und Polizei reingegangen und haben uns das geholt, nachdem sie es so getan haben, als ob sie das nicht rausgeben dürfen. Dann hat er das gerade auf die Subunternehmer geschoben. Ja, also wir haben da nur, ne? Das ist im Großen und auf der ökonomischen Ebene die gleiche Argumentationsstrategie, die wir vorhin im Kleinen bei Amto erlebt haben. Jemanden, der etwas schuldhaft verursacht hat, stellt sich selber auf einmal dar als der Aufklärer und derjenige, dem man dankbar dafür sein muss, dass er einen Missstand beseitigt. Laumann, Gesundheitsminister von der CDU in NRW, hat aber genug, Hans. Das Tischtuch zwischen ihm und dem Gesundheitsminister wohl zerschnitten. Wo der Mindestlohn zur Debatte stand, da hat die Fleischindustrie und der Führer von Tönsitz gesagt, mach keinen Mindestlohn, wir machen eine freiwillige Vereinbarung. Dann kam der Mindestlohn. Dann mussten wir feststellen, dass auf einmal die Leute ihre Werkzeuge selber bezahlen müssen. Und jetzt stehen wir vor dem nächsten Schritt. Und jetzt gibt es eben keine Zwischenschnitte mehr. Meine Meinung in dieser Frage ist abgeschlossen. Mit der Fleischwirtschaft kann es keine freiwilligen Vereinbarungen geben. Es muss klare gesetzliche Regelungen geben, die in ganz Deutschland gelten. Ja, Laumann hat die Schnauze voll. Zum Schluss. Ja, wirklich. Warte, der hat auch wirklich resigniert. Ich habe es vorhin, als in Deutschlandfunk gehört, so ein kleiner O-Ton von ihm. Ich habe mich abgewöhnt, das muss ich Ihnen ganz offen sagen, über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, mich noch zu ärgern. Ich weiß schon lange, wie sie sind. Einfach aufgegeben. Politisch aufgegeben, ja. Ich weiß schon lange, wie es da läuft. Ich habe mir das abgewöhnt, mich darüber aufzuregen, wie es da läuft. Unglaublich. Zum Schluss habe ich noch mal einen Vater gefeatured, der einen Brief an Tündis geschrieben hat. Lutz Baumhöfner muss sich wieder zwei Tage Urlaub in der Woche nehmen, weil er sich um seinen siebenjährigen Sohn kümmern muss. Das hat mich so geärgert, dass ich gesagt habe, nee, also das Geld, was ich dann jetzt dann letztendlich verliere, bedingt dadurch, dass ich Sonderurlaub nehmen muss, das möchte ich ganz gerne von einem Unternehmen wieder haben. Das ist zwar dann wirklich nur symbolisch gedacht, aber es war die Wut auf dieses Unternehmen und die habe ich dann einfach da mal zu Papier gebracht. Lass mich noch einen kleinen Abschlussclip von Tönnies. Ein Zitat müssen wir uns hier noch anhören, denn es ist unglaublich. Ich lasse es mal hier durchlaufen. Wir hören uns das mal an. Beziehungsweise die Wohnadressen zu haben. So, jetzt. Wir werden diese Branche verändern. Das steht fest. Das ist auch nicht nur eine Erkenntnis dieser Pandemie, sondern auch eine Erkenntnis, die ich schon länger habe. Wieder ist genau das Gegenteil wahr. Selbst Corona, nach drei Monaten Corona-Stress, kam es noch zu diesem Ausbruch. Und es ist genau das Gegenteil von dem, was er sagt. Er denkt nicht seit ewig darüber nach, das zu ändern, sondern von den 400.000 Umsatz pro Mitarbeiter hat er sich 99 Prozent oder was weiß ich wie viel, kann gerne berichtigt werden für ihn, die sich da auskennt, in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und er hat nicht darüber nachgedacht, sondern selbst bei Corona, nach drei Monaten Corona, wollte er dieses System noch aufrechterhalten. Und jetzt ist es ihm sozusagen im Gesicht explodiert. Und ich hoffe einfach nur, dass es richtig, richtig teuer für ihn wird. Dass alle Zahlungen, die er jetzt, alle Profite, die er eingestrichen hat, die eigentlich die der anderen sind, dass das alles als nachträgliche Kosten, als großer Schuldenwerk auch für ihn abzutragen ist. Weil das sind die Kosten. Aber auf eine perverse Weise hat er natürlich recht. Nur, er hat die Branche erst mal verändert. Der Mess, in dem er da jetzt steckt, und wo er jetzt wiederum das gleiche Muster versucht, sich als den weißen Ritter den Ritter zu inszenieren, das ist sein Werk. Das wäre so, als ob Amthor sagen würde, ich bin jetzt dafür, das Lobbyregister einzuführen, ich werde es schreiben, und ich werde jetzt der offizielle Korruptionsbekämpfer der CDU und der ganzen gesamten Deutschlands. Also die Veränderung, die er jetzt großartig ankündigt, ist, wenn es gut geht, eine Behebung der Veränderungen, die er selber erst mal bewirkt hat. Und das soll er den Rest seines Lebens wieder gerade biegen, was er hier angerichtet hat. Gut. Themenwechsel. Stefan, ich habe eine Festnetznummer. Ich höre nichts bei mir. Er hört uns auch. Hallo? Hallo, Herr Bär, hier ist Thilo Jung. Ich stelle Ihnen noch mal ganz kurz die Co-Hosts vor. Zum einen Stefan Schulz, mit dem ich einen Podcast mache. Hallo, guten Tag, Herr Bär. Hallo, Herr Schulz, guten Tag. Er ist Soziologe, Bielefelder Schule. Und Hans Jessen war früher langjähriger ARD-Redakteur im Hauptstadtstudio und ist mittlerweile pensioniert. und unsere, ja, wie soll ich sagen? In your host. Unser altgedienter... Unsere gute Seele. Ja, hallo. Okay, hallo, Herr Jessen. Kannst du uns noch mal sagen, wie viel Zeitung maximal jetzt hast? Wir hatten ja eine halbe Stunde abgesprochen. Ja, bleibt so. Also 40 Minuten geht auch. Okay. Also sagen wir mal, um drei reiß ich das Kabel aus der Leitung. Kein Problem. Wir erreichen dich in Hamburg, richtig? Ja, genau. Ich war eben noch mal verzweifelterweise bei Saturn Hansa, weil ich heute Abend so ein Gespräch mit dem Badischen Rundfunk habe und die wollen irgendwas mit der Software, mit der Gesprächssoftware machen. Da brauchen wir aber ein Headset. Und ich habe bei meinem MacBook überhaupt keinen Stecker mehr. Jetzt musste ich... Natürlich, wie es dann immer kommt, dann steckt man im Verkehr fest. Und dann läuft alles schief. Aber wir haben uns gut getroffen und es ist prima. Jetzt haben wir auch Zeit. Jetzt bin ich auch wieder bei Atem. Sehr gut. Das ist unglaublich mit diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn wir Gäste ein bisschen präsenter und mit Vorlauf, dann schicken wir den Mikrofon. Haben Sie keins zugeschickt bekommen? Nee. Echt? Das ist unglaublich. Ein Mikrofon geschickt? Na klar. Und das kann man sich dann behalten, oder muss man das zurückschicken? Wir verschenken immer alle Mikros an die Gäste, weil die dann gleich für spätere Einsätze gut ausgerüstet sind. Wenn wir nicht so kurzfristig sind wie bei Ihnen, dann machen wir es einfach per Telefon. Ja, ich will noch ein Interview machen mit Ihnen später. Ja, wenn der Termin vier Tage im Voraus liegt, kriegen Sie auf jeden Fall ein Mikrofon zugeschickt. Okay. Das muss in die Sendung schon. Das muss in die Sendung, Stefan. Okay, dann können wir jetzt anfangen. Den Gag können wir machen. Raphael, wir fangen an, ja? Gut, wir schalten jetzt nach Hamburg zum Polizisten Raphael Bär, der mir aufgefallen ist, nachdem er am Sonntag bei Spiegel Online einen Gastbeitrag veröffentlicht hat namens Die Einzelfalle. Er kann uns gleich mal erklären, ob er sich diese sensationelle Überschrift auch ausgedacht hat. Aber Raphael, es geht bei dir um Gewalt und Rassismus innerhalb der Polizei. Und du vergleichst das so ein bisschen, die Polizei mit der Kirche. Kannst du uns mal ganz kurz deine These erklären? Ja, also sehr gerne. Ich muss dazu sagen, erst diesen ganz kleinen Fehler müssen wir korrigieren, sonst kriege ich wieder Druck von den Polizeigewerkschaften. Ich bin kein Polizist mehr. Also ich war in meinem früheren Leben einer, aber ich bin jetzt ordentlicher oder weniger ordentlicher, Professor an der Hochschule der Polizei. Ich bin also nicht mehr einer der Jungs und Mädels, die innerhalb der Polizei sind. Da legen die Leute großen Wert drauf. Ich bin schon mal angemacht worden, dass ich da irgendwie noch Bock hätte, Polizist zu sein. Ja, ist ja hiermit jetzt klargestellt. Alles klar. Okay, also die These lautet tatsächlich, ich wunderte mich, oder ich sage einen Satz davor, ich wunderte mich, dass schon unsere jungen Leute, die noch gar keine Polizeipraxis haben, relativ schnell anfangen, Stereotype zu übernehmen, die sie von Älteren übernommen haben. Zum Beispiel das Wort linke Zecke. Ja, das kommt im Ethikunterricht oder im Soziologieunterricht schon mal so zwischen der Tischkante durch. Das sind ja die linken Zecken, das ist ja klar, was mit denen los ist. Und das wunderte mich und wurmte mich auch ein bisschen, weil ich mir dachte, woher haben sie diesen Hass auf die Leute und diese Abwertung auch, die damit verbunden ist. Dann habe ich mich angefangen, mit diesen Themen zu beschäftigen, auch Rassismus und so weiter. Und ich bin darauf gekommen, dass es nicht etwa böse Menschen sind, sondern, dass es insgesamt, dass sie erzürnt sind darüber, dass die Gruppen, um die es da geht, nicht anerkennen, dass sie sich so Mühe geben, zu den Guten zu gehören. Dass sie so bemüht sind, das Gute zu tun. Und dass sie so viel Anstrengung unternehmen, die Gewalt, die sie ausüben, auch so auszuüben, dass sie gut ist. Also dieses, wir sind die Guten, ist sozusagen eine Grundsätze der Polizistenkultur. Und das wird in der Gesellschaft, in den Klientenbeziehungen oftmals nicht gesehen. Und dann werden die böse. Dann erzürnen sie sich und werden richtiggehend echauffiert und werten die anderen dann ab. Und so kommen Abwertungen zustande. Und dann habe ich mich mit dem Bösen beschäftigt. Und da war ich dann eine Weile am Suchen. Und plötzlich las ich einen Artikel von Bischof Heiner Wilmer aus Hildesheim. Und der erzählte plötzlich, das Böse gehört zur DNA der Kirche. Wir müssen uns damit zurechtfinden, dass der Missbrauch von Macht zum Beispiel zur Struktur der Kirche gehört. Da habe ich gedacht, aha, das ist ganz ähnlich wie bei der Polizei. Auch da geht es ja um Gewalt, um Machtgebrauch, aber auch Machtmissbrauch. Und dann ist mir eine Parallele entstanden. Ich bin ja katholisch sozialisiert. Und ich kann mich noch sehr gut an meine erste Kinderbeichte erinnern, wo wir dann in diesen Beischschuh gegangen sind. Und da saß dieser Pfarrer uns gegenüber und musste sich die Sünden anhören. Und da ist mir das eingefallen, dass die Kirche eigentlich so eine hochmoralische Organisation ist, dass sie sich mit dem Bösen, also mit der Sünde sozusagen, nicht nur, sie sollen nicht verfern bleiben, sondern sie muss sich damit in Verbindung setzen. Muss mit den Sündern und Sünderinnen und der Sünde zu tun haben. Oder denkt an diese Bilder, die wir kennen aus dem Mittelalter oder später aus der Inquisition. Da sieht man Bilder, wo die Priester oder die Menschen da in Gewändern mit starren Gesichtern schauen und einer wird gepeinigt, gefoltert, erschlagen, sonst irgendwas. Da dachte ich mir, aber was geht denn in den Leuten vor, wenn die das sehen? Was brauchen die für ein ethisches Gerüst, um da nicht in den Lustrausch zu verfallen? Machen die das gerne? Oder so. Und hört der Priester die Beichte vielleicht gerne? Was denkt er sich dabei, wenn es um das sechste Gebot geht, Schamhaftigkeit und Keuschheit? Na ja, das war sozusagen dieser kirchliche Aspekt. Da habe ich gesagt, nein, die Kirche braucht, um das auszuhalten, ein hoch differenziertes moralisches und ethisches Gerüst regeln. Zehn Gebote, was auch immer. Die verhindern, dass man in die andere Seite übergeht, ins andere Lager sozusagen. Und bei der Polizei ist es genauso. Sie brauchen, um das zu tun, was eigentlich verboten ist, nämlich Gewalt anwenden. Gewalt ist ja auf der phänomenologischen Ebene, tut einfach weh. Egal, wie es eingerahmt ist. Nur bei der Polizei heißt es, ist es Protestas, Staatsgewalt. Und bei den anderen heißt es Violentia, das ist die kriminelle Gewalt. Und um Staatsgewalt auszuhören, braucht man eine hochmoralische Organisation, weil sie tun auf der Handlungsebene dasselbe. Sie tun Leuten weh damit. Und dann bin ich darauf gekommen, ja, Polizei und Kirche haben eins gemeinsam. Sie sind hochmoralische Organisationen, die das Gute herstellen wollen und müssen und sich notwendigerweise dafür in das Böse einmischen müssen. Und dann nicht infiziert werden. Und das war mir immer wichtig zu sagen, Polizisten sollen ja Gewalt auszuhören. Sie dürfen nicht gewaltaffin werden. Wie geht das denn? Und deshalb, so habe ich dann geschlossen, ist die Polizei eine hochmoralische Organisation und vermeidet es, die Gewalt bislang als strukturell bedingt anzusehen, sondern sie verschiebt sie auf einzelne schwarze Schafe, auf Einzeltäter. Ja, die böse Gewalt. Die gute Gewalt nicht, aber die böse Gewalt soll Einzeltäter sein. Und das ist die große Krux, glaube ich. Und da knabbert die Polizei. Sie weigern sich festzustellen, dass auch die Gewalt bei ihnen zur DNA der Polizei gehört. Ja, aber wenn man das mal historisch einordnet, was du jetzt beschreibst, das findet natürlich als Zeitungsartikel in einer sehr aufgeladenen Situation statt. Wir haben in Deutschland mit dem Taz-Artikel und so weiter die Sorgen. Und dann haben wir in Amerika diese Beobachtung dessen, was da einfach auf der Straße vor sich geht. Nun haben wir aber eigentlich, anders als bei der Kirche so ein bisschen, gut, da gibt es auch Theologie und so, aber wir haben ja eine Polizeiwissenschaft aus einer Zeit, als man Polizei noch mit C, E, Y geschrieben hat und so weiter. Also wir reden hier über Jahrhunderte Geschichte der Reflexion auch, die sich niederschlägt in der Ausbildung. Und diese Gedankengänge, die du jetzt hast, dass die Polizei mal anerkennen soll, wie sehr Gewalt als Ausführerin der Gewaltmonopol sozusagen, das mal reflektieren muss. Ist das wirklich ein Problem für 2020? Haben wir das nicht schon in der Polizeiwissenschaft auch, ich würde mal sagen, hinreichend so weit an, also platziert, dass man das eigentlich eher aktivieren muss, zu einer aktuellen Debatte, als nochmal so grundlegend dieses Phänomen zu beschreiben, dass Gewalt zum Job der Polizei gehört? Ja, naja, also nach meinem Kenntnisstand oder nach meiner Sicht, das ist ja nicht dogmatisch, aber was ich sehe, ist, dass in der Zeit als Polizei noch mit C, E, Y geschrieben wurde, weil die dazugehörige Wissenschaft, in etwa das, was heute Verwaltungswissenschaft ist oder Jura, das war keine Reflexionswissenschaft, die polizeiliches Handeln auf der Metaebene reflektiert hat, das war eine Hilfswissenschaft, die sozusagen das Ordnung machen, oder das Polizieren, wie man auch sagt, eigentlich normativ eingerahmt hat. Und tatsächlich gibt es natürlich seit einiger Zeit auch die Polizeiwissenschaft, wie wir sie heute kennen, also eine distanzierte, über die Polizei arbeitende Wissenschaft und nicht nur für die Polizei. Thomas Feldes ist da einer der Menschen, Manfred Brusten auch so ein bisschen aus der Kriminologie früher, das hat sich so in den 60er Jahren entwickelt bis heute. Ich sehe noch nicht, dass es da zu Ende, also dass das alles schon mal gesagt wurde, vielleicht weiß ich da was nicht, vielleicht habe ich was überlesen, aber ich glaube nicht, dass man sich in der Polizei zumindest mit diesem Aspekt schon grundsätzlich auseinandergesetzt hat. Es geht ja noch weiter, es ist ja, es geht ja noch weiter mit dem Aspekt, dass ich sage, diese binäre Trennung in Gut und Böse, die muss man aufgeben, weil in einer Vollzugshandlung, in einer Handlung, können beide Aspekte von einer Person ausgeführt werden. Ich habe das ja früher selbst geübt und auch gemacht, ich habe es auch ein bisschen gemacht in der Praxis. Wir haben Leute festgenommen und dann macht man einen sogenannten Armhebel. Also dann hält man dann irgendwo fest und dreht den Arm auf dem Rücken rum. Das machen ja im Kindergarten die Kinder auch schon. Also dieser Polizeigriff. Und bei diesem Polizeigriff kommt es sehr auf den Polizisten an, ob der den Arm ganz hoch drückt und vielleicht die Knochen bricht oder ob er irgendwann aufhört und sagt, jetzt ist genug. Also diese Grenze der Schmerzzufügung und damit auch die Grenze zwischen Protestas und Violentia, also zwischen der Staatsgewalt, die ausgeübt werden muss und der kriminellen Gewalt, die verboten ist, die ist fließend und die kann in eine Amtshandlung übergehen. Und das hat mir sozusagen die Augen geöffnet und das habe ich noch nicht woanders so ausformuliert gefunden. Zumindest glaubte ich, dass es nicht überflüssig ist, darauf nochmal hinzuweisen, dass das eben diese Trennung in Gut und Böse, wir sind die Guten und die die Bösen, dass das in der Praxis nicht funktioniert. Der Gute wird, und jetzt kommen wir zu der Überschrift. Daraufhin habe ich gesagt, wie weiße Schafe schwarz werden können und schwarze Schafe weiß. So, das war meine Überschrift. So ähnlich, ja. Und die war natürlich doof, hat auch niemand verstanden. Und dann kam der Redakteur von Spiegel Online und hat diesen genialen Titel eingefügt. Da war ich sehr dankbar. Es hat genau die Sache auf den Punkt gebracht. Es ist auch viel einprägsamer. Also ich verstehe deinen Kernansatz so, dass du sagst, es gibt nicht. Es ist zwar erleichternd, sagen zu können, wir sind generell die Guten und die anderen sind generell die Bösen. Und wenn es bei uns Guten dann mal einen gibt, der erkennbar doch nicht gut ist, dann ist das eben das schwarze Schaf in der weißen Herde. Genau. Und dass du sagst, das stimmt so nicht, weil es gibt hier nicht die Herde der Weißen, der generell Guten, sondern in der Herde der Polizisten wird sich immer das Gute und das Böse in der Tat miteinander mischen. Du beschreibst das so mit den Schafen. Sagst du, in dieser Herde werden Schafe situativ immer mal wieder ihre Farbe wechseln müssen. Wechseln, genau. Das ist eine Form, du empfiehlst also, wenn du sagst, das müssen wir reflektieren, dann empfiehlst du der Polizei kollektiv, wie den Polizisten als Einzelnen, seid euch darüber bewusst, dass jeder von euch, ihr könnt die tollsten Menschen sein, jeder von euch wird in seinem Beruf irgendwann etwas tun, was eigentlich nicht gut, sondern böse ist. Das Böse gehört zur Normalität des guten Polizisten. Ist das der Appell, dass man sich darüber reflektiert, vergewissert? Und was folgt dann daraus, wenn man das tut? Ja, daraus folgt, dass man von so einer anthropologischen Konstante absieht, den Menschen als gut und als böse zu etikettieren und dass man hingeht in situative Analysen, in Faktoren, die die Situation bestimmen. Also in welchen Situationen handeln Polizisten so, dass sie sich nachher dafür schämen? Also ich würde abgehen von dieser Individualbetrachtung und von dieser anthropologischen Betrachtung, der Mensch ist gut oder der Mensch ist prinzipiell schlecht und Systeme betrachten, Kulturen nenne ich es ja, Umgebungen, in denen so gehandelt wird. Denn unser Eingangsbeispiel, mein Eingangsbeispiel mit den linken Zecken, das sagen ja nicht die, die schon völlig rechtsradikal sind oder die schon völlig verloren sind. Das sagen ja junge Leute, die formbar sind, die manchmal, wir sagen noch grün hinter den Ohren sind und noch nie eine eigene Gewalterfahrung hatten, die aber glauben, sie müssten so reden, um bei den älteren Kollegen angenommen zu werden. Und so schmiedet sich oder so formt sich ja dieses, was auch Chorgeist heißt, was ich Cop Culture nenne. Ja, also dieser Zusammenhalt, die Kohäsion dieser Gefahrengemeinschaft kommt zustande über solche Narrationen, über Symbole, über Mythen, über Stories, wie man sich als Polizist gut verhält. Und deshalb kann jeder tatsächlich in eine Situation geraten, in der er Dinge tut, für die er sich nachher schämt. Das müssen keine monströsen Sachen sein. Deswegen gehe ich ganz davon weg, über Polizei nachzudenken, nur im Extremfall. Also über Polizei. Wenn mich zum Beispiel Stadtzeitungen oder andere Journalisten aus der Tagespresse anrufen, sagen, können Sie mal Stellung nehmen zu dem Fall. Da hat heute in Horn jemand auf dem Kopf eines und so. Und dann sage ich, ich kann das nicht. Ich habe überhaupt keine Information. Ich bin nicht der Besserwisser. Ich kann nicht jetzt einen Einzelfall aus der Ferne qualifiziert begutachten. Da stehen mir gar keine Informationen zur Verfügung. Aber man kann sich generell damit beschäftigen, wie solche Szenen zustande kommen. Und das ist nicht die monströse Ausnahme der Gewaltexzess, der dann in der Zeitung steht. Das fängt bei Kleinigkeiten an. Mir ging es früher, das ist ja alles verjährt, deswegen kann ich das mal selbst erzählen. Man hat beim Übungsschießen irgendwie eine Patrone eingesteckt, damit man noch eine Reserve hat für die, wenn im Wald ein Hase mit Krankheiten ist, damit man den abknallen kann. Dann hat man die abgezwackt. Und dann hat man plötzlich eine Patrone in der Tasche und das sieht der Kollege, das ist verboten. Es ist nichts Großes, aber es ist verboten. Oder, das ist mir auch schon passiert, also das ist jetzt mir wirklich passiert, man vergisst ein Handfunkgerät auf dem Autodach, weil man da gefunkt hat, dann kommt ein Alarmeinsatz, man fährt weg und merkt noch, mit der rasanten Kurve fliegt das Funkgerät vom Autodach. Hätte ich bezahlen müssen. Dann schreibt man natürlich etwas, was es unvermeidbar macht, dass man dieses Funkgerät jetzt beschädigt hat, sodass man keine eigene Regresszahlung machen muss. Und der Kollege nickt das ab. Und damit macht man sich abhängig von der Diskretion der Kollegen. Und das fängt bei Kleinigkeiten an. Man macht eine Nachlässigkeit, kleine Dienstpflichtverletzungen, bis hin zu, man haut jemanden, gibt jemandem eine Ohrschelle, sozusagen eine Ohrfeige an Vaters statt, weil man glaubt, dass man an Ort und Stelle den schon bestrafen muss. Dann guckt man, ob der Kollege das duldet. Und das setzt sich sukzessive fort. Deswegen bin ich sehr dafür, solche Kasuistiken zu erstellen. In welchen Situationen gibt es denn solche Übergriffe? Und was kann man dagegen tun, wirklich in dem Ansinnen, wie ihr das schon gesagt habt, nicht auf den Einzelnen zu deuten und sagen, du bist ab jetzt das schwarze Schaf, sondern zu sagen, Leute, ihr könnt alle in diese Situation kommen. Alle. Also wer die Praxis betritt, wer den Praxisraum betritt, der läuft Gefahr vom weißen zum schwarzen Schaf, und zwar temporär. Dann kann man auch wieder wechseln. Ich habe an einer anderen Stelle mal gesagt, die größte Chance, menschenrechtskonform zu handeln in der Polizei, ist, wenn man aufsteigt. Wenn man Führungskraft wird. Und zwar eine ganz hohe. Also der Polizeidirektor oder der leitende Polizeidirektor hat nicht mehr im Straßenverkehr irgendwie mit Leuten zu tun, die er nicht kennt. Die kennen sich alle untereinander. Da sind andere Direktoren. Der läuft nur mit Akten rum und macht Personalgespräche. Der muss auf Menschenrechtsverwirklichung nicht sehr achten. Aber der Polizist auf der Straße, der läuft jede Stunde Gefahr, die eigenen Ansprüche nicht zu verwirklichen oder gegen die eigenen Regeln zu verstoßen oder gegen die Integrität der Polizei. Und dann ist es manchmal so, dass man auch zwischen Integrität und Loyalität in Schwierigkeiten kommt. Das also heißt, Leute, wir verpfeifen uns hier nicht gegenseitig. Das ist ein eisernes Gesetz, ein ehernes Gesetz in der Polizistenkultur. Wir halten zusammen, alles wird im Dienst hier geregelt. Bei uns gilt unbedingte Solidarität und wir haben einen Selbstreinigungsprozess und sowas. In Hamburg hat man gesagt, nichts geht vom Wagen runter. Das bleibt ein Geheimnis. Wenn jetzt der Kollege was sieht, was sein Gewissen beschädigt und er rennt zu Vorgesetzten, dann hat er ein dickes Problem in der Kollegenschaft. Und das sind sozusagen ambivalente Normen, die da eine Rolle spielen und die es schwer machen, ungeschoren sozusagen, gewissensmäßig ungeschoren durch die Polizei zu kommen. Mich würde interessieren, wie man diesen Chorgeist aufbrechen kann beziehungsweise ihn vielleicht institutionell auch verhindern kann und gleichzeitig so auch die Verweigerungen, die du ja beschrieben hast, also wie man die überwinden kann. Und gleichzeitig stelle ich als Politikjournalist dann auch fest, dass dieser Chorgeist von der Polizei auch auf die Sicherheits-, also auf die Politik überspringt. Also wir haben es gestern gerade in der Bundespressekonferenz wieder gehört. Also da wird dann, also da hörst du dann vom Regierungssprecher und auch vom Innenministerium und so weiter die gleichen Worte, als ob man irgendwie Rainer Wendt zuhört. Also da wird die Polizei bedingungslos gelobt unverteidigt. Genau, wir müssen bedingungslos hinter ihr stehen. Wir müssen hinter uns oder vor unserer Polizei stehen. Das höre ich auch ganz oft. Und es erschreckt mich genauso. Genau. Es sind nämlich diese Vergemeinschaftungsmetaphern. Und wenn ich schon höre, es darf kein Generalverdacht geben oder jede Form von Kritik ist generelles Misstrauen. Oder wie der Herr Scholz gesagt hat, nach dem G20-Gipfel, es hat keine Polizei gegeben, alles andere ist Denunziation. Da habe ich mich plötzlich ertappt gefühlt. Ja, ich bin Denunziant. Ja, weil ich habe Polizeigewalt gesehen und ich werde darüber sprechen und ich denunziere dann die Polizei. Und das ist ganz schwierig und das ist genau was, was du beobachtest, genau richtig. Diese, diese Vergemeinschaftungsmetaphern, dieses von mir aus Chorgeist, ja, diese Chorgeist-Haltung, die überträgt sich auch als, als Bild in die, in die politische Führung. Und das hat was Heroisches. Ja, so wir halten zusammen Mann für Mann, einer für den anderen. Das ist Heroismus pur, ja. Und das ist natürlich weit emotional überzogen. Und wenn ich dann sozusagen, das ist ja fast wie ein Glaubensbekenntnis immer, ja. Wir halten, wir stehen voll hinter der Polizei oder sagen selbst die Grünen, ja, die Polizei hat nichts zu verbergen mit offenem Visier und wie ist wichtig die Arbeit Gewaltmonopol. Das wird erstmal so als Mantra vorhergesagt, um dann möglicherweise doch ein bisschen Kritik zu üben. Und je konservativer die Politiker, desto mehr stehen sie hinter ihrer Polizei und zwar bedingungslos. Genau. Und ja, wie kann man es durchbrechen? Wir haben versucht für die Polizei Österreich ein, ein langes Projekt war das, Polizei macht Menschenrechte, immer mit dem Punkt dazwischen. Polizeipunkt, Machtpunkt, Menschenpunkt, Rechtepunkt. Das ging über ein paar Jahre und wir haben versucht mit den Polizisten dort sozusagen diese Polizistenkultur mit der Polizeikultur zu amalgamieren und in eine Verbindung zu bringen. Und haben zum Beispiel an dem einen Satz gesagt, bei uns herrscht Solidarität, also wir unterstützen uns gegenseitig, so. Unsere Unterstützung endet dort, wo Kollegen gegen unsere Normen verstoßen, die wir uns gegeben haben. Also man meint damit Rechtsnormen. Ich kann das jetzt nicht mehr ganz genau rekonstruieren, aber wir haben plötzlich gesagt, die Idee war, es gilt keine unbedingte Solidarität mehr, sondern unsere Solidarität wird an Bedingungen geknüpft, nämlich an die Bedingungen, dass du deinen Dienst menschenrechtskonform machst. Zum Beispiel heißt ein ganz plattes Beispiel, das habe ich ganz oft erlebt, draußen ist irgendwie Ruling und Stress und Aufregung und so weiter, dann muss jemand festgenommen werden aus irgendwelchen Gründen. Der wehrt sich und dann braucht man zwei, drei Leute, die das vielleicht bewerkstelligen. Dann holt ein Polizist die Handfesseln raus und die klicken dann auch zu. Und dann gibt es zwei Abzweigungen. Die einen sagen dann, okay, der ist, wie nennt man das, eingesackt oder irgend sowas. Also der ist verpackt, so, der ist verpackt, der kann sich nicht mehr mehr nehmen, wir sind ins Auto gesetzt, weggefahren. Und die anderen sagen, so, und jetzt kriegst du mal richtig eine rein. Und dann wird zugetreten oder zugeschlagen. Diese zwei Entwicklungen habe ich selbst erlebt. Die eine Gruppe macht das so, die andere so. Und jetzt zu sagen, wenn ein neuer ins Zettel, in die Dienstgruppe kommt, das habe ich auch am eigenen Leib erlebt. Mein Bärenführer oder dann mein Vorgesetzter da, der ältere Kollege, hat gesagt, hör zu, wenn der die Acht auf dem Rücken hat, wird nicht mehr zugestreten. Und ich fand das erst mal erschreckend, weil ich gesagt, muss man das nichts dran sagen, ist doch selbstverständlich. Aber ich habe nachher gelernt, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Es gab Situationen, okay, die waren auch aufgeregt, da waren Messer im Spiel und so weiter. Und dann wurde der eben verpackt, in den Fort Transit geschmissen, das war damals noch das Gruppenfahrzeug. Und dann sind alle mal rein und haben den ordentlich vermöbelt. Das ist nicht in Ordnung, das ist verboten. Aber es wurde in bestimmten Milieus in der Polizei durchaus in den früheren Zeiten so praktiziert. Um hier sozusagen normatives Gerüst zu geben, also nicht nur zu sagen, wir wollen nicht Weicheier sein und wir wollen keine Bürokraten sein, natürlich alles nicht. Aber unser professionelles Handeln, unser gutes Handeln wird an Bedingungen geknüpft, dass du nämlich deinen Job so machst, dass wir keine dienstliche Erklärung schreiben müssen. Raphael, ich möchte dich gerne fragen, im Moment wird die Situation, auch das Verhältnis zwischen Polizisten im Einsatz und Demonstranten, sage ich mal so, auch in Deutschland, sehr stark beeinflusst, denke ich, durch die Bilder, die wir aus den USA sehen, Formen von Polizeigewalt, die in völlig anderer Dimension sich noch abspielen als bei uns. Gleichwohl entsteht da eine Lagerbildung. Sie entsteht mindestens in Deutschland auf Seiten auch der Bewegung Black Lives Matter. Das sind Demonstrationen, die führen oft genug dann in Konflikt auch mit Polizeikräften im Einsatz. Ist es so, dass die Bilder, die wir aus den USA sehen, auch bei Polizeibeamten in Deutschland eine Wirkung, eine polarisierende, lagerbildende Wirkung mit erzeugen? Und wenn ja, welche? Das ist eine interessante Frage, ja. Ich glaube, ja. Ich fange mal eine Etappe vorher an, was mir noch lebhaft in Erinnerung ist und was heute immer noch auch praktiziert wird. Deutsche Polizisten fahren liebend gern in die USA, wenn sie da Urlaub machen, und bringen dann ein Foto mit, wo sie mit einem amerikanischen Cop möglichst am Streifenwagen oder im Sheriff-Büro oder sowas abgelichtet werden. Voller Stolz. Es gibt eine ganz große Affirmation der US-Polizei in Deutschland. Das ist schon über Jahrzehnte hinweg. Und man fährt da hin und nach New York. Weil die mehr in New York, oder was? Nein, weil die verkörpern natürlich dieses Ideal, diesen Idealtypus des starken, durchsetzungsfähigen Cops besser als wir. Man kennt sie aus dem Film. Genau. Aber auch in Wirklichkeit. Also die fahren tatsächlich mit der Pumpgun rum und haben die neben sich im Auto. Und wenn die auf der Autobahn jemanden anhalten, dann fahren die auch alleine hin. Und dann wird das mal auf den gezielt. Und wenn er die Hände nicht früh genug vom Lenkrad nimmt. Also die haben ein enorm chauvinistisch-martialisches Durchsetzungskapital. Und das hat immer auf Polizisten irgendwie gewirkt. Es gibt auch die andere Fraktion, die dann gern beim FBI war. Also die Intellektuellen sozusagen. Es gibt ja auch diese, es gibt ja auch die Fraktion in der Polizei in den USA, die wirklich intelligent sind und auch lange ausgebildet werden und auch viele wissenschaftliche Methoden anwenden. Das ist sozusagen bei der Kriminalpolizei immer das FBI. Ja, einen Lehrgang beim FBI machen, das war sozusagen die, Entschuldigung, ich muss das, da stellt ein Telefon, jetzt ist weg. Der Lehrgang beim FBI machen war immer die Krönung. Und das hängt auch, bis zum Pensionsalter hängt das dann im Dienstzimmer, das Zertifikat. Aber die anderen, die haben sich mit den Handarbeitern, mit den Cops abgebildet. So, jetzt verändert sich aber ein bisschen unsere Polizeikultur. In der letzten Zeit habe ich das nicht mehr so wahrgenommen, dass aus Amerika so eine große Strahlkraft ausgeht. Also wir haben ja auch ganz viele Theorien oder Methoden von denen übernommen. Ihr kennt vielleicht dieses Ding mit Broken Windows-Theorie. Ja, man muss früh anfangen, kleine Straftaten zu holen. Wenn etwas per Valus, dann entsteht Kriminalität. Da sind unsere Vorgesetzte, also die Präsidenten alle nach USA gefahren, haben sich das angeguckt. Dann Zero Tolerance in New York. Ja, also sofort irgendwie gleich Stop and Frisk. Also hier Leute anhalten, Waffen abnehmen. Bis man dann in Deutschland gemerkt hat, naja, Ratzeburg ist nicht New York. Ja, das ist wohl was anderes. Ob das Gewaltniveau ist ein anderes. Auch der Rassismus in den USA ist ein anderer, hat andere Quantität und Qualität. Die Bewaffnung in der Bevölkerung ist anders. Ich glaube tatsächlich, dass die US-Polizisten auch viel Angst haben. Ja, dass sie deshalb auch so übergriffig sind. Aber diese ganze, die Faszination USA hat, glaube ich, etwas abgenommen. Aber das ist ein subjektiver Eindruck von mir. Und jetzt, jetzt passiert Folgendes bei uns. Die einen, die sagen, wir sollen sich nicht so anstellen, das war doch nur ein Einzelfall da. Der kniet jetzt auf dem, okay, der muss bestraft werden. Aber diese Verallgemeinerung, wirklich wie der Generalverdacht und so, das stinkt uns sowieso. Das ist alles nicht unser Ding. Ja, das passiert bei uns nicht. Also man lehnt sich da locker zurück und sagt, das ist USA, das passiert bei uns nicht. Und die anderen, die tatsächlich auch sagen, ja, das so in Spurenelementen, in homeopathischen Dosen kommt das bei uns auf. Von der Systematik ist es ganz ähnlich. Auch bei uns herrscht sowas wie ein Alltagsrassismus. Auch bei uns gibt es dieses Verbot, sozusagen Kollegen zur Ordnung zu rufen oder anzuzeigen, was auch immer. Davon löst man sich jetzt ein bisschen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, als hat in der deutschen Polizei sowas begonnen, nach dem Black Lives Matter Protesten, wie eine Besinnung. So, und auch eine Beschämung. Ja, und auch ein bisschen Demut und Zurückhaltung. So, bis die Sache in Stuttgart passiert ist. Und dann ist sozusagen die, ich weiß jetzt nicht, wer uns alles zuhört, aber dann ist sozusagen die konservative Fraktion wieder erwacht. Ja, und dann sind die Gewerkschaftsfunktionäre, gekommen, das ist nur passiert, weil es dieses Misstrauen gegen die Polizei gibt und diesen Generalverdacht und diese Kritik und diesen Rassismus. Sonst wäre das nicht passiert. So, Pustekuchen. Aber jetzt verändert sich die Diskursform wieder. Und diejenigen, die die Polizei verteidigen und die sagen, wer nicht unser Freund, es ist unser Feind, die kriegen gerade wieder Oberwasser. So empfinde ich das heute. Ja, es kann sein, dass sich das wieder beruhigt und dass die Vernunft wieder Platz greift, aber im Moment sind wieder die ganz stark aktiv, die diese Polizei gegen alle Vorbehalte und gegen alle Kritik in Schutz nehmen und mehr als das, die die Kritiker sozusagen aggressiv zurückweisen und polemisch gegen sie vorgehen. Und das war nicht nur bei der Autorin dieser Kolumne, die ich auch für unterirdisch halte, das will ich gar nicht in Schutz nehmen, überhaupt nicht. Nur ich glaube nicht, dass das Strafrecht das richtige Mittel ist, um diese Kritik sozusagen zu erwidern oder die Polizei zu schützen. Aber das haben ja auch andere abgerichtet. Ich erinnere mich an Frau Künast zum Beispiel, die hat 2016, als die zweite Silvestergeschichte in Köln war und da 250 Männer irgendwie im Zug gleich festgenommen worden sind, da hat die was von Racial Profiling gesagt. Und da hättet ihr mal die Kommentare in den Zeitungen und die Verlautbarungen aus den Gewerkschaften und den Parteien hören, wie man über diese Frau hergefallen ist. Was die sich einbildet und diese ganzen Schmähschriften und diese ganze Hate Speech, die dann losgegangen ist, das war überschüssig, sehr, sehr überschüssig. Das hat mir gezeigt, dass es hier nicht um die Sache geht, sondern es geht um, da weiß ich nicht um was, es geht um irgendwelchen Schutz heiliger Güter, heiliger Kühe. Lass uns auch nochmal das, was wir jetzt gesagt haben, so runterbrechen, weil du hast ja in dem Text vor allem auch, es ist ja doch eine soziologische Herausforderung, diese Klammer, die da drin steckt, zum einen dieses Panorama-Argument, funktionale Äquivalenz zur Kirche und da kann man vieles draus lernen. Dann diese Beobachtung, ah ja, also Polizisten orientieren sich nicht nur an dem, was sie in der Ausbildung gelernt haben, sondern auch mal an den zufälligen Begegnungen mit dem amerikanischen Polizisten im Urlaub und dann kommt da so ein Selfie raus und es prägt dann irgendwie bis zum Karriereende bei der Polizei. Du hast ja in dem Text dann die Herausforderung beschrieben, am Ende wird die Beobachtung gar nicht an der Person festgemacht und auch nicht an dem Medienspektakel, sondern an dem konkreten Verhalten. Und da müsste man ja doch irgendwie den Polizisten so in den Kopf kriechen, weil wir haben eben die Situation, jemand wird festgenommen und wehrt sich ein bisschen und dann ist die Frage, wie hoch hält man jetzt den Arm? Wie weit fügt man jetzt Schmerz zu? Und diese Situation, diese Situationshaftigkeit, die ist ja eigentlich kaum zu fassen. Wir kennen ja aus ganz vielen Bereichen so Situationen, wo wir sagen müssen und das ist bei der Polizei insbesondere so, klar, es gibt den normalen Alltag, den regelhaften Ablauf, aber wir holen die Polizei immer dann, wenn eigentlich die Regeln nicht mehr greifen, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn der Alltag ausfällt, wenn eine Sondersituation ist, dann holen wir die Polizei und die soll jetzt plötzlich und sich an alle Regeln halten, solche Situationen auflösen. Und da treffen ja schon so zwei Problemlagen aufeinander, nämlich eine sonderbare Situation, die bisher noch keiner so hatte, aufzulösen und gleichzeitig diesen Regelapparat einzuhalten. Was kann man denn praktisch jetzt sozusagen für den Polizisten, den Einzelnen, aus so einer Diskussion und auch wie du sie dann drehst, lernen? Also, ich glaube ein Zugang ist, das was du richtig beschrieben hast, was für uns zum Beispiel absolut die Ausnahme ist, das fängt schon beim Verkehrsunfall an. Ich weiß nicht, wie viele Verkehrsunfälle ihr so hattet, wo Polizei da war oder überhaupt, das gehört nicht zur Regel für uns. Und da ist man in der Regel dann auch durch den Wind, wenn es gekracht hat. Und das ist für Polizisten aber eben nicht die Ausnahme. Und so ist bei anderen Sachen auch Beziehungsgewalt zum Beispiel. Oder andere Dinge, wo die Polizei sozusagen nur notariell unterwegs ist. Also wo sie nicht selbst Gegenstand der Auseinandersetzung ist, wo sie nicht Subjekt wird, zum Beispiel indem sie angegriffen ist, sondern wo Polizei quasi zeugenschaftlich, notariell Dinge aufnimmt. Verkehrsunfall ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Das machen die ohne also Sine Ira at Studio. Das ist für die kein persönliches Ding. Für uns schon. Das heißt, die Polizei und das Professionalisierungsschema von Polizei sollte so aussehen oder sieht auch so aus in vielen Fällen, dass eben genau die Situation, die für die Zivilgesellschaft die absolute Ausnahme darstellen, für sie ein Regelfall ist. Und das ist ja auch bei der Gewaltanwendung. Die Polizisten sollen nicht gewaltaffin sein. Die sollen nicht in einen Gewaltrausch geraten, wenn sie Gewalt anzusehen, sondern sie sollen es vorher geübt haben. Sie sollen wieder, sie sollen aufhören, wenn es genug ist und sie sollen dann wieder cool sein. Wer das relativ gut macht, sind die Spezialeinsatzkommandos, die sozusagen chirurgisch genau und präzise ihren Gewalteinsatz üben und das so oft gemacht haben, dass sie nicht in den Rausch verfallen. Die haben dann andere Probleme mit der Verarbeitung ihrer Energie, meistens im Freizeitbereich. Aber dort wird es sozusagen bis zur Perfektion geübt, eben präzise gegen andere vorzugehen. Und dann, also ich will damit sagen, was für Zivilgesellschaft, also die Kundschaft der Polizei im allgemeinen Sinne, die absolute Ausnahme ist, soll für sie sozusagen die Regel sein. Das ist sozusagen diese Haltung, das, wie heißt denn das, das fällt mir nicht mal nach, Dings da, das fällt mir nicht ein, das Wort, also ist egal. Also so eine Art Worst-Case-Manager, ja, wenn der sozusagen mit der professionellen Haltung Leute zu beruhigen, aufgeregte Leute zu beruhigen und zu sagen, ich mache das routinemäßig und so weiter, das wäre ein Zugang. Also Szenen zu üben oder einzuüben, um den Polizisten klarzumachen, das ist für euch, das ist für euch Regelanwendung. Das zweite ist, wie kommen wir da dran? Ganz genau, du sagst, man kann denen nicht in den Kopf gucken. Richtig. Aber man kann ihnen zum Beispiel bei der Arbeit zugucken. Und ich würde sofort vorschlagen, wenn ich das machen müsste oder könnte oder sollte, wenn man mir einen Forschungsauftrag gäbe, beispielsweise über Rassismus in der Polizei zu forschen, würde ich die natürlich nicht in der Online-Befragung, wie das in Hessen gemacht wurde, würde ich den Fragebogen zuschicken und sagen, welche Partei willst du oder welche Gedanken hast du über Islamismus? Das ist doch Blödsinn. Du kannst doch den Leuten auf dem Kopf nicht zusagen, bist du Rassist oder nicht? Sondern man muss da andere Methoden anwenden. Und ich würde die Frage umdrehen, sagen, welche Handlungsmaximen oder welche Regeln sind bei dir funktional tauglich? Und das muss man mit qualitativen Methoden machen, zum Beispiel mit Teilnehmerbeobachtung. Einfach in der Begleitung der Leute im Alltag. Und dann eben zu schauen, nicht, wo passiert das monströse Böse, sondern welche Dinge erfahren denn Polizisten als hilfreich und mit welcher Metaebene, mit welcher Deutung und welchen Gründen arbeiten sie so, wie sie arbeiten. Und dann kommt man im Laufe der Zeit vielleicht auch zu Dingen, die auf Radikalisierung hinweisen oder auf eine Ideologie, die schlecht ist. Aber man darf nicht den Leuten auf den Kopf zusagen, wir wollen jetzt mal eure Demokratiefestigkeit erforschen. Das ist ja absurd. Also ich würde schon sagen, Forschung kann das machen, aber nicht mit Fragebogen und mit quantitativen oder repräsentativen Umfragen. Ich war einfach bei Kollegen. Eine echte Supervision zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Man kann zum Beispiel solche Gesprächsgruppen als Gruppendiskussionsverfahren oder sowas. Da kommt schon relativ viel bei raus. Wir haben jetzt einen ganz, ich finde, einen ganz guten, durch Corona haben wir eigentlich einen ganz guten Zugang gefunden zu den Geschichten. Wir haben im Ethik-Seminar sonst immer eine Gesprächsrunde gemacht, in dem wir sagen, erzählt man von moralisch gelungenen Situationen, weil ich es satt hatte, immer nur zu sagen, das dürft ihr nicht tun, das dürft ihr nicht tun, den Skandal müsst ihr vermeiden und so. Ich wollte einfach wissen, worauf sind denn die Leute stolz? So, was erzählen die denn von ihren, also wo sie sagen, es ist gut, dass ich da war. Ja, da habe ich den gerettet vielleicht oder da habe ich das Gespräch. So, das haben die früher in so Gesprächsrunden gemacht. Dann saßen die halt im Gruppenverband mit 30 Leuten im Saal und von denen haben immer fünf oder zehnmal geredet und der Rest hat den Mund gehalten. So, und jetzt durch Corona mussten wir online, machen und dann haben wir unsere Aufgaben verschickt in deren Haushalte, an deren Bildschirme und haben sie gebeten, schreib eine Situation auf, in der du das Gefühl hattest, dass es gut war, dass du da warst und was war das moralisch Gute daran? So, und dann haben die uns kleine Aufsätze geschickt, kleine Episoden geschickt. Und einige haben nichts geschickt. Die haben zum Beispiel gesagt, ich war fünf Jahre bei der Bereitschaftspolizei, da gab es kein Ereignis, worauf ich stolz war. Okay, da habe ich gesagt, der will mir nichts erzählen. Das ist halt verloren. Ja, aber einige haben geschrieben, was sie stolz macht. Zum Beispiel, dass sie immer die Praktikanten, also unsere jungen Polizisten, dass sie sozusagen immer bei prekären Anlässen waren sie sozusagen die Seelentröster, weil das ein Job war, den konnte man in der Praktikung machen lassen. Die Polizisten haben die harten Sachen geregelt und der Praktikant hat sich dann um das Kind gekümmert oder um Angehörige oder so. Und dann haben die mit solcher Emphase erzählt, dass es so gut war, zu kommunizieren, sich zu kümmern, zu trösten, auch in den Arm zu nehmen. Alles völlig unpolizeiliche Tätigkeiten. Und ich glaube, auf diese Weise kommt man Stück für Stück tatsächlich an die Identitätskonstruktionen von Polizei. Und dann kann man irgendwie auch klastern und sagen, okay, da sind Sachen, also wenn einer schreibt, ich habe, das war tatsächlich immer so ein Fall, ich habe für der Schusswaffe Gebrauch gemacht und ich habe den verletzt und so und damit habe ich den Angehörigen geholfen, also die gerade bedroht worden sind, damit habe ich den anderen geholfen, darauf war ich stolz. Also er hat Schmerzen zugefügt einer Person, hat aber damit anderen Personen geholfen. Dann kann man so ein bisschen gucken, also wohin gehen da so die moralischen Begründungen und Orientierungen. Ich glaube, so könnte man so eine Art Feldforschung machen, die dann Auskunft darüber gibt, wo sind denn tatsächlich die ethischen Grundsätze von Polizisten, aber nicht durch Online-Umfragen wie in Hessen gemacht. Mich würde nochmal interessieren, der politische Aspekt, was die Politik, ob nun auf Landes- oder Bundesebene, reformieren beziehungsweise ändern könnte, was du da konkret vorschlagen würdest und mich würde interessieren, wie sich dieses Polizeisystem dagegen wehren wird und was man dagegen gegen dieses Wehren tun kann, damit sie da vielleicht offener für Wandel sind, weil ich erinnere mich an mein Gespräch, hatte Nikhil Palzing vor einer Weile bei mir in der Sendung und der hat von dem amerikanischen System gesprochen und das Beispiel mit New York gebracht, wo Bürgermeister de Blasio ins Amt gekommen ist mit einer Anti-Stop-and-Frisk-Kampagne. Er hat sich aktiv im Wahlkampf gegen die Polizei gestellt, ist dann aber im Amt sofort ganz, ganz klein geworden, weil die Polizei, die so groß und so mächtig ist, am Ende mafiös quasi gesagt hat, hier, kiss the ring oder wir melden uns krank und die ganze Stadt wird so ein bisschen untergehen, weil dann ist halt ein Drittel oder die Hälfte ist halt krank oder kann nicht oder guckt halt mal weg und so weiter und so fort. Also wie ist das in Deutschland? Also wie wird sich dieses System, aber du hast ja die Gewerkschaften schon angesprochen, dagegen wehren und was kann man tun? Ja, also wir haben ja Beispiele für diese Gegenwehr. Das eine Beispiel war die Kennzeichnungspflicht. Da haben die Gewerkschaften jahrelang immer gewettert dagegen. Die Polizisten werden dann verfolgt, zu Unrecht angezeigt, gestalkt. Man verfolgt die Kinder bis zum Kindergarten, man deckt die auf, lässt die Lust auf den Reifen und so weiter. Also alles Horrormärchen aus dem ganzen Szenario. Das ist dann umgesetzt worden, es ist überhaupt nichts passiert und dann haben sie sich daraus zurückgezogen. Jetzt ist es der Polizeibeauftragte. Die Gewerkschaften wettern wie nix gegen diesen Polizeibeauftragten, Misstrauensvotum und Stachel im Fleisch der Polizei und so und Generalfreiter. Die Bastion wird möglicherweise auch irgendwann fallen. Ich vermute, dass sie dafür die Teser kriegen. Das ist ja ein Geben und Nehmen. Also die Innenminister werden sagen, okay, es gibt diese Elektroimpuls-Schocker. Dafür installieren wir jetzt aber auch überall den Polizeibeauftragten. Die sind schon sehr mächtig. Allerdings, was ich da aus den USA höre, wie mächtig die Gewerkschaften dort sind und vor allen Dingen wie aggressiv die vorgehen, wie fast mafiös die vorgehen. Soweit sind wir hier in Deutschland jetzt tatsächlich noch nicht. Also ich stehe nicht im Verdacht, der Lieblingsfreund aller Gewerkschaftsbosse zu sein. Aber auch Herr Wendt und wie sie alle heißen, die kommen nicht an dieses Niveau ran. Das muss man schon nüchtern sagen. Das ist nicht so schlimm. Aber natürlich, durch das Geflecht, das ist ja ganz interessant. Die Gewerkschaften ist das eine. Die Gewerkschaften sind aber sämtlich auch in den Personalräten der Behörde vertreten. Und die Personalräte, ich glaube nur in Berlin gibt es einen Personalrat, der von Unabhängigen besetzt ist. Ansonsten sind es immer D-Pol-G, GdP und BdK. Die Gewerkschaftsvertreter sitzen alle in den Personalräten. Und die Personalräte haben durch das Betriebsverfassungsgesetz beziehungsweise das Personalvertretungsgesetz Rechte, Anhörungsrechte und Mitwirkungsrechte. Das heißt, ein Polizeibehördenleiter kann ohne die Personalräte keine großen Sprünge machen. Der muss die immer mitnehmen. Und die Personalräte sind angebunden an die Gewerkschaften. Und wir hatten in Hamburg eine Besonderheit, es kann auch eine Dreierkombination sein. Man kann auch Personalratsmitglied sein oder Vorsitzender plus Gewerkschaftsvorsitzender plus Abgeordneter, Bürgerschaftsabgeordneter. Wir hatten hier eine Person, die war Abgeordnete der CDU, Personalratsmitglied oder Vorsitzender sogar, nee, Vorsitzender nicht, aber Mitglied und Gewerkschaftsvorsitzender eines Landes. Das heißt, er hat eine dreifache Informationsbasis gehabt, um sozusagen seine Interessen durchzusetzen. Das halte ich demokratietheoretisch für total schwierig und ist aber wohl egal. Also das ist ein wirklicher Hemmschuh, weil die Interessen der Gewerkschaften nicht immer identisch sind mit den Interessen der Behördenleitung. Und wenn man jetzt fragt, also wie geht Reformen? Da muss ich passen. Also mir fällt alleine als Alleindenkender da nicht genug ein, um es umzusetzen. Wir haben eine gewisse Schwierigkeit durch das Berufsbeamtentum. Also wenn ich was zu sagen hätte, würde ich die althergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums abschaffen, weil du kriegst zum Beispiel Leute, die gegen die Integrität verstoßen, so schnell gar nicht aus der Polizei raus. Die kannst du nicht einfach mit Vertrag rausschmeißen, sondern die haben, wenn man Lebzeitbeamter ist, hat man sehr viele Privilegien. Und man muss schon richtig was Schlimmes gemacht haben mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr, bevor sich der Dienstherr von einem Beamten lösen kann. Das ist schon einiges. Also ein Wehrmachtskoppel oder ein Totenkopf auf dem Schreibtisch von der Totenkopfdivision reicht da nicht, um jemanden loszuwerden. Obwohl alle Leute sagen, eigentlich gehört er nicht in die Polizei. Also Reformen durchzusetzen, das ist nochmal ein eigenes Kunstwerk. Da würde ich mich jetzt von außen, glaube ich, für nicht zuständig erklären. Was wir reformieren können, ist natürlich ein bisschen die Ausbildung. Also ich würde sagen, A, wir brauchen mehr politische Bildung wieder in der Polizei. Wir haben uns immer darauf verlassen, dass die jungen Leute demokratiefest in die Polizei kommen. Das stimmt nicht. Also wir brauchen politische Bildung und zwar eine, die auf Augenhöhe argumentiert. Also wir brauchen keine Politologie-Lehrer, die uns erzählen, dass der Nationalsozialismus schlimm war oder so oder dass es nicht mehr sein soll. Sondern wir brauchen Politologie-Lehrer, die die Argumentationsstruktur der identitären Bewegung vermitteln. Die den Polizisten vermitteln, was sagst du denn gegen den Reichsbürger? Wie argumentierst du denn gegen die neue Rechte? Das sind doch die Probleme. Was macht die AfD so gefährlich? Das sind die Dinge, wo Polizisten oftmals ohnmächtig gegenüberstehen und dann zugetextet werden und sich nicht richtig zu wehren wissen. Das wäre die in der Ausbildung. Das wäre Supervision zum Beispiel in der Ausbildung und schon auch in dem ersten Dienstjahr. Also eine Art institutionalisierte Reflexionsgruppe. Und das sind ganz wichtig, die Unabhängigen, also Unabhängigen heißt unabhängig, also auch nicht im Hierarchieinstanzenzug, agierenden Polizeibeauftragten, die auch nicht nur einen Beschwerdeonkel darstellen, also die auch Ermittlungsbefugnis haben. So wie das in England ist, da gibt es ein Office, das außerhalb der Polizei angesiedelt ist, das aber staatsanwaltschaftliche Ermittlungs- oder polizeiliche Ermittlungskompetenz hat. Die können Tatorte aufsuchen, die können Vernehmungen machen, die können Akten einsehen und die können aber dann auch Dinge an die Staatsanwaltschaft abgeben oder selbst regeln. Und ich würde sehr dafür plädieren, erst im ersten Schritt mal so einen unabhängigen Polizeibeauftragten, wir haben jetzt in Hamburg so eine Beschwerdestelle eingerichtet. Mich interessiert, ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube, die ist wahrscheinlich in irgendeinem Gebäude der Polizei, wahrscheinlich im Polizeipräsidium. Das heißt, wer sich jetzt über seine Kollegen beschweren will beispielsweise als Polizist, muss am Vörtner vorbei, muss durch den fünften Stock und irgendwo in den Finger im Hochhaus und dann in dieses Zimmer, wo Beschwerdestelle dran steht. Der wird mindestens von fünf bis zehn Leuten gesehen auf diesem Weg. Und alle fragen, wohin das Weg ist, was machst du denn und so. Das heißt, diese Beschwerdestelle ist vielleicht ganz oben angesiedelt. Beim Präsidenten soll die angesiedelt sein, aber sie ist nicht außerhalb der Hierarchie. Und ich würde schon verlangen, wie es in Schleswig-Holstein ist, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Modell. Da ist die Bürgerbeauftragte, die ist jetzt auch Polizeibeauftragte und die ist vom Landtag mandatiert. Das ist eine mächtige Institution und die ist außerhalb der Polizei. Und das finde ich ganz wichtig als Ventil für die Polizei, die sonst ja ein Close-Job ist, wo man sich schlecht gegen Leute wehren kann, wenn die zum Beispiel, wie im Falle von sexueller Gewalt, dann heißt das immer, ich habe uns mal angefragt, was machen sie denn, wie viele Fälle haben sie denn und wie gehen sie damit um? Und dann habe ich zurückgeschrieben bekommen, ja, wenn sich jemand sexueller Gewalt ausgesetzt wird, einem Übergriff ausgesetzt sieht, dann wendet er oder sie sich vertrauensvoll an den Vorgesetzten, unter anderem an den Vorgesetzten. Ja, und dann habe ich gefragt, was ist denn, wenn der Vorgesetzte der Täter ist? Ja, und das kommt nicht selten vor, dass Vorgesetzte ihre vorgesetzten Funktionen ausnutzen, gerade gegenüber jungen Frauen. Dann ist nämlich Ende mit vertrauensvoll und so weiter. Das heißt, wir brauchen eine Instanz, die machtvoll schützen kann außerhalb der Polizei. Das wäre ein Ventil für diejenigen, die sich jetzt noch Gewissenswisse machen, weil sie a, ihre Kollegen nicht verraten dürfen und b, auch nicht rausgeschmissen oder gemobbt werden wollen. Und wenn man das als anonymes Hinweissystem gestalten könnte, so eine Art Whistleblower-System, wäre, glaube ich, im Moment schon viel geholfen. Denn ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen deshalb verstummen oder nicht sagen, weil sie Angst vor Sanktionen haben. Einige von denen, ganz wenige. Raphael, Raphael, was denn? Pass auf, unsere Zeit läuft ein wenig weg. Entschuldigung. Ich möchte eine Frage aber gerne noch an dich loswerden. In den USA gibt es die Kritik, dass Polizei zu viel Dinge tun muss, die gar nicht Polizeiarbeit sind. Dass sie häufig in sozialen Konflikten eingesetzt werden, dass sie da, wo eigentlich psychische Betreuung, Sozialarbeit zu leisten ist. Gibt es Vergleichbares in Deutschland auch? Könntest du ein, zwei, drei Aufgaben nennen, wo du sagst, das soll man eigentlich nicht der Polizei zumuten. Davon muss sie entlastet werden. Stattdessen soll Polizei lieber das und das machen. Ja, das kann man nachverfolgen. Also eine gewisse Aufweitung hin auch zur Sozialarbeit beziehungsweise in Beratungstätigkeiten, die ganzen Präventionsansätze. Ja, also Einbruchsvorbeugung. Dann gibt es mittlerweile auch Prävention für Senioren und so weiter. Kinder sowieso. Wobei das mit den Jugendschutzbeauftragten und mit den Präventionsbeamten in den Schulen, das ist dieses Cop4U heißt es in Hamburg, da begegnen Polizisten auch Schulklassen. Das halte ich gar nicht für schlecht, weil sie damit sozusagen Gesicht zeigen und sich auch in einem Stadium sozusagen mit den Menschen beschäftigen, wo es nicht um Straftaten geht. Aber tatsächlich ist unsere Debatte auch geprägt davon, dass Polizei oftmals auch Tätigkeiten ausübt, für die man keinen Vollzugspolizisten braucht. Ich denke da noch nicht mal, in den USA ist tatsächlich diese Schulsozialarbeit oder sowas wird da von Polizisten gemacht. Das meine ich noch nicht mal. Ich glaube, wir haben viele Vollzugsbeamte in Positionen, die auch Verwaltungsbeamte machen können. Ja, also die Mediathek zu betreuen oder was auch immer. Da sitzt ein Hauptkommissar. Ja, das muss nicht sein. Und hätten wir ein moderneres, flexibleres Beamtensystem, dann könnte man zum Beispiel sagen, du machst jetzt Polizeidienst, du fährst draußen Streife, wenn du nicht mehr Streife fährst, sondern drinnen sitzt oder Unterricht machst bei den Polizeischülern, dann bist du was anderes. Dann bist du Verwaltungsbeamter, kriegst aber dasselbe Geld, aber du bist kein Polizeivollzugsbeamter mehr. Und dadurch, dass die Polizeivollzugsbeamter aber so enorm viele Privilegien haben, freie Heilfürsorge, günstige Tarife und so weiter, festes Beamtengehalt, Polizeizulage, geht kein Mensch mehr aus dieser Funktion raus. Wenn man mich an die Hand nehmen würde und würde mit dem Personalleiter durch ein Präsidium gehen, bin ich sicher, man kann 30% der Leute, könnte man die Uniform ausziehen, weil sie Tätigkeiten ausüben in der Verwaltung, die überhaupt nichts mit Vollzug zu tun haben. Das kann ja, man kann ja sagen, okay, wenn du dann wieder Vollzug machen willst, wieder Streifen fahren willst oder irgendetwas, dann kriegst du auch wieder eine Polizeiuniform. Aber wenn du nur im Ministerium sitzt und Akten wälzt, dazu braucht man keinen Vollzugsbeamter, die besetzen aber Planstellen. Und deshalb meckern und heulen ja, das will ich nicht sagen, deswegen klagen ja die Gewerkschaften immer, dass sie immer mehr Personal brauchen, weil dieser Fundus, sozusagen dieser Bereich von Verwaltung, der auch abgedeckt wird, immer größer wird. Ich bin schon dafür, dass sich Polizei auch im Zivilleben zeigt. Also wenn ich dran denke, wie meine Kinder im Kindergarten Fahrrad gelernt haben, Fahrrad fahren gelernt haben, da war eine Polizistin, das war wunderbar. Mein Sohn hat monatelang von den Polizeimädchen gesprochen, die fand er gut. Und ich finde es auch gut, dass sich Polizei sozusagen hier auf Augenhöhe bewegt. Das solltet ihr ruhig machen. Durch diesen ganzen administrativen Kram, den könnte man wegkürzen. Meine Tochter hat heute ihre Polizeiprüfung, also Verkehrsprüfung, die natürlich von der Polizei begutachtet wird. Ich bin gespannt, was sie mir gleich erzählt und wie lange sie mir noch davon erzählt. Und frag mal, ob der bewaffnet war. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, ob er eine Pistole dabei hatte. Ich glaube, wenn er bewaffnet war, werden die darüber reden. Das wird sie wissen. Ich glaube, da achtet man drauf als Kind. Tochter, hatte der Polizist seine Pistole dabei? Ja, der hatte sogar auch seinen Pfefferspray dabei. Mhm, interessant. Sehr gut, Raphael. Wir sind an dem Zeitpunkt, wo du uns gesagt hast, jetzt reißt du deine Leitung aus der Wand, um dieses Telefonat zu beenden. Wahrscheinlich kriegt man dich auch gar nicht anders zum Stoppen, oder? Nee, genau, jetzt will ich gar nicht mehr hin. Jetzt habe ich gerade ein Warming-Up hinter mir und jetzt könnte es noch stundenlang so weitergehen. Dann laden wir dich einfach später mal wieder ein, denn ich habe es im, ich will nicht sagen Urin, aber irgendwo hat man es im Gespür, dass dieses Thema mit all seinen Herausforderungen uns noch eine Weile begleiten wird, gerade wenn jetzt auch so ein bisschen ökonomisch die Schrauben angezogen werden und wir vielleicht mehr Partygänger wie in Stuttgart erleben, die was erleben wollen und Counterparts brauchen. Das habe ich eben schon auch vermutet, dass mit der Lockerung der Regeln, der Ausgangsregeln die Konflikte größer werden, weil das Lockern ist immer gebunden an Überschreitung der Lockerung und das heißt ja immer dann, es wird streng überwacht und diese Strenge, die schlägt irgendwann in Gewalt um. Ja, diese Partys sind weiterhin verboten. Wir haben jetzt Lockerungen, aber nicht im Vergnügungssektor und vielleicht steckt da auch was drin. Sehr gut, wir vertagen uns mit diesem Punkt und fanden es sehr interessant. Und ihr ruft dann bitte vier Tage vorher an. Absolut, du kriegst von uns ein Mikrofon und dann geht es hier richtig zur Sache. Und dann kriegst du auch dein Mikro oder ich komme oder ich komme mit meinem Team mal zu dir und dann machen wir mal eine ausführliche, lange, junge, naiv-Folge, also wirklich ein ausführliches Interview. Aber Raphael, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir werden deinen Text auch nochmal verlinken. Die Einzelfalle sehr lesenswert. Und vielen Dank, Raphael. für die Aufmerksamkeit. Ich fand es super. Voll im Film. Gut, sehr gut. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao. So. Ich war ja ganz erschrocken, Stefan so, ja, also der war gestern auch in den Tagesthemen. Ich dachte erst so, ach, jetzt haben wir mal einen Gast, den die anderen Medien jetzt wahrscheinlich nicht so featuren und auf einmal sind alle darauf gekommen. Der Text hat für Aufmerksamkeit gesorgt und die Sache in Stuttgart hat ja nun, es ist ja jetzt debattenübergreifend, ereignisübergreifend, dass du solche Gesprächspartner brauchst, weil du hast ja nicht nur ein Ereignis. Damit würde ich sagen, 15 Uhr, ich muss jetzt auch mal aufstehen, hier beschließen wir diesen Podcast. Ich habe noch einen Nachtrag, Sven-Georg Adenauer, der Landrat von Gütersloh ist der Enkel von Konrad Adenauer. Na, vielleicht wird er auch mal Kanzler und dann kann er die Ehre der Familie wieder aufrechterhalten und macht 20 Jahre Kanzlerschaft. Und dann wäre die Soße gelutscht, der Drops wäre dann gelutscht. Gut. Haben wir Audiokommentare und Musik? Wir haben nachher Audiokommentare. Lass uns mich noch Jens Jüdekum einbauen, denn das passt jetzt noch. Ich will jetzt mit zwei kleinen Clips mal beginnen. Zum einen, Thilo zieht die Augenbrauen hoch, irgendwas muss nachgefragt werden, sonst gibt es wieder Stress. Was ist los? Du willst nach fünf Stunden noch einen Podcast? Eine Stunde, dann haben wir sechs Stunden, dann wird es ein sechseinhalbstündiges Ding. Ich freue mich nur wieder, bis zwei Uhr nachts aufbleiben zu müssen. Nein, du kannst es, niemand wartet zwei Uhr nachts auf ein YouTube-Video. Das liegt fertig in deinem Account, mach es morgens um acht fertig. Wirklich. Zwischen zwei Uhr und acht Uhr braucht keiner einen Aufwand-Podcast am Mittwoch. Die Klickzahlen sprechen, die Klickzahlen springen. Ja, aber wir müssen auch mal an die Hörer denken, wir können ja nicht immer in die Nacht rauchen. Ich werde meine YouTube-Praxis jetzt am Ende nicht auch noch ändern. Ja, dann bleib wach. Dann bleib wach. Okay, um Jens Jüdekum kurz einzuführen, möchte ich doch mal große Zahlen jetzt noch mal kurz nennen, denn zum einen, wir haben weniger Steuereinnahmen. Hört euch mal die Zahlen an. Wegen der Corona-Krise sind die Steuereinnahmen des Staates eingebrochen. Im Mai im Schnitt um fast 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Beim Bund betrug das Minus fast 35 Prozent. So, wenn man das aufs Jahr hochrechnet, reden wir hier von dreistelligen Milliardenbeträgen, die als Steuereinnahmen fehlen. Das ist viel und es wird auch die nächsten Jahre nachwirken. Wir reden hier über Billionen, die fehlen. Also 900 Milliarden ist so der ganze Staatshaushalt, Bund, Länder und Kommunen. Gleichzeitig haben wir ja diese Nachrichtenlage. Die EU-Kommission hat für den Wiederaufbaufonds ein Volumen von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen. Dem gegenüber steht ein deutsch-französischer Vorschlag über 500 Milliarden Euro. Da gibt es einige, die finden das Volumen zu hoch. So, im dreistelligen Milliardenbereich fehlt Geld. Gleichzeitig nutzen wir zusätzliches Geld im dreistelligen Milliardenbereich. Hier ist eins plus eins nicht mehr zwei und deswegen muss das mal durchdiskutiert werden. Es ist ein echter Paradigmenwechsel, weshalb wir jetzt nach Düsseldorf gehen zu Jens Südekum. Diese Krise, die wir hier alle erleben, erleiden und häufiger am Fernsehen gucken in diesem Podcast, die ruft natürlich nach Experten, insbesondere denen aus der Wissenschaft, Virologen, haben wir en masse, Volkswirtschaftler, ein bisschen seltener und jetzt haben wir Jens Südekum hier am Podcast. Herzlich willkommen. Hallo, ich grüße dich. Volkswirtschaften. Was heißt denn das 2020 eigentlich? Ja gut, im Grunde heißt es jetzt 2020 nicht was völlig anderes als vorher. Also wir versuchen natürlich so ein bisschen Erkenntnisse aus wirtschaftlichen Zusammenhängen, die wir auch schon vorher gewonnen haben, auch jetzt einzubringen. Aber ich meine klar, so eine Situation wie 2020 haben wir, also glaube ich, kein Ökonom zu seinen Lebzeiten jemals erlebt. Aber ich meine 2020 ist ja nicht nur Corona, sondern internationale Volkswirtschaft, da denkt man ja auch an Sojabohnen, drohende Atomkriege, irgendwelche Silicon Valley Milliardäre, die sich in Neuseeland einkaufen, weil man sich da irgendwie vor dem Untergang in Sicherheit bringt und so weiter. Schlittern solche Themen irgendwie so mit rein ins Arbeitsfeld? Ja klar, also ich meine natürlich auch die 60er, 70er und 80er Jahre, die hatten auch natürlich ihre spannenden Seiten, aber ich glaube auch, wenn man so auf die Realität heute schaut, so spannend wie aktuell war es selten und so viele Themen, das ist ja eben nicht nur Corona, Klimawandel, die Klimakrise natürlich vor allem, die Handelskonflikte, China und so weiter, also an Themen mangelt es uns nicht. So und jetzt haben wir natürlich ein Thema, Corona und ich habe dich vor allem auch eingeladen, weil du zum einen auf Twitter immer sehr schöne Threads schreibst, bei denen manche unserer Hörer, das weiß ich, eine Gänsehaut kriegen, wenn sie das mal so expliziert sehen, aber du bist auch in anderen Medien präsent, also ich werde dich auch gleich mal fragen, wie man es überhaupt schafft, so aus dem Kreise der VWL-Professoren, die es so gibt, dann doch mal in der ARD-Brennpunktsendung oder so aufzutauchen, aber ein kleiner Stunt von dir, der steht auch wirklich heraus, ein Kommentar am Handelsblatt vom 11.05. mit der Überschrift, wir dürfen die Corona-Schulden nicht zurückzahlen und man liest nur die Überschrift und denkt sich, 2008 ist vielleicht schon eine Weile her, aber nicht allzu lang, wir blicken auf 100, 150 Jahre irgendwie großes Denken über Volkswirtschaften und leben auch in ihnen und erleiden das und versuchen uns leihenhaft dann zu informieren, du natürlich ein bisschen professioneller und plötzlich heißt es, wir haben einen neuen Schuldenberg und der Kommentar dazu lautet, im Handelsblatt, das darf nicht zurückgezahlt werden. Wie ist das gemeint und wie kommt es zu solchen Paradigmen wechseln, dass das überhaupt möglich ist, dass die Handelsblatt-Redaktion dann nicht sagt, eine Süde kommen, das geht so nicht, das widerspricht allem, was wir die letzten 20, 30 Jahre gemacht haben, wie ist das möglich gewesen? Ja, also ich meine, ich habe im Handelsblatt gute Beziehungen schon seit längerem, ich bin auch jetzt Kolumnist im Handelsblatt und das war aber jetzt ein regulärer Gastbeitrag und ich meine, ich hatte eben einfach gefragt, ob mal wieder Zeit ist oder Platz ist, dass ich einen Gastbeitrag schreiben darf, da haben die gesagt, ja, ja, ist alles in Ordnung und die wussten ja jetzt nicht, was ich schreibe und die Überschrift habe ich mir tatsächlich selber ausgedacht, also oft ist es so, dass die Überschriften nochmal von anderen gemacht werden und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das jetzt quasi so aufgenommen wurde, als so eine Sensation, so eine Aussage, dass Schulden nicht zurückgezahlt werden, weil Staatsschulden werden in der Regel eigentlich nie im wörtlichen Sinne zurückgezahlt, also die USA hat seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie irgendwelche Schulden zurückgezahlt. Ja, aber du sagst das so flapsig dahin, aber wir haben ja diese deutschen Ohren von Schäuble und Schäuble im Handelsblatt eben auch die letzten zwölf Jahre und so weiter und dass Schulden eh nie zurückgezahlt werden, das ist, also das klingt jetzt so locker bei dir, aber das ist doch ein echter Paradigmenwechsel, das mal so auszudrücken. Ja gut, also auch in Deutschland, wenn man mal jetzt so die Geschichte der Bundesrepublik, die Schulden, also der erste große Schuldenimpuls war in 70er Jahren nach der Ölkrise, das wurde auch nicht getilgt, also sozusagen die Schulden sind nach oben gesprungen und durch Wirtschaftswachstum ist die Schuldenquote dann im Zeitablauf eben wieder nach unten gegangen, aber ohne dass jetzt die Schulden wirklich getilgt wurden, dann kam die deutsche Einheit und es war vollkommen, wieder völlig illusorisch gewesen, so etwas wie die deutsche Einheit, jetzt quasi, da waren natürlich Schulden en masse, ja, und die wurden auch so gesehen, die zurückgezahlt, das wäre auch gar nicht gegangen. Und jetzt, was nach der Finanzkrise passiert ist, also die Politik schwarze Null, das ist dann seit 2013 eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eben wirklich durch Primärüberschüsse, also dass der Staat sozusagen weniger ausgegeben hat, als er eingenommen hat, wirklich dann eben jetzt auch mal absolut Schulden zurückgeführt wurden, das ist international, für Deutschland historisch eigentlich einmalig und wie gesagt, andere Länder, die USA, Japan und so weiter, die haben sowas eigentlich noch nie gemacht. Bei Staatsschulden, das ist glaube ich immer so ein bisschen das Problem, dass viele eben denken, ein Staat funktioniert eben so wie ein Privathaushalt, also wenn du oder ich Schulden uns aufnehmen, um auszukaufen, auskaufen oder so, der muss, wir müssen natürlich unsere Schulden zurückzahlen, ja, wenn wir sterben, wir können unsere Erben, wenn wir ihnen nur Schulden vererben wollen, eben sagen, nö, wir wollen das Erbe eben nicht haben, ja, aber der Punkt ist ja, ein Staat, der stirbt ja so nicht, ja, also ist erstmal auf Ewigkeiten angelegt und insofern ist Staatsschuldung eigentlich immer so etwas, was zwischen Generationen stattfindet, ja, wir vererben die Schulden weiter, wir vererben aber auch natürlich die Vermögen weiter, irgendwer hat ja diese Staatsanleihen auch gekauft und das geht eigentlich immer so weiter, dieses Perpetuum mobile, ja, und man muss eben immer nur schauen, also alte Schulden werden durch neue Schulden ersetzt, also wenn eine, wir zahlen also immer zurück, also wir haben nie irgendwie einen Deckel offen gelassen, wenn die Anleihe fällig wird, dann gehen wir eine neue raus und durch die neue Anleihe bedienen wir die alte und das ist immer die Frage, zu welchen Zinsen ist das, aber das ist ein Spiel, das ist seit Jahrzehnten bekannt, das machen alle, hat auch Deutschland gemacht, Deutschland sogar professioneller als alle anderen, insofern ist es für mich eigentlich eher verwunderlich, warum sich eigentlich, also diese Mythen von wegen, ja, wir junge Generationen müssen das wieder abbezahlen, warum das in Deutschland überhaupt in den Medien so weit verbreitet ist, weil es halt einfach nicht der Realität entspricht, das ist nicht so, wie es in der Realität und der Praxis passiert. Ja, du hast jetzt gerade schon als neue Orientierung so Japan mal genannt oder Amerika, ich habe es jetzt nur mal grob durchgerechnet, aber du kannst es vielleicht auch mal Daumen mal Pi, wie man in Österreich sagt, bestätigen oder nicht. Wenn wir uns an Japan orientieren und wir haben jetzt mit 200 Milliarden zusätzlichen Corona- Haushaltsschulden ungefähr 15% mehr Schuldenquote aufgebaut, dann hieße das Jahr bei einer japanischen 230% Schuldenquote, dass wir noch 2,5 Billionen offen haben, bis wir in der Situation von Japan sind. Ja, also ob wir Japan jetzt so nacheifern wollen, dass wir auf die selben Werte kommen, das will ich mal offen lassen. Ja, aber ich meine, wir könnten Kurzarbeitergeld 30, 40 Jahre lang zahlen, ohne dass es jetzt, dass wir da Japan überholen würden bei der Problemkonstellation. Genau, aber ich glaube nicht, dass wir Japan jetzt sozusagen mit ihren 230 oder was Prozent des BIPs nacheifern sollten, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir die Lehre daraus ziehen können, dass wir jetzt nicht sagen, wir können uns dieses oder jenes nicht leisten, weil kein Geld mehr da ist. Also so funktioniert es eben nicht. Man muss eben immer genau überlegen, wofür soll denn jetzt quasi dieses Geld, das staatliche Geld aufgenommen werden, die Schulden, denn natürlich hat das auch Nebenwirkungen. Das wäre ja völlig blödsinnig, das zu sagen, dass das alles so völlig easy funktioniert und man einfach Geld drucken kann und für was auch immer ausgeben kann. Also man will natürlich dann sicherstellen, dass das Geld auch an der richtigen Stelle für was wirklich Wichtiges ausgegeben wird. Denn ansonsten, da droht natürlich dann irgendwann so eine Volkswirtschaft auch komplett einzuschlafen, wenn bei jedem kleinsten Wehwehchen der Staat kommt und einen Berg von Geld über allem ausgibt. Das ist, glaube ich, langfristig nicht gut für die Wirtschaft. Daran steckt ja auch wieder so ein großer Paradigmenwechsel, was die öffentliche Bearbeitung dieser Themen angeht. Denn wenn du sagst, man muss das irgendwie beobachten, dann fragt man sich ja so ein bisschen, wie denn beobachten? Also anhand von welchen Veränderungen volkswirtschaftlichen Indikatoren, wie sie in Lehrbüchern stehen oder so weiter, bekommt man denn noch so ein Bild zusammen? Wir kriegen ja gerade mit, und zwar ganz offen präsentiert von Virologen, wie sehr sie forschen, es auf Modelle ankommt, da irgendwie die Operationalisierung geklärt werden muss und dann auch ein Wettstreit bis hin zwischen Bild und Tagesspiegel oder so weiter ausgetragen wird, weil sich die Autoren da irgendwie reinhängen. Und ich habe mal, also wenn ich so leihenhaft drüber nachdenke, dann denke ich als allererstes an Börsenpreise. An Börsenpreisen sollte man ja irgendwie so anerkennen, okay, da sitzen Leute da, die denken über irgendwas nach und dann entwickeln die so einen Preis und wenn der dann auch bestätigt wird auf dem Markt, dann bedeutet da irgendwas. Und jetzt haben wir aber eine Börsenentwicklung gehabt, die sich, und wir gucken ja hier sehr viele Nachrichten, Fernsehnachrichten, wir haben uns über den einen Clip schon sehr gewundert, ich will ihn dir auch noch mal vorspielen. Frank Bethmann wird einfach so halt gefragt, ganz normal, was hat es denn jetzt mit diesem krassen Börsenaufschwung nach Corona auf sich? Ist das nur eine Erholung oder wie kann man das erklären? Und Frank Bethmanns Erklärung im ZDF war folgende. Wie ist dieser Anstieg zu erklären? Ja, der lässt sich nur erklären, wenn man alle Risiken wie Unruhen, Corona oder Handelskonflikte konsequent ausblendet und stattdessen voll darauf setzt, dass sich die Wirtschaft doch schneller als erwartet erholt irgendwie und nicht durch Fundamentaldaten unterfüttert. So, bisher haben wir ja im Fernsehen wenigstens noch präsentiert bekommen, die DAX-Entwicklung hängt am Ölpreis, hängt am Dollar, also auch so immer so Panorama-Erklärung, aber jetzt gar keine Erklärung mehr. Es wird uns einfach dargestellt, das ist alles orientierungslos. Also wie erklärst du dir denn Börsenpreise heute und was sagen sie aus? Ja, also ich meine, da fehlt jetzt schon ein wichtiger Aspekt bei Herrn Bethmann. Also klar, es war schon überraschend, dass man jetzt sagt, der DAX ist jetzt schon fast wieder sozusagen dort, wo er vor der Krise war und als ob nichts gewesen wäre. Jetzt muss man natürlich wissen, so Börsenkurse sind natürlich immer so ein Vorläufer von Konjunktur, also da stecken Erwartungen drin, was zukünftig passieren wird und das ist quasi immer so ein bisschen früher, ja, als eine tatsächliche Erholung. Aber natürlich ist erstmal natürlich die Erwartung, dass die Corona-Krise auch irgendwann vorbei ist, also wenn dann eben der berühmte Impfstoff mal gefunden ist und so, dann ist ja dann auch die Hoffnung, dass alles wieder so wird wie früher und die Börsenkurse nehmen das einerseits vorweg. Also insofern ist es nicht ganz verwunderlich, aber vor allem ist es natürlich die Aktionen der Zentralbanken, die da eine große Rolle gespielt haben. Also es gab da riesige Kaufprogramme, sowohl in den USA als auch mal wieder in Japan, von denen wir es schon hatten und in Europa genauso, ja, das PEP-Programm der Europäischen Zentralbank, was relativ überraschend auch angekündigt wurde. Und damit haben sich dann natürlich viele Sorgen auch erledigt an den Märkten, was jetzt eben Finanzierung angeht, mögliche Kreditklemmen und so weiter. Und das steckt dann natürlich letztendlich auch in diesen Börsenkursen drin, diese Entspannung darüber. Ja, aber das hieße ja, wenn du jetzt sagst Impfstoff schon eingepreist, also wie kann man den Impfstoff schon einpreisen? Wir wissen ja, wie kompliziert das ist. Hört man ja aus allen Richtungen. Also wie kann man das jetzt schon vorwegnehmen? Und da, also wie groß wäre die Überraschung, das Überraschungspotenzial, das man dadurch aufbaut? Und das Zweite ist, man setzt ja dann doch darauf, dass die EZB das schon irgendwie macht und dass es genug Geld gibt und lehnt sich dann zurück oder was machen die da? Ja, ich meine, Börsenkurse kommen dann im Guten wie im Schlechten natürlich immer früher. Also wenn jetzt diese berühmte zweite Welle, von der wir alle Angst haben, wenn die kommt und wenn sich das andeutet, dann wird es natürlich beim DAX auch dramatisch wieder nach unten gehen. Und zwar früher, als man es dann in den anderen Indikatoren sehen wird. Also so Börsenkurse, die sind eben volatiler. Also die überschießen weiter nach oben, überschießen dann nach unten. Ja, und trotz allem ist natürlich die Hoffnung, wann auch immer es da sein wird, ja, dass wir irgendwann, ob mit oder ohne zweite Welle, die Situation schon wieder halbwegs im Griff bekommen, ja. Und dann wollen die Börsenkurse im Prinzip schon vorher da auf diesem Niveau sein. Das heißt dann aber auch, wenn es dann wieder normal ist, dass dann im Prinzip solche Wachstumsraten, wie wir sie jetzt gesehen haben, dann auch nicht mehr zu erwarten sind. Kann man sagen, dass Börsenkurse eine Summe aus BWL-Überlegungen sind? Also Investoren gucken sich sehr genau an, was so Management- Organisationsform einfach machen. Und wenn ihr aber jetzt eine Corona-Politikberatung macht, dass da VWL-Überlegungen dabei sind, die eigentlich gar nicht so viel Nutzen aus so BWL-Summierungs- Analysen nutzen können. Oder spielen Börsenkurse für euch noch irgendeine Rolle, wenn ihr so im großen Ganzen drüber nachdenkt? Also Börsenkurse sind nicht der wichtigste Indikator, das ist schon mal so. Aber in den Börsenkurse stecken natürlich sowohl als auch volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Überlegungen. Also sowas wie die Geldpolitik der Zentralbank, das wirkt natürlich auf alle und das schiebt dann eben auch alle Börsenkurse auf einmal nach oben, ja, die Ankündigung eines Programms. Aber natürlich steckt BWL auch drin, ja. Also natürlich wird gesehen, jetzt die Anbieter von Videokonferenzsoftware, ja, die werden durch Corona eher profitiert haben. Das heißt, die werden wahrscheinlich langfristig sehr gut dastehen, ja. Während zum Beispiel das Reiseunternehmen in die Lufthansa oder Busreisen oder sowas, da wird ja die große Frage sein, werden die Leute jemals, auch wenn es wieder normal ist, wieder so viel auf Reisen geben wie vorher? Ja, und das sagen ja alle wahrscheinlich nicht. Deswegen werden dann Touristikunternehmen wahrscheinlich ein bisschen schwächer künftig dann auch in den Börsenkursen dastehen. Und das ist dann ja eher BWL und das steckt da auch mit drin, nicht? Also diese Relationen mit Unternehmen zueinander. Aber wir als Volkswirte interessieren uns natürlich vor allem, sozusagen für diese großen Makrobewegungen, ja, die dann die Börsenkurse alle gemeinsam nach oben beziehungsweise nach unten schieben. Eine große Makrobewegung ist ja tatsächlich, du hast angesprochen, die EZB, was sie so macht. Das ist ja, also wir gucken hier im Podcast sehr viel Abendnachrichten und da kriegen wir es eigentlich nicht mit. Wir kriegen zwar so ein bisschen mit, wenn Macron und Merkel zusammenstehen und sagen, man könnte jetzt mal drüber nachdenken, auch die anderen EU-Mitgliedstaaten ins Vertrauen zu ziehen, um 500 Milliarden zu mobilisieren. Währenddessen läuft schon ein Pandemic-Emergency-Kaufprogramm der EZB, das 750 Milliarden Euro einfach so in den Raum stellt. Und mit den in den Raum stellen meine ich in, also in den Raum stellt. Das Geld ist verfügbar. Da wird nicht erst groß debattiert, sondern das ist einfach da. Wie beobachtet man das? Also ein Zauberwort ist natürlich Inflation. Wir wissen alle nicht, was diese Billionenwerte jetzt irgendwie, da wird ja wirklich Geldmenge um Prozente erhöht plötzlich, dass man ja wirklich nur mit den Ohren schlackern kann. Die erste Erfahrung haben wir 2008 irgendwie gemacht. Das hat dann wohl so ganz gut funktioniert und jetzt wird es irgendwie wiederholt, aber in ganz anderem Maßstab. Wie beobachtet man das, was die EZB da macht? Es gibt ja in Deutschland auch sehr viel Ärger bis hin zu, dass das Bundesverfassungsgericht da sagt, Achtung, Achtung und mal so partiell auf die Finger haut. Aber wie beobachtet man das, was da gerade passiert bei der EZB mit diesen vielen Milliarden? Genau, also ich meine, erstmal ist es wieder so, was die EZB gemacht hat, ist auch jetzt nichts Besonderes. Also alle Zentralbanken weltweit haben ähnlich agiert, sogar noch aggressiver. Die FED in USA, die Bank of Japan wieder mal, die Bank of England. Also alle haben ähnliche vergleichbare Programme auf den Weg gebracht. Und letztendlich ging es da ja darum, dass eben in dem Moment jetzt in so einer akuten Krisensituation war ja völlig klar, der Staat muss dagegenhalten. Und der Staat sind jetzt vor allem die Regierung, die Fiskalpolitik. und da muss eben dann klar sein, dass die Staaten auch handlungsfähig sind. Man kann jetzt solche Summen, die da mobilisiert wurden, diese 200 Milliarden, das geht nicht, dass man jetzt quasi erst Steuern einsammelt irgendwo, um dann das Geld auszugeben. Das muss ganz schnell gehen. Und das war ja der Sinn und Zweck des EZB-Programms, eben zu sagen, okay, alles, was jetzt nötig ist, da sorgen wir dafür, dass das eben auch zu guten Zinsen funktioniert. Und das ist eben in dem Moment, wo die EZB eben auch solche Kaufprogramme hat, wissen die Märkte, die professionellen Investoren, dass sie eben jetzt ihre Zinsforderungen nicht in die Höhe schrauben können, sondern dass die Zinsen niedrig bleiben werden, weil die EZB als der sogenannte, so nennen wir das, Länder of Last Resort zur Verfügung steht und auch die Staatsanleihen mit aufkauft. Und das half natürlich vor allem Ländern wie Italien und Spanien, die jetzt ja von Corona noch viel schlimmer getroffen wurden als wir, die ja auch einen kompletten Lockdown hatten. Die haben ja wirklich ihre gesamte Wirtschaft runtergefahren, nicht wie in Deutschland. Und die jetzt aber schon einen höheren Stand an Allschulden haben, ja, also wo die Märkte sowieso nervöser sind, ja. Und hätte es jetzt, hätte die EZB nicht agiert, dann, und das war tatsächlich an einem Tag im April, war das so, da stand es quasi auf der Kippe, ob der italienische Staat noch Geld bekommt. Dann hat die EZB das Programm aufgelegt. Dann haben sich sozusagen die Sorgen verflüchtigt. Und auch Italien und Spanien haben zu guten Konditionen, nicht ganz so gut wie Deutschland, aber immer noch gute Konditionen, Zugang zu Geld und können deswegen quasi dann auch entsprechend ähnliche Programme durchführen. Und klar, es ist jetzt viel Geld im Umlauf, könnte man sagen. Das stimmt aber auch nicht wirklich. Denn im Umlauf, ja, bei dir und bei mir und so weiter, ist es eigentlich nicht. Wir haben ja überhaupt keinen Inflationsdruck. Im Gegenteil, seit Corona ist die Inflationsrate sogar noch gesunken, ja, das heißt, es ist sehr viel Geld bei den Banken, ja, also die Zentralbank hat den Banken, die hat Papiere abgekauft, die Banken halten Zentralbankgeld. Das wird aber nur dann zu einem Problem, wenn sie es auch wirklich, ja, wenn eine hohe Nachfrage von Haushalten, Unternehmen, sogenannten Nichtbanken da wäre, dieses Geld denn auch zu nehmen und damit was zu machen, ja, nur dann gäbe es Inflationsdruck. Das haben wir aber gerade nicht das Problem, ja, sondern es wird Geld gehortet, so gesehen, ja, und wir haben momentan eher ein Deflationsrisiko aus meiner Sicht, ja, weil eben einfach alle so verunsichert sind jetzt gerade, nicht, also die Corona-Pandemie hatte ja erstmal sozusagen so handfeste Angebotsprobleme, also da kamen plötzlich bestimmte Güter aus China, die normalerweise kommen, die kamen nicht mehr und wir konnten keine Autos mehr produzieren, weil Teile fehlten und so. Das ist jetzt eher ein Angebotsproblem und das könnte dafür sorgen, dass Autos teurer werden, wenn das bestehen bleibt, ja. Aber es gibt ein viel wichtigeres Problem, nämlich auf der Nachfrageseite Verunsicherung einfach. Also die Leute wissen nicht, wie geht es weiter, kommt die zweite Welle, habe ich in sechs Monaten noch meinen Arbeitsplatz oder werde ich entlassen, ja. Und die völlig natürliche Reaktion darauf ist, wenn ich Geld habe, ich halte das alles zusammen und spare, ja. Und Unternehmen machen dasselbe. Und das ist eher deflationär, ne, weil wenn keiner mehr Geld ausgeben will und alle sparen wollen, dann werden die Unternehmen nicht investieren, dann gibt es kaum Neueinstellungen, dann werden keine Löhne erhöht, ja. Und diese typischen inflationären Impulse, die sind nicht da, wir haben eher das Gegenteil, ja. Insofern ist sozusagen das, was die EZB gemacht hat, das riecht natürlich nach Inflationsrisiko, oh, da wird Geld hingepumpt in Billionenhöhe, aber de facto, paradoxerweise, haben wir eher Deflationsrisiken als Inflationsrisiken. Ja, also ich finde das weiterhin, ich kriege auch ein bisschen Gänsehaut, ehrlich gesagt, wenn deine Antwort bringt, das ist ja das, was Zentralbanken sowieso machen und so weiter, weil wenn man aus dem, was du jetzt gesagt hast, eine Definition der Krise stricken würde, dann hieße das ja, wir sind in einer Krise, weil wir zu wenig Arbeit haben und zu viel Produkte. Und das ist ja eigentlich die Definition von Schlaraffenland und nicht von Krise. Und das bekommt man ja eigentlich nicht so richtig gewichtet, warum wir irgendwelche Verteilungsprobleme haben, dass wir da irgendwelche unausgeglichenen Disbalancen haben, die das eben zu einer Krise machen lassen. Aber wenn wir so viel Geld reintun und immer noch Sorgen haben, dass zu wenig Inflation entsteht und Inflation heißt ja vor allem auch Kaufanreiz, heute schon mal kaufen, was nächstes Jahr dann teurer wird, deswegen auch diese Mehrwertsteuersenkung, das ist ja auch so eine quasi Inflationssimulation und so weiter. Also die EZB, das kann man ja auch mal, vielleicht sollte man mal so anfangen, weil ich will über diese Inflation vor allem mal reden, wie man sie beobachtet und was sie bedeutet. Die EZB gibt jetzt den Notenbanken in Europa den Auftrag, kauft mal Staatsanleihen, damit die Staaten darüber Geld einnehmen. Die Staaten geben die Staatsanleihen raus und bekommen Geld rein. Und das wird aber nicht direkt gemacht, aber so fast dann doch schon, indem nämlich die EZB sagt, liebe italienische Notenbank, geh mal zu dieser öffentlichen Bank, die quasi eine Staatsbank ist, und gib ihr direkt einfach Geld. Also als würde es aus dem Gelddrucker kommen, als würde die Bank zum Geldautomaten gehen und sich das Geld holen und dann steht es eins zu eins dem Staat zur Verfügung. Und der verteilt es dann in der Hoffnung, dass was eigentlich genau? Ja, also erstmal ist es richtig. Es funktioniert nicht so, dass die Notenbank direkt für die Regierung Geld druckt. Das wäre monetäre Staatsfinanzierung, das ist verboten. In Japan wird es so gemacht, in Europa ist das so nicht vorgesehen. Und deswegen geht es quasi diesen Umweg über das Geschäftsbankensystem. Ja, und dadurch haben dann natürlich jetzt vor allem die Regierungen den Effekt, dass sie eben wissen, weil die EZB parat steht, dass eben die Zinsen nicht, wie es in der Eurokrise passiert ist, sprunghaft sozusagen über Nacht in die Höhe schießen können. So, dass niemand mehr die Staatsanleihen kaufen würde und kein Geld zum Staat fließt, wodurch der dann nicht handeln kann. Genau, also in der Eurokrise war plötzlich dann das für so eine 10-jährige Anleihe, wofür in Deutschland gerade Negativzinsen verlangt werden. Da musste dann Griechenland 25% Zinsen auf einmal zahlen. Weil eben zu dem Zeitpunkt die EZB ihrer Rolle so, wie sie jetzt spielt, damals noch nicht gerecht wurde. Genau, und dadurch ist jetzt zumindest der Staat handlungsfähig. Und natürlich potenziell hat sowas natürlich ein Inflationsrisiko. Also wenn das überall so ginge, ja, dann würde das natürlich die Türkei und Zimbabwe und Venezuela und so weiter genauso machen, wenn das so einfach wäre, ja. Aber das ist eben nicht so einfach, denn es ist momentan, also jetzt in anderen Ländern, wenn dann das Geld gedruckt würde, das würde sozusagen sofort international wirken, ja. Es wäre direkt auf den Markt und es würden Leute mit zu viel Geld in den Supermarkt gehen, in dem einfach nichts mehr vorhanden ist, weil alle anderen schon weggekauft haben. Genau, richtig, ja. Und wir haben eben parallel jetzt eben Europa die Situation, dass eben aber einfach sowohl Unternehmen als auch Haushalte eben diese wahnsinnig hohe Sparneigung eben einfach haben, weil sie auch verunlichert sind, nicht? Nicht gleich auch damit, hängt gleich auch damit zusammen, dass jetzt irgendwie so bei vielen unmittelbarsten Konsumbedürfnissen in der Regel erfüllt sind, sozusagen viele einfach an Geld sparen. Ja, und in dem Moment, das, was da passiert, durch die EZB, das ist quasi ein separater Kreislauf, das passiert nur zwischen der Zentralbank und den Geschäftsbanken. Das kommt jetzt bei Otto Normalverbraucher ja so nicht an, ja. Das heißt, es müsste jetzt, damit Inflation entstehen könnte, müssten jetzt eben private Unternehmen, also Industrieunternehmen oder Verbraucher, ja, die müssten jetzt wahnsinnig viel Kredit nachfragen, um zu investieren, um sich irgendwas zu kaufen, ja. In dem Moment würden die Banken, weil sie eben im Geld schwimmen, dieses Geld auch weiterreichen und dann aber erst, wenn es eben bei den Privatleuten und den Unternehmen ankommt, erst dann könnte eben so ein Inflationsdruck entstehen, ja. Aber das hieß eben, die Leute müssten dann wenig sparen, sondern müssten eben wirklich so diesen Impuls haben, hier Geld raushauen, Konsum, Konsum, ja. Dann ist Inflationsgefahr groß, ja. Momentan haben wir das eben gerade mal gar nicht. Aber die Europäische Zentralbank will das ja, weil es gibt diese Zielvorgabe knapp unter 2% Inflation und jetzt finanziert sie indirekt, aber eben dann doch schon ziemlich ersichtlich, diese Staaten einfach. Die haben jetzt das Geld. Die Italiener haben jetzt zum Beispiel gesagt, wir machen ein 50-Mährten-Konjunkturprogramm, worunter zum Beispiel fällt, wir bezuschussen Solaranlagen auf privaten Hausdächern mit 100%. Also man geht dann einfach zum Staat und sagt, ich hätte auch gern so eine Solaranlage und dann wird die bezahlt vom Staat. In Deutschland haben wir jetzt auch schon die Situation gehabt, dass neben dem Kurzarbeitergeld auch so Soloselbstständige und so weiter einen Zuschuss bekommen, also eben nicht Kredit, sondern die bekommen wirklich einfach das Geld ausgehändigt vom Staat. Und jetzt schwingt natürlich immer im Hintergrund somit, naja, könnten wir nicht so ein bedingungsloses Grundeinkommen zumindest schon mal bei der Altersklasse ab 65 oder so einführen. Und wenn jetzt so viel Geld im Raum steht und die EZB die Staaten händeringend darum bittelt, das Geld doch wenigstens so zur Verfügung zu stellen, dass so 2% Inflation pro Jahr nachweisbar sind am Ende, ermessbar sind, liegen dann nicht solche Programme auf der Hand, das Geld tatsächlich, das ist ja auch so Helikoptergeld und sowas, es gibt ja schon so ein paar Begriffe dafür, sowas zu machen. Natürlich, also es gibt auch ernstzunehmende Ökonomen, die sich über sowas dann auch Gedanken machen, sowas tatsächlich zu tun. Man muss eben, ich würde sagen, aufpassen, die Dosierung muss irgendwie stimmen. Also wie vorhin gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass man einfach für alles beliebige Geld raushauen kann und dann sozusagen so denkt, es gibt keine Nebenwirkungen. Ich glaube, das Problem ist dabei, wir haben das Problem in den USA und auch Europa, wir haben über Jahrzehnte hinweg ein sehr niedriges Produktivitätswachstum gehabt. Also es gab nicht mehr so die richtig großen Innovationen, Neuerungen, Wirtschaftsimpulse, sondern so ein bisschen hatte man das Gefühl, die Wirtschaft ist so ein bisschen langsam und einschlafen und es kommt nichts fundamental Neues mehr und die Befürchtung ist glaube ich so ein bisschen, wenn man jetzt quasi so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen finanziert aus der Notenpresse einfach so rausgibt, dass das so ein bisschen auch leicht einschläfernde Wirkung auf so eine Volkswirtschaft hat. Alle sagen, gut, das Geld kommt schon, ich muss nur noch als Konsument funktionieren, habe auch eigentlich keine großen Risiken, denn wenn es irgendwie Probleme gibt, dann kommt ja die EZB und drückt mehr Geld. Ich glaube, das hast du ein bisschen dann eben so diesen, wir nennen das Animal Spirits, so einer Volkswirtschaft, also sozusagen diesen Druck, ich will jetzt hier was erreichen, ich will was Neues schaffen, sodass das so ein bisschen dadurch einschläfern wird. Also du drückst es raffiniert aus, finde ich, dieses Einschläfern, weil wir, ich frage mich, unterscheidet sich das sehr von dem Argument aus der Politik, das wir hören mit spätrömischer Dekadenz, Faulheit der Menschen, man ruht sich dann drauf aus. Also habt ihr noch so eine empirische Raffinesse drin, könnt ihr das sozusagen belegen, dass es so ist? Oder dieses norwegische Modell, um zu sagen, die Leute müssen nicht mehr leisten, leisten, leisten und beispielsweise in der Innenstadt das allererste Geschoss, was üblicherweise so für einen Konsum reserviert wird, wo nicht gewohnt wird, gewohnt wird ab ersten Stock, dieses erste Geschoss wird jetzt in Norwegen teilweise kostenlos abgegeben, damit da eben nicht nur Konsumtempel entstehen, sondern sich auch mal Künstler ausbreiten, Menschen, die vielleicht nicht so eine BWL-Kalkulation im Hintergrund haben, sondern einfach für eine lebenswerte Stadt sorgen. Und sowas könnte man ja damit befeuern und das hieß ja dann nicht einschlafen, also einschlafen nach ökonomischen Kennziffern vielleicht, weil da ist dann weniger Umsatz, aber vielleicht steigt dadurch so eine gewisse Lebensqualität, sowas könnte man ja auch, kann man das VWL-mäßig abbilden? Nein, nein, also das war lange jetzt zum Beispiel bei dem japanischen Modell, über das wir gesprochen haben, da wird jetzt zwar nicht direkt Helikoptergeld ausgeteilt, aber die Bank of Japan, also die ist schon sehr, sehr aktiv dabei, Geld zu drucken, um sozusagen alle Probleme in Japan mit Geld zu überdecken, sage ich mal, und das Wachstum, das Produktivitätswachstum und jetzt so das Wachstum des realen Lebensstandards, gemessen jetzt so an Standardkriterien, war in Japan jetzt über lange, lange Zeit schon relativ schwach, ja, das heißt also, deswegen ist Japan jetzt nicht das leuchtende Vorbild, aber natürlich diese Diskussion, die kann auch mal ein bisschen in andere Richtungen gehen, ja, Skandinavien, hast du ja gerade angesprochen, ja, ich meine, das ist schon alles, ich meine, so ganz langfristig gedacht, ja, ich meine, sozusagen dieses Spiel funktioniert nur mit Währungen, die solide sind, stabil sind und ernst genommen werden, also die USA kann das sehr lange machen, weil der Dollar, das ist quasi die internationale Leitwährung, der Yen ebenfalls und so weiter, ja, wenn jetzt aber versuchen würde, Erdogan in der Türkei, das mit der türkischen Lira so zu machen, das würde einfach nicht funktionieren, weil auch Investoren, auch Banken sagen, nee, wir wollen nicht türkische Lira kaufen, wir wollen uns nicht, wir wollen euch nicht Geld leihen in türkischen Lira, wir wollen das nur in guten Währungen machen, ja, und wenn man das übertreibt, ja, ich weiß nicht, wann der Punkt entkommen ist, aber wenn jetzt die Eurozone sozusagen das machen würde und auf dieses Modell setzen würde systematisch, ist eben eine gewisse Gefahr, dass auch irgendwann quasi der Euro, sozusagen der Ruf des Euro leidet. Das ist schwer zu sagen, da gibt es nicht irgendwie ein Event, das kann auch langsam und schleichend passieren, deswegen bin ich dafür, dass man diese Programme, über die wir da redet und die Ausgaben, und die da getätigt werden, auch von den Staaten, dass das jetzt eben nicht irgendwas ist, sondern dass es eben handfeste Probleme sind, die gelöst werden müssen und da fällt mir jetzt neben Corona vor allem eben das Thema Klimawandel ein, dass wir sagen, da haben wir keine Zeit, jetzt hier lange philosophische Diskurse zu führen, ob es da, wie die Leute einschläfern könnte, wir müssen da sowieso handeln, ja, und in dem Bereich, da ist ein so großer Druck da, dass das eben jetzt nicht an solchen finanziellen Restriktionen scheitern darf, ob man jetzt allen ein bedingungsloses Grundeinkommen auszahlen soll oder ob das vielleicht sogar gesellschaftlich irgendwie in die falsche Richtung läuft, ja, das ist natürlich letztendlich eine demokratische Entscheidung, das kann auch keine Zentralbank entscheiden, ja, das sollte eine gewählte Regierung machen, also es könnte jetzt nicht die Zentralbank sagen, wir entscheiden jetzt als technokratische Institution, wir drucken jetzt einfach Billionen von Geld und geben das als Helikoptergeld raus, wenn sowas gemacht würde, dann müssten das schon die Parlamente entscheiden, ich finde, nicht eine EZB. Du hast ja eben noch einen Punkt gemacht, die Türkei könnte sich so ein Programm nicht erlauben, indem man beispielsweise, so wie wir jetzt, darüber nachdenkt, ob es nicht einfach reicht, damit auch ein bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren, ist ja schon mal eine wahnsinnige Idee eigentlich insgesamt, aber die Türkei hat eben auch, wenn sie auf Investoren blickt, das Problem, dass man da einfach flüchten kann, weil man hat ja noch Euro, in dem man auch investieren kann, beim Euro fällt diese Überlegung eines Investoren schon schwerer, also da sind wir schon ziemlich in der Kategorie Länder of Last Resort, klar, man kann auch in den Dollar gehen oder so, aber beim Euro ist man ja schon ein bisschen abgesichert daran, dass sowas nicht passiert, wie das in der Türkei da eben passiert. So, und jetzt ist ja die Frage. Einige können das, also die Großen, die können das, China, USA, Europa, Japan, vielleicht die Schweiz noch so als Hort der Stabilität, aber das war es dann einfach schon. So, und wenn man das jetzt beobachten möchte, und da meine ich jetzt so richtig akademisch, dass man sich so richtig, was passiert, dann hat man zum einen diese Inflation, die kann man natürlich einfach messen mit diesem Warenkorb, darüber reden wir gleich mal, aber vorher noch die Frage, Wachstum, auch bei dem Argument aus dem Handelsblatt, aus dem Handelsblatt-Text, wir müssen die Schuldenquote senken, indem wir das Wachstum so steigern, dass die Schuldenquote dadurch sinkt, also nicht den Schuldenberg kleiner machen, sondern einfach den Maßstab, an dem wir es ermessen, nämlich die BIP-Zahl einfach vergrößern. Und jetzt gibt es, in Amerika gab es eine Diskussion, Andrew Yang wollte ja auch Präsident werden dort, so als Interpreneur und so weiter und ist dann aber ausgestiegen und der wurde bei Sien einmal gefragt, was würden sie denn als allererstes machen, wenn sie als Präsident vereidigt werden? Er hat gesagt, ich würde das BIP abschaffen. Das ist seit 100 Jahren nervig und dumm und das bildet überhaupt nicht ab, Lebensqualität, Lebenserwartungen und all die Sachen, an denen man sich ja auch messen könnte, an die man auch in einen volkswirtschaftlichen Indikator verzaubern könnte, verwandeln könnte und dann hätte man plötzlich wieder Wachstum aus den Büchern heraus, wenn man einen neuen Maßstab hat. Wie weit geht denn so eine Überlegung? Ja, natürlich, also die Diskussion, ist BIP jetzt quasi so der richtige Wohlstandsindikator, die gibt es natürlich, da habe ich auch eine gewisse Sympathie vor. Ich meine jetzt bei den Schuldenquoten, um die es geht, das ist immer so, weil das einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt auf den Finanzmärkten. Also dieser Indikator, da gucken eben alle drauf und deswegen hat er eine Bedeutung, ob zu Recht oder zu Unrecht, da haben wir dann diskutiert. Aber ich meine, wichtig ist natürlich auch, also man sagt, auch im Handelsfall, was ich gemeint habe, durch Wachstum, damit meinte ich ja jetzt weniger jetzt, dass wir jetzt faktisch das Geld nutzen sollten, damit wir sozusagen das alte Wohlstandsmodell der letzten 30, 40 Jahre dann einfach wieder hochpumpen sollten, sondern Wachstum sollte natürlich vor allem auch so entstehen, dass es ja, wohlstandsvermehrendes Wachstum ist und vor allem eben eine Entkopplung stattfindet zwischen Wirtschaftswachstum und CO2-Emissionen. Also das ist ja völlig klar und dadurch, aber wenn diese Entkopplung, da ist ja Europa und Deutschland erfolgreicher als viele andere, also in anderen Ländern, in China, da gehen BIP-Wachstum und CO2-Emissionen Hand in Hand, ja, in Deutschland und Europa nicht. Da ist die Wirtschaft seit 1990 stark gewachsen und die CO2-Emissionen sind gesunken um 35 Prozent. Also es hätte vielleicht noch mehr sein können, aber immerhin, ja, also da gab es diese Entkopplung schon und ich glaube, zukünftig ist das gerade ja die Herausforderung, dass man diese Entkopplung noch viel besser und viel weiter hinkriegt, ja, und da wäre Deutschland und Europa jetzt natürlich auch der Ort auf der Welt, der mir einfallen könnte, der das schaffen könnte, ja, und dadurch sozusagen diese Geschäftsmodelle, ja, das heißt, CO2-freie Stahlproduktion, das klimaneutrale Auto und so weiter, das ist dann ja etwas, was auch Wachstum bringt, wenn plötzlich die ganze Welt sowas haben will, kaufen will, ohne dass es CO2-Emissionen nach sich zieht, und ich glaube, das Geld, wenn ich sage Wachstum, dann stelle ich mir natürlich so ein Wachstum vor, und damit man das schafft, diese Transformation, die kostet wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viele Investitionen, ja, und diese Investitionen, die sollten dann eben jetzt nicht daran scheitern, dass wir sagen, ja, das können wir uns nicht leisten, ja, denn diese Investitionen, die sind nun völlig klar, notwendig, egal wie man nun Wachstum definiert, ja, ob es was BIP oder oder sonst was, ja, das ist, glaube ich, völlig klar, und diese Finanzierung, wenn die jetzt dann quasi auch aus der Notenpresse, sage ich jetzt mal, salopp kommt, dann ist das aus meiner Sicht unproblematisch, weil das ist dann quasi auch etwas, was dann langfristig quasi den Wert der Wirtschaft in Europa, das Wachstum, das Vertrauen in die Währung und so weiter, langfristig sogar noch erhöht und stabilisiert, ja. Ja. Besteht da auch eine Chance drin, ein anderes Argument zu machen, wir wollten ja auch schon immer mal die Sozialstaatsfinanzierung ablösen vom Faktor Arbeit. Wir haben ja nur zwei große Finanzierungsquellen, einmal diese Schuldenberge und das andere sind ja Steuern und Abgaben und Europa hat ja schon, also die EU-Kommission sogar Hand in Hand, so ein bisschen mit der EZB, die hat ja auch schon so ein grünes Anleihenprogramm aufgelegt, dass sie einfach sagen, ja, wir müssen das ja eh refinanzieren, also so ein Kohleofen, der plötzlich mit Wasserstoff betrieben wird, statt mit Kohle, das ist ja natürlich auch, also so ein Hochofen, der Stahl herstellt und dann nutzt man aber die Gelegenheit zu sagen, solange noch woanders mit Kohle Stahl hergestellt wird, macht man einfach einen Grenzanpassungsmechanismus, also einen Zoll rund um Europa und sagt, der Stahl kostet hier 80% Zoll. Ja. Sowas steht ja im Raum, das ist ja eigentlich auch, hat man in Deutschland noch wenig gehört, aber auch so ein Wahnsinnsvorschlag, der ja auch die Möglichkeit bietet zu sagen, wir machen das jetzt auch als Paradigmenwechsel. Diejenigen, die den Kohleofen betreiben, den Hochofen, die arbeiten da einfach und die bezahlen aber nicht mehr 40% oder was, Steuern auf Arbeit, sondern wir sagen, ne, dieser Stahl ist ja was wert und wir machen das über den Grenzanpassungsmechanismus, also wir gehen jetzt mehr in die Klimabesteuerung, wir nehmen CO2-Preise, wir nehmen Herstellungssachen mit rein in so eine Rechnung und entlassen dadurch in Europa arbeiten. Ja, das ist schon sehr vernünftig, also natürlich in einer idealen Welt gäbe es den globalen CO2-Preis, überall einheitlich und das ist natürlich völlig unrealistisch, also das wird nicht passieren sobald und das könnte eben Europa, wie gesagt, das könnte wieder die Türkei alleine nicht machen, ich denke auch ehrlich, Deutschland auch nicht, würde es nicht wollen, ja, aber die EU ist eben groß genug, könnte eben, das ist ja auch in Planung, diesen CO2-Preis für alle Sektoren eben auch durchführen und dann ist aber eben genau das Problem, das funktioniert natürlich nicht, wenn jetzt europäische Stahlproduzenten klimaneutral oder irgendwie pro Tonne 50 Euro oder 100 Euro CO2 zahlen sollen und chinesische Stahlproduzenten oder indische müssen das nicht, dann schießen wir uns natürlich langfristig selber ins Knie und deswegen genau ist die Idee, dass man eben sagt, in dem Moment, wo China oder wo wir importieren eine Tonne Stahl aus China oder Indien, wo es keinen CO2-Preis gibt, dann wird das eben an der Grenze nachbepreist, ja, und das hört sich jetzt so schlimm an mit Zoll, ja, aber eigentlich ist die bessere Analogie ist, wenn man über die Mehrwertsteuer nachdenkt, ja, also zum Beispiel die Mehrwertsteuer in USA, in einigen Bundesstaaten gibt es gar keine Mehrwertsteuer, in Delaware zum Beispiel ist die Mehrwertsteuer null, wenn jetzt ein Unternehmen aus Delaware nach Europa exportiert, dann dürfen die auch nicht zu null Prozent Mehrwertsteuer verkaufen, sondern müssen in Deutschland dann auch bald 19 Prozent oder demnächst temporär mal 16 Prozent dann auch draufschlagen und das wird dann an der Grenze quasi gemacht, das macht auch technisch der Zoll, aber ist eine Nachbepreisung von Mehrwertsteuer, da schreit jetzt auch keiner, das ist protektionistisch und es ist ein Handelskrieg oder so, das ist ganz natürlich und so müsste man eben dann auch mit dem CO2-Preis auch machen, ja, und das hält dann eben den netten Nebeneffekt, dass dann indirekt, es gibt ja viele Firmen in China oder Indien, die nur für den europäischen Markt produzieren, dass die dann de facto auch CO2-Preise zahlen, ja, und dann auch ihre Produktion drauf anpassen, sich dann auch überlegen, ja, baue ich jetzt einen Kohlehochofen, oder versuche ich auch in erneuerbare Energien zu gehen, um mir eben dieses CO2, diese Grenzausgleichsabgabe zu sparen, also das halte ich für sehr gut und nebenbei hätte man eben dann auch, wenn das auf europäischer Ebene gemacht wird, hätte die EU dann auch die Chance tatsächlich, eine eigene Finanzierungsquelle zu bekommen, also das wären dann Steuereinnahmen, wo man sagen könnte, die liegen in der EU, ja, und nicht mehr bei den Mitgliedstaaten bloß und dadurch hört man auch einen Schritt gehen in Richtung echte europäische Integration, die daraus folgen könnte, also das wäre ein Modell. Ich frage mich, wie weit man das Argument so insgesamt treiben kann, weil mir ist es selber an mir aufgefallen, wir machen diesen Podcast jetzt seit fünf Jahren und am Anfang war mir total wichtig, bei jeder Gelegenheit zu sagen, und im Übrigen will ich einen 50 Milliarden Erbschaftssteuer aufkommen, so, und jetzt stellt sich raus, nee, wenn wir Geld brauchen, dann haben wir es einfach, also da müssen wir gar nicht erst eine Diskussion darüber führen, wir etwas wegnehmen, sondern wir können es erst mal über Inflation reden, wir gleich noch, wie man es, den Zauber sozusagen ein bisschen einfängt, aber dieses Geld steht erst mal da und jetzt haben wir ja bei allen Diskussionen zum Thema Abgabe und Steuern immer so einen Impuls in Deutschland zu sagen, aber das ist ja wieder eine Neiddebatte, jetzt geht das wieder los, die alte Leier, soziale Ungleichheit und so weiter, wenn man jetzt aber die Möglichkeiten hat zu sagen, wir brauchen neue Finanzierungsmöglichkeiten, bei denen nicht der erste Impuls ist, es ist eine Neiddebatte, sondern wir sagen, wie bei Corona auch, wir wollen jetzt mal was für alle tun, für das Allgemeinwohl und wie bei Corona sagen wir jetzt Klima, wir sagen nicht Konsumsteuer, weil starke Schultern müssen auch was leisten, sondern starke Schultern konsumieren so viel, dass die automatisch das Klima mehr schädigen und das muss jetzt alles mal radikal eingepreist werden und dann könnte man mit so einem Paradigma, mit so einem Steuerregime, das Klimapreise wirklich ernst nimmt, den Wert, den wir heute aus Arbeit abschöpfen zur Staatsfinanzierung, irgendwie ausgleichen, so grob, ginge so was? Gut, also das hängt natürlich von der Höhe des CO2-Preises ab, ja, also, Den müsste man dann so hoch machen, dass er genau diese 300, 400 Milliarden Einkommenssteuer und so weiter irgendwie. Ja, ich meine, es ist natürlich so, wenn man das mal umschlagen würde, ja, also die Mehrwertsteuer, die den Konsum belastet, die ist natürlich eine regressive Steuer, das heißt, den zahlen dann jetzt armere Haushalte, auch Hartz-IV-Aushalte, ja, geben natürlich da gesehen, so gesehen einen viel höheren Anteil ihres Einkommens für Mehrwertsteuer aus, als reiche, weil sie einfach letztendlich alles konsumieren, was sie haben und das wäre bei CO2-Bepreisung, das würde ja letztendlich in letzter Konsequenz auch viele Produkte teurer machen, ja, würde dann natürlich den gleichen Effekt haben, ja, während man jetzt bei Einkommensbesteuerung, wo man den Faktor Arbeit besteuert oder Einkommen generell, das kann man natürlich einfacher progressiv ausgestalten, also so richten, dass eben die Reichen auch einen höheren Anteil bezahlen, ja, das wäre dann eben jetzt bei CO2-Steuerung etwas schwieriger, ja, dass man sagt, die Reichen müssen einen höheren CO2-Preis bezahlen als die Armen, da gibt es in einigen Bereichen, kann man sich das vielleicht vorstellen, sowas wie bei City-Baut oder sowas, dass da die großen Autos auch einen höheren Satz zahlen, aber jetzt bei vielen anderen Dingen, ja, wenn man ins Geschäft geht und da ist jetzt eben plötzlich ein Rinder-Steak viel teurer, weil es einen hohen CO2-Gehalt hat, ja, und eine dritte Mehrwertsteuerstufe? Ja, kompliziert, ja, naja, also wir haben ja auch schon zwei, die sind auch schwer zu rechtfertigen, aber eine dritte, warum nicht, 35 Prozent auf alles, das, das wäre dann so eine Art Luxuszuschlag, Luxussteuer für bestimmte Güter, Güter, aber man kann vielleicht auch darauf vertrauen, ja, dass man sagt, bei den Gütern mit höchstem CO2-Gehalt, dass die sowieso die reicheren eher tendenziell mehr konsumieren und dann hat das so ähnlich einen Effekt, ja, aber ich würde es auf jeden Fall als einen Anfang sehen, also die konsequente CO2-Bepreisung, die ist sowieso notwendig, aus vielerlei Gründen, ja, und Einkommenssteuer und sozusagen das Steuertransfersystem, was im Einkommen aufsetzt, das ist aber immer noch, glaube ich, das eleganteste Instrument, um dann eben so Verteilungsaspekte mit reinzubringen, weil das eben über Mehrwertsteuer und CO2-Preise ist das nicht so treffsicher einfach möglich, wie jetzt über die Einkommenssteuer. Ja, vielleicht ist es nur so eine Spielerei, aber vielleicht kann man wirklich einfach mal sagen, wenn die Lufthansa wieder aufsteht und so weiter, wenn es dann alles wieder funktioniert, dass man sagt, der Flug zum Skifahren nach Japan kostet einfach mal 15.000 Euro, der ist auch nicht billiger zu haben, dafür geht er dann auch nur noch einmal die Woche, weil die Anfrage entsprechend niedrig ist und dann fliegt halt wirklich nur noch ein Flugzeug dahin, statt dass da einfach hunderte Flugzeugetouristen, die auch in den Alpen, wo sie mit dem Auto hinfahren könnten, Skifahren, dann eben in Japan Skifahren, weil das so ein tolles Erlebnis ist. Also, dass man sowas irgendwie mal wirklich einfängt, solche Exzessiven. Wenn es so einen CO2-Preis gibt, ist es ja automatisch dann so, dass dieser Flug dann wahnsinnig teuer wird. Also, wenn eben der Kerosin auch entsprechend korrekt der Preis ist, so wie jetzt, dann wird eben, klar, der Flug nach Malle, der wird auch teurer, aber der Flug nach Japan ins Skiresort, der wird natürlich richtig teurer. A-Leute werden es sich trotzdem leisten. Genau. Aber gut, das ist halt so. Genau, aber auf jeden Fall geht das in die richtige Richtung und das muss sowieso sein, dass eben wir wegkommen von sozusagen so undifferenzierten Besteuerungsmotiven, dass wir eben sagen, da geht es ja nun wirklich drum, um CO2-Emissionen. Das heißt, das ist das, was wir eben auch tatsächlich bepreisen wollen. Und zum Beispiel, nicht jetzt einfach Strompreise teuer machen über so eine EEG-Umlage, ganz egal, ob der Strom jetzt eben aus dieser oder jener Quelle kommt, sondern da wäre es eben besser, wirklich eben Strom nach CO2-Ausstoß zu bepreisen. Viel, viel eleganter. So, dann will ich dich als Experten unbedingt nochmal zur Inflationsfrage, denn wo immer mir dieses Thema begegnet, frage ich mich irgendwie, was hat das hier mit auf sich? Wir haben zum Beispiel in den Nachrichten so eine Aufschlüsselung bekommen, offiziell ist die Inflation im Jahresvergleich bei 0,6 Prozent sind die Sachen teurer geworden. Wenn man nur die Sachen im Supermarkt betrachtet, sind es 4,5 Prozent. Wenn man Energie rausnimmt, ist es auch wieder ein bisschen mehr, weil Energie so extrem viel billiger geworden ist, bis hin zu negativen Ölpreisen, wenn man ihn wirklich kauft und so. Immobilien, geht ja alles drunter und drüber und da saß Christine Lagarde, die ja nun im Arbeitsauftrag als EZB-Chefin wirklich hat, das mit der Inflation ist deine Aufgabe, du musst sie beobachten und danach das mit dem Geld regeln, die Geldpolitik machen. Und sie saß im Januar 2020 angesprochen auf Immobilienpreise da und hat Folgendes zur Inflation gesagt. Kommt dir da ein bisschen Angst, Schweiß, wenn du hörst, dass Frau Lagarde sich selber erstmal fragt und ihr Team beauftragt, ja, wir werden uns jetzt mal angucken, wie man Inflation überhaupt misst? Ja, also ich meine, die Messung von Inflation, die ist eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten letztendlich geübte Praxis. Natürlich, man hat immer so wieder Diskussionen, vor allem jetzt bei Immobilien, ja, weil ja eben vor allem in Großstädten Immobilienpreise sehr stark gewachsen sind und die sind jetzt in der Inflationsrate nur insofern berücksichtigt, dass eben Mieten sind eben Teil der Inflationsrate. Das heißt, da sollte natürlich auch ein Zusammenhang bestehen eigentlich, wenn die Häuser aber teurer werden, dass dann auch die Mieten nach oben gehen, weiß man die Diskussion, was Berlin zum Beispiel und insofern ist das mit drin, ja, aber es ist nun mal so, es geht um den Konsumentenpreisindex, ja, und wenn ich jetzt eben eine Immobilie zu Spekulationszwecken sollte, kaufe, ja, dann ist das eben kein Konsum, ja, und dann hat eben dieser Preis dafür dann auch nichts im Konsumentenpreisindex zu suchen, ja, auch die selbstgenutzte Immobilie, wenn ich mir die gekauft habe, das ist dann eben eher sozusagen ein langfristiges Investitionsobjekt. Inflation ist eben dazu da, dass man eben so den üblichen typischen Warenkorb, den man so monatlich konsumiert, ja, der soll eben abgebildet sein und langlebige Güter wie Autos und Waschmaschinen sind da eben auch mit einem gewissen Anteil drin, aber das ist eben so und ich halte jetzt nicht so viel davon, was man jetzt sagt, weil ich jetzt eine bestimmte Vorstellung habe, also sage ich jetzt, wir müssen die Änderung der Messung, ja, der Messmethode ändern, nur damit am Ende ein Ergebnis rauskommt, was mir dann irgendwie passt. Also wenn ich gerne hätte, dass ich mehr Inflation sehe, damit ich dann sagen kann, jetzt muss aber die EZB bitte mal aufhören mit ihrer Geldpolitik und soll endlich mal die Zinsen erhöhen, ja, dann kann ich sagen, ja, die Inflationsrate, die wird völlig falsch gemessen, in Wirklichkeit haben wir viel mehr Inflation. Ja, aber ich meine, genau die andere Argumentation bringen, ja, also man kann zum Beispiel auch sagen, viele neue Güter, ja, die entwickelt werden, sind gerade am Anfang immer sehr billig, ja, und jetzt gerade so digitale Güter, viele Fortschritte, die wir da gehabt haben bei Google oder was auch immer, ja, wir können heute viel mehr günstig oder kostenlos im Internet machen, ja, das wird auch in der Inflationsrate gar nicht gemessen und vielleicht ist es in Wirklichkeit so, dass wir viel weniger Inflation haben als gemessen, ja, weil wir eben so viele Dinge im Internet kostenlos tun können, die eigentlich was kosten müssen, ja, das heißt, man kann in beide Richtungen argumentieren und da würde ich eben sagen, solange es nicht irgendwie einen ganz glasklaren Grund gibt, sollte man eigentlich lieber bei der bewährten Messmethode bleiben, weil man auch nur so Vergleichbarkeit über die Zeit hat. Ja, aber die glasklaren Gründe, finde ich, sind dann doch irgendwie so ein bisschen gegeben, also wirklich mal grundlegend darüber nachzudenken, wie man Inflationsmiss, denn wir haben, wenn wir jetzt Berlin nehmen, innerhalb von 15 Jahren eine Verdopplung von Neumieten, so, wenn man jetzt, Mieten sind ja drin, in der Inflationsfrage. Genau, und wenn man jetzt sagt, okay, wir machen die Geldpolitik, richten wir an der Inflations aus und dann beauftragen wir das Statistische Bundesamt, diesen Warenkorb zusammenzustellen und der verändert sich dann aber nicht und alles, was an dieses Ziel wollen wir erreichen, zwei Prozent pro Jahr, die wird komplett von den, von den Mietsteigerungen eingefangen, während gleichzeitig der Konsum, also sich beim Konsum eben ganz andere Entwicklungen darstellen, auch bei Löhnen zum Beispiel, Deutschland hing ja sehr hinterher, als Frankreich und so sich spitzenmäßig an das vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel gehalten haben, was eben auch bedeutet, Preise auf Arbeit betrifft das auch, hat ja Deutschland so ein bisschen zehn Jahre den Schludian drin gehabt und sich darüber Vorteile erschafft, aber insgesamt dann immer so, ja, aber wir haben doch zwei Prozent Inflation, also da kann man ja schon relativ viel spielen und am Ende übersieht man vielleicht doch was, wenn man sagt, die junge Generation bekommt dann eben Arbeitsverträge, die dieses Inflationsziel nicht einhalten und kriegen im Supermarkt dann eben Nahrungsmittel vorgesetzt, die sie sich gerade noch so leisten können deswegen, ja, also Billigfleisch und der ganze Kram, das ist ja auch nicht von ungefähr, dass in Deutschland eben so eine extrem niedrige Bereitschaft da ist für Essen auch wirklich auszugeben, was es eigentlich wert ist und wenn man jetzt einfach nur so panoramabiesig draufblickt, kann man sagen, ja, Deutschland hat sein Inflationsziel erreicht, allerdings durch eine Verdopplung von Mieten, also da sind die Mieten eben nicht zwei Prozent pro Jahr gestiegen, sondern einfach acht oder neun Prozent, gibt es da nicht Anlass so nach auch zehn Jahren dieser Geldvermehrung durch die EZB und so weiter, jetzt mal dieses Inflationsding, so wie Lagarde es eben auch meinte, mal so ein bisschen, da müssen wir mal drauf gucken irgendwie. Ja gut, ich meine natürlich hat jetzt die EZB eine enorm schwierige Aufgabe, sie muss ja irgendwie eine Politik letztendlich machen, die für die gesamte Eurozone funktioniert, ja, also praktisch nicht nur für innerhalb Deutschlands, also jetzt für junge Familien in Berlin im Vergleich zu älteren Leuten irgendwo in der Provinz, sondern dann auch noch etwas machen, was dann auch noch passt für Süditalien, für Portugal, für Schweden, Schweden nicht, sorry, für Finnland, ja, und das ist natürlich schwierig und deswegen kann das ja nur funktionieren, wenn man ein möglichst einfaches Maß eben hat, ja, und natürlich ist eine Inflationsrate einfach ein Durchschnitt, ja, dein Konsumkorb, der kann völlig anders aussehen als meiner, also meine Inflationsrate, die ich so wahrnehme, kann eine völlig andere sein als deine und unsere ist völlig anders als die von irgendeinem Arbeitslosen in Süditalien, ja, natürlich ist das so, aber letztendlich bei diesen Makro-Fragen mit der EZB sich eben beschäftigt und sagen, wenn es systematischen Inflationsdruck gäbe, dann müsste das über kurz oder lang alle Preise, ja, eben berühren. Wenn es jetzt sowas ist, wie die Mieten in Berlin steigen, ja, dann ist das eben etwas, das hat für die EZB jetzt nicht so die allergroße Relevanz, solange nicht die Mieten überall in der Eurozone gleichmäßig mehr oder weniger steigen. Auch in Deutschland, ja, in Berlin steigen die Mieten irgendwo in der Provinz, in der Altmarke, in Ostdeutschland, da steigen die Mieten überhaupt nicht, ja, insofern sind das relative Preise, die sich da verschieben und das hat eben das damit zu tun, dass wir Urbanisierung haben, dass die Mieten so stark steigen und ist jetzt nicht systematischer Inflationsdruck. Insofern, damit die EZB überhaupt ihre Aufgabe erfüllen kann, ja, muss sie sich an möglichst einfachen und transparenten Durchschnittskriterien irgendwie orientieren und das andere sind Verteilungsfragen, also wenn es darum geht, wie hilft man jungen Familien in Berlin, dass die günstigen Wohnraum bekommen, ja, das ist dann eine Aufgabe für den Berliner Senat, und nicht für die EZB. Ja, vielleicht nicht die EZB, aber es gibt ja noch andere politische, vielleicht auch größere als der Berliner Senat, auch wenn es ein Berliner Problem ist, Neumieten, Urbanisierung und so weiter, das betrifft nun mal vor allem junge Menschen und wenn man das vergleicht mit alten Menschen, die wohl eher nochmal aus Berlin wegziehen, dann raus ins Grüne und so weiter, liegt nicht eine interessante Forschungsfrage darin, zu sagen, wir nehmen jetzt mal den faktischen Warenkorb der Menschen unter 40 in Deutschland und vergleichen den mit den Menschen über 60, weil dann, meine Vermutung ist einfach, dass da doch erhebliche Unterschiede, wenn überhaupt noch deckungsgleich da irgendwas drin ist, dass es da doch erhebliche Unterschiede gibt, die auch eine wirkliche volkswirtschaftliche und politische Konsequenz vor allem haben müssen. Ne, das ist schon klar, also die werden unterschiedlich aussehen, nur aus meiner Sicht ist das dann eben eine Aufgabe für die gewählten Parlamente und für die Regierung, da dann für den Ausgleich zu sorgen und die EZB, die macht eben Politik für alle, für die Jungen, für die Alten, für die Kinder, die Finnen, die Deutschen, das heißt, die müssen sich an irgendeinem Durchschnitt orientieren, obwohl wir sind, dass dieser Durchschnitt natürlich bloß ein Durchschnitt ist und das für verschiedene Gruppen ganz anders aussieht und dann eben, wenn es wirklich diesen systematischen Makroinflationsdruck gäbe oder Deflation, ich glaube ja eher Deflation ist das Problem, dann wird man das eben in diesem durchschnittlichen Index dann eben auch sehen und Verschiebungen, die Unterschiede von unterschiedlichen Gruppen, deren Warenkörbe und wie sich das auseinanderentwickelt, das gibt es, das will ich überhaupt nicht bestreiten, das gibt es auf jeden Fall und das ist dann aber etwas, das ist eine Steuer- und sozialpolitische Frage innerhalb der einzelnen Länder. Ich denke da vor allem mit die Bundesregierung dann entsprechend eben auch machen, ich denke da vor allem an die Bundesregierung sozusagen als Adressat für so ein Argument, weil man jetzt bei diesen Corona-Hilfen dann doch feststellt, für alle drei Millionen deutschen Studenten gibt es so einen Zuschusstopf von 100 Millionen und die Lufthansa alleine als Unternehmen kriegt neun Milliarden und da liegt ja ein Faktor von 100 fast dazwischen und auf der einen Seite sind drei Millionen Menschen betroffen, von denen zwei Millionen nebenher noch gearbeitet haben und jetzt komplett aus diesen Arbeitsbereichen rausgefallen sind, weil das alles Corona-Lockdown ist, also Kellnern, diese ganze Unterhaltungssachen und so, die lokal halt stattfinden ja und diesen Faktor von 100 zwischen Lufthansa und Studenten, Studierendenschaft in Deutschland, die Studierenden sind halt kein einheitlicher Wirtschaftsfaktor, wo man so einen Makro-Blick drüber werfen kann, aber irgendwie glaube ich, wenn man da spezifischer Daten erhoben hätte, wäre vielleicht dieser Faktor in der politischen Abwirkung nicht so krass ausgefallen. Wobei man natürlich sagen muss, die Lufthansa hat ja kein Geld geschenkt bekommen, das sind neun Milliarden, aber dafür hat der Bund Aktien gekauft und wenn alles gut läuft, dann verkauft der Bund diese Aktien in ein paar Jährchen mit einem schönen Gewinn und hat für die Steuerzahler quasi noch ein gutes Geschäft gemacht. Mal gucken. Also dass jetzt im Prinzip dort Geld verschenkt wurde an die Lufthansa, hoffentlich passiert das nicht, während eben ja für die Solo-Selbstständigen diese Soforthilfen, das waren ja echte Geschenke. Ja, bei Studierenden würde ich immer von Investitionen in die jungen Leute sprechen, niemals von Geschenken an Studierenden oder so. Gut, ein Thema, das letzte, was ich unbedingt ansprechen will, Zinsen, weil wir haben, wenn man sich die wissenschaftlichen Betrachtungsanschauern haben wir zuerst Texte, die darstellen, ja, seit 800 Jahren gibt es so eine Art Wirtschaft basierend auf Zins und das begann mal los mit, ich gebe dir heute ein Tal und du gibst mir morgen zwei wieder, also 100% Zins in Tagesfrist und jetzt 800 Jahre später und das ist eine sehr kontinuierliche Entwicklung, sind wir einfach beim Nullpunkt und so langsam auch beim Negativzinsen. Das heißt, wir sind hier nach 800 Jahren, also wir sind hier an einer historischen Zäsur, die tatsächlich das ganze menschliche Wirtschaftsleben irgendwie umrahmt, oder? Ja, also wir haben auf jeden Fall sehr, sehr langfristig einen Abwärtstrend bei den Zinsen, also ich will jetzt gar nicht sozusagen diesen Blick über die Jahrhunderte, ich bin kein Historiker, aber wenn man so jetzt in die jüngere Vergangenheit schaut, die Zinsen hatten mal so ihren Hochpunkt irgendwann im Ende der 70er und seitdem sind sie global auf einem Abwärtstrend und die eben nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern auch wieder global. Und der Grund dafür ist letztendlich derselbe wie der, über den wir vorhin gesprochen haben, warum es eben trotz dieser Geldflut der Zentralbanken keine Inflation gibt, weil eben, wie gesagt, das Geld nicht abgerufen wird aus dem Geschäftsbankensystem, weil niemand dieses Geld will und damit investieren, damit groß konsumieren, sondern vieles wird eben gehortet und gespart. Und der Zins ist ja nichts anderes als der Preis des Geldes. Und das heißt, dass die Zinsen so niedrig sind, heißt, die Nachfrage nach Geld ist einfach so niedrig. Keiner will das. Alle wollen sparen. Und deswegen haben wir eben diese Abwärtsbewegung in den Zinsen. Das ist nicht von den Zentralbanken gemacht, sondern es hat vor allem zwei Gründe. Man so ganz einfach sagt, es gibt ein hohes Angebot an Ersparnissen. Die Leute wollen eben vorsorgen. Das hat viel mit Demografie zu tun. Wir werden älter, wir haben längere Zeit unseres Lebens einfach in der Rente, wo wir nicht mehr arbeiten, aber noch konsumieren wollen. Das heißt, dafür sorgen wir vor. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht noch der wichtigere Grund, ist eben, die Unternehmen haben heute eben nicht mehr diese Kapitalnachfrage, wollen also nicht so viel Geld abrufen, um zu investieren. Denn so ein Internetunternehmen, Google, Amazon, Facebook, auch die Kleineren und so weiter, die haben nicht mehr den Kapitalbedarf wie früher Industrieunternehmen, wie ein Stahlwerk oder so. Die haben sowieso ganz andere Möglichkeiten, sich zu finanzieren. Die müssen das nicht mehr über den Bankensektor machen und sagen, könnt ihr uns bitte Geld leihen? Und der kanalisiert dann quasi die Ersparnisse der Haushalte dort dahin. Das brauchen die so nicht mehr. Und wenn man beides zusammennimmt, also ganz viele Leute, die ganz viel sparen und gleichzeitig Unternehmen, die wenig Kapitalnachfrage haben, das hat auch was damit zu tun, was wir vorhin besprochen haben, dass einfach der Produktivitätswachstum so schwach war in den letzten Jahren. Also die richtig großen Durchbrüche, Innovationen, die gab es irgendwie so nicht mehr. Oder zumindest waren sie nicht mit einer hohen Kapitalnachfrage verbunden, weil wenn das gemacht wurde, dann kam das eben von so großen Monopolunternehmen wie eben Facebook, Google, Amazon und so weiter, die das mehr oder weniger alles aus so einer Binnenfinanzierung geschafft haben. Also das alles, diese ganze Gemengelage, die ist dafür verantwortlich, dass wir einerseits keinen Inflationsdruck haben und andererseits, warum die Zinsen so niedrig sind. Und das Schöne daran ist, sage ich mal, dass eben weil die Zinsen so niedrig sind und weil der Inflationsdruck so gering ist, es eben jetzt keine Ausrede gibt für den Staat, jetzt zu sagen, wir können dies oder jenes, wir können es den Kampf gegen den Klimawandel nicht leisten oder wir können es uns nicht leisten, Corona-Rettungspakete zu stehen. Doch, wir können es, also das ist sozusagen das Gute, wir können es uns leisten, dass der Staat eben dann gerade in die Bresche springt und eben diese Nachfrage nach Geld und nach Kapital, die irgendwie von Unternehmen und den Haushalten nicht kommt, wenn die jetzt eben vom Staat kommt und der so ein bisschen dieses Vakuum füllt, dann geht das eben. Und ihr solltet das aus meiner Sicht machen, solange das eben nützliche Ausgaben sind, die auch langfristig was bringen. Also haben wir jetzt über diese Konstellation aus nicht mehr vorhandenen Zinsen sehr große Geldquellen, die die EZB, also es sind ja mittlerweile bis zu einem Drittel der europäischen Staaten sind einfach bei der EZB als Schulden hinterlegt, die könnte man auch genauso gut vergessen, das musste man dann nur irgendwem erklären, aber faktisch sind die ja schon vergessen, die liegen halt da und warten so ein bisschen. Und jetzt ist nur noch die große Frage, also gesellschaftlich einfach, wie man aus den Schulden heraus wächst, also beim Wachstum als Prinzip bleibt, ohne damit weiter das Klima zu zerstören. Genau, das wird eben die große Herausforderung sein. Wenn man mal eben schaut, also eine so eine Fantasie, dass man einfach das Klimaproblem durch irgendwie so einen Stopp, Stopptaste lösen kann. Ich finde, da hat die Corona-Pandemie was ganz Interessantes gezeigt. Ich meine, die Weltwirtschaft stand ja ziemlich still, eine Zeit. Also es gab diesen einen Tag, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, es war durch den 9. April, war das? Das war sozusagen der Höhepunkt der Lockdowns. Da war China noch zu, Europa war zu und die USA hat gerade zugemacht. Das heißt, da ist kein Flugzeug geflogen, da wurde, da stand quasi, dass die Weltwirtschaft so still wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und wenn man jetzt guckte, an diesem Tag, die CO2-Emissionen an diesem Tag waren aber nur 17 Prozent geringer als im Tagesdurchschnitt 2019. Das heißt, selbst wenn man die gesamte Weltwirtschaft mal auf Stopp drückt, hat man quasi eine Reduktion von CO2-Emissionen von nur 17 Prozent erreicht. Das heißt, wenn man jetzt wirklich noch weiter runter will, dann kann man sich selber ausrechnen, was man dann machen müsste, also wie man die Wirtschaft einfrieren müsste, wenn man das Klimaziel erreichen wollte durch irgendwie so Degrowth. Das heißt, aus meiner Sicht folgt daraus, das einzig realistische Szenario ist eben, dass man wirklich diese Entkopplungsstrategie wirklich konsequent verfolgt. Also dass man sagt, Wirtschaftswachstum, aber entkoppelt von CO2-Emissionen durch konsequente Finanzierung von eben klimaneutralen Technologien. Und das kostet wahnsinnig viel Geld, gerade in der Anfangszeit. Also so eine Tonne grüner Stahl ist halt noch doppelt so teuer wie eine Tonne konventioneller Stahl. Deswegen muss man zum Beispiel eben diese Differenz erstmal subventionieren, damit dann dort Lerneffekte einsetzen, bis es irgendwann wettbesatzfähig ist. Das wird wahnsinnig viel Geld kosten an Investitionen. Und aus meiner Sicht eben diese Investitionen, die zahlen sich aber langfristig aus, sowohl konventionell im BIP gemessen, als auch was Lebensqualität, Klima angeht, also egal, wie man es im Wohlstand und deswegen muss da das Geld rein und eben Corona-Hilfspakete, Rettungsprogramme, Konjunkturprogramme sollten deswegen auch darauf ganz stark ihren Fokus setzen. Und dann können wir darauf auch wieder rauswachsen, indem wir eben später Wirtschaftswachstum, aber möglichst grünes Wirtschaftswachstum haben. Ich glaube, das geht. Ja, und dann allerletzte Abschlussfrage, ich will dich nochmal zu was provozieren vielleicht. bei Corona haben wir ja festgestellt, dass die Staaten, also die Bundesländer beispielsweise, einfach aufgrund einer Hörerfahrung in einem Podcast sagen können, wir haben gestern alle diesen Podcast gehört und wir machen in drei Tagen die Schulen zu und dann bleiben die drei Monate zu. Wusste man da noch nicht, dass es drei Monate sind, da waren sie immer drei Wochen angekündigt, aber das ist ja eine ziemlich radikale Maßnahme, auch volkswirtschaftlich, das greift ja richtig tief rein, wenn man diesen Bildungsbereich da richtig lahmlegt. Und jetzt haben wir dieses Tönnies Zeug, wo auch hingefahren wird und gesagt wird, wir machen nicht nur den Laden zu, sondern wir engagieren auch noch die Bundeswehr, um sicherzustellen, dass dieser Laden hier zu bleibt. Und dann kommt wieder das Argument von Tönnies selbst, aber das ist jetzt dann wirklich vorgeschoben von ihm, wir haben ja einen Versorgungsauftrag und wenn wir die Leute nicht mit belegenem Fleisch versorgen, dann verhungern die ja und so weiter, wo sollen denn die Proteine herkommen? Könnte man sich sowas aus deiner Sicht auch nochmal beim Klima vorstellen, dass man einfach eine Notbremse zieht politisch und sagt, dieser Wirtschaftsbereich und zwar nicht nur einzige Unternehmen, sondern Segmente, Branchen werden ausgeschaltet, vielleicht nicht von heute auf morgen, aber mit einem Enddatum, dass man einfach sagt, 1. Januar 2021 und dann ist finito bei manchen. Ich meine jetzt bei dem Braunkohleausstieg, da war es ja fast so, also ich meine klar, das Enddatum war 18 Jahre und so. Das hätte man ja auch sozusagen 2038, man hätte ja auch sagen können, was weiß ich, 2030 oder wann auch immer, aber im Grunde war es da ja eigentlich auch so und ich meine, man muss eben sehen, wenn dieser CO2-Preis, über den wir gesprochen haben, wenn der wirklich umgesetzt wird und eben nicht in so einer homöopathischen Dosis, sondern ordentlich, dann ist das für viele Sektoren in dem Moment genau dieser Stopp. Also hätten wir einen CO2-Preis von 100 Euro oder sowas, dann wäre sofort Schluss mit Braunkohleproduktion und zwar nicht 2038, sondern morgen. Und das heißt, das ist dann auch eigentlich einfacher, weil dann ist das quasi ein Marktsignal, was für alle gleich ist und dann hat das nicht irgendeine böse Regierung irgendwie so erlassen. Das wäre keine Planwirtschaft, willst du sagen? Das wäre keine Planwirtschaft, ja. Also ich glaube, es wäre eben, glaube ich, effizienter, weil es würden dann Stoppsignale auch in Bereichen bringen, an die wir gar nicht denken. Also wir kennen ja jetzt nicht, also Tönnies, das ist ja so, das ist in Medien, bei denen, der ist jetzt im Fokus, weil die Braunkohle, ja. Aber viele andere Bereiche oder im Verkehr oder Landwirtschaft, die stoßen auch CO2 aus, noch und nöcher, aber die sind eben nicht so auf dem Radar, ja, aber die würden auch von so einem CO2-Preis erfasst. Insofern wäre das eigentlich, finde ich, das effizientere Signal, als irgendwie so eine Ankündigung oder irgendwie ein Erlass aus Berlin. sehr gut. Na dann plädiere ich hier für neue Kennziffern, die diesen Verschmutzungsgrad und Klimaschädlichkeit einfach mal mit rein und das bauen wir dann ins BIP mit ein und dann macht ihr daraus eine Wirtschaftsberatung für die Physiker. Ganz so mächtig wie die Virologen sind wir aber nicht. Also es ist nicht, dass wir einen Podcast produzieren und dann finde, drei Tage später werden dann in Berlin Entscheidungen getroffen. Das können leider, was heißt leider, das können nur die Virologen. Aber das war beeindruckend, nicht wahr? Das muss man schon mal sagen. Das war nicht schlecht. Sehr gut, Jens. Dann danke dir für diese Ausführungen, auch für den Mut, hier deine Kolumne und uns nochmal sozusagen in aller ja provokanten Haftigkeit, was in Deutschland, ja schwarze Null liegt ja einfach tief noch im Ohr und im Bewusstsein vergraben, dass man da so langsam buddeln geht und in die neuen Paradigmen rausholt. Und ich sage bis bald. Und ich sage auch Tschüss. Hat Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal. Sehr gut, bis denn. Und damit endet heute diese sehr lange Ausgabe. Thilo spielt uns raus mit gewohnten Jingle-Zufallszahlen, die genauso zufällig sind wie die Corona-Daten, die gesendet werden. Also keine Angst, ihr wird keine Privatsphären verletzt. So zufällig ist es nicht. Also nochmal der Hinweis, ihr habt noch vier Folgen Zeit, euch auch per Audiokommentar hier in diesem Podcast zu verewigen. Nutzt die Chance, falls ihr es noch nicht getan habt und es unbedingt tun wollt. Ansonsten habt ihr die Chance, Präsentator oder Präsentatorin einer der letzten vier Folgen zu werden. Wer das immer schon machen wollte, hat jetzt die Chance mit mindestens 250 Euro. Ansonsten könnt ihr auch auf die Ehrentribüne als ProduzentInnen kommen. Ab 42 Euro werdet ihr das. Und auf die Ehrentribüne kommt man schon als Unterstützer mit dem ersten Euro. Auch hier schon mal vorab danke. Danke auch an Hans für seine Zeit, sein Sitzfleisch. Immer wieder gerne. Und seine guten Ideen und guten Fragen. Da hast du aber lange dafür gebraucht. Ja. Expertise, Erfahrung, Weisheit, Klugheit, alles. Weisheit. Seine Weisheit mit SZ. Hans Weisheit. Ja. Alles gut. Alles gut. Nachgebauchpinselt, bis er richtig weiß glänzt. Weißt du? Gut, wir haben Fertisch. eine schöne Woche und hören uns in 4-4-1 wieder. Und wer noch mal ein Intro-Intro produzieren möchte, hat jetzt auch noch vier Folgen Zeit. Ich habe dieses Mal kein Intro-Intro gehört. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt... Gab es keine Intro-Intros auch bei dir jetzt in den letzten Folgen, oder? Da wir immer Wert drauf gelegt haben, dass sie zu dir gesendet werden, sind bei mir dankenswerterweise keine angekommen. Also, Leute, viermal habt ihr nur die Chance, Intro-Intro basteln. Und am liebsten natürlich zwei von Männern und zwei von Frauen wäre mir am liebsten. Ansonsten, wenn sie geil sind, mache ich auch zwei oder drei am Anfang. Das war's. Schöne Woche. Bye-bye. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und Deutschland, alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. Feuer! Erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst. Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist von früher her. Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren. Herr Putin, wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf von ganz Deutschland. Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass Deutschland bleibt. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Und die Quelle, die ich... Das ist ja Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Das ist doch alles Wahnsinn. Die sind doch verrückt geworden. Das kann nicht sein so. Things will get better when workers of the world unite. Vom Kopf her vernünftig, aber an sich ist es schwierig. Aber es ist nötig und es ist gut so. Und wenn sich alle dran halten, sind wir das Wald wieder los. Tschüss zusammen. Wiedersehen. Tschau. Vielen Dank. Und jetzt Now the end is near, and so I face the final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention, I did what I had to do, and saw it through, without exemption, I planned each charted course, each careful step, along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I am sure you knew, when I bit off more than I could chew, and through it all, when there was doubt, I ate it up, and spit it out, I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all, I find it all, so amusing, to think, I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not, to say the things, he truly feels, And not the words of one who kneels, the record shows, I took the blows, and did it my way. It was my way. Are you watching closely? The Aufwachen-Hörer-Kommentare My stage is yours. Hallo, liebes Aufwachen-Rudel. Ich möchte kurz eine kleine Geschichte aus meinem Arbeitskontext erzählen. Ich arbeite nämlich viel, ja, ein bisschen wie eine Sozialpädagogin mit Jugendlichen aus teilweise eher schwierigen sozialen Verhältnissen, mit Kindern, die einfach nach ihrem Schulabschluss, sei es Hauptschulabschluss, mittlere Reife oder auch Abitur, nicht wissen, wie es jetzt weitergeht. Und habe da auch ganz oft Kinder mit Migrationshintergrund und viele Kinder, die einfach auch ohne Migrationshintergrund, aber aus ein bisschen, ich sage jetzt den bösen Begriff, bildungsferneren Familien stammen. Und hier merke ich auch, dass sich diese ganzen Vorurteile und Klischees ganz, ganz oft erfüllen, weil man einfach gewisse Erfahrungen sammelt. Und da habe ich mich jetzt sehr an den Polizisten erinnert, weil ich mich da häufig mit den anderen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern darüber unterhalte, dass man echt aufpassen muss, da ja trotzdem zu differenzieren und zu sagen, man arbeitet eben mit einer bestimmten Randgruppe, wirklich mit Jugendlichen, die einfach Probleme haben, die aber nicht repräsentativ für alle 15-, 16-jährigen Jungs mit syrischen Wurzeln zum Beispiel stehen. Und da ist es aber trotzdem so, dass ich merke, wie sich mein Verhalten ändert, weil ich halt immer wieder genau die gleichen Probleme mit genau dem gleichen Phänotyp Mensch bekommen. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, sich darüber auszutauschen und finde es super toll, dass dieser Polizist sich da so zu Wort gemeldet hat, weil genau das ist ja das, was wir dagegen machen können. Zu merken, okay, da passiert gerade irgendwie ein Prozess und es sind vielleicht auch Erfahrungswerte, die auch so stimmen, aber ich muss das immer abgrenzen und ich muss das differenziert betrachten. Und deshalb glaube ich auch, dass einem sozusagen soziale Arbeit in irgendeiner Form teilweise ein bisschen rassistischer denken lässt, beziehungsweise auch manchmal abfälliger, weil einfach ganz viele Klischees total stimmen und ich immer wieder entsetzt bin, wo ich gedacht habe, ach, das denkt sich RTL doch aus, dass Leute sowas sagen oder denken. Und dann begegnet es mir im Berufskontext einfach wirklich das Mütter sparen, um für ihre Kinder Fruchtzwerge zu kaufen, weil sie glauben, dass da Kalzium drinsteckt und die super gesund sind und für die eine Welt zusammenbricht, wenn sie erfahren, dass das einfach totaler Zuckerplempel ist. Und das sind Sachen, die kann ich mir irgendwie, hätte ich mir nicht vorstellen können, wenn ich sie nicht erleben würde. Und ich bin gleichzeitig ganz froh, weil das auch irgendwie Verständnis schafft, dass wenn Werbung so manipuliert, dass dann ja auch Nachrichten bestimmt ganz, ganz anders, ganz undifferenziert und einfach für bare Münze genommen werden. Soviel dazu und dann noch ein kleiner Nachschub zu Pauls Aussage, sich das Video von George Floyd nicht angeguckt zu haben. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Wir haben erst gestern am Küchentisch uns über diese Snap-Videos unterhalten, wo eben sowohl mein Bruder als auch mein Freund mal eigentlich unwillentlich sowas angeguckt haben und sie bis heute sagen, das sind Bilder, die ihnen nicht aus dem Kopf gehen. Also Videos, wo wirklich Menschen umgebracht werden und das nicht gespielt ist, sondern real stattgefunden hat. Und ich glaube, man sollte sich vor sowas ganz, ganz, ganz klar schützen und fernhalten. Und ich glaube, diese doch auch irgendwie Abstumpfung, die da stattfindet, die man ja selber bei sich auch merkt, je mehr Filme man guckt, in denen Menschen erschossen werden, Köpfe zerspringen, was auch immer, desto härter wird man da im Nehmen. Deshalb kann ich das sehr gut verstehen, sich da zu schützen und finde es eigentlich sehr gut. Und ich finde es auch mutig und richtig, das als junger Mann zu sagen und sich damit nicht mit Coolheit zu brüsten, sowas auszuhalten. Soviel von mir. Ich finde das ganz, ganz wunderbar, das aktuelle Format. Fühlt euch alle ganz, ganz lieb gegrüßt. Hallo, ihr Lieben. Ich bin Andreas aus Heidesee mit einem Kommentar zur Folge 439, die ich gerade höre und extra unterbrochen habe. Und eine Ergänzung zu meinem Kommentar in der letzten Folge. Da habe ich nämlich den armen Paul beschuldigt, dass er immer von Bullerei spricht und hat mich darüber beklagt. Und in dieser Folge ist es nun ganz anders. Das heißt, ich habe ihn zu Unrecht beschuldigt, wegen eines einmaligen Ausrutschers vielleicht. Tut mir leid, lieber Paul, nehme ich hiermit zurück. Fand ich sehr schön, auch wie du sagst, dass du die Polizei und die Institution der Polizei in unserem heutigen System an sich doch verteidigst. Fand ich ganz angemessen. Sehr schön fand ich auch deinen Beitrag, den du mitgebracht hast, über die Herkunft der ARIA. Werde ich mir anschauen bei nächster Gelegenheit. Überhaupt fand ich deine Beiträge sehr schön und würde mich freuen, dich bei Gelegenheit wieder im Aufwachen Podcast hören zu können. Eine andere Kleinigkeit. Ihr sprach über die Pufferwirkung der Ozeane und habe dann gemeint, dass es wohl um die Pufferwärmepufferwirkung geht. Aber das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Es ging ja um die Löslichkeit von Gasen in Wasser. Und bekanntermaßen dienen die Ozeane oder wirken als sehr großer CO2-Pufferspeicher. Also etwa ein Drittel des ausgestoßenen CO2 – jetzt aus dem Kopf bin ich ganz sicher, ob es stimmt – wird in den Ozeanen konstant gespeichert, also als Gas dort gebunden. Und es ging darum, dass eben Pufferwirkung von die Löslichkeit von Gasen in Wasser mit der Wärme bis steigende Temperatur abnimmt. Und das heißt, es würde weniger CO2 gebunden werden können, beziehungsweise schon gebundenes CO2 natürlich dann auch freigesetzt werden. Und ich würde sagen, dass sich der Beitrag darauf bezog. Das war's. Vielen Dank, ihr Lieben. Tschüss. Guten Morgen, liebes Aufwachen-Team. Hier ist der Florian aus Löwen in Belgien. Nach längerer Zeit spreche ich auch mal wieder einen Kommentar ein. Ich höre gerade die Folge 439 – Glück und clever. Und es geht gerade darum, dass die Nordsee ziemlich zugepflastert ist mit Windrädern und Ölbohrplattformen und dass es dort viele Schiffsbewegungen gibt. Ja, und dass es halt alles trotzdem noch als Naturschutzgebiet gilt. Es soll mir jetzt auch gar nicht so viel um das Naturschutzgebiet gehen, sondern mir ist einfach nur so ein Gedanke gekommen, der ist wahrscheinlich auch gar nicht neu und haben wahrscheinlich schon andere Leute vor mir formuliert. Nämlich, Stefan meinte auch, da beißen sich Klimaschutz und Naturschutz irgendwie gegenseitig, weil halt die Windräder im Naturschutzgebiet stehen und dort nicht hingehören. Zumindest, wenn man es wirklich als reines Naturschutzgebiet begreifen würde. Und da ist mir so der Gedanke gekommen, ja, es geht auch beim Klimaschutz so wichtig, der ist überhaupt nicht um Naturschutz. Und das möchte ich so ein bisschen erklären, weil wir haben ja ein sehr anthropozentrisches Weltbild, was wir als Naturschutz begreifen. Weil der Natur als willenloses Ding, als übergeordneter Rahmen ist ja im Prinzip völlig egal, was passiert. Es mag diese Bilder geben von leidenden Tieren, wenn eine Ölkatastrophe passiert. Das greift uns als Menschen an, weil wir da irgendwie mitfühlen, weil wir diese Tiere niedlich finden. Und ich will das auch überhaupt nicht verharmlosen oder relativieren. Das sind schreckliche Katastrophen. Aber der Natur an sich ist das völlig pläng, um es mal so flapsig zu sagen. Ist völlig egal. Das ist alles auch irgendwie Natur. Und was wir gerade mit unserem Planeten machen, ist auch Natur. Und der Klimaschutz ist in dem Sinne kein Naturschutz, als er eigentlich ein Menschenschutz ist oder sein sollte. Weil was der Klimaschutz erreichen soll, ist ja den Planeten in einer für uns bewohnbaren Form zu erhalten. Dabei denken wir überhaupt nicht an die Natur. Außer man geht jetzt, natürlich ist das auch Natur. Natürlich sind auch die Menschen Natur. Ich will nur diesen Zwiespalt hier aufmachen. Als Naturschutz begreifen wir häufig, dass wir als Menschen mit menschlichen Handlungen versuchen, die Natur in einem oder die uns umgebende Umwelt in dem Status quo zu erhalten oder in einen Status zurück zu versetzen, wie ja zum Beispiel vor 100, 150, 200 Jahren geherrscht hat. Wenn Wälder renaturiert werden sollen oder wenn Naturschutzgebiete erklärt werden, wo dann dieses und jenes nicht mehr getan werden darf, das ist ja ein sehr konservatives Bild. Und als Natur begreifen wir da ja häufig einfach nur, was früher war. Aber nicht so sehr, dass alles um uns herum Natur ist. Und ich möchte auch jetzt nicht so verstanden werden, dass ich gegen Naturschutz bin, weil das könnte man ja jetzt auch so auslegen, wenn alles Natur ist, da brauchen wir ja gar nichts machen. Dann ist ja auch Öl verbrennen natürlich und dann ist das ja völlig egal. Aber so möchte ich überhaupt nicht verstanden werden und das ist auch nicht meine Meinung. Ich wollte nur mal darauf hindeuten, dass der Klimaschutz an sich ein Menschenschutz ist. Und es geht hauptsächlich darum, uns Menschen am Leben zu erhalten bzw. die Erde in einem Status zu bewahren, der uns Menschen Leben ermöglicht. Auch noch langfristig, aber auch hier wieder mit dem sehr konservativen Bild, so wie es vorher war. Weil wir so, nur so wie wir jetzt leben, kennen wir es, wissen wir, okay, so können wir leben. Was kommt, wissen wir nicht, also bewahren wir es besser so. Und das ist vermutlich auch klug so. Weil, was man zumindest vorhersehen kann, wird es nicht lebenswerter für Menschen auf diesem Planeten. Aber die sich ändernden Umweltbedingungen durch den Klimawandel könnten natürlich für andere Lebensformen sehr günstig sein. An die denken wir natürlich jetzt nicht, weil wir doch nicht wissen, ob es sie gibt, wann es sie gibt, wie sie aussehen. Sie werden wahrscheinlich nicht menschlich sein. Ja, ich denke, das war es jetzt auch erstmal von meiner Seite. Und ja, nochmal, ich möchte nicht so verstanden werden, dass ich gegen Klimaschutz oder Naturschutz bin. Ich finde das alles extrem positiv und fördere das. Aber ich möchte trotzdem, wie gesagt, darauf hinweisen, hauptsächlich ist es Eigenschutz. Genau. Macht's gut. Und jetzt höre ich erstmal weiter. Moin, hier ist Kai. Und zwar habe ich gerade die Folge 439 gehört. Und dort geht übrigens unter anderem den Beitrag zu den Ozeanen vom Wetterbericht. Und dort wurde halt davon berichtet, dass der Puffer des Ozeanes durch steigende Temperaturen gefährdet ist. Genau, es war Minute 69 circa. Und daraufhin hat dann Stefan versucht, das Puffersystem zu deuten, was damit vielleicht gemeint war, weil es nicht ganz eindeutig war in dem Bericht, was damit gemeint war. Aber auf jeden Fall wollte ich darauf mal kurz reingehen und es vielleicht mal ein bisschen wissenschaftlicher betrachten oder auf eine leichte Ebene bringen und das Ganze richtig stellen. Und zwar hat Stefan gesagt, dass damit die Wärmespeicherung vielleicht gemeint wäre, was leider nicht ganz richtig sein kann, da die Wärmespeicherfähigkeit von Wasser bei verschiedenen Temperaturen, also vor allen Dingen in den Temperaturen, in denen sich das Wetter bewegt, eigentlich konstant ist. Also obwohl sich das Klima bewegt, eigentlich konstant ist. Und wir Ingenieure rechnen auch eigentlich immer mit der gleichen Wärmekapazitätskoeffizienten. Von daher sollte dieser Faktor Temperatur und Wärmespeicherung nicht so entscheidend sein oder nicht so stark voneinander abhängen, dass man sich da Sorgen machen sollte. Ja, man kennt das wahrscheinlich mit der Wärmespeicherung, dass der Ozean ein guter Wärmespeicher ist vom mediterranen Klima. Dass da natürlich die Winter immer relativ mild sind und die Sommer auch nicht zu warm. Also sehr angenehm. Einfach dadurch, dass der Ozean gut die Wärme speichert und halt in kälteren Zeiten Wärme abgeben kann. Und wenn es heißer wird, gut die Wärme speichern kann. Deswegen ist, wenn man auf dem Land wohnt, also jetzt wirklich viel kontinentales Klima hat, irgendwie so Mitte in Russland, da kann man das deutlich merken, dass da die Temperaturschwankungen deutlich stärker sind, als wenn man jetzt in der Nähe eines Ozeanes wohnt. Genau, was ist also dann gemeint gewesen mit dem Puffer? Und zwar ist das chemisch gesehen einmal ein Gleichgewicht, was man da betrachtet. Ein chemisches Gleichgewicht, also eine Reaktion, die hin und her geht. Und dann könnte man jetzt den Säure-Base-Puffer nehmen. Das kennen wahrscheinlich viele noch aus der Schulzeit. Beschreibt dann das Verhältnis von einem Säure-Anteil-Base-Verhältnis und wird dazu benutzt, einen pH-Wert auf einem bestimmten Level zu halten, falls dies gewünscht ist. Dann gibt es verschiedene Puffer, die verschiedene pH-Werte haben. Oder verschiedene pH-Werte einstellen sollen, sodass wenn man zum Beispiel noch irgendwie ein weiteres Edukt hinzutut, zur Lösung oder zu was auch immer, dann verändert sich der pH-Wert im besten Fall nicht dramatisch oder nur halt in kleinen Sprüngen. Und in diesem Fall ist das der Kohlensäure-Puffer vom Ozean, der hier behandelt wird. Und zwar speichert der Ozean eine relativ große Menge an CO2 in Form von Kohlensäure. Das heißt, das CO2, welches ja ein Gas ist, löst sich in dem Ozean und ist dort vorhanden als Kohlensäure. Und dieser Faktor, dieser Löslichkeit, der ist stark temperaturabhängig. Das kann man sich auch gut vorstellen. Wenn man ein warmes Glas Cola hat, ist da relativ schnell die Kohlensäure raus. Also es prickelt da nicht so schnell. Und wenn es ein kühles Glas Cola ist oder das gleiche mit Bier, dann ist es natürlich immer noch relativ lange prickelnd und angenehm. Warum prickeln jetzt die Weltmeere nicht? Das liegt daran, dass sich das Gas aus der Flüssigkeit löst, nur wenn das Gleichgewicht nicht eingestellt ist. Also das passiert halt bei Cola oder bei Bier, ist das ja unter Druck das Ganze. Und wenn jetzt die Atmosphäre sich verändert und sich ein anderer Druck nach außen hin einstellt, stellt sich das Gleichgewicht neu ein. Und ja, unter anderem, wenn jetzt zum Beispiel ein niedriger Druck draußen ist, kommt halt das Gas in Form von Kohlen, von CO2 aus der Flüssigkeit heraus. Und genau, das funktioniert dann so lange, bis dann ein bestimmtes Gleichgewicht eingestellt ist. Und diese Temperatur beeinflusst auch das Gleichgewicht. Und zwar halt, wenn das Wasser wärmer wird, ist die Löslichkeit von CO2 im Wasser deutlich schlechter. Und genau deswegen heißt es, wenn jetzt die Weltmeere temperaturmäßig immer weiter ansteigen, dass sich immer mehr gespeichertes CO2 löst und sozusagen in unsere Atmosphäre hinzukommt. Das heißt, es ist dann noch mehr CO2 in der Atmosphäre und es entsteht natürlich wieder so ein Teufelskreis. Warum ist jetzt das Ganze entscheidend für Muscheln? Wurde ja auch im Beteiltrag gesagt, dass das ja auch deren Lebensgrundlage erschwert. Nicht wegen der Temperatur alleine, dann sind natürlich auch viele andere Tiere gefährdet. Aber besonders für Muscheln, weil sich Kohlensäure unter Abgabe von einem Proton zu Hydrogencarbonat umwandelt. Und dieses Hydrogencarbonat wiederum kann auch wiederum ein Proton abgeben und es entsteht ein Carbonat, welches halt ein Ion ist. Und dieses kann mit einem Kation, zum Beispiel Calcium, Calciumcarbonat bilden, welches uns bekanntlich als Kalk ist oder bekannt ist. Und dieses Kalk ist halt entscheidend für Muscheln, um Aufbau der Muschelstruktur zu haben. Genau, deswegen brauchen die unbedingt auch Carbonat im Wasser. Ja, das kann man auch zu Hause feststellen. Wer zu Hause einen pH-Meter hat, kann das gerne mal ausprobieren. Das Wasser mal testen, was bis in so einer Luft stand. Das ist nämlich tatsächlich nicht neutral, das Wasser, sondern es ist immer ein bisschen leicht säuerlich. Das liegt halt daran, dass sich die CO2 aus der Atmosphäre im Wasser löst. Das merken wir nicht beim normalen Trinken. Also Leitungswasser ist ja mal nicht prickelnd, obwohl da auch Kohlensäure drin gelöst ist. Aber dadurch, dass es halt im Gleichgewicht ist, findet da halt keine Umwandlung oder es löst sich kein Gas dann daraus. Aber man kann es halt nachweisen, dass der pH-Wert nicht 7 ist, sondern tatsächlich ein bisschen säuerlicher durch die Kohlensäure halt und das CO2-gebundene Gas. Genau. Ja, vielen Dank. Und ich verfolge den Podcast jetzt schon ein bisschen länger. Sehr, sehr cool. Ich fand auch die Idee von Stefan, um einfach nur einen Wetterbericht zu machen oder einen Klimabericht regelmäßig zu haben. Auch sehr, sehr cool. Ja, genau. Tschö! 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 Tschö!